Und dann? Dann hat Raphael mir einen Diamantring von Tiffany geschenkt und mich gefragt, ob ich seine Frau werden will. Das Smartphone ans Ohr gepresst, lief Madeleine vor der großen Fensterfront, die auf die Startbahn hinausging, auf und ab. 5000 Kilometer entfernt saß ihre beste Freundin in ihrer kleinen Wohnung im nördlichen Teil Londons und lauschte gespannt der detaillierten Schilderung ihres romantischen Ausflugs nach Big Apple. Da hat er ja wirklich alle Register gezogen, stellte Julienne fest. Wochenende in Manhattan, Zimmer im Wald auf Astoria, Kutschfahrt, altmodischer Heiratsantrag. Ja, alles perfekt, wie im Film. Madeleine lächelte und näherte sich dem Eincheckbereich, um Raphael in der dichten Menge der Reisenden zu suchen. Zu Beginn der Weihnachtsferien drängten sich Tausende am Flughafen, wo es zuging wie in einem Bienenstock. Ach, übrigens fuhr Julienne fort. Du hast mir nicht gesagt, was deine Antwort war. Soll das ein Witz sein? Ich habe natürlich Ja gesagt. Hast du ihn nicht ein wenig hingehalten? Hingehalten? Jul, ich bin fast 34. Glaubst du nicht, dass ich lange genug gewartet habe? Ich liebe Raphael. Ich bin seit zwei Jahren mit ihm zusammen und wir wünschen uns ein Kind. In ein paar Wochen ziehen wir in das Haus, das wir gemeinsam ausgesucht haben. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich beschützt und glücklich. Das sagst du jetzt, weil er neben dir steht, oder? Nein, rief Madeleine lachend. Er gibt gerade unser Gepäck auf und ich sage das, weil ich es so empfinde. Hast du keine Angst, dass dein Leben mit Raphael zu vorhersehbar ist? Ich brauche jemanden, der solide, zuverlässig und treu ist. Ich will sicher sein, dass ich, wenn ich abends nach Hause komme, Ruhe und Frieden habe. Verstehst du das? Hm, machte Julienne skeptisch. Da gibt es kein Hm, Jul. Du kannst also schon mal anfangen, dich nach einem Brautjungfernkleid umzusehen. Madeleine sah auf ihre Uhr. Gut, wir müssen aufhören. Mein Flugzeug geht um halb sechs und ich warte noch immer auf meinen Mann. Deinen zukünftigen Mann, korrigierte Julienne lachend. Wann stattest du mir einen kleinen Besuch in London ab? Und warum eigentlich nicht dieses Wochenende? Das würde ich gern, ist aber leider nicht möglich. Wir landen früh in Roissy und ich habe dann gerade noch Zeit, zu Hause zu duschen, bevor ich mein Geschäft aufmache. Du arbeitest nur noch. Ich bin Floristin, Jul. Die Zeit vor Weihnachten ist sehr lukrativ. Versuch wenigstens während des Flugs zu schlafen. Mach ich. Ich rufe dich morgen wieder an. Bedräng mich nicht, Francesca. Kommt nicht in Frage, dass wir uns treffen. Aber ich bin nur zwanzig Meter von dir entfernt. Ich stehe hier unten an der Rolltreppe. Das Handy ans Ohr gepresst, trat Jonathan mit gerunzelter Stirn an das Geländer oberhalb der Rolltreppe. Unten telefonierte eine junge, dunkelhaarige Frau, die einer Madonna glich. An der Hand hielt sie ein Kind, das in einen zu großen Parka gehüllt war. Sie hatte langes Haar, war in Hüftjeans und eine taillierte Daunenjacke gekleidet und trug eine große Marken-Sonnenbrille mit breitem Gestell, die wie eine Maske einen Teil ihres Gesichts verdeckte. Jonathan winkte seinem Sohn zu. Schick mir, Charlie, rauf und verschwinde, befahl er aufgebracht. Jedes Mal, wenn er seine Ex-Frau sah, überkam ihn dumpfer Zorn, vermischt mit Schmerz. Ein übermächtiges Gefühl, das er nicht unter Kontrolle hatte und das ihn aggressiv und zugleich deprimiert machte. Du kannst mich nicht immer so behandeln, protestierte sie mit einem leichten italienischen Akzent. Wage es ja nicht, mir irgendwelche Lektionen zu erteilen. Du hast eine Entscheidung getroffen und nun musst du auch die Konsequenzen tragen. Du hast unsere Familie verraten, Francesca. Du hast uns verraten, Charlie und mich. Lass Charlie aus dem Spiel. Obwohl er der Hauptbetroffene ist? Wegen deiner Eskapaden sieht er seinen Vater nur noch wenige Wochen im Jahr. Es tut mir und das Flugzeug, fiel er ihr ins Wort. Muss ich dich daran erinnern, dass Charlie Angst hat, allein zu fliegen und ich in allen Schulferien quer durchs Land reise, um ihn abzuholen? Was mit uns passiert ist, ist das Leben, Jonathan. Wir sind erwachsene Menschen und es gibt nicht auf der einen Seite den Guten und auf der anderen die Böse. Das war aber nicht die Auffassung des Richters. Oder hast du das bereits vergessen? bemerkte er mit plötzlichem Überdruss. Gut, das reicht. Die Schule fängt am 3. Januar wieder an. Ich bringe Charlie am Vorhaben zurück. Dann umarmte der Junge seine Mutter und trat mit unsicherem Schritt auf die Rolltreppe. Jonathan dringte einige Reisende zur Seite, um seinen Sohn in Empfang zu nehmen. Hallo, Papa. Hallo, mein Junge, rief er und schloss ihn in die Arme. Madeleines Finger glitten blitzschnell über die Tastatur. Mit dem Smartphone in der Hand lief sie an den Schaufenstern des Duty-Free-Shops vorbei und schrieb sozusagen blind eine Antwort-SMS an Raphael. Ihr Zukünftiger hatte das Gepäck aufgegeben und wartete jetzt vor der Sicherheitsschleuse. In ihrer Nachricht schlug Madeleine ihm vor, sich in der Cafeteria zu treffen. Papa, ich habe Hunger. Kann ich bitte ein Panino haben? fragte Charlie wohl erzogen. Die Hand auf die Schulter seines Sohnes gelegt, steuerte Jonathan durch das Labyrinth aus Glas und Stahl, das zu den Abflug Gates führte. Er hasste Flughäfen, vor allem um diese Jahreszeit. Denn Weihnachten und Airports erinnerten ihn an die düsteren Umstände, unter denen er zwei Jahre zuvor von der Untreue seiner Frau erfahren hatte. Doch die Freude, Charlie wiederzuhaben, war so groß, dass er ihn hochhob. Ein Panino für den jungen Mann, rief er schwungvoll und wandte sich in Richtung Restaurant. Heaven's Door, die größte Cafeteria des Terminals, war rund um ein Atrium angeordnet, in dessen Mitte auf verschiedenen Theken kulinarische Köstlichkeiten angeboten wurden. Ein Schokoladenfondant oder eine Pizza? fragte sich Madeleine, während sie am Buffet entlang schlenderte. Natürlich wäre es sinnvoller, Obst zu nehmen, aber sie hatte einen Bärenhunger. Sie legte ein Stück Schokoladenkuchen auf ihren Teller, legte es allerdings sofort wieder zurück, als ihr eine innere Stimme zuflüsterte, wie viele Kalorien eine solche Versuchung hatte. Etwas missmutig nahm sie einen Apfel aus dem Korb, bestellte einen Tee mit Zitrone und ging zur Kasse, um zu bezahlen. Ein Schabatta mit Pesto, getrockneten Tomaten, Parmaschinken und Mozzarella. Angesichts des italienischen Sandwiches lief Charlie das Wasser im Mond zusammen. Von klein auf hatte er seinen Vater in die Küchen der Restaurants begleitet, was sein Gefühl für gutes Essen und seine Neugier auf allen neuen Geschmacksrichtungen entwickelt hatte. »Aber passe auf, dass du dein Tablett gerade hältst, okay?« sagte Jonathan, nachdem er bezahlt hatte. Der Junge nickte und balancierte sein Panino und die Wasserflasche auf dem Tablett. Das ovale Restaurant mit Blick auf die Start- und Landebahnen war voll besetzt. »Wohin setzen wir uns, Papa?« fragte Charlie etwas verloren in der Menschenmenge. Nervös sah sich Jonathan um. Ganz offensichtlich gab es wesentlich mehr Gäste als freie Plätze. Doch plötzlich, wie durch ein Wunder, wurde ein Tisch an der Fensterfront frei. »Kurs nach Osten, Matrose«, rief er. Als er eiligen Schrittes die angegebene Richtung einschlug, klingelte plötzlich sein Handy. Jonathan zögerte, den Anruf anzunehmen. Doch schließlich versuchte er, obwohl er keine Hand frei hatte, in der einen hielt er das Tablett, mit der anderen zog er Charlies Rollkoffer, den Apparat aus seiner Jackentasche zu fischen. »Meine Güte, ist das ein Gedränge?« Madeleine hatte entdeckt, dass an der Fensterfront gerade ein Tisch frei wurde. Um sich die Gelegenheit nicht entgehen zu lassen, beschleunigte sie den Schritt. Doch plötzlich vibrierte das Handy in ihrer Tasche. »Ausgerechnet jetzt?« Zunächst wollte sie nicht antworten, besann sich dann aber anders. Vermutlich war das Raphael, der sie suchte. Unsicher hielt sie das Tablett in einer Hand und suchte mit der anderen in ihrer Handtasche nach dem Apparat, der unter einem großen Schlüsselbund, ihrem Terminkalender und einem Buch vergraben war. Gerade wollte sie das Handy ans Ohr führen und das Gespräch annehmen, als ... Madeleine und Jonathan stießen mit voller Wucht zusammen. Teekanne, Apfel, Wasserflasche, Sandwich und Weinglas landeten auf dem Boden. Charlie war derart überrascht, dass auch er sein Tablett fallen ließ und zu weinen begann. »Das war eine dumme Kuh.« Jonathan fluchte innerlich und rappelte sich auf. »Können Sie nicht aufpassen?« schimpfte er. »Was für ein Trottel«, dachte Madeleine verärgert. »Ach, ist das etwa meine Schuld? Jetzt verdrehen Sie bloß nicht die Tatsachen«, konterte sie, bevor sie ihre Tasche, ihr Handy und ihre Schlüssel einsammelte. Jonathan beugte sich zu seinem Sohn, um ihn zu beruhigen, und hob dann das in Plastik verpackte Sandwich, die Wasserflasche und sein Handy auf. »Ich hab den Tisch zuerst gesehen«, empörte er sich. »Wir haben fast schon gesessen, als Sie plötzlich wie ein Wirbelsturm herangetobt sind, ohne auch nur...« »Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe ihn lange vor Ihnen gesehen, kam ihm Madeleine zuvor, die gerade Raphael entdeckt hatte. Außerdem bin ich nicht allein.« Jonathan zuckte mit den Schultern und nahm Charlie bei der Hand. »Komm, wir gehen woanders hin. Mir ist wirklich zu blöd«, sagte er und verließ das Restaurant. Der Flug Delta 4565 nach San Francisco ging um 17 Uhr in New York ab. Vor Freude, seinen Sohn bei sich zu haben, wurde Jonathan die Zeit nicht lang. Seit der Trennung seiner Eltern litt Charlie unter panischer Flugangst. Es war ihm unmöglich, allein eine Maschine zu besteigen oder unterwegs zu schlafen. Also verbrachten sie die siebenstündige Reise damit, sich Geschichten zu erzählen, zum x-ten Mal auf dem Tablet-PC Susi und Strolch anzusehen und dabei kleine Töpfchen hegen das Eiscreme zu löffeln. Der Flug Air France 29 verließ um 17 Uhr 30 den Flughafen JFK. In der komfortablen Business Class – Raphael hatte wirklich an alles gedacht – schaltet der Madeleine ihren Fotoapparat ein und sah sich die Aufnahmen von ihrem Trip nach New York an. Eng aneinandergeschmiegt durchlebten die beiden Verliebten genussvoll noch einmal die schönsten Momente einer Zeit, die einen Vorgeschmack auf ihre Hochzeitsreise bot. Dann schlief Raphael ein, während sich Madeleine begeistert zum x-ten Mal die alte Lubitsch-Komödie Rendezvous nach Ladenschluss ansah, die als Video angeboten wurde. Dank der Zeitverschiebung war es nicht einmal 21 Uhr, als Jonathans Maschine in San Francisco landete. Von seiner Angst befreit schlief Charlie beim Aussteigen auf dem Arm seines Vaters ein. In der Ankunftshalle hielt Jonathan nach seinem Freund Markus Ausschau, mit dem er eine kleine französische Brasserie im Herzen von North Beach führte und der ihn eigentlich abholen sollte. Er reckte sich auf die Zehenspitzen, um über die Menge hinwegzusehen. »Hätte mich auch gewundert, wenn der pünktlich wäre«, knurrte er. Schließlich konsultierte er sein Smartphone, um zu sehen, ob Markus eine SMS geschickt hatte. Sobald der Flugmodus wieder deaktiviert war, erschien auf dem Bildschirm ein langer Text. »Willkommen in Paris, meine Liebe. Ich hoffe, du hast dich während des Flugs ausruhen können, und Raphael hat nicht zu sehr geschnarcht. Entschuldige wegen vorhin, ich freue mich wirklich, dass du heiratest und den Mann gefunden hast, der dich glücklich machen kann. »Ich verspreche dir, meiner Rolle als Brautjungfer mit Ernst und Anstand gerecht zu werden. Deine Freundin fürs Leben, Julienne.« »Was soll denn der Quatsch?«, dachte Jonathan. Bei genauerer Inspektion des Handys stellte er fest, dass es nicht das Seine war. Ein schneller Blick auf die E-Mail-Funktion offenbarte ihm die Identität der Besitzerin. Eine gewisse Madeleine Green, die in Paris lebte. »Verdammt! Das ist das Telefon der blöden Kuh vom Airport JFK!« Madeleine sah auf ihre Uhr und unterdrückte ein Gähnen. Der Flug hatte nur gut sieben Stunden gedauert, aber durch die Zeitverschiebung war die Maschine am Samstagmorgen um halb sieben in Roissy gelandet. »Bist du sicher, dass du heute arbeiten willst?«, fragte Raphael vor dem Gepäckband. »Natürlich, Darling«, antwortete sie und schaltete ihr Smartphone ein, um ihre E-Mails abzurufen. »Ich bin sicher, dass schon mehrere Aufträge auf mich warten.« Zunächst hörte sie die Mailbox ab, auf dem eine schleppende, schläfrige Stimme, die ihr total unbekannt war, eine Nachricht hinterlassen hatte. »Hallo, Jean. Ich bin's, Marcus. Ähm, ich hab ein kleines Problem mit dem R4. Er verliert Öl und, äh, naja, ich erklär dir das dann. Also, damit wollte ich nur sagen, dass ich vielleicht etwas zu spät komme. Entschuldigung.« »Was ist denn das für ein Spinner?«, fragte sie sich und löschte die Nachricht. »Ob sich jemand verwehlt hat?« Zweifelnd untersuchte sie das Smartphone genauer. Modell und Farbe waren zwar gleich, aber es war nicht ihres. »Verdammt«, sagte sie laut. »Das ist das Handy von diesem Verrückten am Flughafen.« Jonathan schickte die erste SMS. »Ich habe Ihr Telefon. Haben Sie meins? Jonathan Lampereur«, auf dem Madeleine sofort antwortete. »Ja, wo sind Sie? Madeleine Green.« »In San Francisco. Und Sie?« »In Paris. Was machen wir?« »Na, es wird doch wohl auch in Frankreich eine Post geben. Ich schicke Ihnen Ihres gleich morgen mit FedEx zu.« »Zufreundlich. Ich tue sobald wie möglich dasselbe. Wie lautet Ihre Adresse?« »Restaurant French Touch, 1606 Stockton Street, San Francisco, Kalifornia.« »Hier meine Le Jardin Extraordinaire, 3 Rue de L'Ombre, 75014 Paris.« »Sie sind also Blumenhändlerin?« »Wenn ja, erhalten Sie jetzt eine dringende Bestellung. Olek Modorov, 200 rote Rosen sollen für die Schauspielerin, die sich im dritten Akt auszieht, ins Theater du Châtelet geliefert werden. Unter uns gesagt, ich bezweifle, dass es sich um seine Frau handelt.« »Mit welchem Recht hören Sie meine Mailbox ab?« »Um Ihnen einen Gefallen zu tun, Sie dummes Ding.« »Wie ich sehe, sind Sie am Telefon ebenso ungehobelt wie in Natura. Sie haben also ein Restaurant, Jonathan?« »Ja.« »In diesem Fall ist in Ihrer Kneipe ein Tisch mehr reserviert. Für zwei Personen. Morgen Abend. Auf den Namen Mr. und Mrs. Tresnowski. Oder so ähnlich. Der Empfang war miserabel.« »Danke. Gute Nacht.« »In Paris ist sieben Uhr morgens.« Jonathan schüttelte verärgert den Kopf und schob das Handy in die »Wir die Heizung voll aufgedreht war, blieben die Scheiben feucht beschlagen.« »Du baust noch einen Unfall mit deiner Rostlaube,« klagte Jonathan, der sich auf den Beifahrersitz gezwängt hatte. »Aber nein, mein Schmuckstück fährt 1a,« verteidigte sich Markus. Mit seinem struppigen, ungepfleckten Haar, den buschigen Braun, dem Zwei-Wochen-Barts und den hängenden Augenlidern wirkte Markus wie ein Fossil aus vergangener Zeit. Sein hagerer Körper, bekleidet mit einer ausgebeuten Hose und einem weiten bis zum Bauchnabel geöffneten Hawaii-Hemd, schien nur mehrfach zusammengeklappt Platz in dem kleinen Auto zu finden. »Ich mag das Auto von Onkel Markus,« rief Charlie, der auf dem Rücksitz herumhampelte. »Schneid dich an, Charlie, und sitz still,« befahl Jonathan. Dann fuhr er an seinen Freundgewand fort. »Warst du heute Nachmittag im Restaurant?« »Ähm, heute ist doch Ruhetag, oder?« »Aber hast du wenigstens die Entenlieferungen in Empfang genommen?« »Ach, wusste ich doch, dass ich was vergessen habe. Du alte Schlafmütze! Wie konntest du das Einzige, worum ich dich gebeten habe, vergessen?« »Fahr am Restaurant vorbei, ich bin sicher, dass er die Kisten einfach im Hinterhof abgeladen hat.« »Darum kann ich mich allein kümmern,« versicherte Markus. »Ich bringe euch zuerst nach Hause.« »Nein! Ach, du bist ein Luftikus, auf den man sich nicht verlassen kann. Also nehme ich die Dinge selbst in die Hand.« »Hat dich das Treffen mit meiner Schwester in diesen Zustand versetzt?«, fragte Markus nach längerem Schweigen. »Francesca ist nur deine Halbschwester,« korrigierte Jonathan. »Wie geht's ihr?« Jonathan warf ihm einen feindseligen Blick zu. Da Markus wusste, wie heikel das Thema war, insistierte er nicht weiter, sondern konzentrierte sich ganz auf den Verkehr. Vor einer Brasserie mit dem Namen »French Touch Ecke Union Stockton Street« parkte er sein Schmuckstück. Jonathan's Vermutung erwies sich als richtig. Bob Woodmark hatte seine Lieferung einfach vor der Hintertür des Restaurants abgestellt. Die beiden Männer nahmen die Kisten und trugen sie in den Kühlraum, ehe sie sich davon überzeugten, dass in der Gaststube alles in Ordnung war. »French Touch« war ein Stückchen Frankreich im Herzen von North Beach, dem italienischen Viertel von San Francisco. Es war ein kleiner Raum, eingerichtet wie ein französisches Bistro der Dreißigerjahre. Holztefelung, Stuck, Mosaikboden und große Spiegel im Stil der Belle Epoque. Hier wurde traditionelle französische Küche serviert. »Krieg ich ein Eis, Papa?« fragte Charlie, während er sich an der glänzenden Theke niederließ, die sich durch den ganzen Raum zog. »Nein, mein Liebling, du hast im Flugzeug schon Tonnen von Eis verdrückt. Außerdem ist es spät, und du müsstest längst im Bett sein.« »Aber es sind doch Ferien.« »Na komm, John, sei cool«, stimmte Markus ein. »Jetzt fängst du auch noch an.« »Aber es ist Weihnachten.« »Zwei Kinder«, meinte Jonathan und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Er trat hinter den Tresen, der zur offenen Küche führte. »Was hättest du denn gern?« fragte er seinen Sohn. »Eine Dame Blanche.« rief der Junge begeistert. Der Koch gab ein paar Stückchen dunkler Schokolade in eine kleine Kasserole und ließ sie im Wasserbad schmelzen. »Und du?« fragte er Markus. »Wir könnten eine Flasche Wein aufmachen.« »Wenn du willst.« Ein breites Lächeln erhellte Markus' Gesicht. Er sprang von seinem Hocker, um seinen Lieblingsort aufzusuchen, den Weinkeller des Restaurants. Inzwischen gab Jonathan unter Charlies wachsamem Blick zwei Kugeln Vanilleeis und einige Baisets in einen Becher. Als die Schokolade geschmolzen war, rührte er einen Löffel flüssige Sahne unter. Dann goß er die warme Schokolade über das Eis und bedeckte alles mit Schlagsahne und gerösteten Mandeln. »Lass es dir schmecken«, sagte er. Vater und Sohn ließen sich nebeneinander auf der weichen Bank an einem der Tische Nieder. Mit strahlenden Augen griff Charlie nach dem langen Löffel und begann sein Eis zu essen. »Nun sieh dir mal dieses Prachtstück an«, rief Markus entzückt, als er aus dem Keller kam. »Ein Screaming Eagle von 1997? Bist du verrückt geworden? Solche Flaschen sind den Gästen vorbehalten.« »Nun komm schon. Das ist mein Weihnachtsgeschenk«, dringte sein Freund. Nach kurzem, rein formalem Widerstand, erklärte sich Jonathan bereit, den Grand Cru zu öffnen. Letztlich war es besser, wenn Markus ein paar Gläser im Restaurant trank. So hatte er ihn wenigstens unter Kontrolle. Als unehelicher Sohn aus einer Liaison von Francescas Vater mit einer Quebecker Country-Sängerin hatte er beim Tod seines Erzeugers, ein steinreicher New Yorker Geschäftsmann, keinen Cent geerbt. Seine Mutter war vor kurzem gestorben, und er unterhielt nur eine sporadische Beziehung zu seiner Halbschwester. Der junge Mann führte ein sorgloses Leben in einer Traumwelt und ignorierte sein Äußeres ebenso wie die gesellschaftlichen Regeln und Anstandsgebote. Während seiner Ehe hatte Jonathan in Markus nur einen Idioten gesehen, mit dem er nichts gemein hatte. Doch als Francesca ihn verlassen hatte, war sein Schwager der einzige gewesen, der sich um ihn gekümmert hatte. Auch Charlies Existenz hatte damals nicht verhindern können, dass Jonathan in das schwarze Loch der Depression abglitt. Ohne Arbeit und tief verzweifelt hatte er sich ganz seinem Kummer hingegeben und einen etwas zu engen Kontakt mit den Herrn Jack Daniels und Johnny Walker gepflegt. Glücklicherweise hatte Markus wie durch ein Wunder seine Trägheit überwunden und zum ersten Mal im Leben die Dinge in die Hand genommen. Er hatte ein schlechtgehendes italienisches Restaurant entdeckt und alles daran gesetzt, die Käufer zu überreden, es in ein französisches Bistro umzubauen und seinem Schwager die Küche anzuvertrauen. Durch diese Initiative hatte Jonathan wieder Fuß gefasst. Sobald er spürte, dass sein Freund gerettet war, hatte sich Markus erneut dem Müßiggang hingegeben. Auf dein Spezielles, rief er und reichte Jonathan sein Glas. Wir feiern also Weihnachten vor, meinte der Franzose. Ach, das ist gut, seufzte Markus und lehnte sich auf seine Bank zurück. Jonathan versuchte ebenfalls, sich zu entspannen, beknöpfte seinen Hemdkragen auf und zog das Jackett aus. Doch der Anblick von Madeleines Telefon auf dem Tisch irritierte ihn. Ach, durch diese Sache mit dem Handy gehen mir zig Reservierungen verloren. Während Markus nach dem Smartphone griff, betrachtete Jonathan seinen Sohn, der auf der Bank eingeschlafen war. Er hätte gern zehn Tage Urlaub genommen, um sich Charlie widmen zu können, doch das konnte er sich nicht leisten. Eben erst hatte er sich aus dem finanziellen Abgrund befreit, der ihn einige Jahre zuvor zu verschlingen drohte. »Eh, kann ich übel, die Kleine«, rief Markus, während seine Finger über den Touchscreen glitten, um die Fotosammlung zu öffnen. Neugierig beugte sich Jonathan vor. »Zeit mal!« Bei einigen Bildern handelte es sich eindeutig um erotische Posen, die in Schwarz-Weiß aufgenommen waren. Feine Spitze, Satinstrapse, Hände, die schamhaft die nackten Brüste bedeckten oder das Venus-Delta streiften. Nicht weiter schlimm zu einer Zeit, da manche Menschen ihr Sextape online stellten. Erstaunlich, dass diese verklemmte Kuh vom Airport mit ihrem Schickimicki-Gehabe sich zu so einer kleinen Sexy-Session bereit erklärt hatte. Jonathan, der eher erstaunt als angeregt war, summte das Gesicht des Models heran. Ganz offensichtlich amüsierte sie das Spielchen, dem sie sich dahingab. Hinter der Fassade aber erahnte man eine gewisse Scham. Vermutlich waren die Aufnahmen eher auf Wunsch ihres Mannes entstanden, der sich für Helmut Newton gehalten hatte. Jonathan glaubte, am Flughafen kurz ihren Begleiter gesehen zu haben, konnte sich jedoch nicht an sein Gesicht erinnern. »So, das reicht«, entschied er und legte das Smartphone zurück auf den Tisch. Er fühlte sich plötzlich als Vouilleur und fragte sich, mit welchem Recht er in das Privatleben der jungen Frau eindrang. »Glaubst du etwa, dass sie nicht dasselbe tut?«, fragte Markus. »Das ist mir völlig egal. Solche Fotos findet sie in meinem Handy garantiert nicht.« Während er sich Wein nachschenkte, dachte Jonathan darüber nach, was sein Smartphone so alles enthielt. Ehrlich gesagt wusste er es nicht mehr genau. Paris, sieben Uhr dreißig. Der schnittige Jaguar fuhr durch die metallisch-blaue Kälte über den Pariser Peripherik. »Bist du sicher, dass du heute dein Geschäft aufmachen willst?«, fragte Raphael erneut. »Darling, darüber haben wir doch schon gesprochen.« »Wir könnten den Urlaub verlängern«, beharrte er. »Ich fahre weiter nach Deauville, übernachten im Normandie und essen morgen mit meinen Eltern zu Mittag.« »Sehr verlockend. Aber nein, noch dazu hast du einen Termin mit einem Kunden auf der Baustelle.« »Du entscheidest«, kapitulierte der Architekt. Der Wagen fuhr durch das 15. Arrondissement und hielt schließlich bei der Nummer 13 in der Rue Compagnie Première vor einer dunkelgrünen Tür. »Soll ich dich heute Abend mit dem Wagen abholen?« »Nein, ich komme mit dem Motorrad zu dir.« »Es ist eiskalt.« »Vielleicht. Aber ich liebe meine Maschine«, antwortete sie und küsste ihn. Madeleine stieg aus, schlug die Wagentür zu und warf ihrem liebsten zum Abschied einen letzten Kuss zu. Dann drückte sie den Zugangscot und trat in einen baumbestandenen Hof. Hier bewohnte sie, seit sie in Paris war, eine Wohnung mit Gartenzugang. »Brrrr, hier drin sind höchstens 15 Grad«, rief sie zitternd, als sie die kleine Maisonette-Wohnung betrat. Mit einem Streichholz zündete sie die Flamme des Durchlauferhitzers an und setzte den Wasserkessel auf, um sich Tee zu machen. Madeleine überzeugte sich, dass alle Heizkörper voll aufgedreht waren, trank ihren Tee und wartete darauf, dass es in der Wohnung wärmer wurde. Dann duschte sie kurz, verließ fröstelnd das Badezimmer und nahm ein Fleece-Shirt, eine Jeans und einen dicken Shetland-Pullover aus dem Schrank. Bevor sie aufbrach, aß sie einen Schokoriegel, schlüpfte in ihre Lederjacke und band den wärmsten Schal um. Es war kurz vor acht, als sie sich auf den Sattel ihres kanariengelben Motorrads schwang. Ihr Geschäft lag zwar in der Nähe, doch sie wollte nicht noch einmal zu Hause vorbeigehen, bevor sie sich abends mit Raphael traf. Madeleine bog in den Boulevard Raspail ein und fuhr dann weiter in die Rue de L'Hombre bis zum Jardin Extraordinär, jenem Geschäft, das sie vor zwei Jahren eröffnet hatte und das ihr ganzer Stolz war. Mit Besorgnis zog sie die Eisen-Jalousie hoch. So lange war sie noch nie fort gewesen. Während ihrer Ferien in New York hatte sie ihrem japanischen Lehrling Takumi, der seine Ausbildung an der Floristenschule von Paris beendete, die Leitung des Geschäfts anvertraut. Als sie eintrat, stieß sie erleichtert einen Seufzer aus. Takumi hatte sich genau an ihre Anweisungen gehalten. Der junge Japaner hatte am Vortag eingekauft und der Raum war voller frischer Blumen. Orchideen, weiße Tulpen, Lilien, Weihnachtssterne, Christrosen, Hanunkeln, Mimosen, Osterglocken, Pfeilchen, Amaryllis. Der große Weihnachtsbaum, den sie gemeinsam geschmückt hatten, blinkte und von der Decke hingen Mistel- und Ilexzweige. Madeleine hatte ihren Blumenladen zu einem magischen, poetischen Ort gemacht. Eine andere Welt, ein Hafen des Friedens, geeignet zum Träumen, der weit von Tumult und Hektik der Stadt entfernt Sicherheit bot. Sobald sie die ersten notwendigen Handgriffe verrichtet hatte, öffnete sie um Punkt neun Uhr das Geschäft. Als sie ihren ersten Kunden eintreten sah, lächelte sie. Ein altes Sprichwort besagte, wenn es ein Mann war, würde der Tag gut werden. Doch angesichts seines Anliegens verfinsterte sich ihre Miene. Er wollte seiner Frau einen Blumenstrauß schicken, ohne einen Absender anzugeben. Diese List war bei eifersüchtigen Ehemännern in Mode. Sie warteten die Reaktion ihrer Frau auf solch eine anonyme Blumenzustellung ab. Erzählte ihnen diese nichts von dem Strauß, schlossen sie daraus, dass sie einen Liebhaber hatte. Madeleine machte sich also an die Zusammenstellung des Bouquets, das der Kumi nach zehn Uhr in eine Bank in der Rue Boulard liefern würde, als plötzlich die Melodie von Jumping Jack Flash ertönte. Der bekannte Titel der Rolling Stones drang aus ihrer Handtasche, in der sich das Smartphone von diesem Jonathan befand. Sie zögerte, das Gespräch anzunehmen, doch ehe sie sich entschieden hatte, brach die Musik ab. Nach kurzer Stille kündigte ein dumpfer Ton an, dass der Anrufer eine Nachricht hinterlassen hatte. Madeleine zuckte mit den Schultern. Sie würde nicht schon wieder eine Nachricht abhören, die nicht für sie bestimmt war. Von unüberwindlicher Neugier getrieben, berührte sie dann doch den Touchscreen und hielt den Apparat ans Ohr. Eine ernste, zögernde Stimme ertönte. Eine Amerikanerin mit italienischem Akzent, die kaum das Schluchzen zu unterdrücken vermochte. Jonathan, ich bin's. Francesca, ruf mich bitte an. Wir müssen miteinander reden, wir müssen… Ich weiß, dass ich dich betrugen habe und dass du nicht verstehen kannst, warum ich alles zerstört habe. Komm zurück, bitte. Tu es für Charlie und für uns. Ich liebe dich. Du wirst es nie vergessen, aber du wirst mir verzeihen. Wir haben nur ein Leben, Jonathan, und wir sind dazu geschaffen, es gemeinsam zu verbringen und mehr Kinder zu bekommen. Lass uns unsere Pläne wieder aufnehmen und weitermachen wie früher. Ohne dich ist mein Leben nichts wert. Die Stimme der Italienerin erstarb in unendlicher Traurigkeit und die Nachricht war beendet. Einige Sekunden lang verharrte Madeleine reglos. Sie war erschüttert von dem, was sie gehört hatte. Schuldgefühle erfassten sie. Sie fröstelte, legte das Handy zurück auf den Tresen und fragte sich, was sie jetzt tun sollte. Jonathan schaltete in den dritten Gang. Das Getriebe gab ein schrilles Quietschen von sich. Er hatte darauf bestanden zu fahren. Selbst wenn sie es nicht weit hatten, war es undenkbar, Markus das Steuer zu überlassen. Auf dem Beifahrersitz zusammengesunken, lallte sein Freund in seinem Rausch einige anstößige Lieder. »Leiser«, befahl Jonathan und warf einen Blick in den Rückspiegel, um sich davon zu überzeugen, dass sein Sohn noch schlief. »Entschuldige«, nuschelte Markus, richtete sich auf, öffnete das Fenster und streckte den Kopf in den Fahrtwind, so als könne ihm dieser helfen, nüchtern zu werden. »Völlig durchgeknallt, dieser Kerl«, dachte Jonathan und fuhr erneut langsamer, bis der Wagen wie eine asthmatische Schnecke dahin kroch. Dann bog der R4 in die westliche Philbert Street ein, die steilste Straße von ganz San Francisco. Am Anfang der Steigung stotterte die Klapperkiste, als würde der Motor jeden Augenblick aussetzen, erreichte aber schließlich mühsam die Kuppel des Telegraph Hill. In einem gefährlichen Manöver parkte er den Wagen in einer schrägen Lücke und schlug die Räder zum Bürgersteig hinein. Erleichtert gut angekommen zu sein, nahm er seinen Sohn auf den Arm und ging über den kleinen Weg, der zwischen Eucalyptusbäumen, Palmen und Burgern Wilien hindurchführte. Markus folgte ihm schwankend und grüllte schon wie der schlüpfige Lille vor sich hin. »Wir wollen schlafen«, beklagte sich ein Nachbar. Jonathan nahm Markus beim Arm und versuchte, ihn möglichst schnell mitzuziehen. »Du bist mein einziger Freund, mein einziger wirklicher Kumpel«, leilte der Betrunkene und fiel ihm um den Hals. Jonathan hatte Mühe, ihn zu halten, und so stiegen die zweieinhalb Männer vorsichtig die Holzstufen am Telegraph Hill hinab. Die Treppe, über die man die kleinen bunten Häuser erreichte, schlängelte sich durch eine fast tropische Vegetation. Schließlich erreichten sie das Tor zu dem üppigen wilden Garten. »Alle Mann ins Bett«, rief Jonathan mit der Autorität des Familienoberhaupts. Er zog Charlie aus, deckte ihn zu und gab ihm einen Kuss. Dann tat er dasselbe mit Markus, den Kuss ausgenommen. Man sollte auch nicht übertreiben. Als endlich Ruhe herrschte, holte sich Jonathan in der Küche ein Glas Wasser und ging mit seinem Laptop auf die Terrasse. Durch die Zeitverschiebung erschöpft unterdrückte er ein Gehnen, rieb sich die Augen und ließ sich auf einen Teakholzstuhl fallen. Er klappte seinen Computer auf, rief seine E-Mails ab, antwortete zwei Lieferanten und bestätigte mehrere Reservierungen. Dann zündete er sich eine Zigarette an und betrachtete die unzähligen Lichter, die sich auf der Wasseroberfläche spiegelten. Von hier aus war der Blick auf die Bucht atemberaubend. Dieser Moment der Ruhe wurde von einem wenig vertrauten Klingelton unterbrochen. Nach seinen rudimentären Musikkenntnissen zu urteilen, handelte es sich um den Anfang des Caprice von Paganini. Das Smartphone von Madeleine Green. Wenn er schlafen wollte, durfte er nicht vergessen, es auszuschalten, denn wegen der Zeitverschiebung würde es sicher mehrere Anrufe geben. Dennoch beschloss er, das Gespräch anzunehmen. »Ja.« »Bist du es, meine Hübsche?« »Ähm.« »Bist du nicht so müde? Ich hoffe, du hattest eine gute Reise.« »Hervorragend, sehr freundlich, dass sie sich Sorgen um mich machen.« »Aber sie sind nicht Madeleine.« »Wie scharfsinnig.« »Bist du es, Raphael?« »Nein. Hier ist Jonathan aus San Francisco.« »Julian Wood.« »Sehr erfreut. Darf ich fragen, warum Sie am Telefon meiner besten Freundin sind?« »Weil wir versehentlich unsere Handys vertauscht haben.« »In San Francisco?« »Nein, in New York am Flughafen. Aber das ist zu lang, um es jetzt zu erklären.« »Ach, na ja, sehr witzig.« »Ja, vor allem, wenn es anderen passiert.« »Und Sie, wie, wie ist das passiert?« »Also hören Sie, es ist spitz, und das ist auch nicht sehr interessant. Rufen Sie aus Europa an.« »Ja, aus London. Ich werde Madeleine bitten, es mir zu erzählen. Wie ist Ihre Nummer?« »Wie bitte?« »Ihre Telefonnummer, damit ich Madeleine anrufen kann.« »Ich denke nicht daran, Ihnen meine Nummer zu geben. Ich kenne sie ja nicht mal.« »Aber Madeleine hat doch Ihr Handy.« »Verflixt, es wird ja wohl eine andere Möglichkeit geben, Sie zu erreichen. Rufen Sie zum Beispiel Raphael an.« »Was für eine Quasselstrippe«, dachte er und drückte auf die Endetaste. Jonathan war fest entschlossen, das Handy auszuschalten. Doch dann trieb ihn eine plötzliche Neugier dazu, sich noch einmal die Fotos anzusehen. Außer den wenigen erotischen Bildern befanden sich mit den meisten Ordnern Reiseaufnahmen. Ein richtiges Erinnerungsalbum von den romantischen Trips des verliebten Paars. So sah man Madeleine und Raphael in Rom, in Venedig, in Barcelona, in Lissabon. Viele dieser Orte hatte auch Jonathan in seiner glücklichen Zeit mit Francesca besucht. Doch das Glück der anderen war schmerzlich für ihn, und so überflog er die Fotogalerie nur. Trotzdem konnte er es nicht lassen, den restlichen Inhalt von Madeleines Telefon, vor allem die Musikbibliothek, zu untersuchen. Nachdem er mit dem Schlimmsten gerechnet hatte, runzelte er verwundert die Stirn, als er genau die Musik entdeckte, die ihm gefiel. Tom Waits, Lou Reed, David Bowie, Bob Dylan, Neil Young. Melancholische, künstlerische Songs, die den Verlust besangen, den Blues trostloser Morgen und zerstörte Existenzen. Das war erstaunlich. Zwar trügt oft der Schein, aber er konnte sich nur schwer vorstellen, dass die versnuppte junge Frau sich auf so qualvolle Welten einließ. Er setzte seine Inspektion mit den Filmen fort, die Madeleine heruntergeladen hatte, und war erneut verblüfft. Anspruchsvolle und umstrittene Spielfilme wie »Der letzte Tango in Paris«, »Crash«, »Makedam, Cowboy« und »Leaving Las Vegas«. Ganz offensichtlich hatte Madeleine Green unerwartete Vorlieben. Perplex ließ er sich dazu hinreißen, die SMS und E-Mails zu überfliegen. Neben den beruflichen Nachrichten handelte es sich vor allem um die Korrespondenz mit Raphael, ihrem offensichtlich sehr verliebten und aufmerksamen Lebensgefährten, und ihrer besten Freundin, besagter Julien, dieser vorlauten indiskreten Quasselstrippe. Ein Dutzend E-Mails von einem Pariser Bauunternehmer ließen auf einen bevorstehenden Umzug in ein Haus in Saint-Germain-en-Laye schließen. Ganz offensichtlich schwebte das Paar im siebten Himmel. Als Jonathan weiter das Betrieb, was man gemeinhin als Schnüffelei bezeichnet, geriet er an Madeleines elektronischen Terminkalender und stieß auf regelmäßige Treffen mit einem gewissen Esteban. Er stellte sich sofort einen argentinischen Playboy als Liebhaber der jungen Engländerin vor. Zweimal wöchentlich, zwischen 18 und 19 Uhr, traf sich Madeleine mit ihrem Latin-Lover. Wusste der nette Raphael von den Amuren seiner hübschen Verlobten? Auf den Fotos hatte er Raphael etwas langweilig gefunden. Angesichts der Tatsache aber, dass dieser Esteban sicherlich der Zerstörer des zukünftigen ehelichen Glücks sein würde, empfand er Raphael gegenüber ein gewisses Mitgefühl und Solidarität. Bei den anderen Terminen kam immer wieder die Gynäkologin vor. Dr. Sylvie Andrieux, die Madeleine seit etwa einem halben Jahr wegen offensichtlicher Unfruchtbarkeitsprobleme behandelte. Das zumindest ließen die E-Mails von verschiedenen Analyselaboratorien vermuten, die Madeleine gespeichert hatte. In den letzten Wochen hatte sich Madeleine den üblichen Tests unterzogen, um die Ursache einer eventuellen Sterilität herauszufinden. Auf diesem Terrain kannte sich Jonathan aus. Francesca und er hatten ähnliche Probleme gehabt und denselben Parcours durchlaufen, bevor es ihnen gelungen war, Charlie zu zeugen. Er studierte die Ergebnisse aufmerksam. Soweit er verstand, waren sie eher erfolgversprechend. Fehlte nur noch der sogenannte PCT oder POCO-Test, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Als er sich noch einmal in den elektronischen Terminkalender vertiefte, fiel Jonathan auf, dass sie den Termin seit drei Monaten immer wieder verschoben hatte. Merkwürdig. Er erinnerte sich sehr gut an seinen eigenen Zustand, als er sich damals mit Francesca diesem Test unterzogen hatte. Natürlich war der POCO-Test, der die Vereinbarkeit der beiden Partner überprüfen sollte, mit enormem Stress verbunden. Durchführung zwei Tage vor dem Eisprung und weniger als zwölf Stunden nach einem ungeschützten Verkehr. Warum hat Madeleine den Test dreimal verschoben? Darüber zerbrach er sich den Kopf, obgleich er wusste, dass er keine Antwort finden würde. Jonathan erhob sich, fest entschlossen schlafen zu gehen, doch das Smartphone zog ihn weiter in seinen Bann. Unfähig, es aus der Hand zu legen, verband er sich mit dem WLAN-Zugang und blätterte die Aufnahmen von Madeleine durch, bis er fand, was er suchte. Er löste den Druckbefehl aus und ging ins Wohnzimmer. Der Drucker knisterte, ehe er schließlich eine amerikanische Einstellung der jungen Frau vor dem Canale Grande in Venedig ausspuckte. Jonathan griff danach und versenkte seinen Blick in den von Madeleine. Ihr Gesicht hatte etwas Geheimnisvolles. Hinter dem Licht und dem Lächeln erahnte man eine Wunde, etwas unwiederbringlich zerbrochenes, so als würde sich in dem Foto eine subliminale Nachricht verbergen, die er nicht zu entschlüsseln vermochte. Jonathan kehrte auf die Terrasse zurück. Fasziniert klickte er die verschiedenen Apps an, die auf das Smartphone heruntergeladen worden waren. Nachrichten, Pariser Metroplan, Wettervorhersage. Jonathan wollte das Smartphone gerade weglegen, als ein Programm seine Aufmerksamkeit anzog. Ein Frauenkalender, dem Madeleine einen guten Teil ihrer Intimitäten anvertraut hatte. Angelegt wie ein Notizkalender speicherte es die Daten der Periode. In einem Journal wurde die Entwicklung des Gewichts, eine Temperaturkurve und die entsprechenden Seelenzustände festgehalten und ein diskretes Herzsymbol gab der Benutzerin die Möglichkeit, jene Tage zu markieren, an denen sie sexuellen Verkehr gehabt hatte. Als er die Verteilung der Herzen auf dem Kalender studierte, wurde Jonathan plötzlich alles klar. Madeleine gab vor, ein Kind zu wollen, achtete aber peinlich darauf, nie während der fruchtbaren Tage Geschlechtsverkehr zu haben. Takumi, tust du mir bitte einen Gefallen? Die Wanduhr im Laden hatte soeben elfmal geschlagen. Das Haar mit einem Blumenstecker zusammengehalten, die Hände zerkratzt, stand Madeleine auf einer Leiter und hängte einen riesigen Stechpalmenstrauß auf. Selbstverständlich, Madame, antwortete der Lehrling. Hör auf, mich Madame zu nennen, ereiferte sie sich und stieg ein paar Stufen hinunter. In Ordnung, Madeleine, korrigierte sich Takumi errötend. Seine Chefin beim Vornamen zu nennen schuf eine Vertrautheit, die ihm peinlich war. Sei so nett und gib dieses Päckchen für mich bei der Post auf, sagte sie, und reichte ihm einen kleinen Luftpolsterumschlag, in dem sie Jonathans Smartphone verpackt hatte. Es geht in die USA, erläuterte sie, und reichte ihm einen 20-Euro-Schein. Takumi las die Adresse. Jonathan Lampereur, French Touch, 1606 Stockton Street, San Francisco, CA 94133, USA. Jonathan Lampereur, wie der Sternekoch, fragte er. Du kennst ihn, erwiderte Madeleine verwundert, die mit ihm vor den Laden getreten war. Den kennt doch jeder, antwortete er. Vor ein paar Jahren besaß Jonathan Lampereur das beste Restaurant von New York. Meine Eltern haben mich zur Feier meines Universitätsdiploms dorthin eingeladen. Ein sagenhaftes Lokal mit einer Warteliste von einem Jahr und einmaligen Geschmackserlebnissen. Das kann unmöglich derselbe Typ sein, sagte Madeleine kopfschüttelnd und deutete auf den Umschlag. Die Adresse, die er mir genannt hat, ist zwar die eines Restaurants, aber wohl eher eines zweitklassigen als eines Fünf-Sterne-Hauses. Takumi steckte das Päckchen in seinen Rucksack, ohne weitere Kommentare abzuwarten. Die Worte des Lehrlings hatten Madeleines Neugier geweckt. Trotzdem versuchte sie sich wieder an die Arbeit zu machen, als sei nichts geschehen. Seit sie das Geschäft geöffnet hatte, war ständig Kundschaft da. Die Liebe zur Floristik hatte Madeleine von ihrem Vater geerbt. Sie war stolz darauf, einen Beruf auszuüben, der alle wichtigen Ereignisse im Leben betrifft. Ob Geburt, Taufe, erstes Rendezvous, Hochzeit, Versöhnung, berufliche Beförderung, Eintritt in den Ruhestand oder Beerdigung. Blumen begleiten den Menschen von der Wiege bis zum Grab. Madeleine begann damit, einen neuen Strauß zusammenzustellen, gab nach fünf Minuten jedoch auf. Ihr ging ständig die Geschichte im Kopf herum, die Takumi erzählt hatte. Sie trat hinter die Theke und schaltete ihren Computer ein. Als sie Jonathan Lampereur bei Google eingetippt hatte, wurden über 600.000 Ergebnisse angezeigt. Sie klickte Wikipedia an. Die Online-Enzyklopädie enthielt einen langen Beitrag über den Küchenchef, einschließlich eines Fotos, das ohne Zweifel den Mann zeigte, dem sie am Vorabend am Flughafen begegnet war. Auch wenn Lampereur auf dem Foto jünger und richtig sexy aussah. Perplex setzte Madeleine ihre kleine Lesebrille auf und überflog den Artikel. Jonathan Lampereur, geboren am 4. September 1970, ist ein französischer Küchenchef und Geschäftsmann, der den Großteil seiner Karriere in den USA absolviert hat. Ausbildung Aus einer einfachen Gastwirtsfamilie in der Gascogne stammend, arbeitet er schon als junger Mann im Lokal seines Vaters, dem La Chevalière in Auge. Mit 16 Jahren beginnt er seine Lehre und sammelt nach deren erfolgreichem Abschluss vielfältige Erfahrungen bei Ducasse, Roubouchon und Le Notre, bevor er die rechte Hand des berühmten provenzalischen Kochs Jacques Larou im Restaurant La Bastide in St. Paul de Vence wird. Entdeckung Durch den Suizid seines Mentors steht Lampereur plötzlich an der Spitze des La Bastide. Entgegen allen Erwartungen gelingt es ihm, die hohe Qualität des Restaurants zu erhalten, und er wird mit 25 Jahren der jüngste französische Küchenchef, der ein vom Guide Michelin mit drei Sternen ausgezeichnetes Restaurant leitet. Das angesehene Hotel du Cap d'Antibes nimmt daraufhin seine Dienste in Anspruch, um seinem Restaurant La Trattoria zu neuem Aufschwung zu verhelfen. Kaum ein Jahr später wird auch das Restaurant mit drei Sternen ausgezeichnet und Jonathan Lampereur wird somit zum vierten Küchenchef, dem der prestigeträchtige Restaurantführer sechs Sterne zuerkennt. Gipfel des Erfolgs 2001 begegnet er Francesca, der Tochter des amerikanischen Geschäftsmanns Frank Delillo, die im Hotel du Cap ihre Flitterwochen mit dem Bankier Mark Chadwick verbringt. Die Erbin und der junge Sternekoch verlieben sich auf den ersten Blick ineinander und Francesca reicht knapp eine Woche nach der Hochzeit die Scheidung ein, wodurch es zum Bruch mit ihrer Familie kommt, während das Hotel an der Côte d'Azur seinen Starkoch entlässt, um seinen Ruf zu wahren. Das Paar lässt sich in New York nieder und heiratet. Mithilfe seiner Frau eröffnet Jonathan Lampereur sein eigenes Restaurant, Imperator, im obersten Stockwerk des Rockefeller Center. Für Lampereur ist es der Beginn einer besonders kreativen Phase. Durch seine Experimente mit neuen Technologien wird er zu einem Verfechter der molekularen Küche, ohne dabei je die Grundtendenz der mediterranen Küche aufzugeben. Der Erfolg lässt nicht auf sich warten. Innerhalb weniger Monate avanciert er zum Liebling der Stars, Politiker und Gastronomie-Kritiker. Mit gerade einmal 35 Jahren wird er von einer aus 400 Redakteuren bestehenden internationalen Jury zum besten Koch der Welt gewählt. Sie loben seine glanzvolle Küche, die seinen Gästen ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis bietet. In dieser Zeit erhält sein Restaurant jedes Jahr mehrere tausend Reservierungsanfragen aus aller Welt und die Wartezeit beträgt oft bis zu einem Jahr. Medienikone Parallel zu seiner Karriere als Star-Koch wird Jonathan Lampereur durch seine zahlreichen Fernsehsendungen berühmt. Woche für Woche verfolgen Millionen Zuschauer seine Sendungen, zu denen auch Bücher und DVDs erscheinen. 2006 beginnt Lampereur mit Unterstützung der Senatorin von New York, Hillary Clinton, einen Feldzug gegen die Speisepläne der Kantinen von Big Apple. Seine Zusammenkünfte mit Schülern, Eltern und Lehrern führen schließlich dazu, dass in den Schulen ausgewogenere Speisepläne eingeführt werden. Der Geschäftsmann Aufbau der Imperatorgruppe Vor dem Hintergrund seiner neuen Bekanntheit baut Lampereur mit seiner Frau die Imperatorgruppe auf, die seinen Namen in Form von Nebenprodukten vermarktet. Das Paar eröffnet ein Unternehmen nach dem anderen, Bistros, Brasserien, Weinbars, Luxushotels. Ihr Imperium erstreckt sich von Las Vegas über Peking, London und Dubai bis Miami. 2008 beschäftigt die Imperatorgruppe über 2000 Angestellte in mehr als 15 Ländern und erzielt einen Umsatz von jährlich zig Millionen Dollar. Finanzielle Schwierigkeiten und Rückzug aus der Welt der Gastronomie Die vielfältigen Aktivitäten seines Imperiums sind jedoch weit von der Rentabilität entfernt. Die Imperatorgruppe ist hoch verschuldet und im Dezember 2008 gerät sie an den Rand des Bankrotts. Einige Wochen später, nach der Trennung von seiner Frau, wirft Jonathan Lampereur das Handtuch und erklärt, er sei mit seiner Inspiration am Ende und von der Welt der Gastronomie enttäuscht. Im Alter von 39 Jahren ist Lampereur gezwungen, die Verwertungsrechte an seinem Namen zu veräußern. Er zieht sich endgültig von seinen Geschäften zurück, doch der Stempel, den er der modernen Küche aufgedrückt hat, bleibt erhalten. Am Ende des Eintrags lass Madeleine noch, dass Lampereur 2005 ein Buch herausgebracht hatte, Bekenntnisse eines leidenschaftlichen Kochs. Eine erneute Suche brachte sie mit zwei oder drei Klicks auf die Seite der Brasserie French Touch, die Jonathan derzeit in San Francisco führte. Die Seite war offensichtlich nicht aktuell. Dort waren einige Menübeispiele für 24 Dollar zu finden. Zwiebelsuppe, Blutwurst mit Kartoffeln, Feigentart. Nicht wirklich berauschend für jemanden, der einige Jahre zuvor der international meistgefeierter Koch gewesen war. Wie mag es dazu gekommen sein, fragte Madeleine sich, während sie zwischen Tannen und Orchideen umherging. Das Klingeln ihres Ladentelefons riss sie aus ihren Gedanken. Sie sprang auf und hob ab. Es war Takumi. Bist du noch auf der Post? Nein, Ma, ähm, Madeleine, die Postämter sind wegen eines Streiks geschlossen. Na gut, bevor du zurückkommst, fahr bitte bei einer Buchhandlung vorbei und kauf mir ein Buch. Hast du was zum Schreiben? Der Titel lautet Bekenntnisse eines leidenschaftlichen Kochs von... ...kochs von... ...kochs von... Vielen Dank. 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 Sollte sie Jonathan über die Nachricht seiner Ex-Frau informieren, die von New York aus angerufen hatte, um ihn anzuflehen, zu ihr zurückzukehren? Wenn ich eine Minute länger in diesem Lokal bliebe, würde ich vermutlich der Tarte Tatin mit Eis und allem, was dazugehört, nicht widerstehen können. Es war mir ein Vergnügen, mich, wenn auch nur kurz mit Ihnen auszutauschen und das trotz ihrer schlechten Laune und ihrer brummigen, unwirschen und schmollenden Art, die, wie ich sehr wohl verstanden habe, ein Markenzeichen darstellt, das manche Frauen sicher anziehend finden. Bevor ich zum Ende war, erlauben Sie mir nichtsdestotrotz, meine Neugier, indem ich Ihnen drei Fragen stelle. Erstens. Warum serviert der angeblich beste Küchenchef der Welt heute Steak mit Pommes in einem einfachen Lokal? Zweitens. Warum sind Sie um vier Uhr morgens noch wach? Drittens. Lieben Sie Ihre Ex-Frau noch? Kaum hatte Madeleine auf Senden gedrückt, war ihr auch schon klar, dass sie eine Dummheit begangen hatte. Aber nun war es zu spät. Sie verließ das Pierre-Epaul und überquerte vom Weinbeschwingt die Straße. Sobald sie im Geschäft war, stürzte sie sich auf Jonathans Smartphone. Er hatte soeben geantwortet. Liebe Madeleine, um Ihre Neugier zu befriedigen, hier die Antwort auf Ihre Fragen. Erstens. Wenn es denn jemals so gewesen ist, dass ich der beste Küchenchef der Welt war, so ist dies lange her. Falls Sie mit Ihrem Raphael je durch San Francisco kommen, sollten Sie es sich dennoch nicht entgehen lassen, unser Steak mit Pommes zu probieren. Unser Prime Rib ist wunderbar zart und schmackhaft und die Pommes sind in Wahrheit Bratkartoffeln mit Knoblauch, Basilikum und Petersilie. Zweitens. Es stimmt, dass ich um vier Uhr morgens noch wach bin. Der Grund? Zwei Fragen, die mir im Kopf herumgehen und mich am Schlafen hindern. Drittens. Was geht Sie das an? Der Kunde kam ungelegen. Madeleine musste, um ihn zu bedienen, das Schreiben der E-Mail unterbrechen und verbarg das Smartphone in der kleinen Schürzentasche. Als sie endlich wieder allein war, holte sie das Smartphone heraus und beendete eilig ihre Nachricht. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, Jonathan, für dieses wenig feinfühlige Eindringen in ihr Privatleben. Schuld daran war ein Gläschen zu viel, das mich schneller schreiben als denken ließ. Der Poststreik wird zwar nicht ewig dauern, um jedoch sicherzugehen, werde ich ein Privatunternehmen in Anspruch nehmen. Ich habe mit einem Kurierdienst Kontakt aufgenommen, der am Spätnachmittag ihr Handy abholen wird. Selbst unter Berücksichtigung des Wochenendes und der Feiertage hat man mir versichert, dass sie ihr Päckchen noch vor Mittwoch erhalten werden. Erlauben Sie mir, Ihnen und Ihrem Sohn frohe Feiertage zu wünschen. Madeleine. PS. Entschuldigung, ich bin einfach neugierig. In der letzten Nachricht schrieben Sie, dass Sie mitten in der Nacht noch wach sind, weil Ihnen zwei Fragen im Kopf herumgehen, die Sie am Schlafen hindern. Ist es sehr indiskret, wenn ich wissen möchte, welche das waren? Die Antwort kam sofort. Liebe Madeleine, Sie möchten wissen, welche Rätsel mich am Schlafen hindern? Bitte sehr. Erstens, ich frage mich, wer Esteban ist. Zweitens, ich frage mich, warum Sie Ihre Umgebung glauben machen, dass Sie sich ein Kind wünschen, während Sie gleichzeitig alle Vorkehrungen treffen, um keines zu bekommen. Von Panik ergriffen legte Madeleine das Handy zur Seite und trat wie vor einem gefährlichen Gegenstand zurück. Er wusste es. Dieser Typ hatte in ihrem Smartphone herumgeschnüffelt und erraten, was es mit Esteban und dem Kind auf sich hatte. Ein Schweißtropfen lief ihre Wirbelsäule hinab. Sie hörte ihr Herz heftig schlagen. Ihre Hände zitterten und ihre Knie wurden weich. Ihr Kalender und ihre Mails. Natürlich! Eine große Leere breitete sich in ihr aus und sie musste sich zusammennehmen, um nicht zu taumeln. Sie durfte nicht die Nerven verlieren. Anhand dieser wenigen Fakten konnte Jonathan Lampereur ihr nicht schaden. Solange er nicht weitere Dinge entdeckte, stellte er keine echte Bedrohung dar. Verborgen in ihrem Smartphone gab es jedoch einen Ordner, den er auf gar keinen Fall finden durfte. Es war etwas, zu dessen Besitz Madeleine nicht berechtigt war. Etwas, das bereits einmal ihr Leben zerstört und sie an den Rand des Wahnsinns und des Todes gebracht hatte. San Francisco, neun Uhr dreißig. Markus hatte Mühe aufzuwachen. Wie ein Schlafwandler ging er ins Bad, trat, ohne Unterhose oder Hemd auszuziehen, in die Duschkabine und blieb dort bewegungslos unter dem Wasserstrahl stehen, bis der Beuler leer war. Das nachfolgende eiskalte Wasser ließ ihn erschaudern. Anschließend trottete Markus in die Küche und fand Tasten die Thermoskanne mit Tee, den Jonathan jeden Morgen zubereitete. Er ließ sich auf einen Stuhl fallen und nahm direkt aus der Kanne einen kräftigen Schluck Schwarztee, als er sie bemerkte. Die Fotos von Madeleine. Mehr als fünfzig Porträts waren mit Nadeln an die Korkplatte gepinnt, mit Magneten an den Türen der Metallschränke befestigt oder mit Tesafilm direkt an die Wand geklebt. Sein Mitbewohner hatte ganz offensichtlich einen Großteil der Nacht damit verbracht, diese Fotos auszudrucken. Die junge Frau war darauf, aus verschiedensten Blickwinkeln zu sehen, allein mit ihrem Partner, von vorn, im Profil. Jonathan hatte einige Aufnahmen sogar vergrößert, um Augen und Gesicht hervorzuheben. Perplex näherte er sich den Fotos. Insgeheim und möglichst unauffällig wachte der Kanadier über Jonathan. Warum diese Inszenierung? Welches Geheimnis suchte er im Blick von Madeleine Green zu entschlüsseln? Er wusste, wie labil sein Freund noch war und dass seine Genesung auf wackeligem Fundament stand. Jeder Mensch hat in seinem Herzen eine Leere, eine Wunde, ein Gefühl von Verlassensein und Einsamkeit. Markus wusste, dass die Wunde in Jonathans Herz sehr tief war und dass ein solches Verhalten nichts Gutes verhieß. Währenddessen einige Kilometer weiter. »Papa, darf ich das Jerky probieren?«, fragte Charlie. »Das ist doch das Fleisch, das die Cowboys essen.« Seit einer Stunde lief Jonathan seinen Sohn auf den Schultern zwischen den Ständen des Bauernmarktes umher, die sich auf dem Vorplatz des ehemaligen Peers dringten. Der Farmers Market war eine echte Institution in San Francisco. Rund um das Ferry Building versammelten sich etwa hundert Bauern und Fischer, um ihre regionalen Produkte aus biologischem Anbau anzubieten. Hier fand man das schönste Gemüse, das saftigste Obst, den frischesten Fisch und das zarteste Fleisch. Jonathan liebte diesen Markt, der eine bunt gemischte Kundschaft anzog. Touristen, Küchenchefs oder einfach Feinschmecker auf der Suche nach Qualitätsware. »Bitte, Papa, da hinten gibt es Jerky. Das habe ich noch nie gegessen.« Jonathan hob seinen Sohn von den Schultern, der sofort zu dem Stand hinstürzte. Begeistert verschlang er ein Stück von dem getrockneten Rindfleisch und musste sich eine Grimasse verkneifen. Jonathan zwinkerte ihm verschwörerisch zu. Ohne Charlie aus den Augen zu lassen, setzte er seinen Rundgang fort, kaufte fünf Stücke Flügel, zehn Portionen Steinbutt und eine Kiste Jakobsmuschel. Er verhandelte über ein Dutzend Hummer und fünf Kilo Langusten. Bei jeder Bestellung nannte er die Platznummer, wo er seinen Lieferwagen gepackt hatte, damit die Angestellten die Ware dorthin bringen konnten. Er nutzte die Pause, um das Handy von Madeleine aus seiner Blousant-Tasche zu ziehen. Er schaute auf das Display und spürte eine leichte Enttäuschung, als er feststellte, dass die Floristin seine Nachricht nicht beantwortet hatte. Vielleicht sollte er ihr eine SMS schicken, um sich zu entschuldigen. War er zu weit gegangen? Aber diese Frau weckte seine Neugier. Vergangene Nacht, direkt nachdem er die Fotos ausgedruckt hatte, war ihm bei der Überprüfung der Speicherkapazität des Smartphones etwas Merkwürdiges aufgefallen. Speicherkapazität 32 GB, verfügbarer Speicherplatz 1,03 GB, genutzt in Prozent 96,8, verfügbar in Prozent 3,2. Diese Angabe hatte ihn überrascht. Wie konnte es sein, dass der Speicher des Handys bereits so voll war? Auf den ersten Blick enthielt es fünf Filme, etwa 15 Apps, 50 Fotos, rund 200 Musiktitel und das war alles. Man brauchte kein Informatikfachmann zu sein, um zu wissen, dass dies nicht ausreichte, um den Speicher eines Smartphones zu füllen. Schlussfolgerung? Es mussten noch andere Dateien existieren. An die Brüstung oberhalb der Bucht gelehnt, zündete sich Jonathan eine Zigarette an und beobachtete Charlie, der vor einem Kaninchenstall kniete. Rauchen war hier nicht erlaubt, aber bei seinem Schlafmangel brauchte er einfach eine Dosis Nikotin. Er stieß eine Rauchwolke aus und antwortete mit einem Kopfnicken auf den Gruß eines Kollegen. Jonathan war unter den Restaurantbesitzern erst wirklich beliebt, seit er sie nicht mehr in den Schatten stellte. Die meisten grüßten ihn mit einer seltsamen Mischung aus Respekt und Mitgefühl. Fast jeder hier wußte, wer er war. Jonathan Lampereur, der ehemals kreativste Sternekoch seiner Generation, der Ex-Mozart der Gastronomie, der Ex-Chef der besten Küche der Welt. Der Ex, Ex, Ex. Heute war er so gut wie niemand mehr. Juristisch gesehen war er nicht einmal mehr dazu berechtigt, ein Restaurant zu führen. Bei dem erzwungenen Verkauf der Lizenz für seinen Namen hatte er sich nämlich dazu verpflichtet, sich vom Herd künftig fernzuhalten. French Touch gehörte ihm nicht, und sein Name war nie in den Vordergrund gestellt worden, weder auf der Internetseite des Restaurants noch auf den Visitenkarten. Eine Journalistin des Chronicle hatte in einem Artikel das Geheimnis gelüftet, jedoch zugeben müssen, dass die bescheidene Kneipe, in der er heute wirkte, absolut nichts von dem Glanz des Imperator besaß. Der Artikel hatte den Vorteil gehabt, die Sterneköche zu beruhigen, die angesichts einer möglichen Rückkehr von Lampereur leicht beunruhigt gewesen waren. »Papa, darf ich die kleinen Wasabi-Erbsen probieren?« bettelte Charlie, der voller Neugier den Stand eines alten Asiaten betrachtete, der auch Entenzungen und Schildkrötensuppe anbot. »Nein, kleiner Mann, die wirst du nicht mögen, die sind sehr scharf. Komm, trink mir eine Schokolade,« schlug Jonathan vor, drückte seine Zigarette aus und hob Charlie wieder auf die Schultern. Er beendete seine Einkäufe mit einer Auswahl an Winterobst, Trauben, Kiwis, Zitronen, Granatäpfel und Orangen, bevor er sein Versprechen einlöste und seinem Sohn in einem der Cafés am Embarcadero eine Tasse Schokolade spendierte. Jonathan begnügte sich mit einer Tasse Tee. Er war Gedanken verloren. Beim ersten Schluck schaute er prüfend auf das Display des Handys. Noch immer keine Nachricht von Medellin. Eine innere Stimme befahl ihm, das Spielchen zu beenden. Was suchte er? Was wollte er beweisen? Was, außer Ärger, konnten ihm seine Nachforschungen eintragen? Er beschloss jedoch, diese Warnungen zu ignorieren. Letzte Nacht hatte er systematisch alle Apps und Speicherbereiche geöffnet, wobei ihm ein einziger verdächtig eschehen war. Ein Ordner, auf dem große, von irgendeinem Computer übertragene Dateien einzusehen waren. PDFs, Bilder, Videos. Falls Medellin in ihrem Smartphone Dokumente verbarg, mussten sie sich dort befinden. Nur war das App leider durch ein Passwort geschützt. Jonathan betrachtete den blinkenden Cursor, der ihn aufforderte, den Geheimcode einzugeben. Auf gut Glück probierte er nacheinander Medellin, Green, dann Passwort. Das war natürlich illusorisch. Nachdem auch der dritte Versuch gescheitert war, sah er auf seine Armbanduhr und stellte mit Schrecken fest, wie viel Zeit er vertrödelt hatte. Am Wochenende beschäftigte er eine Küchenhilfe. Dieser Jungkoch hatte jedoch keinen Schlüssel und auf die Pünktlichkeit des Faulenzers Markus konnte er nicht zählen. Auf geht's, Matrose, wir lichten die Anker, sagte er zu Charlie. Ach, Papa, können wir vorher noch den Seelöwen Hallo sagen? Nein, mein Schatz, ich muss arbeiten. Wir schauen Sie uns morgen in der Bodega Bay an, wenn wir angeln gehen, okay? Okay, rief Charlie. Sie erreichten gerade den Parkplatz, als das Handy in seiner Tasche vibrierte. Jonathan zog es heraus und sah auf dem Display den Vornamen Esteban. Einen Augenblick zögerte er, ob er das Gespräch annehmen sollte, doch der für die Lieferungen zuständige Angestellte belegte ihn sofort mit Beschlag, um ihm beim Einladen der Waren zu helfen. Charlie gefiel es mitzuhelfen, und so luden die drei rasch alle Kisten in den Orsten-Mini-Kombi, einen echten Countryman aus den Sechzigerjahren mit Holzverzierungen, die das Emblem des Restaurants trugen. Anschneiden, befahl Jonathan seinem Sohn, bevor er den Motor anließ. Während er in Richtung des italienischen Viertels fuhr, steckte er das Telefon in die Halterung und... Bingo! Esteban hatte eine Nachricht hinterlassen. Er schaltete den Lautsprecher ein, um sie zu hören, aber während er eine Männerstimme erwartete, erklang eine melodiöse Frauenstimme. »Guten Tag, Mademoiselle Green, hier ist die Praxis-Doktor Esteban. Ich wollte fragen, ob wir Ihren Termin am Montag um eine Stunde verschieben können. Bitte rufen Sie mich zurück. Ein wunderschönes Wochenende.« Esteban war also nicht der Vorname eines südamerikanischen Liebhabers, sondern der Nachname eines Arztes. Von Neugier ergriffen, wählte er die gelben Seiten, die auf dem Telefon verfügbar waren, gab Dr. Esteban und Paris ein und startete die Suche. Innerhalb weniger Sekunden tauchte das Suchergebnis auf. »Laurence Esteban, Psychiater. 66 Rue Las Casas, 75 007 Paris.« Jonathan war mit der vermeintlichen Untreue von Madeleine also auf einer falschen Spur gewesen, hatte jedoch erraten, dass es ihr schlecht ging. Zwar gab sich die junge Frau auf den Fotos den Anschein glücklich zu sein, aber jemand, der zweimal pro Woche einen Psychiater aufsuchte, konnte kaum ungewöhnlich heiter sein. Schneeregen fiel auf die Dächer der Hauptstadt. Kuschelig warm unter ihrer Bettdecke las Madeleine im Schein der Nachttischlampe die letzten Seiten von Jonathan Lampereurs Buch »Bekenntnisse eines leidenschaftlichen Kochs«. Neben ihr schlief Raphael schon seit zwei Stunden. Als er zu ihr ins Bett gekrochen war, hatte er gehofft, seine zukünftige würde zugunsten einiger Zärtlichkeiten ihre Lektüre abbrechen. Madeleine aber klebte förmlich an dem Buch und schließlich war Raphael eingeschlafen. Madeleine liebte es, in der nächtlichen Stille zu lesen. Obwohl Raphaels Wohnung in der Nähe der Champs-Élysées lag, war sie gleichsam ein Hafen der Ruhe. Mit einer Mischung aus Faszination und Abneigung hatte sie Jonathans Werk verschlungen. In den diversen Interviews erläuterte Lampereur sein Credo. Für ihn war die kulinarische Kreation eine eigenständige künstlerische Dimension, vergleichbar mit Malerei und Literatur, die sich nicht auf eine schlichte Befriedigung der Geschmackspapillen beschränkte. Er definierte sich weniger als Koch, denn als Schöpfer und verglich seine Arbeit mit der eines Schriftstellers vor einem leeren Blatt Papier. Deshalb nahm er für seine Tätigkeit den Titel Autorenküche in Anspruch. Über die einfache handwerkliche Aktivität hinaus möchte ich, dass meine Gerichte Geschichten erzählen und Emotionen wecken, verkündete er. Ich bin auf alles neugierig. Ich nähere meine Kreativität durch den Besuch von Museen, Gemäldeausstellungen, in denen ich Musik höre, Filme anschaue oder Landschaften betrachte. Meine wichtigste Inspirationsquelle jedoch ist meine Frau Francesca. Ich schließe mein Restaurant drei Monate lang, um mich in mein Atelier in Kalifornien zurückzuziehen. Ich brauche diese Zeit, um mich zu regenerieren und neue Rezepte zu entwickeln, die ich im folgenden Jahr im Imperator anbiete. Madeleines Magen begann zu knurren. Die Lektüre hatte sie hungrig gemacht. Leise schlüpfte sie aus dem Bett und wickelte sich in eine Decke, bevor sie in die amerikanische Küche mit Blick über die Dächer von Paris ging. Sie setzte den Teekessel auf und öffnete den Kühlschrank auf der Suche nach etwas Essbarem. Hm, nicht gerade viel. Beim Stöbern in den Schränken stieß sie auf eine angebrochene Packung Granola. Während sie auf das Pfeifen des Kessels wartete, biss sie in einen Keks und überflog den Anhang der Bekenntnisse eines leidenschaftlichen Kochs, wo insbesondere Rezepte abgedruckt waren, die Lampereurs Restaurant in New York so berühmt gemacht hatten. Mit der Teetasse in der Hand setzte sich Madeleine vor ihren Laptop. Fast widerstrebend fühlte sich die junge Frau immer stärker von Lampereur und dem Geheimnis fasziniert, das seinen plötzlichen Rückzug von der gastronomischen Bühne umgab. Sie tippte in Google Jonathan Lampereur ein, zudem den Begriff »Schließung seines Restaurants« und startete die Suche. Vier Uhr am Nachmittag Jonathan gab das letzte Dessert dieses Tages heraus, eine einfache Aprikosentarte mit Rosmarin, bevor er seine Schürze ablegte und sich die Hände wusch. Dienstschluss, dachte er und verließ die Küche. Im Speiseraum begrüßte er einen Gast und trat hinter die Theke, um zwei Espressi zuzubereiten, einen für seinen Jungkoch, den anderen für sich selbst. Seine Tasse in der Hand trat er auf die Terrasse hinaus, um sich zu vergewissern, dass Charlie sich nicht allzu sehr langweilte. Der Junge war an seinem Tablet-PC in die Welt der Dinosaurier versunken und achtete gar nicht auf seinen Vater, als dieser sich in seiner Nähe unter einen der Heizstrahler setzte. Jonathan zündete sich diskretbar, eine Zigarette an und beobachtete die Passanten und Kinder, die den Washington Square überquerten. Er zog Madeleines Smartphone aus der Tasche. Weiterhin keine Nachricht. Er startete das geheime Anwendungsprogramm, wild entschlossen, dieses Mal die Hürde des Passworts zu überwinden. Er musste systematisch vorgehen. Ständig bekam man eingetrichtert, das Passwort für den Zugang sei ebenso wichtig wie die Geheimzahl der Bankkarte. Na gut, ständig wurde man mit Ratschlägen überhäuft, wie sich ein wirklich sicheres Passwort finden ließ. So sollte man zu kurze Wörter meiden, keine Informationen benutzen, die uns nahestehenden bekannt waren, und stattdessen eine Mischung aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen wählen. Jonathan war davon überzeugt, dass er etwas Einfaches suchen musste. Im modernen Leben hatte der Mensch mit allen Arten von Geheimcodes und Passwörtern zu jonglieren. Bei Kreditkarten, sozialen Netzen, E-Mail-Konten, Verwaltungsvorgängen. Für praktisch jede Dienstleistung wurde ein Passwort benötigt. Das war einfach zu viel für das Gedichtes. Um sich das Leben leichter zu machen, neigten daher die meisten Leute dazu, kurze und vertraute Passwörter zu wählen, die gut zu merken waren. Systematisch probierte Jonathan Beim Durchsuchen der archivierten Mails der jungen Frau fand er eine besonders interessante Mitteilung. Den Zulassungsantrag, den Medeline an den Vertragshändler ihres Motorrads geschickt hatte. Er enthielt unter anderem eine Fotokopie ihres Personalausweises. Nachdem Jonathan somit ihr Geburtsdatum kannte, gab er 2103-1978 Mars 1978 21-03-78 dann auf Englisch 03-2-11-978 March 21-1978 und 03-21-78 ein. Wieder nichts. Denk nach, ermahnte er sich laut. Nachdem Medelines E-Mail-Adresse medigreen78-at-hotmail.com lautete, versuchte er es mit Medi Green, dann mit medigreen78. Kein Erfolg. Jonathan spürte Wut und Frustration in sich aufsteigen. Er ballte eine Faust und seufzte. Es war zu ärgerlich, kurz vor der Lösung des Geheimnisses zu stehen und nicht daran zu kommen. Medeline setzt ihre kleine Lesebrille auf, um die Suchergebnisse, die der Bildschirm anzeigte, besser lesen zu können. L'Empereur dankt ab. L'Empereur abgesetzt. L'Empereurs Sturz. Die französischen Zeitungen hatten mit Wortspielen gewetteifert, um den Rückzug von Jonathan anzukündigen. Sie klickte den Link zu einem Online-Artikel der Zeitung Liberation an. Der entthronte L'Empereur. Der Kaiser der avantgardistischen Küche hat gestern Abend in Manhattan überraschend eine Pressekonferenz einberufen, um die Schließung seines Restaurants und den Verkauf seiner gesamten Kette anzukündigen. Mitgenommen und unrasiert, dunkle Schatten unter den Augen und zu rundlich. In dieser schlechten Form hat der Papst der New Yorker Gastronomie, der französische Küchenchef Jonathan L'Empereur, am Donnerstag die sofortige Schließung seines Restaurants Imperator. Drei Sterne im Michelin. So wird den Verkauf aller Aktiver seiner Gruppe verkündet, die er zusammen mit seiner Frau Francesca Delillo gegründet hatte. Eine folgenschwere Entscheidung für die 2000 Angestellten des Unternehmens. Ein einzigartiger Chefkoch. Das Imperator im legendären Rainbow Room wurde von der britischen Zeitschrift Restaurant Magazine wiederholt als beste Küche der Welt klassifiziert. Visionär und Erfindergeist für die einen, Hochstapler und Scharlatan für die anderen. So teilt L'Empereur die Welt der Gastronomie seit einem Jahrzehnt in zwei Lager. Überdruss. Als Begründung für seine plötzliche Entscheidung gab der Starkoch an, er sei erschöpft, demotiviert und verbraucht. Und brachte damit Ermüdung und Überdruss durch die Überlastung eines 18-stündigen Arbeitstages zum Ausdruck. Ich gebe alles auf, definitiv, präzisierte L'Empereur und schloss damit kategorisch aus, je wieder die Leitung eines großen Restaurants zu übernehmen. Ich habe keine Freude mehr an der Ausübung meines Berufes und glaube nicht, dass diese Freude eines Tages zurückkehren wird, erklärte er und fügte hinzu, er sei auch der Kritiker müde, die von seiner Arbeit nichts verstünden. Mehr als die Kritiker scheinen seine Eheprobleme die Entscheidung, sich aus der Gastronomie zurückzuziehen, beschleunigt zu haben. Ich war mit meiner Frau Francesca sehr eng verbunden und so hat unsere kürzliche Trennung zweifellos meine Entscheidung beeinflusst, gab L'Empereur zu, wich jedoch allen weiteren Fragen zu seinem Privatleben aus. Finanzielle Probleme Aber auch finanzielle Gegebenheiten machten meinen Rückzug über kurz oder lang unabwendbar, fügte er hinzu. Tatsächlich war die Imperatorgruppe seit mehreren Jahren hochverschuldet und aufgrund riskanter Investitionen in einem unrentablen Wirtschaftsmodell festgefahren. L'Empereur stand daher das Wasser bis zum Hals, so dass er sich gezwungen sah, die Nutzungsrechte für seinen Namen an das Luxushotelunternehmen Wynn Entertainment zu verkaufen, das alle Aktivitäten der Gruppe übernehmen wird. Ungewisse Zukunft Was wird denn noch nicht einmal 40-jährige L'Empereur nun tun? Sich ausruhen? Energie tanken? Sich einer neuen Herausforderung stellen? Der Küchenchef reagierte auf die Frage nach seiner Zukunft ausweichend. Nach seiner knappen Stellungnahme verließ er als einsamer Mann die Pressekonferenz. Ein erschöpfter Mann, insgeheim aber vielleicht auch erleichtert, nicht mehr den Imperator spielen zu müssen. Madeleine klickt einen weiteren Link an. Ein Artikel der New York Times, der ein völlig neues Licht auf den Vorfall warf. Das Vattel-Syndrom von Ted Booker, veröffentlicht am 30. Dezember 2009. Ist der emblematische führende Kopf der Avantgarde-Küche Jonathan L'Empereur dem Vattel-Syndrom erlegen? Der New Yorker Star-Koch ist nämlich bei weitem nicht der erste Virtuose am Herd, der sich nach einer Enttäuschung plötzlich aus der Szene zurückzieht. Jonathan L'Empereur ist es auf wunderbare Weise gelungen, etwa ein Jahrzehnt lang Kreativität, Anerkennung und Rentabilität zu vereinen. Heute Abend ist dieses fragile Konstrukt zerbrochen. Es folgte eine Aufzählung von Statements, die dem Artikel etwas von einem Nachruf verliehen, denn alle Befragten sprachen von L'Empereur, als sei er gestorben. Michael Bloomberg, der Bürgermeister von New York, lobte das wunderbare Talent eines großartigen Sternekochs, der im Lauf der Jahre Wahl-New Yorker geworden war. Hillary Clinton erinnerte an das aktive Engagement Jonathan L'Empereurs bei verschiedenen Schulaktionen, bei denen die Geschmacksentwicklung von Kindern gefördert werden sollte. Die intensivste, persönlichste und herzzerreißendste Aussage stammte jedoch von Claire Lisieux, einer der beiden Sous-Chefs des Imperators. Ich arbeite seit zehn Jahren mit Jonathan L'Empereur zusammen, erklärte die junge Frau. Von ihm habe ich alles gelernt. Er hat mich entdeckt, als ich Bedienung in einem Café in Madison war, wo er jeden Morgen frühstückte. Ich hatte keine gültige Arbeitserlaubnis, und er hat mir geholfen, meine Situation in Ordnung zu bringen, indem er mir eine Stelle in seinem Restaurant anbot. Er war ein Mensch mit starkem Willen, anspruchsvoll, aber auch großzügig gegenüber seinen Angestellten. In letzter Zeit kam er mir sehr deprimiert vor. Überaktiv und unter Dauerspannung strebte er unaufhörlich nach Perfektion, die zu einer Art Sklaverei wurde. Er war erschöpft, arbeitete von früh bis spät. Er machte praktisch nie Urlaub. Die Unterstützung seiner Frau bewahrte ihn vor dem Wahnsinn. Als sie ihn jedoch verließ, wurde ihm alles zu schwer. Denn die Öffentlichkeit hat ein falsches Bild von Jonathan L'Empereur. Sein Streben nach Anerkennung, sein Ehrgeiz, seine Zugeständnisse an das Star System sind kein Zeichen von Größenwahn. Ich glaube, er hat das alles für Francesca getan, um ihr zu gefallen, damit sie ihn liebte. Ab dem Moment ihrer Trennung hat ihn nach meiner Einschätzung einfach nichts mehr interessiert. Für ihn hat alles seinen Sinn verloren. Was machst du denn da? Madeleine zuckte zusammen und drehte sich wie ertappt um. Raphael, im Morgenrock und recht verschlafen, betrachtete sie mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. Nichts, nichts, versicherte sie und klappte den Laptop überstürzt zu. Ich, äh, ich habe meine Überweisung erledigt, Steuern, Miete, offene Rechnungen. Aber es ist zwei Uhr nachts. Ich konnte nicht schlafen, Darling, erklärte sie und nahm ihre Brille ab. Raphael beugte sich zu ihr, um sie auf den Mund zu küssen. Er schob eine Hand unter ihr Nachthemd und streichelte ihren Bauch. Dann wanderte sein Mund Madeleines Hals hinab. Langsam streifte er einen Träger ihres Seiden-Negligis hinunter, dann den zweiten. Seine Liebesbemühungen wurden durch die Melodie von Jumping Jack Flash unterbrochen. Raphael zuckte zusammen und wich leicht zurück. Madeleine warf einen Blick auf Jonathans Handy, das neben ihrem Computer vibrierte. Das Foto einer dunkelhaarigen Frau mit ernstem Gesicht und schwarzen, tiefliegenden Augen war auf dem Display zu sehen. Darüber stand ein Name. Francesca Ohne nachzudenken nahm Madeleine das Gespräch an. »Papa, mir ist kalt«, Jonathan hob den Blick vom Display. Seit einer Stunde war er in seiner Gehirnakrobatik versunken und versuchte erfolglos, Madeleines Passwort zu knacken. Er hatte einen größeren Teil ihrer E-Mails gelesen, dabei geduldig kleine Informationen gesammelt und bei jedem neuen Hinweis versucht, ein entsprechendes Passwort zu finden. »Hol dir einen Pulli, Liebling«, sagte er. Die Sonne war verschwunden und hatte einem weißen, dichten Nebelplatz gemacht, der über den Straßen und dem Park vor der Terrasse hing. San Francisco hatte nicht umsonst den Beinamen Fox City. Die Geschwindigkeit, mit der dichter Nebel innerhalb weniger Sekunden die Stadt einhüllen konnte, gehörte zu ihren geheimnisvollen Aspekten. Als Charlie in einem dicken Rollkragenpullover zurückkam, schaute Jonathan auf die Uhr. »Gleich kommt Alessandra. Hast du Lust, mit ihr die Hexen von O's anzuschauen?« Der Junge nickte zustimmt, bevor er laut rief. »Da ist sie!« Und er hüpfte vor Freude beim Anblick seiner Babysitterin. Die Studentin war die Tochter von Sandro Sandrini, dem Chef eines der ältesten italienischen Restaurants im Viertel. Sie hatte einen Studienplatz in Berkeley und jedes Mal, wenn Charlie nach Kalifornien kam, nahm Jonathan ihre Dienste in Anspruch. Als er das junge Mädchen begrüßte, vibrierte das Handy in seiner Hand. Ein Blick auf das Display zeigte ihm die bekannte Telefonnummer seiner Ex-Frau. »Hallo?« Mit neutraler Stimme erklärte Francesca ihm, als sie versucht habe, ihn anzurufen, sei sie bei einer Pariserin gelandet und dieser habe ihr von der Verwechslung der Handys erzählt. Sie wollte nur hören, ob alles in Ordnung sei und kurz mit Charlie sprechen. »Deine Mutter«, sagte Jonathan und reichte seinem Sohn das Smartphone. Sonntagmorgen »Du liebst Maman nicht mehr, stimmt's?« fragte Charlie. Der Austin-Mini-Kombi fuhr die zerklüftete Pazifik-Küste entlang. Jonathan und sein Sohn waren bereits in aller Frühe aufgestanden und hatten San Francisco über den Highway One verlassen. »Also liebst du sie noch?« insistierte der Junge. »Warum stellst du mir diese Frage?« Jonathan drehte das Radio leiser. »Weil ich weiß, dass du ihr fehlst und sie sich wünscht, dass wir alle drei wieder zusammenleben.« Jonathan schüttelte den Kopf. Er wollte unter allen Umständen vermeiden, dass sein Sohn glaubte, ihre Trennung sei vielleicht nur vorübergehend. Aus Erfahrung wußte er, dass sein Kind insgeheim den Wunsch hegt, seine Eltern würden eines Tages wieder zueinander finden. Einer solchen Illusion sollte sich Charlie nicht hingeben. Vergiss diese Idee, Liebling, dazu wird es nicht kommen. »Du hast mir nicht geantwortet«, beharrte der Junge. »Du liebst ihn noch ein bisschen, oder?« »Hör zu, Charlie, ich weiß, es ist schwer für dich und du leidest unter dieser Situation. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich in deinem Alter war. Wie du war ich sehr traurig und warf ihnen vor sich nicht, um eine Versöhnung bemüht zu haben. Ich gebe natürlich gerne zu, dass wir alle drei glücklicher waren, als deine Mutter und ich uns noch liebten. Leider dauern Liebesgeschichten nicht ewig. Das ist nun mal so. Deshalb musst du begreifen, dass diese Zeiten hinter uns liegen und nicht zurückkommen. Deine Mutter und ich haben uns sehr geliebt und du bist die Frucht dieser Liebe. Allein deshalb werde ich diese Zeit nie bereuen. Vor seinem Sohn hatte er Francesca in ihrer Rolle als Mutter nie kritisiert, auch wenn er ihr vorwerfen konnte, eine untreue Ehefrau gewesen zu sein. So war sie für Charlie eine wunderbare Mutter. Im Gegensatz zu der Beziehung von Paaren dauert die Verbindung von Eltern und Kindern ein ganzes Leben, fuhr er fort und hielt sich wortwörtlich an die Empfehlungen der psychologischen Ratgeber, die er gelesen hatte. Du musst keine Wahl zwischen uns treffen. Deine Mutter bleibt immer deine Mutter und dein Vater immer dein Vater. Wir sind beide verantwortlich für deine Erziehung und wir begleiten dich in den glücklichen Momenten deines Lebens wie auch in harten Zeiten. Hm, machte Charlie. Jonathan hatte ein schlechtes Gewissen, nicht die richtigen Worte für seinen Sohn zu finden. Für Charlie war die Trennung seiner Eltern unerwartet und brutal gewesen. Bis jetzt hatte Jonathan immer darauf geachtet, nicht ins Detail zu gehen, was sein Verhältnis mit Francesca betraf, aber war das die richtige Lösung? Ja, wie sollte man einem Kind die Komplexität von ehelichen Beziehungen und die verheerenden Folgen der Untreue erklären? Trotzdem versuchte er es. Ich bereue die Vergangenheit nicht. Doch eines Tages wurde mir klar, dass deine Mutter nicht mehr die Frau war, die ich zu kennen glaubte. In den letzten Jahren unserer Ehe war ich in eine Illusion verliebt, verstehst du? Hm, machte Charlie wieder. Hör auf mit deinem Verstehst du jetzt oder nicht? Ich weiß nicht so richtig, erwiderte das Kind. Verdammt, warum habe ich das nur gesagt? Jonathan hätte sich uhrfeigen können. Sie erreichten ihr Ziel, Bodega Bay. Etwa 20 Kilometer nordwestlich von San Francisco gelegen, hatte das kleine Fischerdorf Weltruhm erlangt, nachdem Alfred Hitchcock hier einen Großteil der Szenen zu seinem Film Die Vögel gedreht hatte. An diesem Wintermorgen begann sich der Küstenort erst allmählich zu beleben. Sie stellten den Wagen auf dem fast leeren Parkplatz ab. Charlie stieg aus und rannte zu dem Ponton, um die Ohrenrobben zu beobachten, die sich in der Sonne aalten und dabei zufriedene Grunzlaute ausstießen. Im Hafen boten mehrere Stände fangfrische Krebstiere zum Verkauf an. Unter den Vordächern der Restaurants saßen ein paar alte Männer in ihren Schaukelstühlen, die schon genüsslich Riesentaschen Krebse und Klem Chowder verzehrten. Wie er es seinem Sohn versprochen hatte, mietete Jonathan ein kleines Boot. »Ahoi, Matrose, lass uns den Anker lichten!« Die See war ruhig, perfekt, um hinaus zu fahren. Das Boot entfernte sich etwa zwei Meilen von der Küste. Charlie holte seine Angelroute hervor und befestigte mit Hilfe seines Vaters einen Wurm am Haken, bevor er die Leine rauswarf. Jonathan überprüfte Madeleines Smartphone, bekam aber kein Netz. Ohne seinen Sohn aus den Augen zu lassen, zündete er sich eine Zigarette an und genoss den ersten Tiefenzug. Die Wanduhr im Salon hatte soeben 19 Uhr geschlagen. Ein hübsches Feuer knisterte im Kamin, Raphael und sein Vater spielten eine Partie Billard. Madeleine saß auf der Ledercouch und nickte immer wieder automatisch zum Geplapper von Isor, ihrer Schwiegermutter in Späh, während Sultan, der englische Cocker Spaniel, zu ihren Füßen lag und hingebungsvoll auf ihre neuen Schuhe Seit dem frühen Nachmittag trommelte der Regen gegen die Fensterscheiben. Ach, ich liebe dieses Programm, rief Isor plötzlich und wandte sich von Madeleine ab, um den Ton des Fernsehers lauter zu drehen, in dem kurz vor der Jahreswende die X-te Stilblütensammlung gezeigt wurde. Madeleine nutzte diese Gelegenheit, um sich von der Couch zu erheben. Ich gehe schnell mal eine Zigarette rauchen. Ich dachte, du hättest aufgehört, protestierte Raphael. Das wird sie umbringen, Liebes, säuselte Isor. Gewiss, erwiderte Madeleine, doch an irgendetwas muss man ja sterben, oder? Damit schlüpfte sie in ihren Parka und öffnete die Terrassentür. Obwohl die Dunkelheit längst hereingebrochen war, wurde das kleine anglo-normannische Herrenhaus mit seinem hübschen Fachwerk durch ein raffiniertes System von Spots erleuchtet. Madeleine trat auf die überdachte Terrasse und lehnte sich an die Vom Anwesen aus überblickte man die Rennbahn und ganz Deauville. Sie zündete sich ihre Zigarette an und nahm einen ersten Zug. Der Wind peitschte ihr ins Gesicht. Eingehüllt vom Geräusch des Meeres schloss sie die Augen und versuchte sich zu entspannen. Der bürgerliche Komfort und die völlige Untätigkeit solcher Wochenenden im Schoße der Familie lösten bei ihr widersprüchliche Gefühle aus. Inneren Frieden, Ruhe, Revolte, Fluchtreflexe. Vielleicht mit der Zeit. Die Luft war eiskalt. Sie schloss den Reißverschluss ihres Parkers, schob die Kapuze über den Kopf und griff in die Manteltasche nach dem Smartphone. Seit dem Morgen kreisten ihre Gedanken um Francesca de Lillo, mit der sie in der vorangegangenen Nacht am Telefon gesprochen hatte. Diese Frau, ihre Geschichte, ihr Geheimnis übten eine sonderbare Faszination auf sie aus. Ihr Gespräch war kurz, aber markant genug gewesen, um sie den ganzen Tag zu beschäftigen. Als Francesca die Situation begriffen hatte, hatte sie leicht verwirrt darum gebeten, die Nachricht, die sie auf Jonatans Mailbox zurückgelassen hatte, zu löschen und ihm nichts davon zu erzählen. Ein Moment der Schwäche, hatte sie gestanden. Madeleine aktivierte den Browser und gab in der Suchmaschine unter dem Bereich Bilder den Namen Francesca Delillo ein. In ihrer Jugend während ihres Studiums der Betriebswirtschaft hatte die Erwin als Model für die großen Modelabels gearbeitet. Die ersten Fotos waren aus den 1990er Jahren und zeigten sie auf dem Laufsteg und in der Werbung. Es folgten eine ganze Reihe Fotos an der Seite von Jonathan, was ihr Privatleben auch ein wenig in den Dienst ihres Unternehmens zu stellen. Der Regen wurde dichter, doch Madeleine war viel zu sehr in dem Cyberspace versunken, um es zur Kenntnis zu nehmen. Ihre Finger glitten über den Touchscreen und klickten auf ein Symbol, das sie auf die Website des Magazins Vanity Fair führte. Einige Jahre zuvor hatte die amerikanische Paris Match dem Paar sieben Seiten gewidmet. Ein langes Interview und ein paar Glamour Fotos, die nur entfernt mit der Gastronomie zu tun hatten. Du erkältest dich noch, Chérie, rief Raphael durch die halb geöffnete Terrassentür. Ich bin gleich da, Darling, erwiderte sie, ohne von dem Display aufzublicken. Während sie von einem Foto zum nächsten klickte, fiel ihr etwas auf. Je nachdem, ob Topmodel, das sich seiner Verführungskraft sicher war, verwandelte sich an seiner Seite in eine verliebte Frau mit schmachtendem Blick. Selbst bei den Inszenierungen für die Journalisten bestand kein Zweifel, dass es sich um eine ganz große Liebe handelte. Was hat die beiden trennen können, fragte sich Madeleine und kehrte in den Salon zurück. Warum haben sie sich getrennt? fragte Charlie, der gerade die Angel in den Koffer rum zurück legte. Wer? Deine Eltern. Jonathan runzelte die Stirn. Er drehte den Zündschlüssel um und wies den Jungen mit einer Handbewegung an, den Sicherheitsgurt anzulegen. Der Austin Mini-Kombi verließ Bodega Bay in Richtung San Francisco. Im Fahren öffnete Jonathan seine Brieftasche und angelte die verblichene Fotografie einer kleinen ländlichen Gastwirtschaft heraus. Deine Großeltern haben ein Restaurant im Südwesten von Frankreich geführt, erklärte er und deutete auf das Foto. Charlie kniff die Augen zusammen, um den Namen auf dem Schild zu entziffern. La Chevaliere. Jonathan nickte. Als ich noch ein Kind war, hat mein Vater eine Zeit lang eine andere Frau gelebt. Diese Liebe hat über ein Jahr gedauert. Da sich in kleinen Orten Gerüchte schnell verbreiten, haben sie streng darauf geachtet, ihre Geschichte geheim zu halten, was ihnen auch gelungen ist. Warum hat dein Vater das getan? Jonathan ließ die Frage für einige Sekunden in der Schwebe, so als würde er laut nachdenken. Gibt es wohl eine Menge Gründe. Ich will damit nicht sagen, dass ich meinen Vater entschuldige, aber verurteilen will ich ihn deshalb auch nicht. Dann ist das also nicht der Grund, warum du ihn nicht sprechen wolltest, als er im Sterben lag. Nein, mein Liebling, nicht deshalb. Mein Vater hatte andere Schwächen, aber trotz seiner Untreue habe ich nie an seiner Liebe zu meiner Mutter gezweifelt. Zugleich überrascht und leicht verlegen wegen dieser Geständnisse starrte Charlie seinen Vater im Hörtfort. Schließlich ist es ihm gelungen, sich von dieser Frau zu entgiften. Doch ein halbes Jahr nach Ende dieses Abenteuers fiel ihm nichts Besseres ein, als meiner Mutter den Ehebruch zu beichten. Jonathan setzte den Blinker, um vor einer alten Tankstelle zu halten. Und dann wollte Charlie wissen und folgte seinem Vater nach draußen. Jonathan griff zur Zapfpistole. Flehte seine Frau an, ihm zu verzeihen. Doch meine Mutter war durch diesen Betrug wie vor den Kopf gestoßen. Deshalb hat sie sein Angebot abgelehnt und ihn verlassen. Von einem Tag auf den anderen? Jonathan zahlte und kehrte zum Wagen zurück. So war deine Großmutter eben, erklärte er und ließ den Motor an. Sie war eine leidenschaftliche Frau, eine große Idealistin und dazu ungeheuer temperamentvoll. Mit einem Mal wurde ihr bewusst, dass der Mensch, den sie am meisten auf der Welt liebte, in der Lage war, sie zu belügen und zu verletzen. Sie hatte oft gesagt, das Wichtigste in einer Beziehung sei das Vertrauen. Ohne Vertrauen, meinte sie, sei die Liebe keine richtige Liebe. Und in diesem Punkt hatte sie meines Erachtens recht. Als hätte Charlie plötzlich seine kindliche Naivität abgelegt, bemerkte er, das ist ganz ähnlich wie das, was du mit Mama erlebt hast. Jonathan nickte. Ja, jahrelang waren deine Mutter und ich eins. Wir haben alles geteilt und unsere Liebe hat uns vor allem beschützt. Doch irgendwann, irgendwann verschwindet die Liebe und dann gibt es nichts mehr zu sagen. Charlie nickte traurig und nachdem es nichts mehr zu sagen gab, schwieg er, bis sie zu Hause waren. Charlie öffnete die Haustür und stürmte ins Wohnzimmer. Schau, Onkel Markus, ich hab zwei Fische geangelt. Auf der Couch liegend, die Beine ausgestreckt, rauchte der Kanadier einen Joint, groß und dick wie eine Frittentüte. Ihr riecht so komisch, sagte der Junge und hielt sich die Nase zu. Markus sprang auf und ließ seinen Joint mit einer blitzschnellen Bewegung in dem Übertopf verschwinden, der auf dem Couchtisch thronte. Hallo, kleiner Mann, Jonathan warf seinem Freund einen vernichtenden Blick zu. Wie oft hab ich dir schon gesagt, begann er wütend. Okay, okay, ist ja nichts passiert, verteidigte sich der Kanadier halbherzig. Bei deinen Tricks wird mir noch das Sorgerecht um ein Kind entzogen. Jonathan riss zum Lüften alle Fenster auf, während Charlie aus der Kühltasche einen Goldbarsch und einen kleinen Plattfischer vorholte. Sie sind noch ganz frisch, rief er stolz auf seine Beute. Im Gegensatz zu Onkel Markus, ergänzte Jonathan, um seinen Sohn zum Lachen zu bringen. Tatsächlich hatte sein Mitbewohner eine recht persönliche Vorstellung von Sonntagskleidung. Zerknitterte Unterhose, verschiedene Schuhe und ein T-Shirt, auf dem unter der jamaikanischen Flagge zur Abwechslung ein Cannabis-Blatt prangte. Willst du etwas Obst? tragte Jonathan seinen Sohn und verstaute den Rest des Picknicks im Kühlschrank. Noch lieber hätte ein dreifach Spezial-Sandwich von Onkel Markus. Jonathan verzog das Gesicht zu einer Grimasse. Ist sozusagen schon fertig, rief Markus und holte die Zutaten aus dem Schrank. Sorgfältig bestrich er die erste Toastbrotscheibe mit Butter und bestreute sie mit Kakaopulver. Dann verteilte er gesüßte Kondensmilch auf der zweiten und Ahornsirup auf der dritten. Charlie biss in das Sandwich und meinte mit vollem Mund Stolz auf das Kompliment bereitete sich Markus den gleichen Imbiss zu. Für dich auch eins John. Jonathan wollte schon ablehnen, dann aber besann er sich. Warum auf jedes Vergnügen und den Moment der Vertrautheit mit Markus und seinem Sohn verzichten? Trotz all seiner Fehler brachte sein Schwager froh Sinn und Originalität in den Haushalt. Und wer außer ihm war so oft in der Lage ein Lächeln auf Charlies Gesicht zu zaubern, während er selbst gefangen in seiner Tristesse nicht gerade der heiterste Vater war, von dem mein Sohn träumen konnte. Warum eigentlich nicht? sagte er und setzte sich zu ihnen an die Küchentheke. Er schenkte allen Tee ein und suchte in dem kleinen Transistorradio den Sender, der auf kalifornische Rockmusik spezialisiert war. Zu den Rhythmen von Eagles, Toto und Fleetwood Mac verzehrten sie ihren Snack. Wisst ihr was? Ich nehme das berühmte Sandwich von Marcus in meine Speisekarte zu den Desserts auf, meinte Jonathan lachend. Ich bin sicher, das wird der große Renner. Charlie prustet los und hob plötzlich den Blick. Plötzlich Wozu hast du denn all die Fotos aufgehängt? fragte Charlie erstaunt und deutete auf die Abzüge von Madeleine, die an die Küchenwand geheftet waren. Jonathan fühlte sich wie auf frischer Tat ertappt. Zwei Tage hatte er sich nun schon von der Neugier mitreißen lassen. Jetzt aber konnte er Logik und Sinn seines Verhaltens selbst nicht mehr richtig verstehen. Warum hatte das Leben dieser Frau eine solche Faszination auf ihn ausgeübt? Warum hatte er geglaubt, eine Art Mission erfüllen zu müssen? Du hast recht, ich nehme sie wieder ab, erwiderte er, fast erleichtert über diese Entscheidung. Ich helfe dir, schlug sein Schwager vor. Die beiden Männer erhoben sich und begannen einen Abzug nach dem anderen zu entfernen. Hier, hast du das gesehen? Markus hielt ihm das Foto hin, das er gerade abgenommen hatte. In Lederjacke und taillierter Bluse lächelte Madeleine vor einer Geburtstagstorte, die mit 29 Kerzen gespickt war. Das Fest musste fünf oder sechs Jahre zurücklegen. Sie war deutlich jünger, aber auch weniger elegant und feminin als die Frau, der Jonathan am Flughafen begegnet war. Sie hatte damals sein schmaleres Gesicht und tiefe Schatten unter den Augen. Das Foto war in einem Büro aufgenommen worden, Regale mit Aktenordnern, ein veralteter Computer, ein Becher mit Stiften und eine Schere auf dem Schreibtisch. Auch wenn die Aufnahme nicht sehr feinkörnig war, konnte man an einer der Wände ein Poster des Fußballers Eric the King in einem Trikot der Red Devils erkennen. Weißt du, wo das Foto aufgenommen wurde? fragte Markus. Meiner Meinung nach in einem Kommissariat. Wie kommst du denn darauf? Er deutete auf die Gestalten in gelb und schwarz im Hintergrund. Die beiden Typen da sind Bullen. Unsinn. Kannst du das Bild vergrößern? Hör mal, wir sind hier doch nicht bei Miami Weiß. Versuch's einfach. Wenig überzeugt setzte sich Jonathan an seinen Laptop. Trotz der Unschärfe waren jetzt mehr Einzelheiten zu erkennen. Und tatsächlich war nicht auszuschließen, dass die gelben Flecken im Hintergrund fluoreszierende Streifen von Polizeiwesten waren. Während er andere Teile des Fotos genauer unter die Lupe nahm, erregte ein Detail seine besondere Aufmerksamkeit. Die drei Buchstaben GMP auf dem Becher vor Madeleine. Jonathan öffnete das Browserfenster und tippte in das Suchprogramm Das erste Resultat verwies ihn auf die Seite der Greater Manchester Police, die Polizeikräfte der Grafschaft Manchester. Du hast recht, es ist tatsächlich ein Kommissariat. Kennst du viele Leute, die ihren Geburtstag in einem Revier feiern? Die Frage blieb mehrere Sekunden in der Schwebe. Die Antwort ergab sich von selbst. Vor nicht allzu langer Zeit war die Frau Polizistin gewesen. Jonathan war klar, dass er soeben den Schlüssel zu dem Geheimnis, das Madeleine umgab, entdeckt hatte. Doch während er sich seinem Ziel näherte, überkamen ihn plötzlich Zweifel. Mit welchem Recht forschte er in ihrer Vergangenheit? Niemand Niemand wußte besser als er, dass so etwas nicht ungestraft geschieht und sieh dir das mal an. Markus hatte den Laptop zu sich herangezogen und in die Suchmaschine Madeleine plus Green plus Police plus Manchester getippt. Es gab hunderte von Resultaten. Das erste aber war ein Artikel aus dem englischen Guardian. Madeleine Green Ermittlerin im Fall Dixon unternimmt einen Selbstmordversuch. Paris Montag 19. Dezember 4.30 morgens Seit kurzem fiel feiner dichter Schnee auf das 8. Arrondissement. Das Viertel um den Faubourg du Roule war durch die Kälte wie erstarrt und menschenleer. Ein weißer Peugeot Kombi setzte den Blinker ehe er in der Rue de Berie in zweiter Reihe hielt. Gehüllt in einen dicken Parka mit Kapuze verließ eine weibliche Gestalt ein elegantes Mietshaus und stieg in den Lieferwagen. Dreh die Heizung voll auf, hier ist es eiskalt, schimpfte Madeleine und legte ihren Sicherheitsgurt an. Habe ich schon, antwortete Takumi und fuhr los. Hatten sie ein schönes Wochenende? Ohne die Frage zu beantworten, streifte die junge Frau ihre fingerlosen Wollhandschuhe über. Takumi insistierte nicht weiter. Madeleine löste ihren Schal, zog eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche und zündete sich eine an. Ich dachte, sie hätten aufgehört. Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Weißt du, was Gainsbourg gesagt hat? Ich rauche, ich trinke, Alkohol konserviert Obst und raucht das Fleisch. Takumi dachte eine Weile nach, bevor er erwiderte, erstens hat er diesen Ausspruch von Hemingway geklaut und zweitens sind sie beide tot, oder? Gut, wenn es dich stört, arbeite woanders oder verklag mich wegen Nikotinsucht. Ich sage das nur zu ihrem Besten, meinte Takumi ruhig. Hör mal, jetzt lass mich endlich in Ruhe und mach diesen Mister aus, befahl sie und deutete auf das Radio, aus dem eine Nippon-Version von Köjetem ertönte. Am Kreisverkehr der Port Dauphine nahm Takumi die Auffahrt zur Peripherik. Madeleine war mit dem falschen Fuß aufgestanden, das passierte bisweilen, doch ihre schlechte Laune war nie von Dauer. Diskret unterdrückte Takumi ein Gähn. Er liebte diese nächtlichen Fahrten nach Rangis. Nur schade, dass man so früh aufstehen musste. Deshalb machten sich auch nicht alle Floristen diese Mühe. Madeleine hatte Takumi davon überzeugen können, dass die wichtigste Aufgabe eines Floristen in der Suche nach frischer Ware bestand. An der Zahlstelle zeigte Madeleine ihre Großhandelskarte vor. Dann parkte der Lieferwagen auf einem hohen Rollwagen und betraten das Gewächshaus, eine gewaltige Stahlglaskonstruktion. Auf den 22.000 Quadratmetern des Pavillon C1 wurden ausschließlich Schnittblumen verkauft. Fasziniert von diesem Schauspiel rieb sich Madeleine die Augen, war plötzlich hellwach und durchquerte entschlossenen Schrittes die Halle. Auf einer Fläche größer als drei Fußballfelder entlang der Gänge, die alle Blumennamen trugen, Allee des Mimosas, Desiris, Desanemone, waren rund fünfzig Großhändler vertreten. Hallo, meine Schöne, begrüßte sie Emil, bei dem sie einen Großteil ihrer Ware kaufte. Mit Strohhut, Gartenschere, Latzhose und seinem geschwungenen Schnauzbart war Emil Fauche-Levon eine wahre Institution. Er war seit der Eröffnung im Jahr 1969 in Rangis und kannte den Betrieb wie seine Westentasche. Einen kleinen schwarzen ohne Zucker, fragte er und schob ein paar Münzen in die Kaffeemaschine. Madeleine bedankte sich mit einem Nicken. Und ein Tee für Katsushi, fügte er hinzu und sah den Schützling der Floristin herausfordernd an. Ich heiße Takumi, entgegnete der Japaner und ziehe ein Cappuccino vor. Doch Emil gab nicht nach. Ein Cappuccino für Tsashimi. Der junge Mann nahm wortlos seinen Becher entgegen. Enttäuscht über den mangelnden Respekt des Großhändlers senkte er den Kopf. Irgendwann musst du dich entscheiden, ihm eine reinzuhauen, flüsterte Madeleine ihm zu, während Emil sich einem Neuankömmling zuwandte. Das kann ich nicht für dich übernehmen. Aber er ist ein alter Mann. Er ist Dreiköpfe größer und doppelt so schwer wie du. Aber falls es dich beruhigt, meine Bewährungsprobe hat sechs Monate gedauert. Jedes Mal, wenn er mich sah, nannte er mich Roast Beef oder Englisch. Und wie haben sie ihn davon abgebracht? Indem ich ihm seinen heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet Takumi war ratlos. In dem Land, in dem er geboren war, versuchte man um jeden Preis Konflikte, Auseinandersetzungen oder aggressives Verhalten zu vermeiden. Aber warum ist das hier so? Es ist eben so, erwiderte sie, zerdrückte ihren Plastikbecher und warf ihn in den Papierkorb. Und meiner Meinung nach musst du dich mit solchen Situationen auseinandersetzen, wenn du ein Mann werden willst. Aber ich bin ein Mann, Madeleine. Ja, aber nicht der, der du sein willst. Mit dieser Bemerkung ließ sie ihn stehen und wandte sich Bérangère zu, einer der Verkäuferinnen von Fauchelevent, um mit ihr durch die Reihen zu gehen. Sie kaufte zwei Bund Blätter, verhandelte hart den Preis für Tulpen, Narzissen und Kamelien, ließ sich aber von den Äquator-Rosen betören, von denen sie gleich drei Bund nahm. Das Handeln fiel ihr leicht. Sie versuchte immer, einen gerechten Preis für die Ware zu bezahlen. Takumi verstaute diese erste Ladung im Lieferwagen und kam dann zurück zu Madeleine, die sich in der Abteilung Toppflanzen befand. Mit geschultem Auge wählte sie Begonien und Vergissmein nicht aus und überließ ihrem Lehrling die Weihnachtsstars als da wären Stechpalmen, Misteln, Weihnachtssterne und Christrosen. Auch die entgiftenden Zimmerpflanzen, die sich in Betrieben immer größerer Beliebtheit erfreuten, Mädelein aber langweilten, waren sein Ressort. Sie ließ sich stattdessen Zeit für die weißen und pastellfarbenen Orchideen, die den Ruf ihres Geschäfts begründet hatten. Takumi folgte ihr, ohne sie aus den Augen zu lassen. Trotz seiner schmächtigen Gestalt setzte er alles daran, die schwierigen Aufgaben zu übernehmen, wie etwa den Wagen zu schieben, der immer schwerer wurde, und zehn Kilo Säcke mit Blumenerde und massive Übertöpfe darauf zu hieven. Der Wind ließ das Gewächshaus erzittern. Durch das Glasdach sah man Schneeflocken am Himmel wirbeln, die den Asphalt mit einer weißen eisigen Decke überzogen. Um den Augenblick, in dem sie wieder in die Kälte mussten hinaus zu schieben, verweilte Mädelein noch ein wenig in dem warmen Kokon. Für sie, die die Feiertage verabscheute, war der Winteranfang der traurigste Moment des Jahres. Doch es war auch der, in dem sie am dringendsten auf die Rückkehr des Lebens wartete. Das war für sie die eigentliche Weihnachtsverheißung. Um »Komm, ich lade dich zum Frühstück ein«, schlug Mädelein vor. »Endlich mal was Nettes.« Sie öffneten die Tür zum Cordelier, dem Bistro, das im Zentrum des Gärtnerviertels lag. Rund um die Theke diskutierten die Kunden, vor sich ein Glas Wein oder ein Espresso, über dies und jenes und erfanden die Welt neu. Einige waren in die Lektüre des Parisiens vertieft, andere füllten die Scheine für Lotto oder Pferderinnen aus. Sie wählten einen Tisch in einer etwas weniger lauten Ecke. Mädelein bestellte einen doppelten Espresso und Takumi ließ sich von einem fettigen Kebab in Versuchung führen. Mädelein zog ihre Handschuhe aus, öffnete den Parka und angelte Jonatans Smartphone heraus. »Sie haben es ja immer noch nicht zurückgeschickt, stellte der Japaner fest. Du bist ein aufmerksamer Beobachter. Im Grunde wundert mich das nicht weiter. Und stört es dich? fragte sie. Nein, ich war sicher, dass Lampereurs Geschichte sie interessiert. Besänftigt reichte sie ihm nach kurzem Zögern ein Blatt, das sie letzte Nacht ausgedruckt hatte. Neugierig griff Takumi danach und las »Jonathan Lampereur von seinem besten Freund verraten. Innerhalb weniger Tage hat der berühmteste Küchenchef seine Frau, sein Restaurant und seinen besten Freund verloren. Die Geschichte eines doppelten Betrugs. People vom 3. Januar 2010. Ich wusste gar nicht, dass sie solche Zeitschriften lesen, sagte Takumi. Er spar mir deine dummen Bemerkung, ja? Die vier Fotos, die den Artikel illustrierten, ließen keinen Zweifel zu. Sie waren am September 2009 auf den Bahamas aufgenommen worden und zeigten Francesca in Begleitung eines gewissen Georges Latulipe. Das Paar war in einem kleinen Winkel des Paradieses namens Cable Beach von einem Paparazzo verewigt worden. Obwohl die Fotos heimlich gemacht worden waren, hatten sie durchaus etwas Ästhetisches. In helle Baumwolle gekleidet, lief das Ex-Manneke Hand in Hand mit ihrem Liebhaber über den weißen Sandstrand In aller Vertraulichkeit lächelten und flirteten sie, als wären sie allein auf der Welt. Auf dem letzten Foto küßten sich die beiden Turteltauben zärtlich auf der Terrasse eines Cafés. Wenngleich die Skandalpresse normalerweise eher geneigt war, die Fehltritte der Männer aufzudecken, war sie hier gegenüber Francescas Sünden nicht gerade zurückhaltend gewesen. Man muss gestehen, dass in dieser heuchlerischen und dualistischen Welt alle Zutaten vereinigt waren, um dem Betrug den Anschein einer antiken Tragödie zu geben. Auf der einen Seite die untreue Frau von fataler Schönheit, die ans Ende der Welt gereist war, ihren Ehemann mit dessen bestem Freund zu hintergehen, auf der anderen Seite der treue Gemahl, der New York geblieben war, um sich um den Sohn zu kümmern und das gefährdete Restaurant zu retten. Und last but not least wurde die Rolle des Liebhabers von diesem Georges Latulipe gespielt. Ein gut aussehender Bursche, der trotz seines lächerlichen Namens eine beeindruckende Ähnlichkeit mit Richard Gier in seinen besten Jahren hatte. Lass man den Artikel etwas eingehender, dann begriff man, dass Georges Latulipe bei Jonathan im Imperator angestellt war. Er war sein engster Mitarbeiter, aber auch sein Freund. Ehe er Jonathan getroffen hatte, war Georges von einem Casting zum anderen gelaufen und hatte nebenbei an einem der Rollwegen, von denen es in New York nur so wimmelte, Hot Dogs verkauft. Jonathan hatte einen Riecher für die Begabung von Menschen. Er hatte Georges ausgebildet und schließlich zu seinem Stellvertreter gemacht, hatte ihm Stabilität, eine finanzielle Basis und einen und zum Dank hatte ihm Georges seine Frau geklaut. Was hältst du von der Sache? Ich denke, dass Frauen manchmal Biester sein können, erwiderte Takumi. Wenn solcher Blödsinn alles ist, was dir einfällt, brummte Madeleine, werde ich dich nicht mehr mit ins Bistro nehmen und doch der junge Japaner unterbrach sie. Warten Sie, den Namen habe ich schon mal gehört. Haben wir ihm nicht zufällig Blumen geliefert? Ich glaube nicht. An einen solchen Namen würde ich mich erinnern und es würde mich wundern, wenn er in Paris wohnen Doch Takumi gab nicht nach. Haben Sie Ihren Computer dabei? Madeleine zog seufzend das Notebook aus der Tasche, auf dem auch die Kundendatenbank gespeichert war. Takumi klappte es auf und gab den Namen La Tulipe ein. Es dauerte nicht lange, bis sich ein Fenster öffnete. Georges La Tulipe Café Finfin 22 Avenue Victor Hugo 75 116 Paris Ich habe ihm vor acht Monaten dunkelrote Dahlien geliefert. Ein Auftrag, den uns ihr Kollege Isidor Procue aus dem 16. Arrondissement weitergeleitet hat. Ich habe die Rechnung auf das Restaurant ausgestellt, darum sagt ihn der Name nichts. Und du? Erinnerst du dich an ihn? Nein, ich habe die Blumen bei einem Angestellten abgegeben. Madeleine traute ihren Augen nicht. Georges La Tulipe Restaurant eröffnet, sondern lebte auch in Paris. Die Welt ist wirklich ein Dorf. Also lass uns aufbrechen, erklärte sie. Du kannst deinen Kebab im Auto weiter essen, aber wehe, finde Fettflecke auf dem Sitz. Fahren wir ins Geschäft? Du fährst ins Geschäft, denn ich glaube, ich werde Fanfon La Tulipe dem Housa einen kleinen Besuch abstatten. Unter welchem Vorwand? Wenn du glaubst, ich einen Vorwand brauche, um einen Mann anzusprechen. Fasziniert starrte Jonathan auf den Bildschirm seines Computers und las zum dritten Mal den Zeitungsartikel. Madeleine Green Die Ermittlerin im Fall Dixon unternimmt einen Selbstmordversuch. Guardian.co.uk 8. Juli 2009 Cheatham Bridge Einen Monat nach der makabren Entdeckung, die jegliche Hoffnung, die junge Alice Dixon Leben zu finden zunichte machte, hat die für die Ermittlungen zuständige Hauptkommissarin Madeleine Green heute Nacht versucht, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie hängte sich an einem Balken in ihrer Wohnung auf. Glücklicherweise riss die Kommissarin eine Glasvitrine um. Ihre Wohnungsnachbarin Julianne Wood wachte von dem Lärm auf und griff sofort ein. Nach der ersten ärztlichen Versorgung wurde Madeleine Green ins Krankenhaus Newton Heath eingeliefert. Nach Auskunft der Ärzte ist ihr Zustand kritisch aber stabil. Die Konsequenzen einer strapaziösen Ermittlung. Wie ist dieser Schritt zu erklären? Schuldgefühle? Hyperaktivität? Unfähigkeit, einen aufreibenden Fall ad acta zu legen? Das wäre zumindest ein möglicher Grund. Der Kriminalhauptkommissar von Manchester hat erläutert, Madeline Green sei krank geschrieben gewesen, seit sie vom Tod der 14-jährigen Alice Dixon erfahren habe. Das Mädchen war das letzte Opfer des zu trauriger Berühmtheit gelangten Serienkillers Harold Bishop, der vor wenigen Tagen von der Polizei in Merseyside festgenommen wurde. Bei den Kollegen von Madeline Green herrscht Verwunderung und Betroffenheit. Selbst in Haft hätte der Schlechte von Liverpool um Haaresbreite erneut zugeschlagen, klagte ihr Partner, der Ermittler Jim Flaherty. Jonathan kratzte sich am Kopf. Diese Geschichten hatten England offenbar monatelang in Atem gehalten, nicht aber den großen Peich überquert. Hast du schon mal was von einem Fall Alice Dixon oder von dem Schlechter von Liverpool gehört? fragte er Markus. Kein Wort, antwortete der. Und plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Jonathan schaltete Madeline's Smartphone ein und rief das mit einem Passwort geschützte Programm auf. Er tippte Alice und die Datei öffnete sich. Das Smartphone enthielt hunderte von Dokumenten zu dem Fall Dixon Notizen Artikel Fotos und Videos Jedes das er öffnete überspielte er sogleich auf seinen Computer um es sich später ansehen zu können. Zunächst glaubte er bei den Dateien handele es sich um eine Art umfangreiches Pressedossier zu der Entführung und dem Mord an dem Mädchen. Doch je weiter er seine Entdeckungsreise fortsetzte umso klarer wurde ihm warum Madeleine alles unternommen hatte um den Zugang zu den Daten zu schützen. Die junge Polizistin hatte die gesamten Akten ihres letzten Falles gescannt kopiert und dupliziert. Das Dossier enthielt ihre eigenen Notizen die Auswertung von Fingerabdrücken Videos von den Verhören der Verdächtigen während diese in Untersuchungshaft waren Fotos Verweisstücke seitenlange Protokolle von Nachbarschaftsbefragungen die den offiziellen Stempel der Greater Manchester Police trugen und nie das Kommissariat oder das Gericht von Manchester hätten verlassen dürfen. Was ist das Papa? fragte Charlie der eine Serie von grauenvollen Fotos auf dem Bildschirm des Computers entdeckte beunruhigt. Sieh nicht hin mein Liebling das ist nichts für Kinder antwortete Jonathan und drehte das Notebook um. Er überprüfte die Übertragungsgeschwindigkeit. Trotz WLAN war sie nur langsam und seine Transaktion würde noch gut zwei Stunden dauern. Komm, wir machen ein Basketballmatch mit Onkel Marcus, schlug er fröhlich vor. Sie gingen zu einem der eingezäunten Plätze an der Levi's Plaza. Charlie gab alles und nachdem er etwa zwanzig Bälle im Korb gelandet hatte, kehrte er erschöpft nach Hause zurück. Er duschte, aß ein Stückchen von seinem Fisch und schlief dann vor dem Fernseher an. Jonathan trug ihn in sein Zimmer. Draußen war es dunkel geworden. Marcus rauchte auf der Terrasse seinen Joint so genussvoll, als wäre es eine Havanna. Jonathan suchte im Eisfach des Kühlschranks, bis er schließlich eine Flasche Kirsch Wodka fand, die ihm ein Gast mitgebracht hatte. Er schaltete seinen Computer ein und schenkte sich ein Glas von dem Schnaps ein. Er vergewisserte sich, dass alle Daten auf seine Festplatte übertragen waren. Madeleine hatte nicht Dutzende, sondern Hunderte von Dokumenten mitgenommen. Insgesamt bildeten an die Tausend Elemente ein tragisches und makabres Puzzle. Offenbar hatte sich die junge Polizistin sechs Monate lang ganz auf diesen Fall konzentriert, der schließlich ihre Psyche und ihre Gesundheit ruiniert hatte. Eine schmutzige Geschichte, die sie beinahe das Leben gekostet hätte. Jonathan öffnete die letzten übertragenen Fotos. Sie waren unerträglich. Er zögerte. Hatte er wirklich den Mut und die Lust, sich eine Geschichte von Kindesentführung und Mord zu vertiefen? Die Antwort war nein. Trotzdem leerte er sein Glas Wodka in einem Zug, schenkte sich nach und begab sich in die Hölle. Drei Jahre früher, 8. Dezember 2008, Polizeirevier von Cheatham im Nordosten von Manchester. Madeleine hob die Stimme. Das müssen Sie mir genauer erklären, denn ich verstehe es immer noch nicht. Warum haben Sie acht Tage gewartet, um das Verschwinden Ihrer Tochter zu melden? Erin Dixon, blass und mit strähnigem Haar, rutschte ihr gegenüber 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 auf ihrem Stuhl herum. Sie fühlte sich ganz offensichtlich unwohl. Ihre Hände zitterten, die Lieder flatterten und sie spielte nervös mit ihrem Kaffeebecher. Sie Die Frau, die sie verhörte, war dreißig Jahre alt, genau wie sie selbst. Doch es fehlten ihr mehrere Zähne und ihr vom grellen Neonlicht erhelltes Gesicht war von Müdigkeit gezeichnet und wies mehrere Blutergüsse auf. Erin, die sich seit einer Stunde in dem Revier befand, hatte bereits alle Stadien durchlaufen. Zunächst Tränen, als sie ihre Tochter vermisst meldete, dann im Laufe des Verhörs Aggression und Wut. Sie war nicht im Stande zwei zusammenhängende Sätze herauszubringen oder zu erklären, warum sie eine Woche hat verstreichen lassen, ohne etwas zu unternehmen. Und ihr Vater, was hält der davon? Der ist schon lange weg. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal genau, wer es ist. Damals habe ich mit allen möglichen Männern geschlafen. Plötzlich riss Mädelein der Geduldsfaden. Sie hatte fünf Jahre im Drogendezernat gearbeitet und kannte dieses Verhalten in- und auswendig. Die Nervosität und der ausweichende Blick waren eindeutig Entzugserscheinungen. Die feinen Narben um Arians Mund rührten von Verbrennungen durch die Pyrex-Pfeife. Mrs. Dixon war cracksüchtig. Genau das. Komm, wir gehen, Jim, beschloss Mädelein und griff nach ihrem Blouson und ihrer Dienstwaffe. Während sie noch im Büro ihres Vorgesetzten vorbeischaute, brachte ihr Kollege Aaron Dixon zum Parkplatz und zündete ihr der verhangene Himmel den Eindruck, es sei noch nicht richtig Tag. Die Antwort von der Zentrale aller Notaufnahmen ist gekommen, erklärte Jim und steckte sein Handy ein. In keinem Krankenhaus existiert eine Akte auf den Namen Alice Dixon. Darauf hätte ich wetten können, entgegnete Mädelein und gab kräftig Gas. Der Ford Focus, der mit Blaulicht und Sirene Richtung Norden raste, kam auf der nassen Fahrbahn leicht ins Schleudern. Eine Hand am Steuer, in der anderen ein Mikro, koordinierte die Hauptkommissarin die ersten Maßnahmen. Übermittlung von Alice Foto an alle Polizeidienststellen des Landes, eine Suchmeldung an die Presse und an die Redaktion der Nachrichtensender. Dringende Anforderung eines Teams der Kriminaltechnik. Fahr vorsichtig, du brauchst noch einen Unfall, schimpfte Jim. Meinst du nicht, dass wir schon genug Zeit verloren haben? Eben, da kommt es auf zehn Minuten auch nicht mehr an. Du bist wirklich blöd. Die beiden Polizisten durchquerten das Arbeiterviertel Cheathambridge. Mit seinen endlosen Reihen Roter Backsteinhäuser war es ein typisches Beispiel für die heruntergekommenen Industriesiedlungen an Manschesters Stadtrand. Viele Wohnungen standen leer, die meisten Gärten waren verwildert und die Krise, die die englische Wirtschaft lähmte, würde die Lage nicht verbessern. Dieses Viertel kam in den Reiseführer nicht gut weg. Doch was sollte man von der Farmhill Road sagen, wo sich der Häuserblock befand, in dem Alice Mutter wohnte? Eine wahre Enklave des Elends und der Kriminalität. Madeleine und Jim folgten Erin Dixon in eine Gasse zwischen verfallenen Gebäuden, die von Squattern, Prostituierten und Crack-Verkäufern besetzt waren. Als sie das Haus betraten, wurde Madeleine fast übel. Das Wohnzimmer war düster und in einem desolaten Zustand. Eine Matratze auf dem nackten Boden, mit Holz und Pappe ausgebesserte Fenster, gestank nach verdorbenen Nahrungsmitteln. Offenbar verdiente sich Erin Geld damit, dass sie den Junkies diesen Raum als Shoot to Drone überließ. Obwohl sie damit hatte rechnen müssen, dass die Polizei herkommen würde, hatte sie sich nicht die Mühe gemacht, ihre Aktivitäten zu verbergen. Auf der Daneben leere Bierflaschen und ein Aschenbecher mit einem halbgerauchten Joint. Madeleine und Jim wechselten einen skeptischen Blick. Wegen des Publikums, das hier verkehrte, würden die Ermittlungen nicht einfach werden. Sie stiegen in den ersten Stock, öffneten die Tür zu Alice Zimmer. Der Raum hatte nichts mit dem Rest des Hauses gemein. Er war zwar dunkel, aber ordentlich aufgeräumt und mit einem Schreibtisch eines Duftzerstäubers roch es angenehm nach Vanille und Iris. Eine andere Welt. Madeleine hob den Blick und betrachtete aufmerksam die Wände des kleinen Zimmers, geschmückt mit Eintrittskarten und Programmen von Opern, Theater und Ballettaufführungen, die Alice besucht hatte. Ist dieses Mädchen von einem anderen Stern oder was? fragte Jim. Ja, brummte Erin. Sie war schon immer so, dauernd mit ihren Büchern, ihrer Malerei und ihrer Musik beschäftigt. Ich frage mich, von wem sie das hat. Bestimmt nicht von dir, dachte Madeleine. Die Ermittlerin war fasziniert von ihrer Entdeckung. Zu beiden Seiten des Schreibtischs hingen Reproduktionen von Gemälden, ein Selbstporträt von Picasso aus seiner blauen Periode und das berühmte Gemälde Le Verrou von Fragonard. Jim nahm sich die »Kennst du viele Jugendliche in Cheatham Bridge, die gefährliche Liebschaften oder die Brüder Karamasoff lesen?« fragte er und blätterte in den beiden Bänden. »Zumindest eine«, entgegnete Madeleine abwesend. »Wen?« »Mich.« Sie verscheuchte die Erinnerung. Die Blessuren ihrer Kindheit waren noch nicht wirklich verheilt und heute war nicht der geeignete Tag für Selbstmitleid. Sie streifte ein paar Latex-Handschuhe über, öffnete alle Schubladen und machte sich daran, das Zimmer genau zu inspizieren. Im Schrank fand Madeleine Schokoplätzchen mit Vanillefüllung Milch. »Sie ernährt sich fast nur von Keksen, die sie in Milch taucht, erklärte ihre Mutter. Alice war gegangen, ohne irgendetwas mitzunehmen. Ihre Geiger lag auf dem Bett, ihr Computer, ein alter Mac mit beschädigtem Gehäuse, stand auf dem Schreibtisch und ihr Tagebuch lag am Boden vor dem Bett. Neugierig schlug Madeleines auf und fand im Umschlag eine gefaltete 50-Pfund-Note. Aarons Augen blitzten gierig auf. Ganz offensichtlich warf sie sich vor, nicht die Geistesgegenwart besessen zu haben, das Zimmer vor der Polizei zu durchsuchen. Schlechtes Zeichen, dachte Madeleine. Wenn die Kleine weggelaufen wäre, hätte sie nicht so viel Geld zurückgelassen. Die Kriminaltechniker, die sie angefordert hatte, trafen ein. Mit ihren Pinseln, Pulvern und Pinzetten nahmen die Männer überall Proben, die sie in kleinen Röhrchen verschwinden ließen. Während sie die wichtigsten Beweisstücke sicherten, schlug Madeleine den Hefter auf, in dem das Mädchen einen Teil ihrer Schulaufgaben aufbewahrte. Ihre Noten waren hervorragend und die Kommentare der Lehrer voll des Lobes. Alice hatte, um ihrem düsteren Alltag zu entkommen, einen kulturellen Schutzwall um sich herum errichtet. Bildung und Wissen als Bollwerk gegen Gewalt, Angst und Mittelmäßigkeit. Fünf Polizeiwagen parkten in der Farmhill Road. Madeleine wechselte ein paar Worte mit dem Chef der Spurensicherung, der ihr garantierte, in Alice Bürste genügend Haare für eine DNA-Analyse gefunden zu haben. An die kühle Haube eines Autos gelehnt, zündete sich die Kommissarin eine Zigarette an und starrte auf das Foto von Alice. Ein hübsches Mädchen, groß und schlank, das älter als Gesicht mit der hellen durchscheinenden Haut und den diskreten Sommersprossen verriet ihre irische Abstammung. Die graugrünen Augen waren mandelförmig und erinnerten an die Porträts von Modigliani. Sie drückten Überdross aus und den festen Willen ihre Schönheit zu verbergen, da ihr offensichtlich bewusst war, dass ihr diese in dem Milieu, in dem sie aufwuchs, mehr Ärger als Vorteile einbringen würde. Was konnte man vom Leben erhoffen, wenn die Ausgangsbedingungen so schwierig waren? Wie konnte man in diesem Elendsviertel umgeben von all den Drogenabhängigen und Irren aufwachsen, ohne selbst verrückt zu werden? Vielleicht bist du doch abgehauen. Vielleicht hast du diese erbärmliche Gegend verlassen. Vielleicht wolltest du vor dieser unfähigen Mutter fliehen, die dir nicht einmal sagen kann, wer dein Vater ist. Doch letztlich glaubte sie nicht an dieses Szenario. Alice schien ein intelligentes und organisiertes Mädchen zu sein. Aus diesem Sumpf verschwinden? Sicher. Aber wohin? Mit wem? Madeleine zündete sich an ihrer Kippe eine neue Zigarette an. Alice Zimmer hatte die Erinnerung an ihre eigene Geschichte geweckt. Wie bei 99 Prozent aller Kinder in diesem Viertel war Madeleines Jugend mit einer depressiven Mutter und einem Vater, der zur Flasche griff chaotisch gewesen. Als Teenager hatte sie sich geschworen, diesem menschlichen Desaster zu entkommen und ihr Glück woanders zu versuchen. Ihr großer Traum war es gewesen, eines Tages in Paris zu leben. Sie war eine gute Schülerin und hatte später ihre Jura-Examina bestanden. Doch dann hatte die Realität des Viertels sie wieder eingeholt und sie war zur Polizei gegangen. Dort hatte sie schnell Karriere gemacht, war aber in der grauen Tristesse von Cheathambridge hängen geblieben. Sie beklagte sich nicht über ihr Schicksal. Im Gegenteil. Ihre Arbeit gefiel ihr, weil sie einen Sinn hatte. Natürlich war es nicht jeden Tag einfach. Hier wie auch anderswo hatte sich in der Polizei unbehagenbreit gemacht. Nicht nur, dass die Beamten nicht mehr respektiert wurden, nein, ihr Status brachte ihnen auch Beschimpfungen und Drohungen ein. Das war zwar überall so, mehr aber noch in einem Milieu wie in Cheatham Bridge. Die Kollegen, die hierher versetzt wurden, verschwiegen den Nachbarn gegenüber ihrem Beruf und rieten ihren Kindern in der Schule dasselbe zu tun. Die Leute mochten die Bullen aus den Fernsehserien, die aus ihrem Viertel aber spuckten sie an. Es galt also, den täglichen Stress, die Anfeindungen der Bevölkerung und das Desinteresse der Vorgesetzten zu erdulden. Man musste hinnehmen, dass die Autos mit Steinen beworfen wurden und sich mit vorsintflutlichem Arbeitsmaterial zufriedengeben. Viele der Einsatzwagen verfügten nicht einmal über Funkgeräte und manche Computer liefen noch mit Pentium 2 Prozessoren. Bisweilen war der Job schwer zu ertragen. Man durchlebte innerlich quasi selbst die Absurdität tödlicher Unfälle, das Leid der geschlagenen Frauen, das Grauen der missbrauchten Kinder, den Schmerz der Angehörigen der Opfer. Manche hielten dem Druck nicht stand und es kam zu Kurzschlusshandlungen. Letztes Jahr hatte ein Ermittler ihre Einheit durchgedreht und ohne offensichtlichen Grund einen kleinen Gang-Chef bei der Festnahme erschossen. Vor sechs Monaten hatte eine junge Polizeianwärterin im Revier mit ihrer Dienstwaffe Selbstmord begangen. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen war Madeleine weder desillusioniert noch depressiv. Sie war freiwillig in diesem schwierigen Viertel geblieben, um schneller befördert zu werden. Weder die alten Haudegen noch die Berufsanfänger hielt es hier lange. Das bot gute Karriereperspektiven. Im Lauf der Jahre hatte sie sich Respekt verschafft und verfügte über eine gewisse Autonomie, die es ermöglichte, nur die interessantesten Fälle zu übernehmen, die oft auch die brutalsten und blutigsten Verbrechen waren. Sie ist nicht abgehauen, stimmt's? fragte Jim, der zu ihr getreten war. Nein, wenn sie ausgerissen wäre, hätten wir sie wahrscheinlich längst gefunden und vor allem hätte sie die 50 Pfund mitgenommen. Bei dem, was die Mutter auf ihrem Bankkonto hat, kann man wohl auch die Möglichkeit einer Entführung mit Lösegeldzahlung ausschließen. Mit Sicherheit, aber wir werden auf alle Fälle diese vielen Süchtigen in ihrer Umgebung unter die Lupe nehmen. Bei den Typen könnte es sich um einen Racheakt oder um Erpressung handeln. Wir finden sie bestimmt, versicherte Jim, um sich selbst Mut zu machen. Man war schließlich nicht in den USA oder in einem Krimi. Im heutigen England gab es nur wenige Fälle, in denen das Verschwinden von Fall eines aus dem Garten seiner Eltern entführten Kindes geleitet. Diese hatten sofort die Polizei alarmiert und man hatte innerhalb kürzester Zeit eine umfassende Suchaktion starten können. Schon nach wenigen Stunden waren die Entführer dank eines Hinweises auf ihren Wagen gefasst worden und hatten sofort gestanden. Noch vor Einbruch der Nacht hatten sie den Jungen in einer Hütte gefesselt aber bei guter Gesundheit nicht zurückhalten. Verdammt was für eine dumme Kuh schimpfte sie und schlug mit der Faust auf die Kühlerhaube Acht Tage zu warten ehe sie das Verschwinden ihrer Tochter anzeigt die bringe ich in den Knast. Bei jeder vermissten Meldung waren die ersten 48 Stunden entscheidend. Beruhige dich sagte Jim Ich habe die Handynummer des Mädchens Vielleicht können wir ja ihre Anrufe verfolgen Erneut betrachtete Madeleine das Foto und ihre Kehle zog sich zusammen Sie seien Alice eine kleine Schwester oder gar ihre Tochter Wie Erin hätte sie mit 17 Jahren nachts nach einem Discobesuch auf dem Rücksitz eines Rover 200 von einem Idioten dieses Viertels geschwängert werden können Wo bist du mummelte sie Sie war was selten vorkam der unerschütterlichen Überzeugung dass Alice lebte Doch selbst in diesem Fall machte sich Madeleine keine Illusion Das Mädchen befand sich vermutlich im dunklen feuchten Keller eines Irren oder in den Klauen einer Mafia die auf Mädchenhandel und Prostitution spezialisiert war Eines war jedenfalls sicher Sie hatte Angst Furchtbare Angst Die letzte Person die Alice Dixon lebend gesehen hatte war eine Überwachungskamera Auf dem Video das am Pickle Cross aufgenommen worden war erkannte man das schlanke Mädchen wie es den Rucksack über der Schulter aus einem Bus stieg Man sah deutlich dass sie an der Ecke in die Seitenstraße bog die zu ihrer Schule führte ein Weg von kaum 800 Metern und dann nichts mehr Tage des Schweigens der Gleichgültigkeit und des Mysteriums Niemand hatte etwas gesehen oder gehört Man hätte glauben können Alice hätte sich in Luft aufgelöst Seit zehn Jahren führte die Politik der Video Überwachung dazu dass Manchester wie alle englischen Großstädte bis in den letzten Winkel mit Kameras ausgestattet war So konnten die Bürger unter Umständen bis zu 300 Mal pro Tag gefilmt werden Ein unvergleichliches Mittel im Kampf gegen die Kriminalität Das zumindest behaupteten die Politiker denn die Realität sah anders aus da das Material aus Geldmangel oft defekt war Am Morgen von Alice Verschwinden waren alle Kameras auf dem Weg zu ihrem Gymnasium funktionsunfähig oder falsch eingestellt gewesen sodass die Aufnahmen verschwommen oder völlig unbrauchbar waren In den folgenden Tagen mobilisierte Madeleine 150 Polizisten um die Wohnungen Keller und Gärten in einem Umkreis von drei Kilometern um die Schule durchsuchen zu lassen Hunderte von Personen wurden befragt Aktenkundige Pädophile in Polizeigewahrsam genommen und nach einem verdächtigen weißen Kombi gefahndet den mehrere Schüler gesehen hatten Da Madeleine überzeugt war dass Erin Dixon erhebliche Schuld am Verschwinden von Alice traf wurde auch sie in Gewahrsam genommen und mehr als 20 Stunden verhört Für die Kommissarin war Erin total von Crack abhängig und zu allem fähig Um an ihren Stoff zu kommen wäre sie sogar in der Lage gewesen ihre eigene Tochter an Zuhälter zu verkaufen Doch die Befragungen ergaben nicht viel Auf Anraten ihres Anwalts verlangte Erin an einen Lügendetektor angeschlossen zu werden und bestand den Test Sie wurde freigelassen und erdreistete sich vor den Kameras mit bebender Stimme an eventuelle Entführer zu appellieren Die Informatikabteilung knackte mühelos das Passwort von Alice Computer Heathcliff wie der Name des Helden in ihrem Lieblingsroman Sturmhöhe Leider ergab weder die Auswertung der Festplatte noch die der E-Mails einen verwendbaren Hinweis Bei der Lektüre von Alice Tagebuch stellte Madeleine fest dass das Mädchen unter Angabe eines falschen Alters kleine Jobs übernahm So verdiente sie sich das Geld für ihre Bücher und ihr Kulturprogramm In den letzten Monaten hatte sie im Soul Café einer Bar an der Oxford Road im Universitätsviertel gearbeitet Der Wirt wurde wegen Beschäftigung Minderjähriger festgenommen vom Verdacht einer möglichen Entführung jedoch freigesprochen Am 15. Dezember suchten Taucher das Westufer des River Erk auf zwei Kilometer Länge ab Andere den Sie förderten mehrere Autowracks Einkaufswagen ein Mofa zwei Kühlschränke und verschiedene Sicherheitsabsperrungen zutage aber keine Leiche Jim überprüfte sämtliche ein- und ausgegangenen Anrufe auf dem Handy Er überprüfte alle Kontakte Doch die vielen mühseligen Befragungen führten zu keinem Ergebnis Weihnachten rückte näher ohne dass die Untersuchung auch nur ein Millimeter vorangekommen wäre Madeleine verzichtete auf ihren Urlaub Sie fing an Medikamente zu nehmen um ein paar Stunden schlafen zu können Dabei war sie keine Anfängerin Seit Jahren schon arbeitete sie in diesem tristen Viertel und ebenso lange gehörten Gewalt und Grauen zu ihrem Alltag Seit Jahren hielt sie sich an Tatorten in Autopsieräumen auf und hatte es bei Verhören mit Ganoven der übelsten Sorte zu tun Sie hatte Mörder gejagt Vergewaltiger und Dealer verhaftet Pädophile und Drogenschmuggler enttarnt Insgesamt hatte sie sicher in mehreren Dutzend Mordfällen ermittelt Drei Jahre zuvor war sie bei einer Abrechnung zwischen zwei Gangs nur knapp dem Tod entkommen Die Kugel einer 357er Merknum hatte sie gestreift und ihre Kopfhaut verletzt so dass sie die Narbe unter ihrem Haar verstecken musste Die Polizeiarbeit war ihr Leben Sogar wenn sie Besessenheit Einsamkeit und permanente Gefahr mit sich brachte Sogar wenn man sich in den Augen von Verwandten Freunden und Kollegen in ein Phantom verwandelte Aber war das im aktuellen Fall nicht genau der zu zahlende Preis Selbst ein Phantom werden um ein anderes zu finden Im Januar kontrollierten Jim und sein Team die Gespräche die kurz vor und nach Alice verschwinden von den Telefonzellen im Umkreis der Schule ausgetätigt worden waren Die Namen der Angerufenen wurden mit der Kartei der Polizei abgeglichen Mehr als 200 Personen waren zumeist wegen geringfügiger Delikte aktenkundig Alle wurden verhört ihre Alibis überprüft und ihre Wohnungen durchsucht Unter ihnen war auch ein Mann von etwa 50 Jahren Fletcher Walsh der 20 Jahre zuvor wegen Vergewaltigung verurteilt worden war und einen weißen Kombi besaß Fletcher Walschs Alibi schien hieb- und stichfest bei der Durchsuchung seiner Garage aber entdeckte die Hundestaffel Blutspuren auf dem Rücksitz des Wagens Proben wurden an das Rechtsmedizinische Institut von Birmingham geschickt und während sie auf die Ergebnisse warteten wurde der Mann rund um die Uhr überwacht Am 13 Februar erklärte ein Sprecher der Greater Manchester Police die Blutspuren im Kombi von Fletcher Walsh könnten nicht mit Sicherheit Alice Dixon zugeordnet werden Dann ließ das Medieninteresse nach Die mit dem Fall betrauten Polizeieinheiten wurden anderweitig eingesetzt Die Ermittlungen steckten fest Madeline aber träumte weiterhin jede Nacht von Alice und wurde von ihrem Blick gleichsam verfolgt Morgens stand sie mit der Hoffnung auf ein neues Indiz zu finden eine Spur die man übersehen hatte Ihre Kollegen und Vorgesetzten hatten sie stets für eine erfahrene Polizistin gehalten diesmal aber schien sie den Boden unter den Füßen zu verlieren Dabei war sie immer schon am besten gewesen wenn sie den Schmerz der Opfer zu ihrem eigenen machte so gefährlich diese fehlende Distanz auch sein mochte so war es auch bei Alice gewesen vom ersten Tag an hatte ihr Verschwinden sie zutiefst betroffen dieses Mädchen erinnerte sie zu sehr an die Jugendliche die sie selbst einmal gewesen war eine verwirrende Identifikation eine konfuse Verbundenheit eine tiefe Zuneigung sie wusste dass diese Gefühle sie zerstören würden konnte sich aber nicht davon befreien es war nicht nur eine persönliche Angelegenheit nein es war mehr als das es war die Gewissheit dass sie im Grunde die einzige war die sich wirklich um das Schicksal des jungen Mädchens sorgte der Eindruck an die Stelle ihrer Mutter getreten zu sein und die Verantwortung für ihr verschwinden zu tragen in dieser Nacht schwor sie sich etwas wenn es ihr nicht gelingen würde Alice lebend zu finden würde sie nie ein Kind bekommen ein Gefühl der Ohnmacht erfasste sie das war sogar schlimmer als hätte man ihr Alice tot mitgeteilt denn so stellte sie sich ständig vor was diese erdulden musste düstere und bedrückende Bilder füllten ihren Kopf um sich an etwas klammern zu können konsultierte sie sogar ein Medium durch den Kontakt mit einem Kleidungsstück das Alice getragen hatte versicherte der Scharlatan das Mädchen sei tot und gab ihr die Adresse einer Baustelle wo ihre Leiche angeblich verscharrt wäre Madeleine mobilisierte ein Team um das gesamte Areal umzugraben natürlich vergeblich als ihr Chef von dieser Aktion erfuhr riet er ihr sich ein paar Tage auszuruhen sie müssen der Realität ins Auge sehen Alice Dixon ist seit drei Monaten verschwunden das ist natürlich tragisch aber sie wissen genau dass die Chancen sie jetzt noch zu finden quasi gleich null sind es gibt andere Ermittlungen und andere Fälle bei denen wir sie brauchen Madeleine aber fühlte sich außerstande an anderen Ermittlungen und Fällen zu arbeiten sie war zu allem bereit um weiter die schwache Hoffnung zu nähren Alice wieder zu finden also beschloss sie dem Teufel persönlich einen Besuch abzustatten Madeleine parkte den Zivilwagen vor dem Black Swan einem Irish Pub der seit mehreren Generationen im Besitz der Familie Doyle war Cheatham Bridge war eine kleine Enklave mit weniger als 10.000 Einwohnern drei Kilometer nordöstlich vom Zentrum von Manchester Nacheinander waren in das ehemals vorwiegend irisch geprägte Arbeiterviertel Inder Pakistaner Afrikaner und seit neuestem Osteuropäer eingewandert dieses ethnische Gemisch hatte eine erstaunliche kulturelle Vielfalt hervorgebracht war aber auch Ursprung eines mörderischen mitleidlosen Bandenkrieges ein Eingreifen der Polizei war hier äußerst schwierig und die Kriminalitätsrate erschreckend hoch kaum hatte Madeleine den Pub betreten rief jemand spöttisch Hallo Maddy weißt du eigentlich dass du noch immer den knackigsten Hintern von allen Polizistinnen in Manchester hast sie drehte sich um und entdeckte Danny Doyle an der Theke vor einem peindunklem Bier mit dem er ihr zuprostete seine Bodyguards lachten hämisch über diesen Witz guten Tag Daniel sagte sie und trat näher es ist lange her Danny Dub Doyle der Finstere war der Chef eines der mächtigsten Clans der Unterwelt von Manchester der Pate einer kriminellen Familiendynastie die seit 50 Jahren über das Reich von Cheatham Bridge herrschte mit Anfang 30 hatte er bereits mehrmals im Gefängnis gesessen und ein allenlanges Vorstrafenregister wegen Drogenschmuggel Einbruch Geldwäsche Zuhälterei Widerstand gegen die Staatsgewalt Danny war vor allem ein gewalttätiger Mensch der in der Lage war den Anführer einer rivalisierenden Gang auf einem Billardtisch zu kreuzigen mit seinem Bruder und seiner Bande hatte Dub mehr als 20 Menschen auf dem Gewissen deren Tod oft mit Quälerei und extremer Brutalität verbunden gewesen war Willst du ein Bier? fragte er Lieber ein Glas Bordeaux Von deinem Guinness wird mir übel Ein Murmeln erhob sich unter den Leibwächtern die um Doyle herum standen Niemand würde es wagen ihm gegenüber einen solchen Ton anzuschlagen schon gar nicht eine Frau herausfordernd musterte Madeleine die Gefolgsmänner des Gangsterbosses erbärmliche Typen die zu viel Scarface und der Pate geguckt hatten sie versuchten die Posen der Filmgangster nachzuahmen mit ihrem spießigen Aussehen und ihrem groben Akzent aber würden sie nie die Klasse eines Corleone erreichen ohne die Stimme zu heben fragte Danny den Barmann ob er Bordeaux im Keller hätte Bordeaux nein außer vielleicht ist welcher in den Kisten die Liam bei den Russen geklaut hat dann sieh nach befahl Doyle Madeleine blickt ihm in die Augen Es ist dunkel hier drin lass uns auf die Terrasse gehen wenn das Wetter schon mal schön ist ich folge dir Danny Doyle ein komplexer und gequälter Charakter teilte sich die Führung des Clans mit seinem Zwillingsbruder Johnny der fünf Minuten nach ihm geboren war aber nie den Status des Jüngeren akzeptiert hatte Johnny litt an paranoider Schizophrenie die ihn gewalttätig und unberechenbar gemacht und mehrmals in die Psychiatrie gebracht hatte in seinem Fall angemessen als das Gefängnis Von den beiden Brüdern war Johnny die blutrünstige Bestie und Madeleine war immer der Meinung gewesen dass sich Danny vor allem in die Spirale der Gewalt hatte hineinziehen lassen um die Kontrolle über seinen Bruder zu behalten Als sie den Innenhof erreichten trat ein Rutschopf vor der die junge Polizistin durchsuchen wollte doch da kannte er Madeleine schlecht wenn du mich anfasst schlitze ich dir den Bauch auf Danny lächelte und hob die Hand um seine Leute zu beruhigen und weg zu schicken dann nahm er er selbst die Waffe ab und vergewisserte sich dass sie nicht eine zweite im Rücken oder am Knöchel verbarg nutz bloß die Gelegenheit nicht um mich zu befummeln ich muss mich absichern denn wenn die Bullen eines Tages beschließen mich abzuknallen werden sie dich diese Drecksarbeit erledigen lassen in einer romantischen Laube nahmen sie einander gegenüber an einem Gartentisch Platz man könnte meinen wir wären in der Provence oder in Italien rief Doyle um die Situation zu entspannen Madeleine fröstete es war nicht einfach dem Teufel gegenüber zu sitzen außer dass Danny Doyle bevor er der Teufel wurde mit ihr die Grundschule besucht hatte und später der erste Junge gewesen war von dem sie sich hatte küssen lassen na dann schieß mal los sagte Danny und verschränkte die Hände er hatte ein kantiges Gesicht war mittelgroß dunkelhaarig und versuchte wie ein Durchschnittsbürger auszusehen er war ganz in sicher tausend Pfund gekostet hatte im Gegensatz zu seinen Handlangern wirkte Doyle nicht wie eine Karikatur im Gegenteil er besaß den Charme jener Männer die nicht mehr zu verführen versuchen ich komme wegen Alice Dixon Daniel das Mädchen das verschwunden ist ja ich leite seit drei Monaten die Ermittlungen hast du vielleicht Informationen Doyle schüttelte den Kopf nein warum schwörst du mir dass du nicht hinter der Sache steckst warum hätte ich das Mädchen entführen sollen um sie für dich arbeiten zu lassen sie ist erst 14 madeleine zog ein Foto von Alice aus ihrer Brieftasche sie sieht mindestens wie 16 aus und sie ist hübsch oder sagt mir nicht dass du sie nicht gerne vernaschen würdest diese Provokation war Doyle unerträglich mit in einer schnellen Geste packte er Madeleine beim Kopf zog sie dicht an sich heran und sah ihr in die Augen was soll das Madeleine ich habe sicher alle Fehler dieser Welt ich habe Blut an den Händen und mein Platz in der Hölle ist bereits reserviert aber ich habe noch nie ein Kind angerührt dann hilf mir sagte sie und befreite sich aus seinem Griff nach einer Weile fragte Doyle noch immer leicht verärgert was erwartest du von mir du kennst Gott und die Welt hier im Viertel und die meisten Leute sind dir etwas schuldig du schlichtest Nachbarschaftsstreitigkeiten du schützt die Geschäftsleute und lässt sogar zu Weihnachten Geschenkern die ärmsten Familien verteilen das ist meine dir ist vor allem daran gelegen möglichst viele Menschen von dir abhängig zu machen das ist die Grundlage des Geschäfts nun ich möchte dass du deine Verbindungen nutzt um Informationen über die Entführung von Alice zu bekommen welche Art Informationen die Informationen die die Leute nicht der Polizei mitteilen wollen Doyle seufzte und dachte kurz nach Maddie das Mädchen ist seit über drei Monaten verschwunden der muss doch klar sein dass man sie nie finden ich bin nicht gekommen um mir solchen Blödsinn anzuhören unterbrach sie nun vorfort zu deinem Kreis gehören auch Politiker und Geschäftsleute Typen die dir ebenfalls etwas schulden weil du kompromittierende Fotos von Sexgelagen mit Callgirls nicht an ihre Ehefrauen oder an die Presse geschickt hast aber du kennst die Einzelheiten besser als ich denn du hast die Mädchen ja bezahlt ein nervöses Grinsen umspielte Doyles Lippen woher weißt du das ich bin Bulle Daniel du musst doch wissen dass dein Telefon seit Monaten abgehört wird ich habe dutzende von Handys meinte er schulterzuckend egal ich möchte dass du diese feinen Herren einspannst um die Öffentlichkeit zu mobilisieren der Barmann brachte eine Flasche Bordeaux die er doch noch aufgetrieben hatte ist der der gnädigen dame genehm ein haute brillant 1989 rief sie nein den können wir nicht aufmachen das ist ein grand cru Doyle befahl dem Barmann mit einer Kopfbewegung ihn zwei Gläser einzuschenken der gehörte dem dreckigen Ruskow der jetzt sechs Fuß unter der Erde ruht es ist mir ein großes Vergnügen auf sein Wohl zu trinken um ihn nicht zu verärgern nahm Madeleine das Glas und wartete auf Doyles Antwort was bekomme ich dafür wenn ich dir helfe das Mädchen zu finden persönliche Befriedigung Gottes Nachsicht für all deine Taten eine Art Ablass er lachte leise und ernsthaft um sich Mut zu machen nahm Madeleine einen kräftigen Schluck Wein sie hatte diesen Deal vorbereitet bei Doyle bekam man nichts umsonst darum hatte sie sich auch erst als eine letzte Möglichkeit an ihn gewandt seit mehreren Wochen informiert ein Spitzel die Great Manchester Police über deine Pläne Doyle schüttelte den Kopf willst du mir weismachen unter meinen Männern gäbe es einen Verräter Er hat uns von dem Einbruch bei der Butterfly Bank in Kenntnis gesetzt den du für nächsten Freitag geplant hast gibst du mir seinen Namen wenn ich dir helfe Madeleine lehnte sich in ihrem Stuhl zurück kommt nicht in Frage ich habe schon zu viel gesagt sieh zu dass du den Kerl selbst findest du setzt deinen Ruf aufs Spiel indem du hierher kommst und mich um Hilfe bittest willst dir aber gleichzeitig die Finger nicht schmutzig machen stimmt's Daniel bitte wenn ich dir den Namen gebe ist der Mann noch vor heute Abend tot daran besteht kein Zweifel erwiderte er und sah sie mit einer Mischung aus Vorwurf und Zuneigung an sie waren einander auf seltsame Weise verbunden außer ihr hatte ihn niemand je Daniel genannt und er war sich ziemlich sicher dass Maddie nennen durfte in dieser Angelegenheit gibt es keine Halbheiten Maddie entweder du riskierst was um das Mädchen zu retten oder du wäschst deine Hände in Unschuld das musst du selbst entscheiden du lässt mir keine Wahl wir haben alle die Wahl wir sind die Summe unserer Entscheidungen in welchem Buch kommt das vor es war einer der Romane die du mir bei meinem ersten Gefängnisaufenthalt geschickt hast vor seinen Männern gab sich Daniel unkultiviert was aber in Wirklichkeit nicht der Fall war im Gegensatz zu seinem Bruder interessierte er sich für Kunst und hatte vor seiner Verhaftung Betriebswirtschaft zunächst in London dann an der Universität von Kalifornien studiert Madeleine zog ein gefaltetes Blatt aus der Tasche ihrer Jeans und reichte es Doyle okay hier ist der Name unseres Spitzels sagte sie sie erhob sich um zu gehen bleib noch fünf Minuten bat er und hielt sie an der Hand fest sie zog ihre Hand zurück um sie umzustimmen griff er nach einem Feuerzeug und hielt die Flamme unter das Papier ohne den Namen gelesen zu haben gut du hast gewonnen also setzte sie sich wieder und er schenkte ihr noch ein Glas Wein ein warum hast du dieses beschissene Manchester nicht verlassen fragte er und zündete sich eine Zigarette an du hast immer gesagt du wolltest in Paris leben und warum bist du nicht in den USA geblieben wozu dienen dir die Restaurants und Immobilienbüros die du in Los Angeles gekauft hast nur zur Geldwäsche er wich der Frage aus du wolltest dein Blumengeschäft aufmachen und du hast gesagt du wolltest Theaterstücke schreiben bei dieser Anspielung lachte Doyle kurz auf der Theaterclub im Gymnasium 1988 er war damals 13 Jahre alt gewesen das Buch meines Lebens war schon vor meiner Geburt geschrieben wenn du in Cheathambridge geboren bist und Danny Doyle heißt entkommst du deinem Schicksal nicht ich dachte man hätte immer die Wahl neckte sie ihn ein Aufblitzen erhellte seinen Blick und ein offenes Lächeln machte seinen Gesichtsausdruck geradezu sympathisch schwer vorstellbar dass dies derselbe Mann war der einen Monat zuvor einem Ukrainer mit einer Machete Hände und Füße abgeschlagen hatte weil dieser versuchte ihn auszutricksen sie wusste dass es in jedem Menschen Gutes und Schlechtes gab und dass manche aus freiem Willen oder gezwungenermaßen den schlimmsten Teil ihrer selbst kultivierten in diesem Augenblick fragte sie sich was wohl aus Daniel geworden wäre wenn er die gute Seite seiner Persönlichkeit entwickelt hätte statt den schwierigen Weg einer Flucht nach vorn zu wählen deren Ausgang zwangsläufig verhängnisvoll war für einige Sekunden schien die Zeit stehen zu bleiben jene wenigen Sekunden der Gunst in denen sie beide wieder 15 Jahre alt waren und sich zulächelten in denen Daniel nie jemanden getötet hatte in denen sie nicht Polizistin war in denen Alice nicht verschwunden war die wenigen Sekunden in denen das Leben noch voller Verheißungen war zwei oder drei Sekunden dann kam einer seiner Männer auf die Terrasse und zerstörte den gefährlichen Charme des Augenblicks wir müssen los Chef sonst verpassen wir den Jamaikaner ich komme gleich zum Auto Daniel trank sein Glas aus und erhob sich du kannst dich darauf verlassen dass ich dir helfe Maddy aber es ist vielleicht das letzte Mal dass wir uns sehen warum weil ich bald sterben werde sie zuckte mit den Achseln das sagst du schon seit Jahren Doyle rieb sich erschöpft die Augen diesmal sind alle hinter mir her die russen die albaner die amerikanische finanzbehörde die neue generation hier im viertel die nichts mehr respektiert du wusstest doch immer dass es so enden würde oder früher oder später entgegnete er und gab ihr ihre waffe zurück dann sah sie ein letztes Mal an und die Worte kamen spontan über seine Lippen unser erster Kuss ich denke noch oft daran sie sinkte die Augen das ist schon über 20 Jahre her Daniel stimmt aber du sollst wissen dass mich diese Erinnerung immer begleitet nicht bereue sie erhob erneut den Blick es war schwierig das zu hören und zu zu lassen es hatte auch etwas beängstigendes aber so war nun mal die Welt weder weiß noch schwarz und die Ehrlichkeit trieb sie dazu zu sagen ich auch nicht Daniel nein ich bereue es auch nicht in der Woche nach dem Treffen von Madeleine und Doyle meldeten sich spontan neue Zeugen auf dem Revier deren Aussage zu einer Wiederaufnahme der Suche nach dem weißen Lieferwagen führte mindestens drei Personen behaupteten ein blondes Mädchen von etwa 15 Jahren in einem Kombi gesehen zu haben wie er oft von Handwerkern gefahren wurde Dank Dank dieser Aussagen wurde das Phantombild eines Mannes albanischen Typus von N30 erstellt das mit Genehmigung des Staatsanwalts vom Crown Prosecution Service verbreitet wurde heimlich richtete Doyle eine Internetseite www.alicedixon.com zur Unterstützung einer Vereinigung ein die Geld sammelte um hunderte von Aushangtafeln mit dem Foto von Alice in englischen Bahnhöfen Bushaltestellen und Einkaufszentren zu finanzieren Am 21. März wurden anlässlich des Sechs-Nationen-Turniers in Twickenham 82.000 Suchmeldungen an die Zuschauer des Rugby-Spiels England-Schottland verteilt ebenso beim Viertelfinale der Champions League Manchester United gegen FC Porto Alice Portrait wurde vor 70.000 Menschen die im Stadion waren und mehreren hundert Millionen Fernsehzuschauern für eine Minute auf dem Riesenbildschirm von Old Trafford eingeblendet Ab diesem Moment trafen noch mehr Zeugenaussagen ein Natürlich gab es etliche Anrufe von Verrückten doch auch zahlreiche neue Spuren Ein Arzt versicherte Alice am Tag ihres Verschwindens im Eurostar nach Brüssel gesehen zu haben eine Prostituierte gab an mit ihr in dem für seine Sexshops Piepshows und Schaufenstermädchen bekannten Rotlichtviertel von Amsterdam gearbeitet zu haben Ein Ein Junkie schwor sich in Soho ein Heroin Fix mit ihr geteilt zu haben Ein Lastwagen Fahrer war sicher sie in einem schwarzen Mercedes auf einem Autobahn Rastplatz in Polen gesehen zu haben Ein Tourist schickte der Polizei aus einem thailändischen Luxushotel ein Foto von einem Mädchen am Pool das Alice zum Verwechseln ähnlich sah Sie befand sich in Begleitung eines älteren Herren Das Bild wurde im Internet veröffentlicht und von den Morphologie Experten untersucht Doch dann wurde die Spur offiziell für falsch erklärt Am 12. April fand man im dritten Untergeschoss des Parkhauses Mossside die Leiche von Liam Kilroy der mit einem Baseball Schläger zu Tode geprügelt worden war Der Mann war bekannt weil er zu Danny Dab Doyles Truppe gehört hatte Dieser Mord nicht gelegen denn Liam war auch ihr Spitzel und ihr wichtigster Mann bei den Bemühungen gewesen den Paten von Manchester möglichst schnell zu Fall zu bringen In dieser Nacht fand Madeleine keinen Schlaf Am 15. Juni wurde im Polizeirevier von Cheatham Bridge ein seltsames Paket abgeliefert Es war an die Hauptkommissarin Madeleine Green zuständig für den Fall Alice Dixon adressiert Darin befand sich ein Plastikbehälter wie man ihn für ein Picknick benutzt Madeleine öffnete die Dose Sie war mit Zerstoßen im Eis gefüllt Mit der Hand schob sie die winzigen Splitter beiseite Oben waren sie weiß Doch je tiefer sie vordrang desto mehr färbten sie sich rot Als ihr klar wurde dass es sich um Blut handelte begann ihr Herz zu rasen Sie versuchte nicht in Panik zu geraten und hielt eine Weile inne ehe sie ihre Erkundung fortsetzte Auf dem Grund des Behälters lag ein blutiges halbgefrorenes Stück Fleisch das sie angewidert betrachtete Ein grob herausgeschnittenes Herz Ein menschliches Herz Das Herz von Alice Diesmal hatte das Labor in Birmingham genügend Material und benötigte nur wenige Stunden um zu bestätigen dass die DNA der untersuchten Proben des tiefgefrorenen Herzens mit der von Alice Haaren übereinstimmte Es gab keinen Zweifel mehr Alice war tot An diesem Tag zerbrach etwas in Madeleine Wie eine Schlafwandlerin ging sie nach Hause trank mehrere Whisky und nahm zwei Schlaftabletten Weder am nächsten noch an den folgenden Tagen erschien sie zur Arbeit Drei Wochen blieb sie wie gelähmt in versunken in einer Art Lethargie abhängig von Alkohol und Medikamenten Die Realität war ihr unerträglich geworden Nichts war mehr von Bedeutung Nicht einmal mehr den Verrückten zu schnappen der dieses Verbrechen auf dem Gewissen hatte Sie war hilflos Unfähig an die Zukunft zu denken und bereit ihrem Leben ein Ende zu setzen Am 19. Juni teilte die Sun mit Eine Produktionsfirma habe Kontakt aufgenommen und dieser für die Rechte zur Verfilmung der Entführung ihrer Tochter und den Mord an ihr eine Anzahlung von 50.000 Pfund Sterling angeboten Am 26. Juni nahm die Polizei von Merseyside bei einer Routinekontrolle einen gewissen Harold Bishop fest In betrunkenem Zustand transportierte der Mann hinten in seinem Lieferwagen blutbefleckte Werkzeuge Er behauptete zunächst ein Wildschwein zerlegt Doch seine Aussage war unglaubhaft und erregte Verdacht Der Mann wurde festgenommen und in dem kleinen Revier von Prescott in eine Ausnüchterungszelle gesteckt Als sie ihn in Polizeigewahrsam nahmen ahnten die wachhabenden Beamten nicht dass sie den Mann vor sich hatten den die Presse seit Jahren den schlechter von Liverpool nannte Während der Verhöre gestand Bishop in den Jahren 2001 bis 2009 über 20 Morde an jungen Frauen oder Mädchen und ebenso viele Vergewaltigungen begangen zu haben etliche der seit Jahren unaufgeklärten Mordfälle oder Entführungen waren plötzlich gelöst Bishops Geständnis dauerte die ganze Nacht am Morgen beschuldigte er sich als letztes auch des Mordes an Alice Dixon er behauptete ihre Leiche in den Mersey geworfen zu haben nachdem er das Herz an die Polizei von Manchester geschickt hätte wochenlang machte die Sache Schlagzeilen Bishop wurde immer wieder verhört da er aber ein schlechtes Gedächtnis hatte verwechselte er auf die Daten und der Ablauf bestimmter Verbrechen blieb unklar bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei Überreste von so vielen menschlichen Leichen dass eine eindeutige Identifizierung nicht immer möglich war am 7. Juli befestigte Madeleine eine Wäscheleine am Deckenbalken ihrer Wohnung die Sache musste ein Ende haben mit einem Rest Whisky schluckte sie sämtliche Medikamente die sie zur Hand hatte vor allem Schlafmittel und Angstlöser dann stieg sie auf einen Stuhl und knüpfte eine Schlinge in das Seil legte sie um ihren Hals und zog sie zu die Sache musste ein Ende haben seit einem Monat quälten sie Horrorvisionen unerträgliche Bilder die sie um den Schlaf brachten Bilder der Gräuel die Alice durchgemacht hatte die Sache musste ein Ende haben die Sache musste ein Ende haben also sprang sie San Francisco Montagmorgen der Montagmorgen brach über Telegraph Hill an die ersten Sonnenstrahlen spiegelten sich im Chrom des Kühlschranks und erhellten die dämmerige Küche geblendet fuhr sich Jonathan mit der Hand übers Gesicht schon morgen erschöpft von der schlaflosen Nacht die er vor dem Computer verbracht hatte rieb er seine Augen sie brannten seine Ohren summten und sein Kopf war voller grässlicher Bilder er früstelte das Phantom von Alice begleitet von Madelines Schatten schwebte noch im Raum in seinem Kopf wirbelte alles durcheinander die mörderische Bestialität des Schlechtes von Liverpool das Elend in Sheetham Bridge das zerstörerische Crack der zwiespältige Charakter von Danny Doyle Blut Tränen Tod Trotz seines Abscheus hatte er im Grunde nur einen Wunsch sich wieder an den Computer zu setzen und die wenigen noch ungeöffneten Dokumente zu studieren aber Charlie würde bald aufstehen bevor er ihm Frühstück machte musste er unbedingt duschen um sich von diesem Wahnsinn rein zu Avenue Victor Hugo ab sie nahm den Helm ab schüttelte ihr Haar aus und öffnete die Tür zum Aiglon einem kleinen eher volkstümlichen Bistro das nicht so recht in dieses schicke Viertel passte sie setzte sich an den ersten Tisch direkt neben dem Fenster von hier aus hatte sie einen ausgezeichneten Blick auf das Café Fon Fon Georges Latulippes Restaurant auf der anderen Straßenseite sie bestellte einen Tee und ein Croissant zog ihren Laptop aus dem Rucksack und was habe ich hier zu suchen diese ganz offensichtlich von ihrer anderen Gehirnhälfte gestellte Frage brachte sie aus der Fassung warum verließ sie die ruhigen Bahnen ihres neuen Lebens ihr Platz war in ihrem Geschäft bei Takumi und ihren Kunden nicht auf diesem Observierungsposten um einen Mann auszuspionieren den sie gar nicht kannte du bist nicht mehr bei der Polizei redete sie sich immer wieder ein aber konnte man sich von einem Beruf wie diesem jemals befreien sie beschloss für einige Minuten die vernünftige Seite ihrer Persönlichkeit auszuschalten und zog den Artikel aus der Tasche den sie in der Boulevard Presse über Georges und Francesca gefunden hatte streng deine grauen Zellen an befall sie sich wieder sah sie sich die Fotos an unfehlbare Beweise für Francescas Ehebruch irgendetwas stimmte an der Sache nicht sie wirkten zu künstlerisch als ehemaliges Manneken hatte Francesca einen sechsten Sinn für die richtige Pose und das Spiel mit dem Licht obwohl diese Fotos eigentlich das Werk eines Paparazzo sein sollten war Madeleine davon überzeugt dass sie keinesfalls heimlich aufgenommen sich um eine sorgfältige Inszenierung handelte aber von wem und warum sie lockte sich ins Internet ein und fand sofort die Telefonnummer des Café Fanfan sie rief an und bat darum mit dem Chef verbunden zu werden doch man erklärte ihr Monsieur La Tulipe würde nicht vor 11 Uhr kommen sie nutzte die Zeit um einige Recherchen durchzuführen die Seite entsprach dem Restaurant modern und Luxuriös bei genauerem Hinsehen stellte sie fest dass es der Luxushotelkette Wynn Entertainment gehörte die Gruppe die sämtliche Aktiva von Lampereur aufgekauft hatte Auf Auf der Karte die Preise waren schwindelerregend entdeckte sie bestimmte Gerichte die Jonathan Ruf ausgemacht hatten Georges hatte ihm also nicht nur seine Frau geklaut sondern auch seine berühmtesten Rezepte Schweinerei Brasilien war das Bild von Francesca und Georges am 28 Dezember 2009 am Strand von Nassau auf den Bahamas entstanden aber die Malediven und die Bahamas lagen mindestens 15.000 Kilometer voneinander entfernt auf der entgegengesetzten Erdhalbkugel Es war sicher möglich sich per Flugzeug in weniger als zwei Tagen von einem Ort zum anderen zu begeben wegen des häufigen Umsteigens aber eher schwierig Überzeugt davon etwas gefunden zu haben vertiefte sie sich in ihre Recherchen Beim Durchblättern der Seiten stellte sie fest dass La Tulips Reisen nie kürzer als eine Woche gewesen waren Das schien logisch wenn man sich Trip auf die Malediven hatte hingegen nur zwei Tage gedauert Alles deutete also darauf hin dass Georges seinen Aufenthalt abrupt abgebrochen hatte um zu Francesca zu fliegen Madeleine spürte ein Prickeln im Bauch dieses köstliche und zugleich beängstigende Gefühl das sich einstellte wenn sie bei einer Ermittlung auf die erste Spur stieß Du bist keine Polizistin mehr wiederholte die innere Stimme Doch sie beschloss nicht auf sie zu hören und trat zufrieden mit ihrer Entdeckung auf den Bürgersteig um eine Zigarette zu rauchen Hallo Papa Morgen mein Junge Jonathan hob Charlie hoch um ihm einen Kuss zu geben und auf einen der Barocker zu setzen Das Kind rieb sich die Augen und beugte den Kopf über seinen Becher mit heißer Schokolade Charlie fragte ob er einen Zeichentrick Film ansehen dürfe An diesem Morgen hatte Jonathan allen Grund ihm seine Mattscheiben Kritik zu ersparen Natürlich Liebling antwortete er und schaltete den Apparat sogar selbst ein Charlie rückte näher und Jonathan nutzte die Zeit in der sein Sohn in die Abenteuer von Bob der Schwamm vertieft war um sich an seinen Computer zu setzen und weiter die Akte Dixon zu studieren Unter den Dateien die er noch nicht geöffnet hatte befand sich auch ein komprimiertes Video Nachdem er seinen Kopfhörer war nicht gerade von guter Qualität vermutlich war es mit einem Handy oder einer Digitalkamera älteren Datums aufgenommen worden doch der Ton war einigermaßen verständlich im Vordergrund sah man Madeleine mit geschlossenen Augen in einem Krankenhausbett sie schien noch im Koma zu liegen oder zumindest fest zu schlafen dann stellte derjenige der die Kamera hielt diese auf dem Nachtkästchen ab und trat selbst ins Bild es war ein männlicher dunkelhaariger Typ mit kantigem Gesicht und finsterem müden Blick diesmal schaffst du es Medi begann er mit tonloser Stimme Jonathan begriff sofort dass es sich um Danny Doyle handelte der Porsche Panamera hielt um kurz nach halb zwölf vor dem Restaurant Georges Latulippe stieg aus und reichte dem Valet die Autoschlüssel hinter ihrem Bistrofenster musterte Madeleine ihn mit zusammengekniffenen Augen er war zwar älter als auf den Fotos aber immer noch attraktiv elegante Kleidung athletische Figur schläfen leicht silbergrau sie hatte beschlossen sich Zeit zu lassen um ihn eingehend zu beobachten angesichts der Uhrzeit zu der in sein Restaurant kam war zu vermuten dass er sich mehr um die Public Relation als um seinen Herd kümmerte sie war also sicher dass er sich nach dem Mittag Essen nicht lange aufhalten würde je später es wurde desto mehr füllte sich das Eglon in dem sie ihr Quartier aufgeschlagen hatte der Wirt fragte ob sie etwas essen wolle und sie bejahte um ihren guten Beobachtungsposten nicht zu verlieren sie bestellte das Tagesgericht Wurst aus Toulouse mit Thymian und karamellisierten Zwiebeln sie hatte zu haben doch die alten Reflexe kehrten zurück was wollte sie sich beweisen dass sie ihren Instinkt nicht eingebüßt hatte dass sie noch in der Lage war ein Geheimnis zu entschlüsseln die Sache erregte sie machte ihr aber gleichzeitig Angst seit über zwei Jahren setzte sie alles daran ihre Vergangenheit zu vergessen von der sie heute wie es schien viel zu schnell wieder eingeholt wurde bei der Erinnerung stiegen ihr plötzlich die Tränen in die Augen den Kummer fernhalten nur nicht an Alice denken ihr letzter Fall hatte sie in den Abgrund gestürzt nach zweitägigem Koma war sie im Krankenhaus aufgewacht als sie die Augen aufschlug hielt sie ihr Handy in der Hand noch leicht benommen betrachtete sie das Display ohne zu verstehen auf dem Nachtkästchen lag neben einem schlichten Pfeilchen Strauß ein Umschlag aus dem sie eine Visitenkarte zog wir haben alle die Wahl pass auf dich auf Daniel sie wandte sich wieder dem Handy zu und stellte fest dass jemand damit gefilmt hatte als sie die Wiedergabetaste drückte sah sie Dannys Gesicht auf dem Display nie zuvor hatte sie ihn so erschöpft gesehen diesmal schaffst du es Maddie begann er mit tonloser Stimme diesmal schaffst du es Maddie aber das wird nicht immer so sein ich kenne die Bullen sie unterscheiden sich nicht wesentlich von Typen wie mir ich weiß dass die meisten im Endeffekt denselben Weg einschlagen den der in die Finsternis führt zu Gewalt Leid Obsession und Tod ich weiß dass du mit deiner Knarre schläfst ich weiß dass du von Angst beherrscht bist ich weiß deine Entschlossenheit aber auch deine dunkle Seite die hattest du schon als Jugendliche und deine Arbeit hat sie noch verstärkt aber sie hat dich auch in eine lebende tote verwandelt du hast deine Reinheit deine frische und dein Licht verloren das einzige was dich jetzt noch motiviert ist die Jagd im Grunde unterscheidest du dich nicht wesentlich von der Mutter dieses Mädchens die von ihrer Crackpfeife abhängig ist du bist ein Aasgeier geworden eine Süchtige die ihre Jagd und Verhaftungen braucht um ihren Adrenalinstoß zu bekommen das ist dein Shoot dein Fix dein Flash damit betäubst du dich und daran wirst du krepieren Danny unterbrach sich schien nach Worten zu suchen du hast den Drang die Wahrheit aufzudecken aber dieses Streben nach dem absoluten frisst dich auf Leben Ermittlungen und Kriminelle die eingesperrt werden müssen und jedes Mal wird deine Melancholie Einsamkeit und Verlorenheit wachsen du willst das böse jagen aber dem bösen ist das völlig egal es wird dich zerstören und du wirst ganz allein zurück bleiben das ist alles am Ende siegt immer das böse glaube mir du gehst am Leben vorbei Maddie du musst dich aus dieser Spirale zurückgibt ich will nicht dass du zerstört wirst verschwinde aus diesem viertel Maddie verschwinde aus dieser verfluchten Stadt erfüll dir deinen Traum und geh nach Paris eröffne diesen Blumenladen von dem du schon so lange sprichst lass es nicht ewig ein Wunschbild bleiben du hattest sogar schon einen Namen gefunden ich erinnere mich wie war der noch ich glaube wie der Titel eines alten französischen chansons le jardin extraordinaire der Satz blieb in der Schwebe Danny öffnete den Knopf seines Hemdkragens wandte den Blick vom Objektiv ab und rieb sich die Augen suchte nach Worten streckte die Hand nach dem Handy aus um es aus zu schalten besann sich dann aber anders er wirkte wie ein Mensch in einer verzweifelten Lage eine Träne der Erschöpfung ran über seine Wange ungeschickt mit einer fast kindlichen Geste wischte er sie weg Danny hatte bestimmt in seinem Leben nicht viel geweint zum Schluss murmelte er nur ich liebe dich dann verwackelte und verschwamm das Bild Madeleine begriff instinktiv dass Danny tot war von ihrem Krankenbett aus betrachtete sie den Pfeilchen Strauß und dann wieder die Visiten Karte als sie sie umdrehte entdeckte sie eine Ziffernfolge eine Telefonnummer die sie sofort wählte es war die einer Schweizer Bank sie gab ihren Namen an und man teilte ihr mit dass für sie ein Konto eröffnet worden sei auf dem 300.000 Euro deponiert waren das Bild das Bild lieferte lieferte Google lieferte ihm fast augenblicklich eine Antwort makabre entdeckung am stadtrand von manchester der artikel stammte vom 10. juli 2009 ein oder zwei tage nach der aufnahme des videos der journalist erklärte die leiche des unterwelt paten danny dub doyle sei in einem grässlichen zustand aufgefunden worden hände und füße waren abgehakt und sämtliche zähne mit einer zange herausgerissen entdeckung jagte Jonathan eine schauer über den rücken es blieb nur ein einziges dokument eine jpeg datei die er noch nicht geöffnet hatte er ließ den cursor über den bildschirm gleiten klickte das foto an und das blut gefrohr ihm in den adern gegen 14 uhr verließ Georges Latulip das restaurant um ihn nicht aus den Augen zu verlieren sprang Madeleine auf ihr kurz vor einer luxuriösen Immobilienagentur unweit der Champs-Élysée hielt die junge Frau im Minirock sicherlich eine Angestellte die zu ihm ins Auto stieg küßte ihn leidenschaftlich groß blond und von slavischem Charme war sie aufreizend und doch distinguiert genug um vornehmen interessenten Wohnungen für drei oder vier Millionen Euro zu verkaufen der Wagen fuhr ins linke Seinenufer und parkte Hand in Hand lief der Spa bis zur Rue de la Bay und verschwand in einer Hoftür Madeleine musste gut zwanzig Minuten warten bis eine alte Dame das Haus betrat sie schlüpfte hinter ihr durch die Tür und nahm die Briefkästen in Augenschein auf einem stand der Name La Tulipe Georges führte ganz offensichtlich ein luxuriöses Leben schickes Auto junge Geliebte Wohnung in Saint-Germain-Depret nicht schlecht für einen ehemaligen Hotdog-Verkäufer das erotische Intermezzo dauerte nicht lange eine gute Viertelstunde später war das Paar schon wieder auf der Straße mit raschem Schritt liefen sie zum Parkplatz und La Tulipe brachte seine Freundin zurück zur Arbeit ohne zu bemerken dass ihm jemand folgte fuhr er ins Ternviertel und parkte im Hof eines imposanten Bürgerhauses Madeleine lenkte ihre Maschine auf den Bürgersteig und bremste vor dem Messingschild auf dem in großen Lettern Delillo Foundation prangte sie packte in der Nähe und kam zu Fuß zurück und nahm an einem Tisch des berühmten Pariser Teehauses Mariage Frère Platz das auf der anderen Straßenseite lag automatisch holte sie ihren Laptop heraus und lockte sich ins Internet ein ihre Recherche über die Delillo Foundation ergab dass Frank Delillo Francescas Vater die Organisation einige Jahre vor seinem Tod gegründet hatte sie vergab Stipendien an herausragende aber mittellose Studenten die Stiftung eine der großzügigsten der Welt hatte ihren Sitz in New York und eine Zweigstelle in Paris und deren Leiter war Georges Latulipe nachdenklich Georges Georges Latulipes Geheimnis zu ergründen das auch da war sie sich ganz sicher das Geheimnis um die Trennung von Francesca und Jonathan erhellen würde Es war schon dunkel als Georges das Gebäude der Delillo Foundation verließ Inzwischen hatte Madeleine Zeit gehabt verschiedene Teesorten zu probieren Sie bezahlte rasch die hohe Rechnung und erreichte ihr Motorrad in dem Moment als der Porsche auf den Boulevard de Courcel schoss Sie sprang auf ihre Maschine und gab Gas Doch als sie die Place d'Etern erreicht hatte war der Panamera verschwunden Logischerweise müsste Latulipe zum Abendservice in sein Restaurant fahren Richtig Sie holte den Wagen am Kreisverkehr der Place de l'Etoile ein und wieder spürte sie den Nervenkitzel Sie musste Georges Latulips Geheimnis lüften seine Wohnung durchsuchen ihn verhören damit er alles gestand ihn Stopp du bist keine Polizistin mehr rief ihr ihre innere Stimme zu und natürlich war es wesentlich schwieriger Ermittlungen ohne die Dienstmarke durchzuführen Sie konnte ihn weder aufs Revier vorladen noch eine lassen Lass dir was einfallen jetzt Als die Ampel auf grün sprang gab sie Gas und befand sich auf der Höhe des Porsches Als der Panamera das Tempo verringerte überholte ihn Madeleine und bremste scharf vor ihm sodass das Hinterrad blockierte Die Stoßstange prallte gegen das Motorrad als dieses zu Boden ging Madeleine wurde von der Maschine geschleudert die über die Fahrbahn glitt und an einem Laternenpfahl endete Die junge Frau rollte über den Asphalt Sie schlug zwar mit dem Kopf auf den Boden war aber durch den Integralhelm gut geschützt und wegen der geringen Geschwindigkeit war der Aufprall nicht hart Mit quietschenden Reifen kam der Panamera zum Stehen La Tulipe sprang aus seinem Luxusschlitten und eilte zu Madeleine Es tut mir leid aber sie haben mich regelrecht geschnitten Madeleine nahm das Ausmaß des Schadens zur Kenntnis Ihr Lederbluson war abgeschabt Ihre Jeans zerrissen Hände und Unterarme waren aufgeschürft Ihr war nichts Ernsthaftes passiert Ich rufe einen Krankenwagen rief La Tulipe und zückte sein Handy Ich glaube das ist nicht nötig versicherte Madeleine und nahm ihren Helm ab Sie schüttelte ihr Haar aus und bedachte ihn mit einem bezaubernden Lächeln Ein Schimmer des Verlangens blitzte in seinen Augen auf Sein Jagdinstinkt war geweckt Als sie seine Hand ergriff die er reichte um ihr aufzuhelfen wusste Madeleine dass es ihr gelungen war einen Fuß in die Tür zu setzen Das war die Phase Nummer eins Den Feind infiltrieren Jonathan öffnete die letzte Datei Auf dem Bildschirm erschien die vermissten Anzeige von Alice Dixon die in ganz England plakatiert worden war In der Mitte war das Foto eines etwa 15 jährigen Mädchens mit blondem glattem Haar einem traurigen Lächeln und sehr blasser sommersprossiger Haut zu sehen Bei der Sichtung der verschiedenen Dokumente zum Fall Dixon hatte sich Jonathan vor allem auf Madeleines persönliche Aufzeichnungen und die offiziellen Unterlagen der Ermittlungen konzentriert Dies war das erste Foto von Alice das er sich genauer ansah Als es auf seinem Bildschirm erschien verschluck es ihm den Atem Unbehagen überkam ihn Dann traf sein Blick auf den von Alice und sein Magen krampfte sich zusammen Er kannte dieses Mädchen Er war ihr begegnet Er hatte mit ihr gesprochen Vor Schreck wie gelähmt kleppte er seinen Laptop zu Sein Herz begann zu rasen Seine Hände zitterten Um wieder zur Ruhe zu kommen holte er tief Luft doch es half nichts die Erinnerung an eine Begegnung die in seinem Bewusstsein eine unauslöschliche Spur hinterlassen hatte drängte mit Macht an die Oberfläche er versuchte sie zu unterdrücken doch er war zu erschüttert und hatte das Gefühl vor Angst zu vergehen er musste sich Klarheit verschaffen Montag 19. Dezember 22.30 Zwei Blocks von der Grace Cathedral entfernt stieg Jonathan aus dem Cablecar die Stadt war in weißem Nebel gehüllt der die Geräusche erstickte und einen mysteriösen Schleier über die Straßen legte er verließ die Powell Street und erreichte nach einigen hundert Metern das Lennox Hospital ich habe einen Termin bei Dr. Morales erklärte er am Empfang man bat ihn in der Halle zu warten er ließ sich auf eines der Sofas fallen und zog ein Blatt Papier mit dem Foto von Alice aus der Tasche das Gesicht des Mädchens hatte ihm den ganzen Tag über keine Ruhe gelassen er hatte alles versucht um die Erinnerung zu verdrängen und sich einzureden dass er sich täuschte doch es half nichts als er Alice Dixon begegnet war hatte sie dunkles Haar gehabt und behauptet ihr Name sei Alice Kowalski sie trug denselben rosafarbenen Pullover und der Ausdruck ihrer Augen war ebenso verletzt guten Abend Jonathan guten Abend Anna Lucia erwiderte er und hob den Blick zu der hübschen jungen Frau mit der dunklen Haut und dem tief schwarzen Haar Dr. Morales strahlte eine schlichte Eleganz aus sie war nicht sehr groß und trug ihren Arztkittel offen über ihre taillierten Bluse die ihre schlanke Figur vorteilhaft zur Geltung brachte kommst du mit in mein Büro mit entschlossenem Schritt folgte er ihr in den Aufzug wir haben uns lange nicht gesehen meinte Anna Lucia und drückte auf den Knopf zur sechsten Etage etwas mehr als ein Jahr stimmte eigen er hatte Anna Lucia in seinen ersten Monaten in San Francisco kennengelernt eine schwierige Zeit in seinem Leben die Psychiaterin war ihm von Elliot Cooper einem Chirurgen des Krankenhauses empfohlen worden dieser hatte sein Restaurant regelmäßig besucht und die beiden waren schließlich Freunde geworden sie ist zwar nicht in der Lage das Chaos in ihrem eigenen Leben zu regeln aber anderen hilft sie sehr gut auch wenn sie für meinen Geschmack etwas zu hübsch für eine Psychiaterin ist hatte ihn der alte Arzt gewarnt Jonathan hatte einige Sitzungen bei ihr absolviert und sich ihr ein wenig anvertraut dann war er nur noch gekommen um sich angstlöser verschreiben zu lassen und schließlich gar nicht mehr mehrere Wochen nach seiner letzten Sitzung war er Anna Lucia eines abends zufällig in einer Bar in North Beach begegnet Jonathan war noch immer nicht über den Verlust seiner Ex-Frau hinweg gekommen und Anna Lucia war gerade von ihrer großen Liebe einem dominanten und egoistischen Börsenmakler verlassen worden sie hatten ein paar Bier getrunken schließlich geflirtet und waren im Begriff gewesen eine Dummheit zu begehen es scheint dir nicht besonders gut zu gehen sagte Anna Lucia es gibt bessere Tage gestand er ich möchte dich um etwas bitten wenn ich mich recht entsinne hast du unsere Sitzungen aufgenommen oder ja aber es waren so wenige dass man sie an einer Hand abzählen kann erwiderte sie und gab Jonathan Namen in den Computer an als sie seine Akte gefunden hatte fügte sie hinzu es waren genau drei kannst du mir die Aufnahmen zukommen lassen natürlich ich schicke sie dir sofort per E-Mail das gehört zur Therapie brauchst du sonst noch etwas nein danke alles okay versicherte er und erhob sich wie du meinst Anna Lucia stand ebenfalls auf zog ihren Kittel aus und hängte ihn an die Garderobe mein Dienst ist zu Ende soll ich dich mitnehmen schlug sie vor ja gerne er folgte ihr in die Parkgarage zu einem nagelneuen Audi Spider wie viele Sprechstunden hältst du pro Woche ab um dir ein solches Auto leisten zu können es ist nicht meines erwiderte sie ausweichend und ließ den Motor an verstehe dein Börsentyp ist zurück gekommen deine Frau nicht Jonathan der die Frage als absurd empfand zog du nur mit den Schultern nachdenklich fuhr sie die Grand Avenue hinauf nach einer Weile brach sie das Schweigen du bist wie die meisten Jonathan ständig in deinen dunklen Zonen verloren es wird dir erst dann wirklich besser gehen wenn du dich von der Last deiner Phantome befreit hast die Phantome dürften nicht also schwer sein scherzte er aber die Ketten die sie mitschleifen wiegen Tonnen die restliche Fahrt dachte er über diese Antwort nach bis sie ihn auf der Höhe von Telegraph Hill absetzte und was ist mit dir geht es dir besser fragte er und öffnete die Wagentür nein aber das ist ein anderes Problem aber gut ich will nicht weiter insistieren sie deutete ein lächeln an und fuhr den lichtern der stadt entgegen erleichtert zu hause zu sein öffnete jonathan die haustür marcus war auf dem sofa vor einer alten star trek folge eingeschlafen schaltete den fernseher aus und warf einen blick in charlis zimmer um zu sehen ob alles in ordnung war der junge war über seinen tablet pc eingenickt verärgert stellte jonathan den apparat aus bevor er überprüfte ob anna lucias mail angekommen war es gab tatsächlich drei mp3 dateien die den drei sitzungen entsprachen die er bei ihr absolviert hatte er wußte genau was er suchte der ausschnitt den er sich anhören wollte war am anfang der zweiten sitzung er setzte seinen kopfhörer auf schaltete das licht aus machte es sich auf dem sofa bequem und hörte sich die aufzeichnung an in den ersten minuten vernahm man vor allem anna lucias unglaublich beruhigende stimme die leichten hypnose ähnelte dann kam sie zum thema letztes mal haben sie mir die schlimmste woche ihres lebens beschrieben die wenigen tage in denen sie ihre frau und ihre arbeit verloren haben und noch dazu erfuhren sie vom tod ihres vaters mit dem sie seit 15 jahren nicht mehr gesprochen haben sie haben gesagt sie hätten lange gezögert zu seiner beerdigung zu fahren aber schließlich nach längerem schweigen begann Jonathan sein bekenntnis wegen seines medienträchtigen berufs war er an fernsehaufzeichnungen und interviews gewöhnt doch seit zwei jahren hatte er sich nicht mehr selbst sprechen gehört es war seltsam wie sehr seine stimme und seine intonation zu jener zeit seine emotionen und sein leid verraten hatten ich bin am späten nachmittag des 31. dezember in paris angekommen es herrschte in ganz frankreich ein eiskalter winter eine woche zuvor hat es geschneit und in manchen vierteln wirkte die hauptstadt noch immer wie eine skistation paris zwei jahre zuvor am 31. dezember 2009 ich hätte am flughafen ein auto gemietet eine komfortable deutsche limousine die mich so hieß es sicher an mein ziel bringen würde ich hätte auch nach toulouse fliegen können doch wegen der festtage war die beerdigung meines vaters auf den 2. januar verlegt worden und die vorstellung die jahreswende bei meiner schwester und ihrem mann zu verbringen war mir ein graus ich beschloss also erst am vorabend mit dem wagen von paris nach oche zu fahren wo die beisetzung stattfinden würde erklärt nach nach mehreren anrufen fand ich schließlich eine bescheidene bleibe in einem weniger schicken viertel mein zimmer war tatsächlich bescheiden spartanisch wäre der treffendere ausdruck gewesen vor allem war es eisig kalt ich versuchte die heizung höher zu stellen doch das änderte so gut wie nichts es war fünf uhr nachmittags und bereits dunkel ich setzte mich auf das bett mein sohn fehlte mir meine frau fehlte mir mein leben fehlte mir innerhalb einer woche hatte ich alles verloren vor wenigen tagen lebte ich noch mit meiner familie in einem loft im tribecker führte ein firmen imperium hatte eine black card und erhielt 30 interview anfragen pro woche heute abend war mir zum heulen zumute und ich bereitete mich darauf hohe silvester in der einsamkeit eines schäbigen zimmers zu verbringen ich verließ das hotel und stieg in meinen wagen am fahren gab ich eine adresse in das navigationsgerät ein rue maxime gorky in auldne sub auf dem beifahrersitz stapelten sich die französischen und amerikanischen zeitungen die ich am flughafen gekauft hatte die französische presse die mich in den letzten jahren oft ignoriert hatte überschlug sich jetzt förmlich vor eifer l'empereur der entthronte imperator l'empereur am ende der tiefe fall von l'empereur das war das spiel der medien und ich war darauf vorbereitet trotzdem trafen mich diese schlagzeilen mit der wucht von faust heben es wollte mir nicht einmal mehr gelingen mir einzureden dass ich wieder fuß fassen würde was konnte ich außer koch rezepte erfinden nichts oder nur wenig als ich französischer verlor hatte ich auch die energie verloren die mich vorantrieb den auslöser der aus dem gewöhnlichen sternekoch den chef der weltbesten tafel gemacht hatte es gab 25 drei sterne restaurants in frankreich und etwa 80 auf der ganzen welt doch keines darunter mit einer warteliste von über einem jahr das war mein zuhause und ich wußte dass ich es allein francesca zu verdanken hatte denn was mich zum funktionieren brachte war diese liebe die leidenschaft das ständige bedürfnis sie zu betören ich war francesca mit 31 jahren begegnet doch ich suchte sie schon als ich noch schüler gewesen war 15 jahre in denen ich hoffte dass auf der welt eine frau wie sie existiert eine frau so schön wie catherine ceter jones mit dem verstand einer simone de beauvoir eine frau mit zehn stiletto paaren die aber in der lage ist den einfluss von heidens musik auf das werk von beethoven oder die wirkung des zufalls in der malkunst von pierre soulage zu erläutern wenn francesca einen raum betrat zog sie die blicke magisch auf sich die frauen wünschten sich sie zur besten freundin automatisch zwingend unvermeidlich wir lebten unsere jahre der liebe in dieser verzehrenden glut und außergewöhnlichen aufgabenteilung ich hatte den namen und den ruf sie den glamour und die anziehungskraft unsere liebe hielt zehn jahre in diesem prekären gleichgewicht ich nahm die autobahn und hatte olney nach zwanzig minuten erreicht ich fand problemlos einen parkplatz in der rue maxime gorky ganz in der nähe des hauses in dem christophe salvert wohnte hier ist jonathan meldete ich mich über die sprechanlage jonathan wer jonathan lempereur dein cousin salvert war der sohn der schwester meiner mutter wir hatten uns noch nie gesehen bis er sich vor drei jahren in new york telefonisch bei mir meldete er verbrachte seinen urlaub in big apple und war nach einer schlägerei in einer bar von der polizei festgenommen worden erkannte niemanden in manhätten und war völlig abgebrannt aus familienbedingtem mitgefühl hatte ich seine kaution bezahlt und ihn für zwei wochen in einer der dependance meines restaurants beherbergt bis die angelegenheit abgeschlossen war er hatte mit offenen karten gespielt und mich über seine aktivitäten in frankreich aufgeklärt er dealte mit koks hatte was machst du denn hier fragte er nachdem er mir die tür geöffnet hatte ich muss dich um einen gefallen bitten erwiderte ich und trat ungebeten ein das passt mir gerade nicht ich bin nur hier um aufzutanken und bin gleich wieder weg es ist dringend was willst du ich brauche eine waffe eine waffe eine knarre hast du waffenhandel auf meinem tür schild gesehen wie bitteschön soll ich dir auf die schnell eine pistole besorgen streng deinen grips an salver seufzte es ist silvester verdammt noch mal die leute feiern und ich hab riesen mengen stoff zu liefern komm morgen wieder nein es muss heute abend sein heute abend das geht nicht ich muss ein maximum an koks in einem minimum an zeit verteilen denk daran dass ich dir geholfen habe als du im dreck gesteckt hast und wer gleicht meinen gewinnausfall aus sag mir wie viel du brauchst ich helfe dir und du kaufst mir für 4000 euro stoff ab dazu kommen 3000 für die knarre okay erwiderte ich unvorsichtiger weise du hast nichts gegen dollar denke ich vor meiner abreise aus new york hatte ich meinen safe gelehrt und hatte jetzt mehr als 10.000 dollar in bahnd der tasche gib mir eine stunde zeit verkündete er du kannst dir auf mich warten leg dich hin du siehst beschissen aus ich folgte seinem rat und sank auf sein sofa auf dem couch tisch stand eine angebrochene konjak flasche ich schenkte mir ein glas ein und ein zweites dann schlief ich an gegen 8 uhr kam salver zurück ich habe genommen was ich kriegen konnte sagte er und hielt eine smith and wesson modell 60 kaliber 38 spezial diese information ging bei mir zum einen uhr rein zum anderen wieder raus ich gab ihm das geld und er überreichte mir an den plastikbeutel mit sip verschluss der etwa 20 tütchen koks enthielt ich überlegte kurz ob ich ihm das päckchen dalassen sollte beschloss dann aber es mitzunehmen und später zu entsorgen um 20 uhr verstaute ich die knarre und das koks im handschuhfach und machte mich auf den rückweg zum hotel nicht nötig das navi einzuschalten a1 ausfahrt port de la chapelle mist ich hatte eine absweigung verpasst plötzlich geriet ich auf die berüchtigten boulevard de marichaux die gegend war wenig vertrauen erweckend im fallen licht der reklame tafeln stand eine gruppe von prostituierten und farb und kundschaft einige wagen hielten kurz an die seitenfenster wurden heruntergelassen die männer verhandelten den preis für ein quickie oder ein blowjob und fuhren mit dem mädchen davon oder auch nicht die ampel vor mir war auf rot umgesprungen zwei polizeiwagen kamen angerast und blieben zwanzig meter hinter mir stehen innerhalb von knapp drei sekunden vibrierte die Straße im rhythmus von sirenen und blaulicht die bullen hatten ihre armbinden angelegt fest entschlossen in dieser silvesternacht die mädchen mit aufs revier zu nehmen und die identität der kunden zu überprüfen in dem moment riss jemand die wagentür auf und nahm auf dem beifahrersitz platz sofort losfahren sonst werden sie eingebuchtet rief sie ein junges mädchen etwa 15 jahre alt eine prostituiert in diesem alkohol im blut eine knarre und ein päckchen koks im handschuhfach und ein minderjähriges mädchen neben mir sitzen ich würde im gefängnis landen und lange darin bleiben ich wartete nicht mal dass die ampel auf grün umschaltete und bog an der kreuzung ab ich raste über die avenue de la porte senuen und tauchte im dichten verkehr des peripherik unter was ist das für ein spielchen fragte ich meine mitfaharin just wanna escape these fucking cops erwiderte sie mit einem undefinierbaren englischen akzent ich schaltete die deckenbeleuchtung ein um sie genauer anzusehen sie musste um die 15 sein war gärtenschlank und zerbrechlich ihr haar war schwarz gefärbt bis auf zwei kaminrote strähnen ein langer pony fiel ihr immer wieder über die augen sie trug enge jeans lederne converse das emblem der fußballmannschaft manchester united genäht war ein winziger diamant prangte auf ihrem linken nasenflügel und eine mittelalterliche silberkette mit granatanhänger an ihrem hals ihr gothic make-up kajal und schwarzer eyeliner auf phalem tarn verlieh ihr eine wohlkalkulierte leichenblässe sah mir ihre schuhe an sie waren quasi neu diese göre trug markenkleidung und schmuck sie war kein straßenmädchen kam vielmehr aus ich wusste nicht was ich tun sollte auf jeden fall konnte ich sie nicht mitten auf dem peripherik hinauswerfen ich musste mehr in erfahrung bringen doch sie schien nicht eben gesprächig ich nahm die erste ausfahrt die zu der tankstelle porto montreu führte und hielt auf dem parkplatz an wie heißt du fragte ich auf englisch sie zog mit den schultern wandte den blick ab also wie heißt du wiederholte ich alice sagte sie seufzend alice kowalski wo wohnst du ich weiß nicht warum sie das interessiert warum hattest du vorhin angst vor den bullen und sie kapsipatzig zurück überrumpelt begann ich mich zu verteidigen ich hatte ein gläschen zu viel getrunken das ist alles in diesem augenblick sprang die klappe des handschuh fachs das ich schlecht verschlossen hatte auf beim anblick der waffe und der drogen geriet das mädchen in panik sie stieß die beifahrertür auf um zu fliehen davon überzeugt an einen ganoven geraten zu sein halt es ist nicht was du denkst rief ich und rannte ihr nach lassen sie mich entgegnete sie und flüchtete in das tankstellengebäude ich zündete ich hab kein geld sagte sie kopfschüttelnd ich zog mein portemonnaie aus der tasche möchtest du etwas fragte ich und schob eine münze in den schlitz des automaten ja dass sie mich in ruhe lassen ich versuchte sie zur vernunft zu bringen hör zu das war ein schlechter start verschwinden sie einfach ich komme allein zurecht und wie das kein geld sprichst kein wort französisch kann ich nicht so zurück lassen als erwachsener hat man eine gewisse verantwortung sie verdrehte die augen nahm aber die münzen an die ich erreichte sie wählte eine kleine flasche mit erdbeermilch und ein päckchen oreo aus dem automaten während sie die kekse aß griff ich nach einem exemplar des magazins metro das auf dem nachbartisch lag schau hier ein foto von mir wie du siehst nicht in der rubrik kleingar noven sie überflog den artikel und hob den blick ich hab sie schon mal in einer fernsehsendung gesehen da haben sie ganz furchtbar gegen die veganer gewettert sie spielte auf eine auseinandersetzung mit aktivisten an die sich für ein verbot von gänseleberpastete in den usa ansetzten wenn sie ein star sind was haben sie dann an einem silvesterabend mit koks im handschuhfach bei den noten für 20 euro zu suchen fragte sie und sah mich herausfordernd an gut komm mit bat ich sie gott segne die medien mein bekanntheitsgrad hatte ihr vertrauen wiederhergestellt und so folgte sie mir denn sonst wärst du nicht zu mir in den wagen gestiegen nicht einmal um die polizei zu entkommen sie entgegnete nichts was mir bewies dass ich ins schwarze getroffen hatte außerdem gehören mir diese drogen nicht sagte ich und warf das päckchen in einen der papier körper des parkplatzes das ist eine komplizierte geschichte aber ich musste sie annehmen um diesen revolver zu bekommen und wozu haben sie diese waffe nur um mich zu schützen sie gab sich mit dieser erklärung ohne widerspruch zufrieden gut jetzt bist du dran du sagst mir wer du bist und wo du wohnst sonst rufe ich die polizei ich hab mist gebaut begann sie bin ausgerissen das ist alles ich lebe in new york bin aber mit meinen eltern hier im urlaub wir haben mein haus in der cote syr wo in cap d'antib den ort kannte ich gut dort hatte ich mein erstes restaurant gehabt ich wollte nach hause doch dann hat man mir im tgw meine tasche geklaut und jetzt habe ich weder handy noch portemonnaie sie klang zwar aufrichtig aber dennoch hatte ich das vage gefühl dass irgendetwas nicht stimmte rufen sie meinen vater oder meine mutter an wenn sie mir nicht glauben sie diktierte mir eine nummer die ich auf meinem handy wählte und gleich nach dem ersten klingelton geriet ich an eine gewisse madame kowalski sie bestätigte mir die ganze geschichte ihre tochter sei am morgen nach einem heftigen streit ausgerissen ihre erleichterung war deutlich spürbar auch wenn sie versuchte sich ihre panik nicht allzu sehr anmerken zu lassen ich übergab Alice mein handy damit sie ihre mutter beruhigen konnte um nicht indiskret zu sein stieg ich aus dem wagen lehnte mich an die motorhaube und rauchte eine zigarette trotzdem konnte ich einen großteil des gesprächs das sich über minuten erstreckte mitverfolgen Alice entschuldigte sich mehrmals und vergoss sogar ein paar tränen als sie mir das handy wieder überließ schlug ich madame kowalski vor ihre tochter persönlich zurück zu bringen ich müsse sowieso in den süden zur beerdigung meines vaters und könne am morgen in antips an sie zögerte will ich da aber schließlich ein wir waren seit einer halben stunde unterwegs bei dichtem schneetreiben fuhren wir über die a6 Alice bei amerikanischen zeitungen vertieft die sich wie die geier über meine beruflichen und ehelichen schicksalsschläge her machten ihre frau ist sehr schön sagte Alice und betrachtete ein foto von franzesca ja diesen satz führe ich seit zehn jahren mindestens einmal täglich und geht ihnen das auf die nerven du hast alles verstanden wieso wenn sie nicht so schön wäre hätte sie mich vielleicht nicht betrogen meiner meinung nach hat es damit nichts zu tun erwiderte sie 15 jahre alt na doch natürlich je hübscher du bist desto begehrter bist du und umso größer ist die Versuchung das steht nun mal fest aber gilt das gleiche nicht für sie in ihren sendungen haben sie die rolle des sexy sternekurs gespielt der nein fiel ich ans wort das ist nicht dasselbe ich bin nicht so wie so du gehst mir auf die nach sehr konstruktiver beitrag bemerkte sie nachdem ich nichts darauf erwiderte schaltete sie das radio ein und ließ alle sender durchlaufen ich dachte sie würde einen kanal mit teenie musik suchen doch sie hielt bei dem klassiksender france musik an ellis lauschte verzückt einem sehr zarten klavierstück es ist wunderschön sagte ich schumann die davidsbündler tänze opus sechs ich ich dachte sie würde sie auf den arm nehmen bis das stück endete und die ansagerin verkündete sie hörten soeben maurizio polini der die davidsbünder tänze von robert schumann interpretierte bravo sie spielte die bescheiden das war leicht ich kenne schumann nur wenig auf jeden fall habe ich diese stücke nie gehört sie sind klarer wie gewidmet der jungen frau in die er verliebt war nach einem kurzen schweigen fügte sie hinzu manchmal zerstört die liebe manchmal bringt sie großartige kunstwerke hervor spielst du klavier und wieder antwortete sie erst nach einem gewissen zögern eine zurückhaltung die ich in dieser Nacht als fürchte sie etwas ungeschicktes zu sagen oder sich zu einer übertriebenen vertraulichkeit hinreißen zu lassen nein geige die musik ist meine leidenschaft und in der schule ist alles in ordnung in welcher klasse bist du sie lächelte schon gut sie brauchen keine konversation mit mir zu machen und was hast du damit bezweckt auszureißen jetzt gehen sie mir auf die nerven entgegnete sie und vertiefte sich erneut in ihre zeitungslektüre 23 Uhr Alice war vor zwei stunden eingeschlafen erwachte aber auf der höhe von bonn während wir auf der a6 richtung lyon fuhren wann findet die beerdigung ihres vaters statt fragte sie und rieb sich die augen übermorgen woran ist er gestorben keine ahnung sie blickte mich verwundert an wir hatten seit 15 jahren keinen kontakt mehr fügte ich ausweichend hinzu aber da ich kein schlechtes gewissen hatte erzählte ich weiter mein vater besaß ein restaurant in oj sein ganzes leben lang strebte er nach einem stern im guide michelin doch es blieb ein traum mit 14 jahren arbeitete ich in den sommerferien in seinem restaurant abends blieb ich nach meinem dienst in der küche um meine ideen auszuprobieren auf diese weise kreierte ich drei hauptgerichte und zwei desserts die mein vater auf seine speisekarte setzte dank der mund-zu-mund propaganda kamen viele leute um genau diese gerichte zu bestellen meine gerichte mein vater schätzte es gar nicht dass ich ihn in den schreibt bestellte nach ferienende schickte er mich in ein internat das ist hart ja wenige monate später bekam das familienunternehmen einen stern vom michelin zuerkannt wobei speziell die neuen gerichte erwähnung fanden mein vater nahm mir das äußerst übel als hätte ich ihm den schönsten tag seines lebens verdorben so ein idiot das war die erste etappe unseres brus sie griff nach der ausgabe der time out new york die zu ihren füßen lag und deutete auf einen der artikel und diese geschichte ist die wahr oder legende ich kann nur fahren oder lesen es heißt sie hätten ihre frau mit makronen verführt das ist eine grobe vereinfachung erwiderte ich lächelt los erzählen sie damals hatte francesca gerade einen bankier geheiratet sie war auf hochzeitsreise an der cote syr und wohnte in dem hotel in dem ich arbeitete bei mir war es liebe auf den ersten blick als hätte ich mir einen virus eingefangen später am abend sah ich sie allein am strand spazieren gehen und eine zigarette rauchen ich fragte nach 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 ihrem lieblings dessert und sie antwortete schokoladen makronen so wie ihre großmutter sie zubereitet hatte ja und dann ich habe die ganze nacht in den usa herum telefoniert schließlich gelang es mir ihre großmutter ausfindig zu machen und ihr das rezept zu entlocken den halben folgenden tag verbrachte ich damit besagte makronen zu kreieren von denen ich ihr am abend ein dutzend kredenster der rest gehört in den bereich der legende das hat klasse musste alice zugeben ich danke dir letzten endes sind sie ein wenig wie schuhmann meinte sie lachend um seiner liebsten zu gefallen hat er stücke für sie komponiert und sie haben makronen rezepte für ihre zukünftige sonnen es war mitternacht als ein schild ankündigte lion sechzig kilometer happy new year rief alice bonne année erwiderte ich ich sterbe vor hunger ich auch wir machen an einer tankstelle pause und kaufen uns sandwiches sandwiches ich höre wohl nicht recht ich feiere silvester mit dem größten koch der welt und er will mit mir in silofan eingewickelte sandwiches essen zum ersten mal seit einer woche brach ich in herzliches lachen aus die kleine war wirklich erfrischend was soll ich tun schließlich kann ich dir hier im wagen nichts kochen können wir nicht irgendwo anhalten nach 450 kilometern ununterbrochener fahrt waren wir beide sehr müde ja du hast recht wir haben uns eine kleine ruhepause verdient 20 kilometer weiter nahm ich die ausfahrt lion fuhr ins zentrum und parkte in einer lieferanteneinfahrt komm mit trotz der kälte war in der stadt die hölle los musik knallfrösche hubkonzerte gruppen von angeheiterten jugendlichen die erotische lieder grölten ich hab silvester noch nie gemocht gestand ellis und zog ihren reißverschluss bis zum hals hoch ich auch nicht ich war seit einer halben ewigkeit nicht mehr in lyon gewesen mit 17 jahren hatte ich für drei monate als kochlehrling in einem restaurant unweit der opa gearbeitet geschlossen stellte ellis fest als wir vor la fouchette a gorge angelangt waren jetzt habe ich fast gehofft erwiderte ich schon damals als ich hier beschäftigt war hat der patron an heiligabend und silvester dicht gemacht am anfang der straße führte ein schmales gepflastertes gässchen diagonal zum hinterhof des restaurants natürlich war die tür mit einem vorhängeschloss versehen doch ich hatte in dieser nacht bereits so oft das gesetz gebrochen dass ich mich mit solch einem detail jetzt nicht mehr aufhielt die restaurant küche war modern sauber und aufgeräumt sind sie sicher dass es hier keine alarmanlage gibt fragte ellis und starrte nervös auf die scherben der fensterscheibe die ich eingeschlagen hatte hör zu ich bin mir über gar nicht sicher aber wenn du schiss hast dann kannst du dich gern wieder ins auto setzen du hast das recht angst zu haben habe ich aber nicht verteiligte sie sich vehement schließlich hast du mich gedrängt etwas für dich zu kochen sie sah mich herausfordernd an ok ich kümmere mich um die spaghetti und sie sich um die macron macron das ist völlig unmöglich ich brauche 24 stunden um welche zu machen die diesen namen verdienen wenn man sie nicht im kühlschrank ruhen lässt dann gut ich hab schon verstanden sie sind ein feitling ihre bemerkung traf mich zutiefst wie du willst was gibt es denn zu deinen spaghetti pesto soße sagte sie und begann die zutaten zusammen zu stellen während ich den backofen vorwärmte reich mir bitte mal den zauberstab dort hokus bukus sagte sie und ihr lächeln war so schön wie selten ich siebte zunächst puderzucker mandelpulver und kakao in eine rührschüssel sie tauchte und trocknete sie auf küchenpapier grana padano oder parmigiano reggiano was soll ich nehmen parmigiano warum bist du ausgerissen fragte ich unvermittelt während sie den parmesan rieb ich ich habe einen freund in paris den ich auf einer klassenfahrt durch frankreich kennengelernt habe ich wollte ihn besuchen doch meine eltern waren strikt dagegen mit deutlichem unbehagen und nach leichtem zögern hatte sie geantwortet sich dabei naso und kinn gerieben und meinen blick gemieden wir wissen beide sehr genau dass das nicht stimmt oder sie hob die augen mit der flehenden bitte ich möge nicht weiter nachbohren ich widmete mich erneut meinem rezept und gab die kakao mischung über das geschlagene eiweiß während sie käse basilikum pinien kerne knoblauch und olivenöl in den mixer füllte als meine mischung glatt war füllte ich sie in eine teigspritze und setzte runde häufchen auf das backblech sie schmeckte ihr pesto ab fügte etwas salz pfeffer und olivenöl hinzu und rührte so lange bis ihre sauce sämig war weißt du das gelernt das habe ich mir selbst beigebracht erwiderte sie mit der größten selbstverständlichkeit während ich meine plätzchen ruhen ließ machte ich mich an die schokofüllung unterdessen gab sie ihre vollkorn spaghetti in einen topf mit kochendem wasser in einem der wandschränke fand ich recht gute schwarze schokolade erliss naschte ein wenig davon und ich schnitt den rest in hauchfeine scheiben um eine cremige konsistenz zu bekommen müsste sie mehrere stunden im kühlschrank bleiben ich sah auf die uhr es war kurz vor zwei ich gab die makronen hälften bei schwacher temperatur in den back ofen sie haben mir nicht erzählt warum sie ihr restaurant geschlossen und alles hingeschmissen haben sagte sie und schenkte sich ein glas milch ein das ist zu kompliziert das kannst du nicht verstehen in diesem augenblick musste ich fortan hatten sämtliche restaurants ihrer gruppe das recht meine gerichte auf ihre karte zu setzen der fehlschlag eines abenteuers dem ich mich seit meinem sechzehnten lebens jahr mit leib und seele verschrieben hatte ein langes dolch ähnliches messer mit einem griff aus ebenholz und elfenbein lag auf dem tisch ich nahm es und schleuderte es in die Luft nach mehreren drehungen wortlos ging Alice zur tür und zog das messer heraus in diesem augenblick kündigte die uhr des backofens an dass meine makronen gar waren sie half mir die makronenhälften großzügig mit der creme zu füllen und zusammen zu setzen eigentlich müssten sie 24 stunden im kühlschrank ruhen doch wir werden den vorgang beschleunigen und sie stattdessen eine stunde in die tiefküttruhe legen unterdessen servierte uns Alice zwei portionen pasta die wir mit großem appetit verspeisten wenn sie entspannt war und sich in sicherheit fühlte änderte sich ihr akzent kaum merklich ich musste sofort an die brüder gallagher von der rockband oasis aus manchester denken und hätte wetten können dass dieses mädchen aus dem norden england kam obwohl sie für ihr alter gebildet war hatte alles und hatte spaß daran ihr wissen zu teilen die art von kind von dem alle eltern träumten wir setzten unsere reise gen süden fort innerhalb von zwei stunden und 270 zurückgelegten kilometern hatte Alice etwa 30 makronen verputzt ich hab bauchweh klagte sie ich hatte dich gewarnt erste spuren des morgenlichts zeichneten sich den streifen am horizont ab auf halber strecke zwischen nizza und kann tauchte die halbinsel cap d'antib mit ihren felsen und strandkiefern auf jetzt musst du mir den weg weisen bat ich Alice während wir über die küsten straße fuhren nachdem wir das berühmte edden rock hinter uns gelassen hatten leitete mich Alice zur letzten toureinfahrt der impasse du sans saucy in dieser traumhaften umgebung zwischen luxushotels und millionärs villen besaßen ihre eltern ein ferienhaus das tor stand offen kiesweg von über 200 metern durchquerte einen pinienwald und führte zu einem großen dem meer zu gewandten haus aus den dreißiger jahren eine schlanke elegante dame erwartete uns auf den stufen der freitreppe Alice stieß die beifahrertür auf und fiel ihr um den hals mrs kowalski stellte sie sich vor und streckte mir die hand entgegen sie musste ihre tochter und das haar war am nacken zu einem raffinierten knoten zusammen gebunden ihre augen waren hellgrau ihre gesichtszüge unglaublich fein und ebenmäßig trotz einer ungewöhnlichen narbe die sich vom augenbrauen bogen quer über die wange bis zum mundwinkel erstreckte ein makel so unerwartet dass man nur eines wissen wollte wie es zu dieser verletzung gekommen war sie dankte mir für meine hilfe meinem wagen zurück lief folgte mir Alice um sich das dutzend makronen zu holen das sie nicht gegessen hatte für meinen five o'clock tee meinte sie mit einem augenzwinkern und kehrte zu ihrer Mutter zurück sie hatte sich schon ein Stück entfernt als sie sich noch einmal umdrehte und mit ernster Stimme sagte take care of yourself ich kehrte um und stellte den Wagen am Ende des Küstenwegs ab nahm den Revolver aus dem Handschuhfach schloss den BMW ab und lief zu Fuß über den Pfad den Kopf voller Bilder aus der Vergangenheit ich war in Osch geboren und hatte in Antib einige meiner glücklichsten Momente verbracht irgendwie sonderbar dass mich das Schicksal an einem Tiefpunkt meines Lebens an den Ort meiner ersten Erfolge geführt hatte der Pfad war schmal und führte an einem Steilhang entlang ich sprang von einem Felsen zum nächsten um möglichst nah an der zerklüfteten Küste zu sein mit diesem einzigartigen Panoramablick über die befestigte Stadt die schneebedeckten Berggipfel und die vorgelagerten Ile de Larence ich blieb stehen und betrachtete die aufgehende Sonne die am Horizont triumphierte die Luft war klar und das Schauspiel war ebenso intensiv wie die unendliche Einsamkeit und die Angst die mich quillten ein schöner Tag um zu sterben ich zog den Revolver aus meiner Tasche mein Handeln hatte nichts Rationales ich hatte es nicht Monate im Voraus geplant vielmehr drängte es sich auf als letzte Reaktion auf diese brutale Einsamkeit die mich seit mehreren Tagen geradezu verschlang und mich ins Nichts abgleiten ließ ich dachte an die Freundschaft aber ich hatte nie Freunde gehabt ich dachte an die Familie aber ich hatte die meine verloren ich dachte an die Liebe aber sie hatte sich verflüchtigt das Bild meines Sohnes tauchte vor meinem geistigen Auge auf und ich versuchte mich daran zu klammern doch bis wahlen reicht es nicht an seine Kinder zu denken um gegen den Tod anzukämpfen ich hob das kalte Metall an meine Schläfe spannte den Hahn betrachtete ein letztes Mal die Sonne holte ein letztes Mal tief Luft und drückte auf den Abzug eine Befreiung ich drückte auf den Abzug einmal zweimal aber ich war nicht tot Ich und versucht haben, mich zum Lachen zu bringen. Das mit ihren finanziellen Problemen und mit ihrer Frau tut mir ernsthaft leid. Vielleicht regeln sich die Dinge zwischen ihr und ihnen eines Tages, vielleicht aber war es auch ganz einfach nicht die Liebe ihres Lebens. Lange Zeit war ich nicht glücklich. Wenn ich richtig traurig war, klammerte ich mich an einen Satz, der Victor Hugo zugeschrieben wird und den ich auf die erste Seite meines Tagebuchs kopiert habe. Die schönsten Jahre eines Lebens sind die, die man noch nicht gelebt hat. Take care of yourself, Jonathan. Alice. Als ich diese Worte las, gewann das Leben plötzlich die Oberhand und ich brach allein in meinem Wagen in Tränen aus wie ein Idiot. Als Jonathan den Kopfhörer abnahm, merkte er, dass eine Träne über seine Wange lief. Dieses Eintauchen in die Meander der dunkelsten Phase seines Lebens war äußerst schmerzhaft gewesen. Diese Alice Kowalski, deren Weg er gekreuzt hatte, sollte in Wirklichkeit Alice Dixon, das Opfer des Schlechters von Liverpool gewesen sein. Immer wieder prüfte er die Daten. Irgendetwas war da nicht stimmig. Medeline hatte das Paket mit dem herausgeschnittenen Herz von Alice am 15. Juni 2009 erhalten. Das wissenschaftliche Labor hatte das Organ eindeutig als das des verschwundenen Mädchens identifiziert. Die DNA-Analyse sei hundertprozentig und es sei kein Zweifel möglich, hatte es in dem Bericht sogar geheißen. Jonathan aber war Alice Kowalski in der Silvesternacht 2009 begegnet, mehr als sechs Monate später. Er schraubte die Wodkaflasche auf und schenkte sich nach. Er stand noch immer unter Schock, versuchte aber, die Nerven zu behalten und alle Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen, zu ordnen. Erste Hypothese. Die beiden Mädchen hatten nichts miteinander zu tun. Das Ganze war reiner Zufall. Der gleiche wattierte Kapuzenpullover, das gleiche Abzeichen der Fußballmannschaft, die gleiche Musikleidenschaft, das gleiche Aussehen. Schwer vorstellbar, aber warum nicht? Zweite Möglichkeit. Alice hatte eine Zwillingsschwester, von der niemand wusste. Nein, das war Blödsinn. Warum sollte die eine in einer reichen amerikanischen Familie leben und die andere in einem armen Viertel von Manchester? Dritte Option. Die beiden Mädchen waren dieselbe Person. In dem Fall hatte sich das Labor bei der DNA-Analyse geirrt. Wenig wahrscheinlich. Oder Alice hatte sich eine Herztransplantation unterzogen. Kaum glaubwürdiger, ganz abgesehen davon, dass das bei der Polizei eingegangene Herz nicht professionell entnommen würden war. Jonathan dachte noch eine Weile nach, bis ihm klar wurde, wie spät es schon war. Er ging ins Bett, konnte aber nicht einschlafen. Vom ersten Tag an hatte er dieses verrückte Gefühl gehabt, dass das Leben von Madeleine und sein Leben durch einen unsichtbaren Faden verbunden waren. In dieser Nacht hatte er das fehlende Glied entdeckt. Alice. Madeleine. Alice. Ersterer schuldete er eine Erklärung. Letzterer. Weit mehr. Dienstag, 20. Dezember, 19.20. Vor dem Spiegel ihrer Wohnung inspizierte Madeleine ihren Kampfdress. Elegantes, diskretes Make-up, High-Heels, kleines Schwarzes aus Taft und Seide. Sie verließ ihre Wohnung mit dem Gefühl, sexy und aufreizend genug zu sein, um den Feind zu täuschen. Um diese Zeit waren die Straßen hoffnungslos überfüllt. Deshalb entschied sie sich, trotz der Kälte die Metro zu nehmen. Madeleine öffnete ihre Handtasche. Sie enthielt eine Glock 17, ihre ehemalige Dienstwaffe, die sie nicht zurückgegeben hatte, und ein Taschenbuch, der schwedische Reiter von Leo Perutz, das ihr ihre Buchhändlerin vor langer Zeit empfohlen hatte. Sie versuchte, sich in ihren Roman zu vertiefen, war aber außerstande, sich zu konzentrieren. Seit Samstag belog sie Raphael, und zwar auf eine immer weniger unschuldige Art. Heute Abend hatte sie ihm vorgeschwindelt, sie würde mit einer Freundin, deren Abschied vom Junggesellenleben feiern. Wie erhofft, hatte Georges Latulippe sehr schnell Kontakt mit ihr aufgenommen. Wenige Stunden nach dem Unfall hatte er sie im Geschäft angerufen, und sie hatte die Einladung zum Abendessen angenommen. An der Endstation der Linie 6 stieg sie aus. Sie lief über die Avenue Oche bis zum Restaurant Royal Monceau. Sie sehen bezaubernd aus, erklärte Latulippe zur Begrüßung. Er hatte sich nicht lumpen lassen. Das Restaurant des Luxushotels war unerhört stylisch. Gefällt ihnen das Dekor, fragte er, während man sie zu einem Tisch in einer kleinen Nische führte. Madeleine nickte. Der Designer ist Philipp Stark. Wussten sie, dass er auch mein Restaurant eingerichtet hat? Nein, das wusste sie nicht. Ab diesem Moment sagte sie fast nichts mehr, sondern begnügte sich damit, hübsch zu sein, zu lächeln, und Bewunderung für Georges affiges Verführungsspiel zu heucheln. Man spürte, dass er sein Annäherungsmanöver souverän beherrschte. Madeleine lauschte zerstreut den Stereotypen Floskeln, die er sicher schon hundertmal von sich gegeben hatte. Bei allen Gängen fragte sie sich, was Jonathan wohl dazu gesagt hätte. Nachdem sie jeden Bissen ihres Desserts, eine exzellente Schoko-Zitronen-Blätterteig-Schnitte genossen hatte, erklärte sie sich bereit, ein letztes Gläschen bei Georges zu trinken. Sie nahm auf dem Beifahrersitz des Porsches Platz, den der Vallée vorgefahren hatte. Ehe La Tulipe den Motor anließ, brückte er sich zu Madeleine und küsste sie. Der Typ hat wirklich nichts gemerkt. Sie lächelte ihm zu, tat so, als gefiel ihr das und erwiderte seinen Kuss. Die Flughafenuhr zeigte auf zwölf. Jonathan schloss seinen Sohn in die Arme und stellte ihn dann wieder auf den Boden. Das Flugticket in der Hand sah er Markus eindringlich an. Also, ich vertraue dir, Charlie, für zwei Tage an. Alessandra bleibt während der Ferien in der Stadt, sie kann dir helfen. Was das Restaurant betrifft, so habe ich alle Reservierungen bis Ende der Woche annulliert. Ich verstehe nicht, was du in London willst. Eigentlich fahre ich nach Manchester. Ich muss dort jemanden treffen und ein paar Sachen überprüfen. Willst du es mir nicht erklären? Jonathan antwortete ausweichend. Ich habe eine Schuld zu begleichen, ein paar Phantome zu vertreiben und dunkle Zonen zu erhellen. Hat das mit dieser Frau, dieser Madeleine Green, zu tun? Das erzähle ich dir, wenn ich etwas klarer sehe. Einstweilen kümmere dich gut um Charlie. Natürlich. Für dich bedeutet das keinen Tropfen Alkohol, keine Mädchen im Haus, kein Gras, kein... Ich glaube, ich habe verstanden. Wirklich? Klar wie Klosbrühe, antwortete Markus, was Charlie zum Kichern brachte. Nacheinander schloss Jonathan die beiden noch einmal in die Arme und begab sich in den Eincheckbereich. Der Flug British Airways nach London hob um ein Uhr ab. Als Jonathan durch das Fenster auf die Startbahn sah, zog sich sein Herz zusammen. Georges ließ Madeleine als erst in den winzigen Lift einsteigen, drückte auf den Knopf zum fünften Stock und schob seine Zunge in ihren Mund. Madeleine spürte Übelkeit in sich aufsteigen, konnte aber den Egel ignorieren. Sie war im Dienst. Georges Maisonette-Wohnung war modern, die Einrichtung minimalistisch, mit einer Note von Industriedesign. Jetzt, da sie allein waren, fühlte sie sich zunehmend unwohl. Sie fürchtete sich ein wenig vor dem, was folgen würde. Andererseits aber verspürte sie angesichts der Gefahr eine fiebrige Erregung. »Soll ich dir ein Pink Pussycat mixen?« schlug sie vor und trat hinter die Bar. Bei dem Wort »Pussy« stöhnte Georges genießerisch auf. Er stellte sich hinter seine Eroberung, legte die Hände auf ihre Hüften und ließ sie hinauf zu ihrer Brust gleiten. »Warte, Liebling, sonst verschütte ich alles«, sagte sie. Sie nahm zwei Gläser und füllte sie mit Eiswürfeln. »Ich habe ein Geschenk für dich«, erklärte er und zog zwei rosafarbene Tabletten, die jeweils mit einem Stern versehen waren, aus der Tasche. »Extasy«. Sie nahm eine der beiden und zwinkerte ihm verschwörerisch zu. »Könntest du nicht das Licht etwas dämpfen?«, fragte sie und tat so, als würde sie das Amphetamin schlucken. Schnell schenkte sie Wodka in die beiden Cocktailgläser, goss mit Grapefruit-Saft auf und gab ein paar Tropfen Grenadinsirup dazu. Dann nutzte sie einen Moment der Unaufmerksamkeit, um ein paar Tropfen Rohypnol, die oft von Vergewaltigern benutzte Date-Rape-Droge, in seinen Drink zu geben. »Ex«, rief sie und reichte ihm seinen Pink-Pussycat. Georges ließ sich nicht lange bitten und leerte sein Glas in einem Zug. Kaum hatte er es abgestellt, drückte er Madeleine auf ein schwarzbezogenes Sofa. Seine Hände legten sich um ihren Kopf und zogen ihn hoch, um ihr einen Kuss zu geben, den er wohl für sinnlich hielt. Er presste seine Zunge in ihren Mund, schob ihren Rock bis zum Slip hinauf und knöpfte ihr Oberteil auf. Georges lag jetzt mit seinem ganzen Gewicht auf ihr, sodass sie kaum Luft bekam. Sein Körper verströmte eine Hitze und einen Geruch, die ihr widerwärtig waren. Sein warmer, salziger Speichel ließ Übelkeit in ihr aufsteigen. Um sich abzulenken, konzentrierte sie sich auf ihre Umgebung, nahm das Geräusch seines Schuhs wahr, der auf den Boden fiel, und den Lichtschein, der die Decke erhellte. Suchen, Wissen, Verstehen, Ermitteln. Das war ihre Droge, seit sie ihren Beruf begonnen hatte. Sie war Polizistin und würde immer Polizistin bleiben. Das war ihre wahre Natur. Das war in ihr verankert und hatte von ihr Besitz ergriffen wie eine Krankheit. Georges Hand wanderte noch eine Weile über ihren Körper, schob sich unter den Stoff ihres Lips und blieb dann schlaff liegen. Als sie spürte, dass der Körper des Mannes auf ihr zusammensackte, befreite sich Madeleine und glitt vom Sofa. Sie vergewisserte sich, dass er noch atmete und hoffte, dass die Wechselwirkung zwischen dem Beruhigungsmittel und dem Ecstasy keine allzu schlimmen Folgen haben würde. Madeleine ging systematisch vor. In dieser Wohnung verbarg sich ein Geheimnis, dessen war sie sich sicher. Georges war ein ordentlicher Mensch. In den Bücherregalen und in den Schränken herrschte peinliche Ordnung. Madeleine zog alle Schubfächer und Türen auf und inspizierte jeden Winkel. Dieses Know-how vergaß man nicht. Sie wusste nicht wirklich, was sie suchte, wohl aber, dass es etwas zu finden gab. Vielleicht unter den Tonnen von Papieren, die La Tulipe in seinen zahlreichen Ordnern aufbewahrte. Sie überzeugte sich, dass er noch immer bewusstlos war, zog für den Fall, dass er zu schnell aufwachen würde, ihre Glock aus der Tasche und setzte sich an seinen Schreibtisch, um die Dokumente durchzusehen. Kontoauszüge, Steuerbescheide, Stromrechnungen, Besitzurkunden mobiler und immobiler Güter. Diese Durchsuchung dauerte eine Stunde, er gab aber nichts, was sie nicht schon wusste. La Tulipe hatte beachtliche Einkünfte als Inhaber seines Restaurants, vor allem aber als Verwalter der Delillo-Stiftung. Blieb der silberglänzende Laptop, der auf dem Couchtisch stand. Vorsichtig öffnete Madeleine den Deckel. Glücklicherweise war das Gerät im Standby-Modus. Sie begnügte sich damit, einen schnellen Blick auf die Dateien zu werfen, inspizierte den Ordner »Eigene Bilder«, in dem Unmengen von Tauchfotos gespeichert waren, und kontrollierte den Browserverlauf des Internets. Dann überflog sie den Posteingang, ohne etwas Interessantes zu finden, und öffnete das E-Mail-Konto, das als IMAP-Protokoll angelegt war. Madeleine hatte sich für dieselbe Methode entschieden, um ihre Mails sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Computer einsehen zu können. Man musste kein Fachmann sein, um zu wissen, dass in diesem Fall alle Nachrichten auf dem Server bleiben, selbst die, die der Benutzer gelöscht zu haben glaubt. Es gab tausende von gesendeten und empfangenen Nachrichten. Mit verschiedenen Suchbefehlen gelang es ihr, die Mails auszusortieren, die sie suchte. Der Beweis, dass sie auf dem richtigen Weg war? Von Francesca de Lillo an Georges Latulipe 4. Juni 2010, 19.47 Georges, ich bitte dich, vergiss deinen Plan, Jonathan in San Francisco aufzusuchen. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Jetzt ist es zu spät für Gewissensbisse. Ich dachte, das hättest du durch die Zeitungsartikel verstanden. Vergiss Jonathan und das, was uns widerfahren ist. Lass ihn sich erholen. Wenn du ihm die Wahrheit gestehst, bringst du uns alle drei in eine furchtbare Situation. Und du wirst alles verlieren. Deine Arbeit, deine Wohnung, dein Komfort. F. Die Nachricht war zwar konfus, aber interessant. Doch zwischen den Zeilen gab es sicher etwas zu entdecken. Sie druckte die E-Mail aus und schickte zur Sicherheit eine Kopie an ihre eigene Adresse. Eiskaltes Wasser ins Gesicht, dann Ohrfeigen. Georges öffnete die Augen in dem Moment, als ihn ein erneuter Schwall Wasser traf. Was? Er war mit seinen eigenen Krawatten an einen Stuhl im Wohnzimmer gefesselt. Er versuchte sich zu befreien, aber seine Hände waren hinter dem Rücken zusammengebunden, die Knöchel an den Stuhlbeinen festgezurrt. Zehn Zentimeter vor seinem Gesicht richtete sich drohend der Lauf einer Pistole auf ihn. Er war dieser Frau vollständig ausgeliefert. Ich gebe Ihnen Geld. In der Ankleide ist ein kleiner Safe. Da sind mindestens 20.000 Euro drin. Ja, deine Kohle habe ich schon gefunden, sagte Madeleine und warf ihm ein Bündel Schein ins Gesicht. Aber was wollen Sie dann? Die Wahrheit über das. Er senkte den Blick und entdeckte Francescas E-Mail. Wer... Wer sind Sie wirklich? Ich dachte, Sie wären Floristin und... Ich bin die Frau, die die Knarre hat. Nur das zählt. Ich weiß nicht, was Sie an dieser Sache interessiert, aber ich rate Ihnen... Ich glaube, in deiner Situation solltest du besser keine Ratschläge erteilen. Aber zurück zu der Mail. Warum wolltest du Jonathan Lampereur in San Francisco aufsuchen? Georges, der einem Schwächeanfall nahe war, traten Schweißperlen auf die Stirn. Um ihn zum Sprechen zu bringen, drückte ihm Madeleine den Lauf der Waffe an die Schläfe. Ich verdanke Jonathan alles, stieß er hervor. Er hat mir aus dem Dreck geholfen und mir eine Karriere ermöglicht. Er war jung und voller Energie. Er war wirklich ein einzigartiger Typ. Großzügig und in der Lage, die Menschen von ihren Lastern abzubringen und ihre guten Seiten zu entdecken. Und zum Dank hast du ihm die Frau weggeschnappt. Das stimmt nicht. Sie werden doch nicht glauben, dass sich Francesca in einen Typen wie mich hätte verlieben können. Sie war verrückt nach ihrem Mann, aber... Aber was? Sie wollte zu schnell expandieren und hat einige Fehlentscheidungen getroffen, die das Unternehmen an den Rand des Ruins gebracht haben. Georges klapperte mit den Zähnen. Unter seinen Augen lagen tiefe, dunkle Schatten. Ganz offensichtlich war die Mischung von Ecstasy und Beruhigungsmittel nicht gerade empfehlenswert. Die Bilder von dir und Francesca waren also gefälscht, oder? Natürlich! Vor zwei Jahren hat sie mich plötzlich von den Bahamas angerufen. Es war während der Weihnachtsferien. Ich war mit einem Freund zum Tauchen auf den Malediven. Sie war völlig außer sich und sagte, ich müsse am nächsten Tag vor 15 Uhr bei ihr in Nassau sein. Es sei dringend. Ich habe versucht, mehr herauszufinden, aber sie hat mir versichert, je weniger ich wüsste, desto besser wäre es für mich. Warum hast du eingewilligt? Francesca war meine Chefin und hat mir nicht wirklich die Wahl gelassen. Ich dachte, einmal an Ort und Stelle würde sie mir weitere Informationen geben. Aber sie hat nur die Fotos mit einem Paparazzo inszeniert und dann sind wir zusammen nach Hause geflogen. Und? Bei der Ankunft erwartete uns Jonathan am Flughafen. Ich weiß nicht, wer ihn informiert hatte, aber die Sache ist schlecht gelaufen. Er hat mir einen Kinnhacken verpasst und sich vor allen Leuten furchtbar mit seiner Frau gestritten. Am nächsten Tag hat er die Scheidung und den Verkauf des Unternehmens bekannt gegeben. Und du hast deinem Freund nie die Wahrheit erzählt? Nein. Ich habe mehrmals daran gedacht. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich wusste, dass es ihm nicht gut ging und dass er in San Francisco lebte. Ich habe mit Francesca darüber gesprochen, aber jedes Mal hat sie mich davon abgebracht, vor allem da du von der DeLillo Foundation reichlich dafür bezahlt wirst, damit du den Mund hältst. Hören Sie, ich habe nie vorgegeben, ein guter Mensch zu sein. Und Francesca? Hat sie einen Freund? Das weiß ich nicht. Sie kommt manchmal in Begleitung zu Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Theaterpremieren, aber das muss nicht heißen, dass sie eine Beziehung mit diesen Typen hat. Jetzt binden Sie mich endlich los, verdammt nochmal. Was meint sie mit, ich dachte, das hättest du durch die Zeitungsartikel verstanden? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Madeleine blieb misstrauisch. Sie hätte wetten können, dass Georges in diesem Punkt log. Jetzt, da er langsam wieder zu sich kam, wurde er aggressiv. Ihnen ist doch wohl klar, dass ich, sobald Sie mich befreit haben, ins nächste Kommissariat gehe und... Das glaube ich nicht. Und warum? Weil ich von der Polizei bin, du Idiot. Sie musste sich beruhigen. Sie befand sich in einer prekären Situation. Sie nahm ein Küchenmesser und durchtrennte die Fessel an Georges rechter Hand. Den Rest machst du selbst, sagte sie, und verließ die Wohnung. Die Maschine der British Airways landete am Mittwoch, 21. Dezember um 7 Uhr morgens bei Dunkelheit, Regen und Nebel in London. Dieses typisch englische Wetter störte Jonathan nicht sonderlich. Er war schließlich nicht hier, um Urlaub zu machen. Nachdem er die Formalitäten erledigt hatte, wechselte er seinen Dollar und ging zum Herzschalter, um den Wagen abzuholen, den er am Vorabend per Internet reserviert hatte. Die Fahrt von London nach Manchester dauerte vier Stunden. Die ersten Kilometer waren albtraumartig. Jonathan dachte, er würde sich nie an den Linksverkehr gewöhnen. Er atmete tief durch und befahl, sich cool zu bleiben, nicht zu schnell zu fahren und sich zu konzentrieren. Auf der Autobahn fuhr er vorsichtig und gewöhnte sich allmählich an die neuen Gegebenheiten. In den Außenbezirken von Manchester aktivierte er das GPS, gab die Adresse des Kommissariats von Cheatham Bridge ein und ließ sich bis zu einem grauen Gebäude leiten. Es war so, wie er es sich vorgestellt hatte. Hier hatte Madeleine gearbeitet. Hier war, an einem trüben Morgen, Aaron Dixon aufgetaucht, um das Verschwinden ihrer Tochter anzuzeigen. An der Anmeldung fragte er nach Kommissar Jim Flaherty und bat, ihn sprechen zu können. Er wurde in ein Büro geführt, das Flaherty mit einem jungen Polizeiobermeister teilte. Der Kommissar kommt gleich. Jonathan dankte und betrat den Raum. An einer Korkplatte waren verschiedene Fotos von Geburtstagen, Abschiedsfeiern und anderen Gelegenheiten angepinnt, die alle aus der Zeit stammten, als Madeleine noch hier gewesen war. In der oberen rechten Ecke klebte der eingerissene und vergebte Handzettel mit der vermissten Anzeige von Alice Dixon. Flaherty hatte ihn nicht entfernt und daneben ein Foto seiner ehemaligen Kollegin befestigt. Es war unübersehbar. Die beiden Frauen hatten denselben umwirkten Blick, dieselbe traurige Schönheit, und beide vermittelten den Eindruck von Abwesenheit, so als lebten sie in einer anderen, weit entfernten Welt. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte Flaherty und schloss die Tür. Der Kommissar hatte angenehme Gesichtszüge, rotblondes Haar und eine imposante Leibesfülle. Er war noch immer gut aussehend, schien sich aber neuerdings etwas zu sehr gehen zu lassen, denn sein Bauch quoll bereits über den Hosenbund. »Wir haben eine gemeinsame Bekannte,« begann Jonathan und setzte sich. »Und wer ist das?« »Madeleine Green.« Flahertys Augen leuchteten auf. »Madeleine?« »Sie hat sich nicht mehr gemeldet, seit sie den Dienst quittiert hat. Wie geht es ihr?« »Ich glaube gut.« »Sie hat ein Blumengeschäft in Paris.« »Das habe ich gehört.« »Eigentlich bin ich nicht gekommen, um über Madeleine zu sprechen, sondern über Alice Dixon.« Flahertys Züge verfinsterten sich und erblickte Jonathan drohend an. »Sie sind ein verdammter Schreiberling der Sensationspresse, der seine Nase in fremde Angelegenheiten steckt, stimmt's?« »Absolut nicht. Ich bin Chef.« »Chef von was?« »Küchenchef.« Der Kommissar musterte ihn und fragte dann etwas besänftigt. »Sie waren früher im Fernsehen, oder?« »Ja, stimmt.« »Was wollen Sie also in meinem Büro?« »Ich habe eine Information, die Sie interessieren dürfte.« Flaherty warf seinem Kollegen rasch einen Blick zu und sah dann auf die Wanduhr, die ein Uhr mittags anzeigte. »Haben Sie schon gegessen?« »Nein. Ich komme direkt aus San Francisco und bin heute Morgen in London gelandet.« »Nur, um mit mir zu sprechen?« »Ja.« »Zwei Straßen weiter gibt es ein Lokal, in dem die Polizisten essen.« »Haben Sie Lust auf eine Portion Fischenschips?« »Gerne«, erwiderte Jonathan und erhob sich, um ihm zu folgen. »Aber Vorsicht! Es ist nicht das Fettdack des Sternekochs Blumenthal.« In dieser Hinsicht hatte der Kommissar nicht Unrecht. Eine typisch englische Untertreibung, denn es war laut und roch nach Frittierfett, Bier und Schweiß. Kaum hatten Sie Platz genommen, wurde Flaherty deutlich. Sie sind mir zwar sympathisch, aber ich warne Sie gleich. Der Fall Alice Dixon ist seit zwei Jahren abgeschlossen. Verstanden? Wenn Sie also hergekommen sind, um mir mit abwegigen Theorien auf die Nerven zu gehen oder mir alberne Pseudo-Enthüllungen zu präsentieren, dann knalle ich Ihnen gleich den Kopf auf den Teller. Ist das klar?« »Wie ein Sonntag«, erwiderte Jonathan. »Vielleicht nicht gerade der treffendste Ausdruck«, dachte er mit einem Blick auf den Regen, der sich aus dicken, schwarzen Wolken über die Stadt ergoss. »Raison. Entschießen Sie mal los«, meinte Jim, »Während er sich über eine enorme Portion Pommes frittier machte.« »Was ist aus Aaron Dixon geworden?« »Die Mutter des Mädchens? Sie ist letztes Jahr an einer Überdosis gestorben. Sie hat das ganze Geld, das ihr die sensationslüsternen Fernsehtypen gegeben haben, in Drogen investiert.« »Warum wurde der Fall so schnell ad acta gelegt?« »So schnell?« »Wir haben das Herz des Mädchens vor zweieinhalb Jahren mit der Post bekommen. Zehn Tage vor der Festnahme von Harold Bishop, dem Schlechter von Liverpool. Wir haben einen Beweis für den Mord an Alice und einen Mörder hinter Schloss und Riegel. Reicht das nicht?« »Ich habe gelesen, dass sich Bishop verschiedene Verbrechen bezichtigt hat, die er gar nicht begangen hat.« »Ja, das kommt bei Serienkillern häufig vor. Wir haben noch nicht über alles Gewissheit, was Bishop getan hat. Er redet viel, aber nicht zwingend von Fällen, über die wir gerne mehr erfahren würden. Wie viele Mörder dieser Art ist er zugleich verrückt und sehr berechnend. Bei den Verhören spielt er mit den Ermittlern. Er gesteht etwas, verschließt sich und spricht dann von einem anderen Verbrechen.« »Die Untersuchung der Leichenteile, die in seinem Garten gefunden wurden, dauert an. Wir haben Alice's genetisches Profil noch nicht erstellen können, aber das bedeutet nicht, dass er sie nicht geduldet hat.« Als Jonathan von dem gebratenen Fisch kostete, wurde ihm fast schlecht. Er fühlte sich unbehaglich an diesem Ort, wo es heiß und feucht war wie in einem Brutkasten. Er öffnete den obersten Knopf seines Hemdes und bestellte ein Perrier. »Sind Sie immer noch verliebt in Madeleine Green?« fragte er unvermittelt. Flaherty starrte ihn zunächst verblüfft, dann wütend an. »Nun geben Sie es doch zu«, fuhr Jonathan fort. »Sie ist ein hübsches Mädchen, dynamisch, ein bisschen verrückt, was sie noch liebenswerter macht. Schwierig, sich nicht in sie zu verknallen.« Flaherty schlug mit der Faust auf den Tisch. »Woher haben Sie diesen?« »Man braucht doch nur die Fotos in Ihrem Büro anzuschauen.« »Wie viel haben Sie zugenommen, seit Madeleine nicht mehr da ist? Ich denke, das Ausscheiden von Madeleine hat Sie schwer getroffen und...« »Hören Sie auf mit dem Blödsinn!«, rief der Polizist und packte Jonathan beim Kragen. Doch Jonathan blieb unwert. »Ich glaube auch, Sie sind gar nicht wirklich überzeugt, dass Bishop Ellis getötet hat. Sie haben den Handzettel mit der Vermisstenanzeige in Ihrem Büro aufbewahrt, denn für Sie wird der Fall nie abgeschlossen sein. Ich bin sicher, dass Sie jeden Tag an Ellis denken. Ich vermute auch, dass Sie insgeheim die Ermittlungen fortgesetzt und vielleicht sogar neue Fakten aufgedeckt haben. Keine Beweise, die eine Wiederaufnahme des Falls gerechtfertigt hätten, die Ihnen aber schlaflose Nächte bereitet haben.« Flahertys Blick trübte sich. Aus der Fassung gebracht, lockerte er seinen Griff. Jonathan zog seine Jacke an, legte eine Zehn-Pfund-Note auf den Tisch und ging. Er lief ein paar Schritte im Regen und suchte dann unter dem Vordach einer Schule Schutz. »Warten Sie!« rief Flaherty, der ihm nachallte. »Sie haben gesagt, Sie hätten mir Neuigkeiten mitzuteilen.« Die beiden Männer nahmen auf einer Holzbank Platz. Gewaltige Wassermengen, Blitz und Donner gingen auf das Viertel nieder und drohten, alles zu überschwemmen. »Ich bin nicht der Weihnachtsmann,« sagte Jonathan. »Bevor ich Ihnen sage, was ich herausgefunden habe, will ich genau wissen, wie weit Sie mit Ihren Ermittlungen sind.« Jim seufzte. »Sie haben recht. Obwohl der Fall abgeschlossen war, habe ich in meiner Freizeit bestimmte Spuren, die Madeleine gefunden hatte, weiterverfolgt. Vor allem eine, die Ellis Tagebuch betrifft und die uns damals verblüfft hat. Warum? Weil es nur Banalitäten und nichts wirklich Intimes enthielt. Haben Sie es auswerten lassen? Ja. Zunächst von einem Graphologen, der die Authentizität des Dokuments bestätigt hat. Dann von einem Chemiker. Auch wenn es schwierig ist, neuere Dokumente zu datieren, geben handschriftliche Seiten über vieles Auskunft. Wussten Sie zum Beispiel, dass bestimmte Hersteller ihre Stifte mit einem chemischen Marker versehen, anhand dessen man das Herstellungsjahr der Tinte feststellen kann?« Jonathan schüttelte den Kopf. Tinte altert durch den Kontakt mit dem Papier. Ihre Bestandteile zersetzen sich in einzelne Produkte, die man durch Chromatographie und Rotlichtuntersuchungen analysieren kann. Aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Der graphologische Bericht ist eindeutig. Die Einträge wurden von Ellis verfasst. Aber das Tagebuch, das sich über ein Jahr erstreckt, wurde in einem Zug geschrieben. Jonathan war sich nicht sicher, richtig zu verstehen. Ich bin überzeugt davon, dass es sich um eine bereinigte Fassung handelt, mit der Ellis die Spuren verwischen wollte. Es ist natürlich erstaunlich, aber nicht von besonderem Gewicht, nicht wahr? Es ist noch etwas anderes. Das Musikinstrument, das man in Ihrem Zimmer gefunden hat. Ihre Geige? Ja. Ellis nahm seit sechs Jahren Unterricht bei Sarah Harris, einer bekannten Solistin, die das Mädchen während ihres kostenlosen Unterrichts in den Schulen entdeckt hatte. Da sie sehr begabt war, hat Miss Harris ihr eine handgefertigte Geige geschenkt. Das Instrument hat zwischen fünf und siebentausend Euro gekostet. Aber es ist nicht die Geige, die man in Ellis' Zimmer gefunden hat, nicht wahr? Nein. Ich habe sie schätzen lassen. Es handelt sich um ein billiges Modell, das in China hergestellt wurde und nichts wert ist. Eine irritierende Tatsache. Das musste auch schon in Tat zu geben. Hatte Ellis die Geige vor ihrem Verschwinden verkauft? Auf alle Fälle hatte sie sie auf den Bildern, die die Überwachungskameras aufgenommen hatten, nicht bei sich gehabt. Ich habe mir den Kopf zermatert, verstehe aber die Logik nicht. Gestand vielleicht die überdrüssig. Und sind Sie der Sache mit dem Herzen nachgegangen? Sie halten mich offenbar für einen blutigen Anfänger an. Was denken Sie, an eine Transplantation? Zum Beispiel? Natürlich habe ich das überprüft, was im Übrigen nicht weiter schwierig ist. Solche Operationen nimmt man nicht in einer Garage vor und die geringe Anzahl der Spenderherzen verpflichtet zu vollständiger Transparenz. Ich bin die Liste der Jugendlichen durchgegangen, die in den Monaten nach Ellis' Verschwinden ein neues Herz bekommen haben. Es sind nur ein paar Dutzend. Die sind alle identifiziert worden von Ellis, aber keine Spur. Jonathan öffnete den Reißverschluss seines Rucksacks und zog eine Plastikhülle mit zwei beschriebenen und schokoladenbefleckten Papierservietten hervor. Was ist das? fragte Jim und versuchte, durch die Hülle zu lesen. Er erkannte die Schrift, die ihm inzwischen vertraut war. Die ersten Zeilen lauteten Lieber Monsieur Lampereur oder besser lieber Jonathan. Ich habe mir erlaubt, die Patronen aus ihrem Revolver zu entfernen und in den Papierkorb des Parkplatzes zu werfen, während sie ihren Kaffee tranken. Schicken Sie diese Servietten in Ihr Labor. Versuchen Sie, die Fingerabdrücke auswerten zu lassen. Erzählen Sie mir mehr über die Sache, verlangte der Kommissar. Sehen Sie sich an, was auf der anderen Seite steht. Dann werden Sie es verstehen. Flaherty drehte die Hülle, die Stirn gerunzelt um. Mitten auf jeder Serviette stand in goldenen Lettern geschrieben »Total wünscht Ihnen ein gutes Jahr 2010.« »Das ist unmöglich. Zu diesem Zeitpunkt war Alice bereits seit sechs Monaten tot.« »Rufen Sie mich an, wenn Sie die Ergebnisse haben«, erwiderte Jonathan und reichte ihm seine Karte. »Warten Sie. Fliegen Sie zurück nach San Francisco?« »Ja«, log Jonathan, »meine Maschine geht heute Abend, ich muss mich um mein Restaurant kümmern.« Er erhob sich und lief im Regen zu seinem Wagen, drehte den Schlüssel um, schaltete die Scheibenwischer ein und fuhrlos. Er war ganz mit den Neuigkeiten beschäftigt, die Flaherty ihm anvertraut hatte. Die Sache mit dem Tagebuch und der Geige. »Du besuchst Julian in London?«, fragte Raphael. »Einfach so, aus einer Laune heraus?« »Das wird mir gut tun«, antwortete Madeleine. Sie hatten sich in einem kleinen Café in der Rue Pergolets bei Raphaels Architekturbüro verabredet. »Wann fährst du?« »Heute Abend um 18.13 Uhr mit dem Eurostar.« »Aber in drei Tagen ist Weihnachten.« Sie versuchte, ihn zu beruhigen. »Nun mach nicht so ein Gesicht. Bis zum Heiligen Abend bin ich zurück.« »Und dein Geschäft?« »Ich dachte, du hättest gerade jetzt die meiste Arbeit.« »Hör zu«, erklärte sie aufgebracht. »Ich habe Lust, meine Freundin in England zu sehen. Das ist alles. Wir leben nicht im Jahr 1950 und ich werde nicht deine Erlaubnis einholen.« Plötzlich verlor sie die Geduld, stand auf und verließ das Café. Verblüfft bezahlte Raphael und holte sie an dem nächsten Taxistand ein. »So habe ich dich noch nie erlebt«, sagte er beunruhigt. »Hast du Sorgen?« »Nein, Liebling, es ist nichts. Ich brauche nur eine kleine Auszeit, okay?« »Okay«, meinte er und half ihr die Tasche im Kofferraum zu verstauen. »Rufst du mich an, wenn du angekommen bist?« »Natürlich«, erwiderte sie und gab ihm einen Kuss. Er beugte sich zu dem Fahrer und sagte, »Zum Gardinor bitte.« Der Wagen fuhr an. Madeleine winkte, Raphael warf ihr eine Kusshand nach. »Vergessen Sie den Gardinor. Ich fahre nach Roissy. Terminal 1.« Madeleine legte der Stewardess der Linie Air China ihren Pass und ihr Ticket vor. Zur Ferienzeit waren alle Flüge nach San Francisco ausgebucht oder wahnsinnig teuer. Für unter 1000 Euro hatte sie im Internet nur diesen Hinflug gefunden. Eine Blitzreise nach Kalifornien, die einen kleinen Zwischenstopp in Peking erforderte. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie Raphael belogen hatte. Und dennoch hatte sie nach dem Telefonat mit Jim Flaherty nicht eine Sekunde gezögert, ihr Flugticket zu kaufen. Ihr ehemaliger Kollege hatte die Nummer ihres Geschäfts herausgefunden und sie am frühen Nachmittag angerufen, um ihr mitzuteilen, dass ein gewisser Jonathan Lampereur, der vorgab, sie zu kennen, gekommen war, um ihn über den Fall Dixon auszufragen. Alice. Allein die Erwähnung dieses Namens war wie ein Elektroschock. Sie hatte den Fall und das Mädchen noch genauestens in Erinnerung, als lege er erst Wochen zurück. Ein klares Bild, das sie vergeblich wegzuschieben versucht hatte, um sich gegen den Wahnsinn zu schützen. Man befreit sich nicht so einfach von seiner Vergangenheit. Man rettet sich nicht so einfach aus dem Treibsand seiner Obsession. Alice kam zurück. Alice ließ ihr keine Ruhe. Letztes Mal hatte die schreckliche Sache mit dem Herzen sie dazu veranlasst, die Ermittlungen einzustellen. Diesmal war sie bereit, bis zum bitteren Ende zu gehen, egal welchen Preis sie dafür bezahlen müsste. Donnerstag, 22. Dezember Die Landebahn in Nizza war ein strahlendes Sonnenlicht getaucht. Jonathan hatte soeben das winterliche Grau Englands verlassen und genoss jetzt das milde Mittelmeerklima. Am Flughafen nahm er ein Taxi nach Untieb. Je näher Jonathan seinem Ziel kam, umso aufgeregter wurde er. Wer mochte heute in dem Haus von Alice wohnen? Es war Ferienzeit. Vielleicht verbrachte das junge Mädchen, das ihr vor zwei Jahren hierher begleitet hatte, Weihnachten noch bei ihren Eltern. »Bitte warten Sie kurz«, sagte er zu dem Fahrer, als sie den Weg zum Sanssouci erreichten. Diesmal war das Tor geschlossen. Er musste wiederholt klingeln und sich vor der Überwachungskamera ausweisen, eh man ihm öffnete. Auf der Freitreppe erwartete ihn eine Frau von etwa 50 Jahren. »Was kann ich für Sie tun?«, fragte die Frau mit einem österreichischen Akzent. Sie hieß Anna Askin und hatte das Haus im Frühling 2001 gekauft. Einen großen Teil des Jahres vermietete sie das Anwesen an reiche Russen, Engländer oder Holländer. Alice hatte ihn also belogen, denn ihre Eltern waren nicht die Besitzer der Villa. »Entschuldigen Sie die Störung, aber ich suche nach einer Familie, die vor zwei Jahren ihr Haus gemietet hat. Monsieur und Madame Kowalski, sagt Ihnen das etwas?« Anna Askin schüttelte den Kopf. »Ich erinnere mich nicht, aber ich kann nachsehen.« Sie machte Jonathan ein Zeichen, sie auf die Terrasse zu begleiten. Auf einem Tiktisch ein ultramoderner Laptop. Die Österreicherin öffnete eine Excel-Tabelle, in der die Vermietungen verzeichnet waren. »Mr. und Mrs. Kowalski, genau. Es handelt sich um Amerikaner. Sie haben das Haus 2009 vor 14 Tage vom 21. Dezember bis zum 4. Januar gemietet. Seltsam war hingegen ihre vorzeitige Abreise. Am Neujahrsabend war das Anwesen leer. Sie sind nur wenige Stunden nach Alice' Rückkehr verschwunden, dachte Jonathan. »Haben Sie Ihre Adresse?« »Nein, Sie haben bar bezahlt. 9000 Dollar, die Sie einige Wochen zuvor im New Yorker Büro meines Mannes haben abgeben lassen.« »Verdammter Mist.« »Aber Sie werden doch noch irgendeinen Kontakt haben.« »Nur eine E-Mail-Adresse. Über die haben wir kommuniziert.« Ohne große Hoffnung notierte Jonathan die Adresse. Es handelte sich um ein Hotmail-Konto, das vermutlich nur zu diesem Zweck eingerichtet und sicher längst gelöscht worden war. Er bedankte sich bei Anna Askin für ihre Hilfe und ließ sich mit dem Taxi zurück zum Flughafen fahren. Um 14 Uhr ging Jonathan zum Air France-Schalter und kaufte ein Ticket für den 15-Uhr-Flug nach Paris. Er passierte die Sicherheitskontrolle und aß während der Wartezeit ein Club-Sandwich in einem der Panorama-Restaurants. Er schlug das Malt-Skin-Notizbuch auf, in dem er sein Gespräch mit Jim Flaherty festgehalten hatte. Er schrieb auf, was er von Anna Askin erfahren hatte, auch wenn es nicht viel war. Jetzt war auch er von Alice Dixons Geschichte fasziniert. Aber je tiefer er in die Materie eindrang, desto geheimnisvoller wurde alles, und die Spuren wurden immer verworrener. Er machte sich noch einige Notizen und versuchte, die einzelnen Elemente miteinander in Verbindung und alle Hypothesen zu Papier zu bringen, die ihm durch den Kopf gingen. In Gedanken versunken wartete er, bis man schließlich seinen Namen ausrief und eilte dann zu seinem Abfluggeld. Da ihm bewusst war, dass er allein nie den Schlüssel zu diesem Rätsel finden würde, blieb ihm nichts anderes übrig, als Kontakt mit Madeleine Green aufzunehmen. Mit unverhohlenem Stolz verkündete der Pilot der Air China, dass die Maschine ihre Parkposition fünf Minuten vor der geplanten Ankunftszeit erreicht hatte. Die Tasche über der Schulter folgte Madeleine den anderen Reisenden und reihte sich in die Warteschlange vor dem Immigration Office ein. Sie war völlig durcheinander und brauchte eine Weile, um zu bemerken, dass es hier neun Uhr morgens war. Da sie nur Handgepäck hatte, begab sie sich direkt zum Taxistand und nannte dem Fahrer die einzige Adresse, die sie von Jonathan hatte, die seines Restaurants. Es war heiß und sonnig. Kaum zu glauben, dass sie noch vor ein paar Stunden im grauen Paris gewesen war. Sie öffnete das Fenster, um das milde Klima zu genießen. Verdammt nochmal, warum muss ich alles kaputt machen? Sie hatte zwei Jahre gebraucht, um sich ein geregeltes, ruhiges Leben aufzubauen, doch dieses schöne Gleichgewicht war durch die vorwitzigen Phantome der Vergangenheit aus den Fugen geraten. Innerhalb weniger Tage hatte sie alle Orientierungspunkte verloren, hin- und hergerissen zwischen zwei Leben, von denen keines wirklich das ihre war. Das Taxi brauchte etwa 20 Minuten, um durch die Stadt zum südlich gelegenen North Beach-Viertel zu gelangen. Es war zehn Uhr vormittags, als Madeleine vor Jonathans Restaurant eintraf. Achtzehn Uhr. Das Flugzeug war mit Verspätung gestartet. Ein nicht angekündigter Fluglotsenstreik hatte die Maschine eine Stunde am Boden zurückgehalten. Nach der Landung in Orly hatten sie eine gute Viertelstunde warten müssen, bis die Gangway installiert war. Es war dunkel, kalt und es regnete in Strömen. Der Peripherik war verstopft. Welcome to Paris. Als sie die Porte d'Orléans passiert hatten, wurde der Verkehr flüssiger. Sie näherten sich Montparnasse. Mit dem Smartphone hatte er die Öffnungszeiten von Madeleines Geschäft überprüft. Es schloss erst um acht Uhr abends. In wenigen Minuten würde er sie also wiedersehen, mit ihr sprechen. Er verspürte eine Mischung aus Aufregung und Unbehagen. Noch nie hatte er so sehr das Gefühl gehabt, eine Person gut zu kennen, ohne ihr wirklich begegnet zu sein. Er erblickte schon die mandelgrüne Fassade des Geschäfts, das er von Fotos aus dem Internet kannte. Vor einem Sushi-Restaurant parkte ein Lieferwagen und versperrte die Straße. Um Zeit zu gewinnen, bezahlte Jonathan den Taxifahrer und legte die letzten Meter zu Fuß zurück. Eine Schiefertafel hing an der Tür des French Touch. Liebe Gäste, das Restaurant bleibt bis inklusive 26. Dezember geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Madeleine traute ihren Augen nicht. Jonathan Lampereur machte Urlaub? Hatte sie etwa 12.000 Kilometer für nichts und wieder nichts zurückgelegt? Verdammt! Sie hätte weniger impulsiv sein und sich besser erkundigen sollen, bevor sie diese Reise antrat. Aber Jim Flaherty hatte ihr versichert, der Restaurantbesitzer sei am Vorabend zurück nach San Francisco geflogen. Sie las noch einmal die letzte mit Kreide geschriebene Zeile. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Verständnis? Du kannst mich mal mit deinem Verständnis, rief sie vor einer verblüfften alten Dame, die ihren Hund ausführte. Liebe Freunde, anlässlich der Feiertage am Jahresende ist der Jordan extraordinär vom Mittwoch 21. Dezember bis einschließlich Montag 26. Dezember geschlossen. Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest. Madeleine Green und Takumi. Ungläubig rieb sich Jonathan die Augen. Eine Blumenhändlerin, die ihr Geschäft eine Woche vor Weihnachten schloss? Offenbar hatte sich die Engländerin von dem unmäßigen Urlaubsbedürfnis der Franzosen anstecken lassen. Seine Bestürzung verwandelte sich in Ärger. Während er vor Zorn kochte, hörte er in seiner Tasche das Handy klingeln. Es war Madeleine. Wo sind Sie? Hey, hey. Haben Sie nicht gelernt, dass man zuerst guten Tag sagt? Guten Tag, wo sind Sie? Und Sie? Vor Ihrem Restaurant. Stellen Sie sich das vor. Was? Ich bin in San Francisco. Sagen Sie mir, wo Sie wohnen und ich komme vorbei. Aber ich bin nicht zu Hause. Was soll das bedeuten? Ich stehe in Paris vor Ihrem Geschäft. Hätten Sie mir das nicht vorher sagen können, verdammt nochmal? Es soll also meine Schuld sein? Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich Ihnen dasselbe sagen könnte. Sie haben als Erste in meinem Handy herumgeschnüffelt. Sie haben sich in Dinge eingemischt, die Sie nichts angehen. Sie haben einen Fall ausgegraben, der mein Leben ruiniert hat. Sie... Das reicht! Hören Sie. Wir müssen in aller Ruhe miteinander reden. Und zwar von Angesicht zu Angesicht. Bei 10.000 Kilometer Entfernung scheint mir das etwas schwierig. Darum wird jeder von uns einen Schritt auf den anderen zugehen. Ja? Ich schlage vor, dass wir uns in Manhattan treffen. Das ist nicht weit entfernt, aber bei der Zeitverschiebung können wir uns heute Abend sehen. Sie sind wohl verrückt geworden. Erstens sind die Flüge ausgebucht. Zweitens ist meine Kreditkarte überzogen. Und drittens, weil sich Sie darauf... Es gibt einen Flug mit United Airlines. Den habe ich oft genommen, um Charlie in New York abzuholen. Ich habe etliche Bonusmeilen und schenke Ihnen den Flug. Wissen Sie, wo Sie sich Ihr Ticket hinstecken können? Sie brauchen ja nicht gleich unfletig zu werden und herumzubrüllen. Simsen Sie mir lieber Ihre Passnummer und das Ausstellungsdatum. Das brauche ich für die Reservierung. Hören Sie auf, mir Befehle zu erteilen und mich zu behandeln wie einen aufsässigen Teenager. Sie sind nicht mein Vater. Ja, zum Glück. Und hören Sie auf, sich in mein Privatleben und meine Ermittlungen einzumischen. Ihre Ermittlungen? Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie seit langem keine Polizistin mehr sind? Ich weiß nicht, warum Sie mich bedrängen und was Sie damit erreichen wollen. Sie wollen mich erpressen, ja? Benehmen Sie sich nicht so lächerlich. Ich will Ihnen nur helfen. Helfen Sie sich zuerst mal selbst. Wie meinen Sie denn das? Ich meine, dass Ihr Leben ein Chaos ist und dass Ihre Ex-Frau Ihnen etwas verheimlicht. Wie können Sie denn so etwas behaupten? Auch ich habe meine kleinen Nachforschungen durchgeführt. Ein Grund mehr, sich zu unterhalten, oder? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Wenn Sie. Ich habe neue Informationen über Alice Dixon. Sie sind verrückt. Lassen Sie mich erklären. Scheren Sie sich zum Teufel! Sie hatte das Gespräch beendet. Jonathan versuchte erneut, sie anzurufen, aber Madeleine hatte das Handy ausgeschaltet. Meine Güte, sie machte die Sache wirklich nicht einfacher. Mehrere Blitze zuckten über den schwarzen Himmel und der Donnergräute. Es regnete weiterhin in Strömen. Er versuchte, ein Taxi anzuhalten, aber er war nicht in New York. Verärgert ging er bis zum Taxistand am Garbon Panace und reihte sich in die Schlange der Wartenden ein. Als er gerade in ein Taxi gestiegen war, informierte ihn in der Tasche seines feuchten Regenmantels ein leiser, fröhlicher Klingelton über den Eingang einer SMS. Sie kam von Madeleine und enthielt eine Reihe von Ziffern und Buchstaben und den Vermerk »Ausgestellt in Manchester am 19. Juni 2008«. Am Flughafen Charles de Gaulle nahm Jonathan um zehn nach neun die Air France-Maschine nach New York. Der Flug dauerte fünf Stunden und 45 Minuten und er landete um fünf nach elf Uhr Ortszeit auf dem Airport JFK. Kaum hatte er den Zollbereich verlassen, konsultierte Jonathan die Ankunftstafel. Madeleines Maschine war zehn Minuten vor der Seinen gelandet. Da er nicht wusste, wo sie auf ihn wartete, dachte er kurz daran, sie anzurufen. Doch dann sah er das Restaurant Heaven's Gate, jenen Ort, an dem sie damals zusammengestoßen waren. Er näherte sich der Cafeteria und schaute durch die Scheibe. Madeleine saß an einem Tisch vor einer Tasse Kaffee und einem Bagel. Fast hätte er sie nicht erkannt. Aus dem Fashion-Victim von neulich war ein Girl Next Door geworden. Sie war nicht mehr geschminkt. An die Stelle der High Heels waren Converse-Turnschuhe getreten, an die Stelle des Prader-Mantels ein Lederblouson und statt des Louis Vuitton-Gepäcks lag auf dem Stuhl neben ihr ein unförmiger Seesack. Das Haar hatte sie zu einem Knoten zusammengefasst, aus dem sich einzelne blonde Strähnen gelöst hatten, die teilweise eine Narbe verdeckten und diesem neuen Outfit eine gewisse Feminität verliehen. Schoenetal klopfte zweimal leise an die Scheibe, so als wäre es eine Tür. Sie hob den Kopf, um ihn anzusehen, und auf der Stelle wurde ihm klar, dass die Frau, die ihr vor sich hatte, nichts mehr mit dem koketten, hübschen Mädchen zu tun hatte, das er am Samstag zuvor getroffen hatte. Die Hauptkommissarin von Manchester hatte die Pariser Floristin verdrängt. »Guten Abend«, sagte er und trat an ihren Tisch. Madeleines Augen waren vom Schlafmangel gerötet und glänzten vor Müdigkeit. »Guten Abend, guten Abend. Ich weiß schon nicht mehr, wie spät es ist und welchen Tag wir heute haben. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht«, sagte er und reichte ihr das Smartphone. Sie kramte in ihre Tasche und warf Jonathan dann sein Handy zu, das er aufhing. Jetzt waren sie nicht mehr allein. Um vier Uhr morgens im Halbdunkel seines Büros im Kommissariat von Cheatham Bridge versuchte Jim Flaherty, die Zusatzheizung aufzudrehen. Jenes großzügige Geschenk der Verwaltung hatte offenbar den Geist aufgegeben und spie nur noch kalte Luft aus. Na egal, dann konnte er eben seinen Wollschal und seine Fliessjacke nicht ausziehen. An diesem 23. Dezember war das Kommissariat wie ausgestorben. Ein heller Piepston kündigte die Ankunft einer E-Mail an. Jim blickte zu seinem Bildschirm und seine Augen leuchteten auf. Es war die Nachricht, auf die er ungeduldig wartete. Der Bericht des Graphologen, dem er das Foto der von Jonathan L'Empereur bei ihm abgelieferten Papierserviette geschickt hatte. Gebannt las er das Gutachten durch. Die Schlussfolgerungen aus dem Bericht waren vage. Die Zeilen auf der Papierserviette könnten sehr gut von Alice stammen. Die Schrift aber ändere und entwickle sich mit dem Alter. Die neue Kalligrafie sei reifer als die der Stichproben aus dem Tagebuch, sodass eine eindeutige Identifizierung schwierig sei. Jim seufzte. Ein Geräusch. Jemand stieß, ohne anzuklopfen, die Bürotür auf. Flaherty hob den Kopf, kniff die Augen zusammen und erkannte seinen Kollegen Trevor Conrad. »Sau kalt hier«, bemerkte der junge Polizeibeamte und zog den Reißverschluss seines Blousons zu. »Bist du fertig?«, fragte Jim. »Das war das letzte Mal, dass ich die ganze Nacht an einer abgeschlossenen Angelegenheit für dich schufte. Das verspreche ich dir. Diese Fingerabdrücke abzunehmen war kein Kinderspiel, das kannst du mir glauben«, sagte er und hielt ihm die Plastiktüte mit der Papierserviette mit den Schokoladenflecken hin. »Hast du etwas Verwertbares gefunden?« »Ich habe Spuren und Fragmente, doch das Ganze bleibt lückenhaft.« Er überreichte ihm den USB-Stick, warnte ihn jedoch erneut. »Ich habe dir alles kopiert, aber es ist das reinste Chaos. Erwarte bloß nicht, einen kompletten Fingerabdruck vorzufinden.« »Danke, Trevor.« Allein zurückgeblieben steckte Jim den USB-Stick in seinen Computer. Trevor war es gelungen, ein Dutzend Fragmente von den zwei oder drei Verwertbareschienen zu isolieren. Jim schob sie auf den Desktop seines PCs, vergrößerte sie und starrte eine Weile fasziniert auf dieses Flechtwerk von Kurven und Windungen, von Erhebungen und Rillen, die unsere Fingerkuppen durchziehen und jede einzigartig machen. Gespannt stellte er die Verbindung zu AFJS, dem automatischen Fingerabdruck-Identifikationssystem, her und setzte den Abgleich der drei Teilabdrücke mit den Hunderttausenden in der Datei gespeicherten Abdrücke in Gang. Der Algorithmus begann seine Arbeit mit schwindelerregender Geschwindigkeit. Plötzlich erschien das traurige Gesicht von Alice Dixon auf dem Bildschirm. Jim durchfuhr ein Schauer. Die Abdrücke auf der Papierserviette waren tatsächlich die des jungen Mädchens. Dieser Jonathan L'Opereur hatte ihm also kein Märchen aufgetischt. Im Dezember 2009, sechs Monate nachdem man ihr das Herz herausgeschnitten hatte, war Alice Dixon noch am Leben gewesen. Er spürte, wie seine Hände zu zittern begangen und seine Gedanken sich überschlugen. Er würde den Fall neu aufrollen. Er würde seinen Chef, die Medien und Madeleine benachrichtigen. Diesmal würden sie Alice finden. Er durfte keine Zeit verlieren. Er, ein diffuses, dumpfes Geräusch, wie von einer Explosion durchbrach, die nächtliche Stille. Der aus nächster Nähe abgegebene Schuss tötete Jim auf der Stelle. Der Schatten war durch das Fenster geschlüpft. Der mit einem schwarzen Overall bekleidete Mörder führte die Mission aus, für die er bezahlt wurde. Er schob Jim die Pistole in die Hand, um einen Selbstmord vorzutäuschen. Er nahm, genau wie man ihm gesagt hatte, die Plastiktüte mit der Papierserviette und den USB-Stick an sich. Dann schloss er eine kleine externe Festplatte an den Computer des verstorbenen Kommissars an, um den Virus Tschernobyl 2012 einzuschleusen. Ein übles Zeug, das in Rekordzeit alle Programme infiziert, die ganze Festplatte löscht und dafür sorgt, dass der Computer nicht mehr eingeschaltet werden kann. Der Vorgang nahm nicht mehr als 30 Sekunden in Anspruch. Jetzt musste er sich schleunigst aus dem Staub machen. Auch wenn das Kommissariat zu zwei Dritteln leer war, konnte jederzeit jemand den Raum betreten. Der Schatten packte alles schnell ein. In dem Moment, als er sich anschickte, durch das Fenster zu verschwinden, hörte er Jims Handy auf dem Schreibtisch vibrieren. Er konnte es sich nicht verkneifen, einen Blick auf das Display des Handys zu werfen, auf dem ein Vorname erschien. Madeleine. Nichts zu machen. Jim antwortet nicht, sagte Madeleine und steckte das Smartphone wieder ein, während ihr Taxi vor dem kleinen Restaurant in Greenwich Village anhielt. Jonathan öffnete ihr die Wagentür. Kein Wunder. In Manchester ist es 5 Uhr morgens. Ihr Jim liegt noch in den Federn, das ist alles. Madeleine folgte dem Franzosen in das Bistro. Sie rief wieder die Nummer von Flaherty an, mit dem gleichen Ergebnis wie das erste Mal. Irgendetwas stimmte dann nicht. Jim ist ein Workaholic. So wie ich ihn kenne, hat er nach dem, was sie ihm erzählt haben, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Untersuchung der Fingerabdrücke zu beschleunigen. Und um diese Uhrzeit müsste er die ersten Ergebnisse bekommen haben. In zwei Tagen ist Weihnachten. Da arbeiten alle Dienststellen sicherlich nur auf Sparflamme. Rufen Sie ihn morgen früh wieder an. Hm, machte Madeleine. Wissen Sie schon, wo ich schlafen kann? Denn ich warne Sie, ich bin hundemüde und... Keine Sorge, wir gehen zu Claire. Claire Lisieux, ihr Sous-Chef im Imperator? Ja, sie hat nicht weit von hier eine Wohnung. Ich habe sie bereits um Asyl gebeten. Sie ist über Weihnachten nicht in New York, das trifft sich gut. Und jetzt bestellen wir uns was zu essen. Während sie mit gutem Appetit aßen, entspannten sie sich. Aus dem Augenwinkel beobachtete Jonathan, wie die Engländerin ihren Hamburger verschlang. Komisch. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, hätte ich schwören können, sie wären eine sture Vegetarierin, die sich nur von Salatblättern ernährt. Und wie Sie sehen, trügt der Schein wieder mal. Es war nach ein Uhr nachts. Sie saßen sich auf Lederbänken gegenüber und genossen diese kleine Atempause. Trotz der Müdigkeit hatten beide den Eindruck, aus einem langen Winterschlaf zu erwachen. Seit mehreren Stunden ließ ein Adrenalinstoß ihr Blut schneller durch die Venen fließen. Jonathan hatte sich aus der Erstarrung und Bitterkeit befreit, die ihn seit zwei Jahren gefangen hielt. Was Madeleine betraf, so hatte sie aufgehört, sich einzureden, dass ihr kleines, geregeltes Leben sie gegen ihre Dämonen schützte. Eines der beiden Handys, die auf dem Tisch lagen, vibrierte. Automatisch hatten sie ihre Smartphones nebeneinander gelegt. Es war das von Jonathan, das angerufen wurde, doch es war der Vorname Raphael, der auf dem Display erschien. Ich denke mal, das ist für sie, sagte er, und reicht es ihr. Ganz schön dreist, ihn in mein Adressbuch aufzunehmen. Tut mir leid. Er hatte mich um ihre Nummer gebeten. Er weiß nicht, dass ich mein Handy wieder habe. Das Vibrieren hielt an. Wollen Sie nicht antworten? Nein, mir fehlt der Mut. Es geht mich ja nichts an, und ich weiß nicht genau, was Sie ihm gesagt haben, doch ich finde, Sie können Ihren Freund nicht ohne Nachricht lassen. Sie haben recht, es geht Sie nichts an. Das Handy verstummte. Jonathan sah Madeleine vorwurfsvoll an. Weiß er, dass Sie hier sind? Sie zuckte mit den Schultern. Er glaubt, ich bin in London. Bei Ihrer Freundin Julian? Sie nickte. Er muss sie erreicht und erfahren haben, dass Sie nicht bei ihr sind. Ich rufe ihn morgen an. Morgen? Aber er muss vor Angst verrückt werden. Er wird alle Flughäfen, Kommissariate, Krankenhäuser anrufen. Hören Sie auf mit Ihrem Theater. Warum nicht gleich Entführungsalarm, wenn Sie schon mal dabei sind? Haben Sie denn gar kein Herz? Kein Mitleid mit diesem armen Kerl, der vor Sorgen umkommt? Sie gehen mir auf die Nerven. Außerdem ist Raphael kein armer Kerl. Ihr seid doch wirklich alle gleich. Wenn Sie ein Problem mit Frauen haben, dann machen Sie mich gefälligst nicht dafür verantwortlich. Sie sind nicht ehrlich mit ihm. Sagen Sie ihm die Wahrheit. Und was, bitteschön, ist die Wahrheit? Dass Sie ihn nicht mehr lieben. Dass er nur ein Reserverad in Ihrem Leben war. Eine Krücke, die... Sie hob die Hand, um ihn zu ohrfeigen. Doch er packte sie am Handgelenk und konnte sie gerade noch davon abhalten. Ich rate Ihnen, sich zu beruhigen. Er stand auf, zog seinen Mantel an, griff nach seinem Handy und ging nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen. Wütend erhob sich Madeleine, ging zur Theke, um einen doppelten Whisky zu bestellen, den sie mit Ananassaft mischte. Ihr Cocktailglas in der Hand kehrte Madeleine zu dem Tisch zurück. Von ihrem Platz aus beobachtete sie diesen seltsamen Mann, den sie erst seit einer Woche kannte, der aber ihre Gedanken inzwischen derart beherrschte, dass es fast schon zur Obsession wurde. Eingehüllt in seinen Mantel betrachtete er den Himmel. Im weißen Licht der Straßenlaterne wirkte er melancholisch, fast kindlich. Er strahlte etwas Rührendes, Anziehendes aus, einen schlichten Charme, der Vertrauen einflößte und etwas Ehrliches, Wohltuendes hatte. Jetzt sah auch er sie an, und in diesem Moment veränderte sich etwas. Ein Schauer durchrieselte ihren Körper, ihr Magen zog sich zusammen, ihr Herz schlug schneller, und sie hatte plötzlich Schmetterlinge im Bauch. Sie wurde von diesen Gefühlen geradezu überrumpelt und fragte sich, woher diese Erregung kam, die sie völlig aus der Bahn warf. Sie hatte sich nicht mehr unter Kontrolle. Verwirrt und außerstande dagegen anzukämpfen, vermochte sie ihren Blick nicht mehr von seinen Augen zu lösen. Sein Gesicht kam ihm mit einem Mal vertraut vor, so als hätte sie ihn immer schon gekannt. Jonathan nahm einen tiefen Zug an seiner Zigarette und stieß eine blaue Rauchwolke aus, die sich bedingt durch die Kälte lange nicht auflöste. Als er Madeleines Blick auf sich ruhen spürte, drehte er den Kopf, und zum ersten Mal trafen sich ihre Blicke wirklich. Diese Frau. Er wusste, dass sich unter der harten Schale ein weicher Kern, eine sensible und komplexe Person verbarg. Wegen ihr hatte er sich aus seiner Benommenheit befreit, und wieder nahm er dieses Band wahr, das sie vereinte. Innerhalb der letzten Tage hatten sie unglaublich viel voneinander erfahren. Wie besessen waren sie in die intimsten Geheimnisse des anderen eingedrungen, hatten ihre Unzulänglichkeiten, ihre Sensibilität, ihre Hartnäckigkeit bloßgelegt, und dabei Stärken und Schwächen entdeckt, die sich zu entsprechen schienen. Madeleine kapitulierte und gab sich diesem neuen Gefühl hin. Es war berauschend wie ein Sprung ins Leere ohne Fallschirm, ohne Gummiseil. Sie dachte an ihre erste Begegnung zurück. Nichts wäre passiert ohne diesen Zusammenstoß am Flughafen. Nichts wäre passiert, wenn sie nicht versehentlich ihre Handys vertauscht hätten. Hätte sie dreißig Sekunden früher oder dreißig Sekunden später die Cafeteria betreten, wären sie einander niemals begegnet. Das stand fest. Ein seltsamer Streich des Schicksals, das beschlossen hatte, sie im entscheidenden Moment aufeinandertreffen zu lassen. Der Wink des Engels, wie ihre Großmutter zu sagen pflegte. Reglos stand Jonathan in der Nacht und ließ sich treiben. Beherrscht von einem Gefühl, das die Bindung an die Vergangenheit löste, um die Skizze einer Zukunft zu entwerfen. Die Magie dauerte weniger als eine Minute an. Plötzlich war der Zauber wieder verflogen. Sein Handy in der Manteltasche klingelte. Es war Raphael, der erneut sein Glück versuchte. Jonathan beschloss, das Gespräch anzunehmen. Er ging ins Restaurant zurück, trat an Madeleines Tisch und reichte ihr den Apparat. Für sie. Brutal harte Rückkehr in die Realität. Zwanzig Minuten später lief Madeleine an der Seite von Jonathan die vierzehnte Straße hinunter und weigerte sich hartnäckig, seinen Mantel anzuziehen. Jetzt seien Sie doch nicht so kindisch, Sie holen sich noch den Tod in Ihrem Blouson. Morgen mit vierzig Grad Fieber werden Sie nicht mehr die Stolze spielen. Auf Höhe der Sixth Avenue hielt Jonathan in einem Deli an, um Mineralwasser, Kaffee und einen großen Sack mit Holzscheiten zu kaufen. Also ziehen Sie jetzt diesen Mantel an oder nicht? Nein, danke. Aber dies ist wirklich ein aufregendes Viertel. Es war ein Wohnviertel mit niedrigeren, eleganten Stadthäusern, den sogenannten Brownstones, mit Backsteinfassaden und Freitreppen wie in den bürgerlichen Gegenden des alten London. Trotz der Kälte und der späten Stunde herrschte in den Bars und kleinen Restaurants reges Treiben. Das ist wirklich eine Stadt, die niemals schläft, stellte Madeleine fest. Ja, in diesem Punkt lügt die Legende nicht. Als sie den Washington Square erreicht hatten, bog Jonathan in eine kleine gepflasterte Straße ein, deren Zugang durch ein Tor geschützt war. Jonathan gab den Code ein, um es zu öffnen. Sie hielten vor einem pittoresken, einstöckigen Haus. Jonathan folgte Claires Instruktionen und hob den Terracotta-Topf hoch, unter den die Hausmeisterin die Schlüssel gelegt hatte. Er betätigte den Hauptschalter, um Strom für Licht und Heizung zu setzen. Madeleine sah sich im Haus um, das äußerst geschmackvoll renoviert worden war. Neugierig betrachtete die Engländerin die Fotos an den Wänden. Claire Lisieux war groß, schlank, sportlich und ausgesprochen hübsch. Madeleine war auf der Stelle eifersüchtig. Ist es nicht erstaunlich, dass Sie auf mehr als der Hälfte der Fotos abgebildet sind? Sie ist eine Freundin. Da ist es doch normal, dass sie solche Souvenirs aufbewahrt. Mal abgesehen von Ihrem Vater sind Sie der einzige Mann auf all diesen Fotos. Machen Sie mir gerade eine Szene? Wer war dieses Mädchen? Etwa Ihre Geliebte? Nein, wie oft wollen Sie mir diese Frage noch stellen? Auf jeden Fall war sie in sie verknallt. Das sieht dann blinder. Und was ändert das? Nach Ihrer Trennung hätten Sie sich ihr zuwenden können. Sie ist jung, bildhübsch, augenscheinlich intelligent. Jetzt reicht's aber. Nein, erklären Sie's mir. Da gibt es nichts zu erklären. Soll ich es für Sie tun? fragte sie und beugte sich herausfordernd zu ihm vor. Jonathan versuchte zurückzuweichen, aber er stand mit dem Rücken am Kamin und das Holz begann zu brennen. Claire Lisieux ist perfekt. Sie ist sanft, freundlich und seriös. Sie wäre die ideale Mutter, falls Sie sich weitere Kinder wünschen. Sie mögen sie, respektieren sie sehr, aber... Wie soll ich sagen, das wäre zu einfach, zu harmonisch. Medeline hatte sich noch mehr genähert und ihre Lippen waren nur noch wenige Zentimeter von seinen entfernt. Das ist es also nicht, was Sie in der Liebe suchen, stimmt's. Sie brauchen Leidenschaft, Kampf, Eroberung. Kurz, Claire ist nicht die richtige Frau für Sie. Jonathan zögerte mit der Antwort. Er spürte, wie sich Medelines Atem mit seinem vermischte. Nun trieb sie die Provokation zum Äußersten. Und ich? Bin ich eine Frau für Sie? Er dringte sich an sie und küßte sie. Seit seiner Trennung von Francesca hatte Jonathan nicht mehr mit einer Frau geschlafen. Und so stellte er sich etwas unbeholfen an, als er Medeline erst die Lederjacke, dann den Pullover auszog. Sie knüpfte sein Hemd auf und knabberte an seinem Ohr. Er löste sich von ihr, um ihr Gesicht besser liebkosen zu können. Sie versträumte einen Duft nach Zitrusfrüchten, Minze und Lavendel. Als sie nackt waren, sanken sie auf die Couch. Sie hielten sich eng umschlungen und ihre Körper verschmolzen miteinander, um nur noch einen zu bilden, der sich im Mondlicht bewegte. Ihr Haar, ihre Haut, ihre Lippen. Die Blicke tief ineinander getaucht, ließen sie sich von der Lust davon tragen. Draußen ging das Leben weiter, in der Stadt, die niemals schläft. Ich habe eine SMS von Lück bekommen, rief Loreley. Sie hatte die Badezimmertür aufgerissen und hielt ihrer Mitbewohnerin ihr Handy vor das Gesicht. Den Kopf über das Waschbecken gebeugt, die Zahnbürste in der Hand, fragte Alice, Was will er von dir? Wie bitte? Alice spülte den Mund aus und wiederholte, Was er von dir will. Er lädt mich morgen Abend ins Café Luxemburg ein. Loreley kicherte und warf die Tür wieder zu. Alice schminkte sich mit einem feuchten Reinigungstuch ab. Der Spiegel zeigte ihr das Bild eines hübschen, 17-jährigen Mädchens mit ebenmäßigen Gesichtszügen, eingerahmt von blondem Haar. Sie hatte eine gewölbte Stirn, schön geschwungene Lippen und hohe Wangenknochen. Ihre dunklen, graugrünen Augen hoben sich von dem Alabasterton ab. Wegen ihres Aussehens und ihres Namens dachten alle Mitschüler, sie sei polnischer Herkunft. Sie hieß Alice Kowalski. Das wenigstens stand auf ihrem Personalausweis. Sie beendete ihre Toilette, spielte noch ein wenig mit ihrer Mimik, indem sie blitzschnell den Gesichtsausdruck wechselte. Wie bei den Übungen für ihre Schauspielkurse blickte sie mal provozierend, mal schüchtern drein oder zog ein Schmollmund. Schließlich gesellte sie sich zu Loralee in das gemeinsame Schlafzimmer. Aufgeregt wegen ihres bevorstehenden Dates hatte die junge afroamerikanische Sängerin die Musik von Lady Gaga aufgelegt und probierte vor dem Spiegel verschiedene Outfits aus. Ich bin hundemüde, gestand Alice und schlüpfte unter die Bettdecke. Das ist normal. Heute Abend warst du die Ballkönigin. Sie spielte auf die Vorstellung von West Side Story an, in der Alice die Rolle der Maria inne hatte, die Jahresabschluss-Aufführung ihres Kurses. »Fandest du mich wirklich gut?« »Erstklassig. Du bist fürs Musical genauso begabt wie für die Geige.« »Danke.« Alice, sonst so blasse Wangen waren leicht rosig geworden. Die beiden Mädchen plauderten noch ein Weilchen und ließen den Abendrevue passieren. »Mist, ich habe meine Handtasche in der Garderobe liegen lassen,« rief Alice plötzlich. »Reicht es nicht, wenn du sie morgen abholst?« »Das Problem ist, dass meine Medikamente darin sind.« »Die Mittel gegen Organabstoßung?« »Die auch, aber vor allem die Pillen gegen Bluthochdruck.« »Ich gehe schnell runter,« beschloss sie und sprang aus dem Bett. Sie zog eine Trainingshose direkt über ihr kurzes Nachthemd und öffnete den Schrank auf der Suche nach einem Pullover. Automatisch griff sie nach dem obersten auf dem Stapel, ein wattiertes, rosa-graues Kapuzen-Sweatshirt mit dem Abzeichen der Fußballmannschaft Manchester United darauf. Das letzte Stück aus ihrem früheren Leben. Sie schlüpfte rasch in ein paar Turnschuhe, ohne die Schnürsenkel zuzubinden. »Bei der Gelegenheit hole ich mir Oreo-Keks und ein Fläschchen Erdbeermilch aus dem Automaten. Bringst du mir ein Päckchen Waffeln mit? Mach ich. Bis gleich.« Alice verließ das gemeinsame Zimmer und trat auf den Flur. Das Studentenwohnheim, das in den oberen zwölf Stockwerken des Lincoln Center untergebracht war, beherbergte 300 Schüler, zukünftige Tänzer, Schauspieler, Musiker aus 50 verschiedenen Ländern. Obwohl es bereits spät war, herrschte noch immer geschäftiges Treiben auf den Gängen. Viele Studenten packten ihre Koffer, um ihre Familien über Weihnachten zu besuchen. Während Alice auf den Fahrstuhl wartete, trat sie ans Fenster und betrachtete die Lichter der Gebäude, die sich im Fluss spiegelten. Noch immer euphorisch von der Aufführung machte sie ein paar Tanzschritte. Ein Gefühl unendlicher Dankbarkeit überkam sie. Was wäre aus ihr geworden, wenn sie in Manchester geblieben wäre? Wäre sie überhaupt noch am Leben? Wahrscheinlich nicht. Hier in Manhattan hatte sie sich entfaltet, trotz der spätfolgende Herztransplantation. Plötzlich durchfuhr sie ein Schauer und sie vergrub die Hände in den Taschen ihres Sweatshirts. Der alte, rosa-graue Pullover weckte Erinnerungen und Bilder von ihrem früheren Leben wirbelten durch ihren Kopf. Ihre Mutter, ihr Viertel, ihre Schule, das Elend, die heruntergekommenen Häuser, der Regen, die schreckliche Einsamkeit und die Angst, die sie niemals verließ. Sie schlief oft unruhig, doch sie bedauerte ihre Entscheidung nicht. Sie würde sie niemals bedauern. Hier in der Juliet School waren alle Kunst und Kultur beflissen. Die Studenten waren aufgeschlossen, tolerant, originell und inspirierend. Als der Fahrstuhl endlich eintraf, drückte Alice auf den Knopf zur zwölften Etage, in der sich der große Aufenthaltsraum befand. Die Saloon-Ecke war noch immer belebt. Kein Glück, rief sie, als sie vor den leeren Automaten stand. Stimmt was nicht, junge Dame? fragte einer der Wachmänner. Meine Lieblingskekse sind ausverkauft. Die Schule wurde rund um die Uhr bewacht. In Juliet wurde die Sicherheit nicht auf die leichte Schulter genommen, denn hier wurden Diplomatenkinder, gekrönte Häupter, sogar die Tochter eines amtierenden Präsidenten unterrichtet. Bevor sie zu den Aufzügen zurückkehrte, kaufte sie ihr Getränk und die Waffeln für Loralee. Diesmal fuhr sie in eine der unteren Etagen, in der sich die Konzertsäle befanden. Als sich im zweiten Stock die Lifttür öffnete, stand vor ihr eine dunkle Gestalt, die sie erwartete. Ein maskierter Mann hielt eine Pistole auf sie gerichtet. Sie wich einen Schritt zurück und stieß einen erstickten Schrei aus, doch der Mann trat vor und begann zu schießen. Die beiden Projektile der Elektroschockpistole trafen Alice im unteren Bauch. Kurzfristig gelähmt und mit blockiertem Nervensystem brach sie am Boden zusammen. Fast im selben Moment war der Angreifer über ihr. Er packte sie brutal am Hals, schob ihr einen Knebel in den Mund und band ihn mit einem Tuch fest. Die Tür des Aufzugs schloss sich. Er drückte auf den Knopf zur Tiefgarage und presste Alice während der Fahrt nach unten auf den Boden. Bevor sie wieder zu sich kam, hatte er sie auf den Bauch gedreht und ihr Hand- und Fußgelenke mit Nylonriemen gefesselt. Innerhalb von wenigen Sekunden waren sie auf dem Parkplatz. Der Mann, dessen Kopf unter der Maske verborgen war, nahm Alice wie einen Sack über die Schulter. Noch immer benommen versuchte sie, sich zur Wehr zu setzen, doch je mehr sie sich bewegte, desto fester hielt er sie. Seine Arme waren kräftig wie schwere Zangen, die ihre Knochen hätten brechen können. Wie war es ihm gelungen, das komplizierte Sicherheitssystem zu umgehen? Wie hatte er wissen können, dass Alice genau in diesem Moment den Aufzug nehmen würde? Im Halbdunkel trug er sie durch die Tiefgarage zu einem Bordeaux-farbenen Dodge-Pickup. Mit seinem gewaltigen Kühlergrill, den getönten Scheiben, den verkromten Stoßstangen und den doppelten Hinterreifen hatte er etwas Furchteinflößendes. Der Mann stieß Alice auf die Rückbank, die wie in den Taxis durch eine Plexiglasscheibe von den Vordersitzen getrennt war. Er nahm am Steuer Platz und fuhr mittels eines Parking-Cards-Badge seelenruhig aus der Tiefgarage. Oben angelangt nahm er die Strumpfmaske ab, sodass Alice im Rückspiegel sein Gesicht sehen konnte. Er hatte kurzgeschorenes Haar, glasige Augen und schlaffe, von roten Äderchen durchzogene Wangen. Der Geländewagen fuhr auf den Broadway und bog dann auf die Columbus Avenue ein. Allmählich ließ die Lähmung nach, in die die Elektroschockpistole Alice versetzt hatte. Trotz aller Angst zwang sie sich, die Route ihres Entführers im Auge zu behalten. Solange sie in den touristischen Vierteln blieben, glaubte sie, weiterhin hoffen zu dürfen. Mit den Füßen versuchte sie, gegen die Scheibe zu trommeln, aber die Fesseln an ihren Gelenken ließen ihr keine Bewegungsfreiheit. In ihrer Panik erstickte sie fast an dem Knebel. Sie unternahm ein Versuch, ihre Hände zu befreien, doch die Nylonriemen schnitten schmerzhaft in ihre Gelenke. Der Wagen fuhr die 9th Avenue hinunter bis zur 22. Straße. Sie befanden sich auf Höhe von Hell's Kitchen. Alice versuchte, Ruhe zu bewahren. Atme durch die Nase, jetzt bloß keine Panik! Sie würde nicht sterben. Jedenfalls nicht sofort. Wenn dieser Mann sie hätte töten wollen, so hätte er es längst getan. Etwas war ihr aufgefallen. Er hatte mit seiner Waffe nicht auf ihre Brust gezielt, sondern auf den Bauch. Er weiß, dass ich eine Transplantation hinter mir habe und dass Elektrostöße in Herznähe tödlich sein können. Ohne die Beweggründe ihres Entführers zu kennen, hatte Alice schon jetzt begriffen, dass ihre Vergangenheit sie noch heute Abend einholen würde. Um eine Polizeikontrolle zu vermeiden, fuhr der Mann extrem vorsichtig und achtete darauf, die Geschwindigkeit nicht zu überschreiten. Sie hatten den äußersten Westen erreicht und folgten dem Hudson River in Richtung Süden. Sie waren inzwischen seit einer guten Viertelstunde unterwegs, als der Pick-up in den Brooklyn Battery Tunnel fuhr. Schlechtes Zeichen. Wir verlassen Manhattan. Sie hatten gerade die Mautstelle passiert, als das Mobiltelefon des Unbekannten ertönte. Er hob gleich nach dem ersten Klingelton ab und da das Gerät mit einer Freisprechanlage versehen war, konnte Alice den größten Teil des Gesprächs mitverfolgen. Nun, Juri, fragte die Stimme. Bin schon unterwegs, ist alles nach Plan gelaufen, verkündete er mit einem starken russischen Akzent. Du hast sie hoffentlich nicht zu übel zugerichtet. Hab mich genau an die Anweisungen gehalten. Okay, du weißt, was dir noch zu tun bleibt? Ja, erwiderte der Russe. Vergiss nicht, sie zu durchsuchen und nachher den Wagen verschwinden zu lassen. Verstanden. Die Stimme am Telefon, das war die von... Nein, das war unmöglich. Mit einem Mal wurde ihr alles klar. Ihr Herz begann noch schneller zu schlagen, denn sie hatte begriffen, dass die Gefahr weit größer war, als sie sich vorgestellt hatte. Sie geriet derart in Panik, dass sie erneut an ihrem Knebel zu ersticken drohte. Sie zwang sich, langsam zu atmen. Sie musste unbedingt etwas versuchen. Mein Handy. Es steckte in der hinteren Tasche ihre Trainingshose. Sie drehte sich unauffällig ein Stück zur Seite, um es herauszuziehen. Ihre gefesselten Handgelenke aber erschwerten jede Bewegung, zumal Juri sie überwachte und ständig in den Rückspiegel schaute. Mit viel Geduld und Hartnäckigkeit konnte sie es schließlich herausangeln. Blind hatte sie bereits die ersten Ziffern des Notrufs gewählt, als der Dodge plötzlich eine Vollbremsung machte. Das Mobiltelefon entglitt ihren Händen und rutschte unter die Rückbank. Der Russe verfluchte den Motorradfahrer, der das Rotlicht missachtet hatte. Eingeschnürt, wie sie war, konnte Alice nichts mehr tun. Ihr Handy war definitiv außer Reichweite. Sie fuhren noch eine gute Viertelstunde erneut in Richtung Süden. Aber wohin? Sie war fest davon überzeugt, dass sie Brooklyn bereits seit einer Weile verlassen hatten. Schließlich las sie auf einem Schild Mermaid Avenue. Es war eine der Hauptverkehrsadern von Coney Island. Der Russe bog in eine dunkle Sackgasse, schaltete die Scheinwerfer aus, rollte im Schritttempo bis zu einem heruntergekommenen Gebäude und zog den Zündschlüssel ab. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, öffnete er eine der Türen des Wagens, um das Mädchen herauszuholen. Mit einem Messer durchtrennte er die Nylonfesseln an ihren Fußgelenken. Los! Alice vernahm das Rauschen der Wellen und atmete die salzige Luft ein. Sie befanden sich in einem trostlosen heruntergekommenen Areal ganz in der Nähe des Atlantiks. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Coney Island jedoch einen gewaltigen Vergnügungspark beherbergt, der mehrere Millionen Touristen aus allen Teilen der USA anlockte. Doch diese glorreichen Zeiten lagen weit zurück. In dieser kalten Dezembernacht strahlte der Ort nichts von seinem einstigen Glanz und seiner Magie aus. Das Viertel bestand nur noch aus Ruinengrundstücken und Brachland, eingezäunten Parkplätzen und hässlichen Wohnblücken. In den Sommermonaten drehten sich noch ein paar Karussells. Den Rest der Zeit vermittelte die von Rost und Dreck zernagte Anlage den Eindruck langsamen Verfalls. Wenn du fliehn, ich steche dich ab wie Lamm, drohte Juri und hielt Alice die Messerklinge an den Hals. Er zerrte sie auf ein schlammiges Grundstück, umgeben von einem Bretterzaun, wo sich ein Rudelhunde herumtrieb. Er schleifte Alice zu einem halb zerfallenen Lagerschuppen, schloss dessen Tür auf und zwang sie, eine Metalltreppe hinunter zu steigen, die in einen engen Tunnel führte. Dort herrschte ein eisiger Luftzug und es war so dunkel, dass der Russe eine Taschenlampe einschalten musste. An einer Mauer lehnte ein riesiges bemaltes Holzschild, das für »The scariest show in town« für eine Geisterbahn warb. Allem Anschein nach befanden sie sich im Maschinenraum eines alten Fahrgeschäfts. Das Licht war schwach. Schatten tanzten an der Wand. Der Schein der Taschenlampe spiegelte sich auf den fauligen Wasserpfützen. Tränen ran Alice über die Wangen. Sie wollte zurückweichen, doch Yuri drohte erneut mit der Messerklinge und zwang sie auf eine Wendeltreppe, die in die Tiefen der Lagerhalle führte. Am Ende eines Gangs befand sich eine Metalltür. Yuri zog einen Schlüsselbund aus der Tasche und öffnete das Tor zur Hölle. Es herrschte eises Kälte und totale Dunkelheit. Yuri suchte nach dem Schalter. Eine staubige Neonröhre verbreitete schließlich ihr fahles Licht in diesem kleinen Raum mit den feuchten, abblätternden Wänden. Ein muffiger Geruch nach Moder und Schimmel hing in der Luft. Die von verrosteten Metallpfeilern gestützte Decke war so niedrig, dass jeder Mensch klaustrophobische Zustände bekommen hätte. Auf der rechten Seite befand sich eine ekelerregende Kloschüssel und ein kleines, dreckiges Waschbecken, auf der linken ein Feldbett aus Stahl. Schonungslos wurde Alice von dem Russen in das Verlies gestoßen. Sie stolperte und fiel der Länge nach auf den feuchten, schwammigen Boden. Trotz ihrer noch immer gefesselten Hände gelang es ihr, sich aufzurappeln und ihrem Entführer mit letzter Kraft einen wütenden Fußtritt zwischen die Beine zu verpassen. Er schrie etwas und wich zurück, konnte sich aber auf den Beinen halten und noch bevor Alice zu einem weiteren Tritt ausholen konnte, stürzte er sich auf sie und stieß ihr das Knie gegen den Rücken, um sie zu Boden zu zwingen, wobei er ihr fast die Schulter ausgekugelt hätte. Alice glaubte zu ersticken. Benommen vernahm sie ein Klicken. Der Russe hatte sie mit Handschellen an eines der Rohre gefesselt. Als er bemerkte, dass sie an ihrem Knebel zu ersticken drohte, befreite er sie davon. In Tränen aufgelöst, hustete sie heftig, bis sie endlich wieder normal atmen konnte. Juri fühlte sich stark und überlegen und genoss die Hilflosigkeit seines Opfers. Wage noch einmal, mich zu schlagen, rief er lachend. Alice schrie auf, der Schrei als letzte Waffe. Obwohl sie natürlich wusste, dass an einem verlassenen Ort wie diesem sie niemand hören konnte, wendete sie ihre ganze Energie auf, die Stille der Nacht zu zerreißen. Juri ergötzte sich an ihrer Verzweiflung, alles erregte ihn, die Angst des Mädchens, die Enge und Dunkelheit des Raums, das Gefühl der Macht. Doch man hatte ihm deutlich befohlen, dass er die Kleine während der ersten drei Tage nicht vergewaltigen durfte. Danach könnte er machen, was er wollte. Alice schrie sich die Lunge aus dem Leib, bis ihr Schrein in einen Weinkrampf überging. Für Juri hatte der Spaß nun lange genug gedauert. Er wühlte in seiner Tasche, zog eine Rolle Klebeband heraus und klebte ihr den Mund zu. Sicherheitshalber legte er ihr erneut Fußfesseln an, bevor er sie ihrem Schicksal überließ und die Metalltür hinter sich abschloss. Er lief den Weg zurück vorbei an den rostigen Kellertüren, die Wendeltreppe hinauf, durch den zugigen Tunnel und schließlich bis zur Stahltreppe, die ins Freie führte. Draußen stieß er auf die Hundemeute, die er absichtlich hungern ließ, um neugierige Passanten fernzuhalten. Jetzt musste er sich, um die Spuren zu verwischen, nur noch des Pickups entledigen. Am einfachsten wäre es, ihn irgendwo in Queens abzustellen. Mit seinen dicken, verkromten Felgen und der breiten Stoßstange, die ihn wie ein Panzer wirken ließ, stand er bei Dieben hoch im Kurs, vor allem, wenn man den Schlüssel einfach stecken ließ. Höchst zufrieden, eine Entscheidung getroffen zu haben, trat er auf die Sackgasse, in der er den Dodge geparkt hatte, um festzustellen, dass der Wagen nicht mehr da war. Er blickte sich suchend um. Nichts. Ein Augenblick lang blieb Juri reglos stehen, fassungslos darüber, wie schnell das Fahrzeug gestohlen worden war. Sollte ihn das eher beunruhigen oder freuen? Vor allem musste er seinen Chef informieren. Er beschloss, nichts zu sagen. Man hatte ihn beauftragt, den Wagen verschwinden zu lassen und er war verschwunden. Fertig. Wichtig war, dass sie das Mädchen hatten. Greenwich Village, fünf Uhr morgens. Jonathan fuhr aus dem Schlaf hoch. Sein Kopf ruhte in Madeleines Armbeuge. Trotz des brutalen Erwachens fühlte er sich erstaunlich gut. Im Haus war es warm geworden. Von draußen war das Pfeifen des Windes und die Geräusche der Stadt zu hören. Er sah auf die Uhr, blieb aber noch einen Moment an den weichen, schlanken Körper geschmickt liegen. Dann zwang er sich leise, das behagliche Nest zu verlassen. Er schlüpfte in Pullover und Jeans, schloss sachte die Zimmertür hinter sich und ging hinab in den Wohnraum. Dort zog er die Fotokopie der E-Mail, die Madeleine auf Georges Computer entdeckt und ihm am Vorabend gegeben hatte aus der Manteltasche. Von Francesca de Lillo an Georges Latulip betrefft Reh. Datum 4. Juni 2010, 19.47. Georges, ich bitte dich, vergiss deinen Plan, Jonathan in San Francisco aufzusuchen. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Jetzt ist es zu spät für Gewissensbisse. Ich dachte, das hättest du durch die Zeitungsartikel verstanden. Vergiss Jonathan und das, was uns widerfahren ist. Lass ihn sich erholen. Wenn du ihm die Wahrheit gestehst, bringst du uns alle drei in eine furchtbare Situation und du wirst alles verlieren. Deine Arbeit, deine Wohnung, deinem Komfort. F-Punkt. Jonathan setzte sich an den Eichenschreibtisch, auf dem der Computer stand. Auf einem Klebezettel am Bildschirm war das Passwort notiert, mit dem man sich als Gast einloggen konnte. Jonathan ging ins Internet und nahm sich die Zeit, die Nachricht noch einmal zu lesen. Francesca hatte ihn also nicht mit George betrogen. Er konnte es immer noch nicht fassen. Warum hatte sie überstürzt ein so absurdes Szenario erfunden, um ein anderes Geheimnis zu verbergen? Als er die E-Mail zum dritten Mal las, unterstrich er einen Satz. Ich dachte, das hättest du durch die Zeitungsartikel verstanden. Worauf spielte Francesca an. Die Mail stammte vom Juni. Madeleine hatte ihm erklärt, sie hätte nach früheren Zeitungsartikeln in Verbindung mit dem Namen Francesca und George gesucht, aber nichts Konkretes gefunden. Er unterdrückte einen Genen und erhob sich, um Kaffee zu kochen, ehe er sich an die Auswertung der Pressearchive machen würde. Dort müsste er zwangsläufig eine Erklärung für das Geheimnis finden. Nach einer Stunde stieß er auf einen eigenartigen Artikel der Daily News. Bahamas, Leiche eines Investors im Magen eines Hais gefunden. Ein Sportsegler, der an diesem Donnerstag vor der Columbus Isle zum Fischen ausgelaufen war, machte in seinen Netzen eine makabre Entdeckung. Als er einen Hai an Deck zog, spieh dieser einen großen Knochen aus, der dem eines menschlichen Oberarms ähnelte. Verwirrt rief er die Küstenwache zur Hilfe, die den Bauch des Tiers aufschlitzte und darin weitere Teile eines menschlichen Skeletts fand, darunter ein Stück vom Brustkorb und eine Partie des Kiefers. Mittels einer DNA-Analyse konnte die Polizei den Toten identifizieren. Es handelte sich um den amerikanischen Businessman Lloyd Warner, Vizepräsident der Hotelkette Wynn Entertainment. Von dem 45-Jährigen, der zuletzt am 23. Dezember in einer Boutique am New Yorker Flughafen gesehen wurde, fehlte seither jegliches Lebenszeichen. Jonathan traute seinen Augen nicht. Lloyd Warner war seit zwei Jahren tot und er erfuhr erst heute davon. Lloyd Warner, der Finanzdirektor der Wynn Entertainment, der Mann, der durch seine Weigerung der Imperatorgruppe die Verbindlichkeiten zu Stunden zu seinem Sturz beigetragen hatte. Mit einem Schlag war die Erinnerung an die schlimmste Zeit seines Lebens wieder präsent. Der Teufelskreis der Verschuldung, der Konkurs seiner Firma, die finanziellen Schwierigkeiten, mit denen Francesca zu kämpfen hatte bei dem Versuch, die Übernahme durch Warner und seine Aasgeier abzuwehren, ihren ehemaligen Verbündeten, aus denen Feinde geworden waren. Spielte seine Ex-Frau in ihrer E-Mail an George auf diesen Artikel an? Hatte sie etwas mit Warners Tod zu tun? Aber mit welchem Ziel? Hatte doch sein Ableben den Ruin der Firma nicht verhindern können? Durch seine Entdeckung aus der Fassung gebracht, druckte Jonathan den Artikel aus und schrieb schnell eine Nachricht für Medeline auf eine Wandtafel. Dann zog er seinen Mantel an und griff nach dem Autoschlüssel, der neben der Tür hing. Gleich bei ihrer Ankunft hatte Jonathan Clare's Mandel und hat er den Artikeln auf einem kleinen Privatweg geparkt war. Draußen war es eiskalt. Er fuhr über die Grove Street und nahm einen Weg, der in der Hunderte von Malen gefahren war, als sie noch hier gewohnt hatten. Inmitten des Stroms der gelben Taxis bemerkte er im Rückspiegel den schwarzen Ferrari. Er hatte kaum Zeit, den Kopf zu drehen, als der Spider rechts an ihm vorbeizog und mit Vollgas Richtung Soho raste. Völlig verrückt. Auch wenn Tribeca eine der teuersten Gegenden von New York war, hatte sich Jonathan hier nie wirklich wohlgefühlt, da es dem Viertel für seinen Geschmack an Charme und Atmosphäre mangelte. Er nahm den erstbesten Parkplatz in der Nähe des Hauses, in dem seine Ex-Frau wohnte. Das Excelsior, eine eindrucksvolle Residenz aus den Zwanzigerjahren, hatte 15 Stockwerke. Später hatten sich Immobilienmakler des Art-Deko-Gebäudes angenommen, es renoviert und in Hightech-Loft umgewandelt, die einer reichen Klientel angeboten wurden. »Hallo, Eddie!« rief Jonathan, als er die Halle betrat. Der Portier in seiner braunen Uniform mit den goldenen Tressen brauchte einige Sekunden, um ihn zu erkennen. »Mr. Lampereux, was für eine Überraschung!« »Ich möchte zu Francesca. Können Sie ihr sagen, dass ich in der Eingangshalle warte?« »Nun ja, es ist noch sehr früh. Ich muss leider darauf bestehen, Eddie. Es ist wirklich sehr dringend.« Ich rufe Missedellino sofort auf ihrem Handy an. Eddie war in jeder Hinsicht die Schlüsselfigur. Je nachdem, ob man eine gute oder schlechte Beziehung zu ihm unterhielt, konnte er einem das Leben erleichtern oder zur Hölle machen. »In Ordnung, Sir. Sie erwartet sie.« Jonathan ging zum Aufzug am Ende der Halle. Er gab den Code ein, der die Kabine direkt zur Wohnung seiner Exfrau schickte, sodass sich die Türen auf den Eingangsraum des verglasten Penthauses im obersten Stockwerk öffneten. Obwohl er zwei Jahre lang hier gelebt hatte, kam sich Jonathan wie ein Fremder vor. Zu der Zeit, als er noch der Imperator gewesen war, war ihm all dieser Luxus normal erschienen. Heute hatte er den Eindruck, damals größenwahnsinnig gewesen zu sein. Francesca eilte aus dem Schlafzimmer im ersten Stock. »Ist Charlie etwas zugestoßen?« »Charlie, geht es gut. Er ist in San Francisco bei deinem Bruder.« Beruhigt stieg sie die Glastreppe hinab, die den Eindruck erweckte, sie würde in der Luft schweben. Angesichts der frühen Stunde war sie sicherlich schnell in ihre schwarzen Jeans und den beigefarbenen Kaschmirpullover geschlüpft. Dennoch wirkte sie wie aus dem Ei gepellt. Sie hatte eine stolze Haltung und die natürliche Eleganz, die jenen Menschen eigen war, die seit Generationen im Reichtum lebten. Ihr Geld trug den Stempel »given, not earned«. Vielleicht war auch dies etwas gewesen, das sie einander entfremdet hatte, denn er hatte sich sein Geld erarbeitet und nicht geschenkt bekommen, bevor er alles verloren hatte. »Du hast ihn umgebracht, nicht wahr?« fragte er und reichte ihr den Ausdruck des Zeitungsartikels über Lloyd Warners Tod. Sie senkte nicht einmal den Blick, um ihn zu lesen. Sie fragte auch nicht, wovon er sprach. Sie verharrte eine Weile reglos, ehe sie sich aufs Sofa setzte und in ein Plate ein. Wer hat es dir gesagt? Dieser Idiot von George? Nein, sicher nicht. Wie ist das passiert? Sie schloss die Augen und ließ die Erinnerungen hochkommen. Es war vor zwei Jahren. Ende Dezember begann sie. Du hattest mich morgens zum Flughafen gebracht und ich hatte dir erzählt, ich würde nach London fliegen, um einem unserer Restaurants einen Besuch abzustatten. Das war gelogen. In der Woche zuvor hatte ich gehört, dass Lloyd Warner auf die Bahamas nach Nassau fliegen würde, um einen Vertrag für eine seiner Casinos auszuhandeln. Ich wollte hinfahren, um ihn zu bitten, unser Darlehen zu stunden. Bei der Ankunft hinterließ ich ihm eine Nachricht in seinem Hotel und bat ihn, mich auf Columbus Isle zu treffen. Damals war dir das Ausmaß unserer Verschuldung nicht bewusst. Unsere Restaurants begannen sich zu entwickeln, aber die Wirtschaftskrise hat die Rendite verschlungen. Ich wollte, dass Wynn Entertainment uns mehr Zeit für die Rückzahlung ließ und es gab keinen Weg, in New York unter vier Augen mit Warner zu sprechen. Und ist er gekommen? Ja. Wir haben zusammen zu Abend gegessen. Ich habe versucht, ihn zu überreden, uns Zeit zu geben, aber er hat mir nicht zugehört. Stattdessen hat er mich den ganzen Abend über aufzureißen versucht, sodass ich den Tisch vor dem Dessert verlassen habe. Ein Hausmädchen brachte ein Tablett mit einer Teekanne und zwei Tassen. Francesca wartete, bis sie den Raum verlassen hatte und fuhr dann fort. Später ist Lloyd Warner in mein Zimmer gekommen, um mir einen Deal vorzuschlagen. Er war bereit, unsere Schulden mit Nachsicht zu behandeln, aber unter einer Bedingung. Dass du mit ihm schläfst, sie nickte. Als ich ihn abgewiesen habe, hat er sich auf mich gestürzt. Er hatte zu viel getrunken und sicher auch zu viel Koks genommen. Im Kampf mit ihm habe ich nach einer Statue gegriffen und sie ihm mit aller Kraft auf den Kopf geschlagen. Er brach zusammen. Zuerst dachte ich, er wäre ohnmächtig, aber er war tot. Verblüfft ließ sich Jonathan an den Sessel neben mir sinken. Francesca war bleich, schien aber gefasst. Jonathan wusste nicht, ob er erleichtert oder wütend sein sollte. Seit zwei Jahren konnte er keiner Menschenseele mehr vertrauen, da er nie gedacht hätte, dass ihn seine Frau betrügen würde. Warum hast du nicht die Polizei geholt? Meinst du wirklich, sie hätte mir meine Version von legitimer Notwehr geglaubt? Bei den Schulden, die wir hatten? Mit der Nachricht, die ich in seinem Hotel hinterlassen hatte? Was hast du mit der Leiche gemacht? Ich war in der Pfahlbausuite abgestiegen, in der wir schon zusammen gewohnt hatten. Ich habe das Boot benutzt, das das Hotel seinen Gästen zur Verfügung stellt. Ich habe es an den Anleger der Suite gefahren und die Leiche in die Kabine geschleift. Es war stockfinster. Ich habe gebetet, nicht auf die Küstenwache zu treffen und den Körper dieses Dreckskerls zwanzig Meilen vom Ufer entfernt ins Wasser geworfen. Glücklicherweise habe ich daran gedacht, vorher seine Brieftasche und sein Handy an mich zu nehmen. Verunsicher drehte Jonathan den Kopf zur Seite, um Francescas Blick auszuweichen. Sie aber war entschlossen, alles loszuwerden und fuhr fort. Ich war in Panik. Wenn Warners Verschwinden auf den Bahamas bekannt geworden wäre, hätte die Spur schnell zu mir geführt. Etliche Leute hatten uns beim Abendessen zusammen im Restaurant gesehen. Meine einzige Chance war, dass seine Leiche nicht sofort gefunden wurde. Darum hatte ich sie mit dem gusseisernen Bootshaken beschwert und es musste der Eindruck entstehen, Warner sei nach New York zurückgekehrt. Als ich mir sein Handy ansah, entdeckte ich eine E-Mail, die ihn zum Einschecken für den Rückflug aufforderte. Ich habe auf der Homepage der Fluggesellschaft das Formular ausgefüllt. Das war machbar. Aber jemand musste in Person und an Lloyds Platz einnehmen. Also habe ich an George gedacht, der eine vage Ähnlichkeit mit Warner hatte. George hat dir als Alibi gedient? Ja. Indem ich die Vorstellung weckte, er sei mein Geliebter, konnte ich meine Anwesenheit auf den Bahamas rechtfertigen und zu tun, als sei er mit mir im Hotel gewesen. Und er hat auf dem Rückflug Warners Ausweis benutzt. Als wir am Flughafen JFK ankamen, habe ich ihn gebeten, verschiedene Einkäufe mit dessen Kreditkarte zu tätigen. Als man einige Tage später Warners Verschwinden gemeldet hat, war die Polizei überzeugt davon, er sei nach Manhattan zurückgekehrt. Niemand hat auf den Bahamas nachgeforscht, bis man sechs Monate später seine Leiche dort gefunden hat. Wie ist der Stand der Ermittlung? Ohne ihren Tee anzurühren, nahm Francesca eine Schachtel Dunhill, die auf dem Beistelltisch lag und zündete sich eine Zigarette an. Ich weiß es nicht. Meiner Meinung nach haben sie die Akte geschlossen. Auf alle Fälle bin ich nie verhört worden, denn offiziell habe ich ja nicht mit ihm, sondern mit George zu Abend gegessen. Der lang unterdrückte Zorn brach aus Jonathan heraus. Und warum hast du nicht mich, deinen Ehemann, angerufen? Hattest du so wenig Vertrauen zu mir? Dass du mir nichts von der Reise gesagt hast, mag ja noch angehen, aber mir einen Mord zu verheimlichen. Ich wollte dich und Charlie schützen und ich wollte dich vor allem nicht zum Komplizen eines Mörders machen, damit wir nicht beide ins Gefängnis kommen. Die Chancen, dass mein Plan aufgeht, standen neun zu zehn. Überleg doch bitte, wer hätte unser Kind aufgezogen, wenn wir verhaftet worden wären? Jonathan dachte über das Argument nach. Es war logisch und teilweise bewunderte er Francescas Kaltblütigkeit, die unausweichliche Logik ihres Handelns und ihrer Intelligenz, die es ihr ermöglicht hatten, ihre Familie zu schützen. Wäre er in der Lage gewesen, ein solches Szenario zu erfinden? Wahrscheinlich nicht. Er hätte sicher wie ein Schuldiger reagiert, sich von seinen Gefühlen überwältigen lassen. Mit einem Schlag waren die Absurdität und das Chaos, die ihre Trennung ausgelöst hatten, verschwunden. Was geschehen war, hatte jetzt einen Sinn. Aber im selben Augenblick wurde Jonathan bewusst, dass Francesca für ihn eine Fremde geworden war. Er empfand nichts mehr für sie, so als hätte eine unsichtbare Barriere sie definitiv getrennt. Lagerhalle in Coney Island, fünf Uhr morgens. In dem feuchtkalten Verlies herrschten Dunkelheit und ein übler Modergeruch. Alice, deren Hände an die Wasserleitung gekettet waren, zerrte mit aller Kraft an ihren Fesseln. Ein verzweifeltes Schluchzen stieg in ihrer Kehle auf, wurde aber durch das Klebeband erstickt. Nicht weinen. Ihr Körper wurde von heftigem Zittern geschüttelt. Die Kälte kroch in all ihre Glieder und rang tief in die Knochen vor. Die Handschellen schnitten in ihre Gelenke und lösten einen stechenden Schmerz aus, der bis in ihren Nacken ausstrahlte. Den Kach! Sie schluckte ihre Tränen hinunter und versuchte, den Mund zu öffnen, doch das Klebeband auf ihren Lippen hinderte sie daran. Dennoch gelang es ihr, die Zunge unter den Rand zu schieben und dann mit den Schneidezähnen ein Teil des Bandes zu zerbeißen und ihre Unterlippe zu befreien. Gierig sog sie die Luft ein. Sie konnte jetzt besser atmen, spürte aber, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. Meine Medikamente! Plötzlich wurde ihr bewusst, dass ihr Leben in Gefahr war. Seit ihrer Herztransplantation war ihre Handtasche die reinste Apotheke. Sie konnte fast ein normales Leben führen, allerdings unter der Bedingung, dass sie regelmäßig ein Cocktail aus Arzneimitteln schluckte, Tabletten, um eine Abstoßung zu verhindern, Blutdrucksenker und Anti-Arhythmika. Der Arzt hatte sie oft genug gewarnt. Wenn sie ihre Medikamente nicht nahm, würden innerhalb weniger Tage ihre Nieren geschädigt werden. Das könnte vor allem auch bei Flüssigkeitsmangel eintreten. In ihrer Verzweiflung entschloss sie sich, das faulige Wasser aus den Pfützen am Boden zu trinken. Auf der anderen Seite des Raums hockte eine Ratte und beobachtete sie. Die Sonne war an dem kristallklaren Himmel aufgegangen. Als Jonathan das Excelsior verließ, stand er noch ganz unter dem Schock von Francescas Geständnis. Er lief zu Claire Smart, setzte sich ans Steuer und fuhr Richtung East Village, wo er sich mit Madeleine verabredet hatte. Er wollte sie schon anrufen, um zu fragen, ob sie seine Nachricht gelesen hätte, sagte sich dann aber, dass sie vielleicht noch schlief. Als er an einer Ampel halten musste, sah er automatisch in den Rückspiegel und entdeckte zu seiner großen Verwunderung in der Spur rechts hinter sich erneut den eleganten schwarzen Ferrari. Merkwürdig. Er konzentrierte sich, um ganz sicher zu sein, doch ein Irrtum war ausgeschlossen. Er wandte sich um. Diesmal blieb das Cabrio zwar stehen, doch die Sonne spiegelte sich in der Scheibe und blendete Jonathan, so dass er den Fahrer nicht erkennen konnte. Er wollte sich die Autonummer merken, aber zu seiner Verwunderung hatte der Spider keine Nummernschilder. Die Ampel sprang auf grün und das Hupen hinter ihm zwang ihn, über die Kreuzung zu fahren. Als er wieder in den Rückspiegel sah, war das mysteriöse Cabrio verschwunden. Schritte Alice, die schließlich erschöpft eingeschlafen war, schreckte hoch und öffnete die Augen. Wie spät mocht das sein? Wie lange war sie bewusstlos gewesen? Fünf Minuten oder fünf Stunden? Sie zitterte vor Kälte. Ihre Beine waren eingeschlafen und die Handschellen schnitten in ihre Gelenke. Sie wollte sich aufrappeln, gab aber den Versuch schnell auf. Sie war zu schwach, um zu kämpfen. Die Tür öffnete sich quietschend und Juris mächtige Gestalt erschien im Rahmen. Er schrie wütend eine Beschimpfung, als er feststellte, dass sie das Klebeband durchgebissen hatte. Er packte sie bei den Haaren. Sie flehte, ich brauche Wasser und meine Medikamente, ich werde sonst Schnauze. Er riss ihren Kopf so heftig nach hinten, dass er ein Büschel Haare ausriss. Sie begriff, dass es besser war zu schweigen. Der Russe schien sich zu beruhigen. Er näherte sein Gesicht dem ihren, roch an ihrem Hals und strich mit seinen dicken Fingern über ihre Wange. Alice spürte seinen Atem und konnte ihren Ekel nicht unterdrücken. Sie wandte den Kopf ab. Und in diesem Augenblick entdeckte sie die Videokamera, die er in der Hand hielt. Juris kompakter Schatten zeichnete sich im Licht der Neonlampe ab. Du bekommst Wasser. Aber zuerst, wir beide werden einen kleinen Film drehen. Lower East Side, 8 Uhr 15 morgens. Jonathan parkte den Smart und lief die Bowery hinab bis zur Second Street. Jonathan öffnete die Tür des Peels, sein Lieblingslokal, zum Brunchen. Es war ein gemütlicher Ort mit Charakter. Zwischen 11 und 13 Uhr war es hier brechend voll, aber so früh am Morgen ging es eher ruhig zu. Er schaute sich suchend in dem sonnendurchfluteten Raum um. Madeleine war nirgends zu sehen. Sofort machte er sich Sorgen. Vielleicht bereute sie ihre gemeinsame Nacht. Vielleicht war sie aus einer Laune heraus abgereist. Vielleicht sein Mobiltelefon vibrierte. Ich bin oben, lautete die SMS. Er hob den Kopf und sah, wie sie ihm über das Geländer geborgt zuwinkte. Beruhigt stieg er die Treppe hinauf und setzte sie zu ihr an den Tisch. Bist du schon lange her? Er wagte es nicht, sie zu küssen, obwohl er es sich sehnlich wünschte. Sie trug Jeans und eine taillierte Lederjacke, in der er sie noch nie gesehen hatte und die ihre schlanke Figur zur Geltung brachte. Ich bin gerade gekommen. Nett hier. Wo warst du? Bei meiner Ex-Frau. Ich erzähle es dir gleich, erklärte er. Madeleine gab sich ungezwungen. Trotzdem sah sie ihn so traurig an, als wäre dies das Ende ihrer Geschichte. Jonathan versuchte, ihre Hand zu ergreifen, doch sie entzog sie ihm sofort. Ihre Blicke trafen sich, das Schweigen dauerte an. Schließlich schob Madeleine ihre Finger sanft in die Seinen. Ein Kellner kam, um ihre Bestellung aufzunehmen. Jonathan studierte die Karte und entschied sich für einen Espresso und ein Monkey Bread. Madeleine wählte einen Blueberry Cream Cookie und ein Glas Milch. Ich habe mir ein paar Sachen von deiner Freundin ausgeliehen. Sie sind zwar sehr tailliert, aber steht dir gut. Doch es ist nicht meine Freundin. Hast du etwas von Jim gehört? Nein, erwiderte sie und ihr Gesicht verfinsterte sich. Ich erreiche nur die Mailbox. Ich versuche es mal direkt im Revier. Madeleine hatte ihren ehemaligen Kollegen angerufen, doch Kommissar Trevor Conrad nahm den Hörer ab. Madeleine, schön deine Stimme zu hören. Ich versuche seit gestern Abend Jim zu erreichen. Ist er da? Am anderen Ende herrscht ein langes Schweigen, bevor Conrad sagte, Jim ist tot, Madeleine. Wie bitte? Er hat mich vor zwei Tagen noch angerufen. Es tut mir leid. Wir haben ihn heute Morgen in seinem Büro gefunden. Er hat Selbstmord begangen. Madeleine hob ungläubig den Blick zu Jonathan und artikulierte lautlos Tod. Verblüfft rückte dieser näher, um dem Gespräch folgen zu können. Madeleine versuchte, mehr in Erfahrung zu bringen. Warte mal, der Jim, den ich kenne, war kein Typ, der sich einfach umbringt. Wie ist das passiert, Trevor? Der Kommissar zögerte. Die Ermittlungen laufen noch. Ich kann nicht mehr sagen. Jetzt mach mal halblang. Jim war sechs Jahre lang mein engster Kollege. Ich rufe dich in fünf Minuten wieder an, sagte er und legte auf. Schockiert ließ Madeleine den Kopf in die Hände sinken. Jims plötzlicher Tod ließ viele Wunden aufbrechen. Conrad wird sicher von seinem Handy oder einer Telefonzelle aus anrufen. Alle in dem Kommissariat stattgeführten Gespräche können aufgezeichnet werden. Dieses Risiko will er nicht eingehen, nehme ich an. Jonathan rief sich das Treffen ins Gedächtnis zurück, um seinen Eindruck wiederzugeben. Er wirkte erschöpft und reizbar, war aber immer noch brennend interessiert an dem Fall Alice Dixon. Und er hatte es eilig, neue Nachforschungen in die Wege zu leiten. Aber Selbstmord ist etwas Unbegreifliches. Ihr Smartphone klingelte. Es war Conrad. Gut, was willst du wissen? Wie ist es passiert? Jim hat sich gegen halb fünf Uhr morgens in seinem Büro eine Kugel in den Kopf gejagt. Mit seiner Dienstwaffe? Nein, mit einer nicht registrierten Pistole. Alle Polizisten, die sich umbringen, benutzen ihre Dienstwaffe. Erzähl mir mehr über die Waffe. Eine Beretta 92 mit Schalldämpfer. Das ist verrückt. Wenn man entschlossen ist, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen, ist es einem doch völlig egal, ob man die Nachbarn weckt. Wenn wir in dieser Richtung weiterdenken wollen, gibt es noch ein anderes verwirrendes Detail, erklärte Trevor. Jim hielt die Waffe in der rechten Hand. Verdammt noch mal! Flaherty war Linkshänder. Das ist zwar sehr irritierend, beweist aber nichts, meinte der Kommissar. Wenn du dir den Lauf an die Schläfe hältst, ist es schwierig, das Ziel zu verfehlen, egal welche Hand man benutzt. Madeleine holte Tiefluft. Woran arbeitete Jim im Augenblick? Aber Trevor Conrad wollte nicht mehr preisgeben. Ich habe schon genug erzählt. Ich muss aufhören. Warte! Kannst du mir die letzten E-Mails weiterleiten, die Jim in den Stunden vor seinem Tod bekommen hat? Soll das ein Scherz sein? Du gehörst nicht mehr der Polizei an, Madeleine. Jim war mein Freund. Gib dir keine Mühe. Selbst wenn ich wollte, könnte ich es nicht. Warum? Seit heute Morgen ist unser System von einem Virus befallen. Niemand kann seinen Computer benutzen. Finde eine bessere Ausrede. Es stimmt aber. Pass auf dich auf, Madeleine, sagte er und legte auf. Sie bestellte einen großen schwarzen Kaffee. Dann zog sie Jonathans Notebook aus der Tasche. Ich habe dein Laptop mitgebracht. Ich wollte mir die Akte Dixon noch einmal ansehen. Du hast mir doch gesagt, dass du alles überspielt hast, oder? Das ist einfacher als auf meinem Smartphone. Jonathan schaltete den Computer ein. Glaubst du, dass Jim getötet wurde? Ich weiß es nicht. Ich denke, man hat ihn umgebracht, und zwar wegen seiner neuen Entdeckung im Fall Dixon. Immer langsam. Noch vor einer Woche hattest du nichts von der Sache gehört. Das ermöglicht mir gewissermaßen einen neuen Blickwinkel. Und wie lautet deine Schlussfolgerung? Ich glaube, dass die Polizei oder der Geheimdienst alles getan haben, um die Angelegenheit im Sande verlaufen zu lassen. Du spinnst. Willst du einige beeindruckende Fakten? Die Überwachungskameras. Ich habe in der Akte nachgelesen. Damals gab es rund um Alice Schule ein gutes Dutzend davon. Ein Dutzend. Und rein zufällig waren ausgerechnet an diesem Tag alle außer Betrieb. Findest du das nicht seltsam? Und ich habe Alice sechs Monate, nachdem du das Herz zugeschickt bekommen hast, gesehen. Man wird nie sicher sein können, dass sie das wirklich war. Sie war es. Und Jim ist ermordet worden, weil er den Beweis hatte. Es reicht nicht aus, Dinge zu behaupten. Man muss sie belegen. Alice ist nicht tot, glaub mir. Und wenn sie noch lebt, dann deshalb, weil sie ein neues Herz bekommen hat. Doch in keinem Krankenhaus ist eine Transplantation registriert. Kannst du dir vorstellen, welcher Beziehung und welcher Organisation es bedarf, um so etwas auf die Beine zu stellen? Wer außer einer staatlichen Stelle könnte das schaffen? Du siehst zu viel fern. Hör zu. Während meiner Ermittlungen hat sich kein Mensch für den Fall Alice Dixon interessiert, nicht einmal ihre Mutter. Und ich weiß nicht, was der Staat damit zu tun haben sollte. Madeleine trank ihren Kaffee und vertiefte sich wie schon so oft in die Akte Dixon, um sich alles wieder in Erinnerung zu rufen. Das erste Verhörprotokoll des Serienkillers Bishop erschien auf dem Bildschirm. Dann das erbärmliche Haus von Aaron, das im krassen Gegensatz zu Alice Zimmer mit seinen Büchern, Konzertplakaten, den Oreo-Keksen und dem Fläschchen mit Erdbeermilch stand. Aber Jims Bild wollte ihr nicht aus dem Kopf gehen. Was hatte er nach seinem Treffen mit Jonathan gemacht? Was hätte sie gemacht? Sicher hatte er eine graphologische Auswertung und eine Analyse der Fingerabdrücke angeordnet. Vielleicht auch eine genetische Untersuchung. Sie konsultierte das Adressbuch ihres Smartphones und fand die Nummer von Tasha Medeiros, einer der DNA-Technikerinnen bei der Kripo von Birmingham. Sie war eine herausragende Biologin, die dazu neigte, sich über Vorschriften hinwegzusetzen. In der Vergangenheit hatten Jim und sie selbst sich oft an Tasha gewandt, weil sie bereit war, dringende Analysen durchzuführen, ohne sich zwangsläufig an den Dienstweg zu halten. Madeleine wählte die Nummer. Tasha hatte ihren freien Tag. Sie war zu Hause bei ihrer Tochter, bestätigte aber dass Jim sie um eine Analyse gebeten hatte. Letzte Nacht hatte sie Dienst gehabt und ihm am frühen Morgen die Ergebnisse gemailt. Erinnerst du dich, worum es ging? Ein Vergleich von zwei DNA-Profilen. Kannst du mir die E-Mail bitte weiterleiten? Heute wird das schwierig sein. Es ist wichtig, Tasha. Jim ist gestern Nacht gestorben. Ich versuche herauszufinden, warum. Ich schicke dir meine E-Mail-Adresse. Gut, ich nehme Paola mit ins Labor. In weniger als einer Stunde hast du die Ergebnisse. Jonathan sah sich auf dem Laptop die Fotos von Bischofs Gewalttaten an. Er hatte sich zu dem Mord an Alice bekannt, ohne je den geringsten Beweis dafür zu liefern. Während Jonathan sich durch die Brutalität Bischofs kämpfte, wurde ihm plötzlich bewusst, dass er Madeleine nur durch diese grausamen Ereignisse kennengelernt hatte. Ohne Alice verschwinden, hätten sie einander nie wieder gesehen. Während sie ihr Handy überprüfte, um sich zu vergewissern, dass sie Zugang zum Internet hatte, leerte sie unter anderem den Spam-Filter. Sieh dir das an. Inmitten der unerwünschten E-Mails fiel ihr eine Mail auf. Sie war ihr 24 Stunden zuvor von Jim Flaherty geschickt worden. Ihr Herz schlug schneller. Warum war Jims Nachricht im Spam-Filter gelandet? Vielleicht wegen der vielen und sehr großen Anhänge? Aufgeregt begann sie, sich diese Mail näher anzusehen. Von Jim Flaherty an Madeleine Green Betreff Autopsie Datum 22. Dezember 2010 18.36 Uhr Liebe Madeleine, fällt dir an diesen Fotos etwas auf? Wenn ja, ruf mich an. Dein Freund Jim. In der Anlage befanden sich ein PDF-Dokument sowie einige Bilder. Madeleine überspielte die Dokumente auf den Laptop, um sie sich auf einem größeren Monitor ansehen zu können. Sie bezogen sich alle auf die Autopsie von Danny Doyle, dem Paten von Cheat & Bridge. Was hat denn das mit unserer Sache zu tun? fragte Jonathan. Er beugte sich vor, um den Autopsiebericht gleichzeitig mit Madeleine lesen zu können. Wie er schon wusste, hatte man Dannys Leiche auf dem Brachland eines Industriegebiets gefunden, eine Kugel im Kopf, Füße und Hände abgehackt, die Zähne herausgerissen. Der Mord war einer ukrainischen Gang zugeschrieben worden, deren Chef zuvor das gleiche Schicksal erlitten hatte. Die Zusammenfassung des Rechtsmediziners war klassisch. Festlegung des Todeszeitpunkts anhand der Leichenstarre, Hervorhebung der Schmauchspuren rund um die Wunde, Analyse der Organe und bestimmte Entnahmen, Blut, Mageninhalt, DNA. Und all diese Elemente hatten zweifelsfrei bewiesen, dass es sich um Danny Doyle handelte. Wie oft bei den Autopsien, die an Opfern von Gewaltverbrechen vorgenommen wurden, war der Anblick Übelkeit erregend. Danny war gequält worden und hatte diese Welt nicht in Frieden verlassen. Aber was mochte Flaherty Seltsames daran finden? Mit dem Zoom vergrößerte Madeleine bestimmte Ausschnitte. Man hat ihm sogar ein Stück vom Ohr abgerissen, bemerkte Jonathan. Madeleine runzelte die Stirn und sah sich die Stelle, auf die er deutete, genauer an. Es stimmte, der Leiche fehlte ein gutes Stück vom rechten Ohrläppchen. Aber die Wunde schien älter und vernarbt zu sein. Doch Danny hatte nie ein beschädigtes Ohr gehabt, im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Johnny. Das ist nicht Danny, das ist sein Bruder, rief sie. Dann erklärte sie Jonathan die Geschichte. Die beiden Jungen, die mit fünf Minuten Abstand geboren worden waren, die Rivalität zwischen den Brüdern, die Gewalt und Grausamkeit von Johnny, der unter Schizophrenie litt, mehrere Aufenthalte in der Psychiatrie hinter sich hatte und schließlich Alkoholiker geworden war. Sie klickte erneut den Autopsiebericht an und las den Absatz, der die Untersuchung der Organe betraf. Die Leber der Leiche wies Gewebeveränderungen auf, die vermutlich vom Alkohol her rührten. Danny trank von Zeit zu Zeit ein Glas Wein, aber er war kein Alkoholiker. Wie hat der Polizei eine solche Verwechslung unterlaufen können? Einige Zwillinge haben dasselbe genetische Erbe, so dass es unmöglich ist, ihr DNA-Profil eindeutig zu unterscheiden. Aber wenn es die Leiche von Johnny ist, bedeutet das, dass Danny noch lebt, ergänzte Madeleine nachdenklich. Sie bestellten noch einen Kaffee und verloren sich eine Weile in Mutmaßung, bis Madeleine die E-Mail von Tasha Medeiros bekam. Madeleine, hier die Ergebnisse der Analyse, um die Jim mich gebeten hat, ohne den offiziellen Weg zu gehen. Es tut mir sehr leid um ihn, in der Hoffnung, dass es dir weiterhilft. Tasha. Neugierig klickte sie den Anhang an. Jonathan beugte sich über ihre Schulter. Es war eine komplexe Tabelle mit 15 Zeilen und 6 Spalten. Sie brauchten eine Weile, um zu begreifen, dass es sich um einen Vaterschaftstest handelte. Dann scrollte Madeleine zum letzten Absatz, der das Ergebnis enthielt, das ihn die Sprache verschlug. Vaterschaftstest ohne Genmaterial der Mutter Grundlage DNA-Analyse Vermutlicher Vater Daniel Doyle Kind Alice Dixon An den 15 untersuchten Genomen wurden einander entsprechende Erbanlagen festgestellt. Die Wahrscheinlichkeit der Vaterschaft liegt bei 99,999%. Vor seinem Tod hatte Jim eine geniale Intuition gehabt. Nach dreijährigen Ermittlungen hatte er nicht nur bewiesen, dass Danny Doyle nicht ermordet worden war, sondern auch, dass er der Vater von Alice war. Eine Entdeckung, die ihm das Leben gekostet hatte. Wie betäubt ließ sich Madeleine zurücksinken. Er war plötzlich übel. Weder Alice noch Danny waren tot. Und was noch verrückter war, das Mädchen war die Tochter des Paten von Cheatham Bridge. Sie hob den Blick und suchte Unterstützung bei Jonathan, doch der hatte die Stirn an die Scheibe gedrückt und starrte beunruhigt auf die Straße. Ich glaube, wir werden verfolgt. Machst du Witze? Siehst du den schwarzen Ferrari, der etwas weiter unten parkt? Ich bin ihm heute Morgen schon zweimal begegnet. Zuerst in Tribeca, dann in Little Italy. Er hat keine Nummernschilder und ich kann den Fahrer nicht erkennen. Madeleine kniff die Augen zusammen. Aus dieser Entfernung war es unmöglich, irgendetwas im Inneren des Wagens auszumachen. Komm mit, sagte sie entschlossen. Noch vor einer Stunde hätte sie sich nicht vorstellen können, dass man sie überwachte. Doch nach Jims Tod und ihrer letzten Entdeckung schien ihr alles möglich. Sie bezahlten ihr Frühstück und verließen das Café, um zu ihrem Wagen zu gehen. Lass mich fahren, sagte Madeleine. Sie setzte sich ans Steuer des Smart und gab Gas. Glaubst du, er fährt uns nach? Vielleicht macht uns diese Geschichte nur völlig hysterisch. Du wirst sehen, ich bin sicher, er schert gleich aus. Und tatsächlich verließ der Ferrari die Parklücke und folgte ihnen in 20 Metern Abstand. Dreh dich nicht um, befahl sie, und schnall dich an. Der Kleinwagen legte Tempo zu und fuhr die Bowery hinauf Richtung Cooper Square. Plötzlich bremste Mädel ein abrupt und riss das Steuer nach links, sodass das Auto auf den Mittelstreifen schoss. Du bist verrückt, rief Jonathan und klammerte sich am Haltegriff fest. Der Smart landete auf der anderen Straßenseite, sodass er dem Ferrari jetzt entgegen fuhr. Sei still und pass auf. Als sich die beiden Wagen begegneten, konnte Jonathan kurz die Person am Steuer erkennen. Es war eine blonde, sehr hübsche Frau mit einer ungewöhnlichen Narbe, die sich vom Augenbrauenbogen quer über die Wange bis zum Mundwinkel erstreckte. Und? Ich kenne sie. Ich bin sicher, dass es dieselbe Frau ist, der ich begegnet bin, als ich vor zwei Jahren Alice nach Cap Don Teep begleitet habe. Die, die sich als ihre Mutter ausgegeben hat? Ja. Madeleine sah in den Rückspiegel. Der Ferrari bog über den Astor Place in westliche Richtung ab. Intuitiv wählte sie die Hudson Street. Wenn sie über den Broadway fährt, können wir sie verfolgen, oder? Müsste möglich sein. Sie hielten aufmerksam nach dem schwarzen Ferrari Ausschau und tatsächlich tauchte der markante Kühler des Spiders kurz danach auf. Das Cabriolet bog in die Spring Street ein. Madeleine versuchte in gebührendem Abstand zu folgen. Doch die Fahrerin des Sportwagens hatte sie offenbar bemerkt, denn sie gab plötzlich Gas und hängte den Smart ab. Aber Madeleine ließ sich nicht entmutigen, trat das Gaspedal durch und raste mit über die Delancey Street. Alice lag wie ein verängstigtes Tier zusammengerollt am Boden und hielt nach der Ratte Ausschau, doch der Nager hatte sich mit Juri aus dem Staub gemacht. Sie glühte vor Fieber, war schweißnaß, das Haar klebte an ihrer Stirn und eiskalte Schauer liefen ihr über den Rücken. Ihr Körper wurde von Krämpfen geschüttelt und Übelkeit stieg in ihr auf. Außerdem hatte sie das Gefühl, dass ihre Knöchel und Füße stark angeschwollen waren. Nach dem Film war der Russe gegangen, ohne sie von dem verdammten Rohr loszumachen. All ihren Bitten zum Trotz hatte er ihr nicht genug zu trinken gegeben, sondern sich damit begnügt, ihr reißverschluss ihres Sweatshirts mit den Zähnen erreichte und zog ihn zu. Bei der geringsten Bewegung wurde ihr schlecht und schwindelig. Sie erbrach grünliche Galle, sie richtete sich auf, lehnte sich an die Wand und rang nach Luft. Ihr Herz raste und stolperte bisweilen auf beunruhigende Weise. Wie lange würde sie durchhalten? Jetzt konnte sie sich nichts mehr vormachen. Die bohrenden Kopfschmerzen und der furchtbare Druck auf ihrem Magen waren Anzeichen dafür, dass die Hypertension ein Nierenversagen ausgelöst hatte. Seit Stunden wäre sie gerne auf die zwei Meter entfernte Toilette gegangen, doch diese war viel zu hoch. Schließlich überwand sie alle Scham und erleichterte sich in ihre Unterwäsche. Auf eine Demütigung mehr oder weniger kam es jetzt auch nicht mehr an. Sicher, sie lag in ihrem Erbrochenen und ihrem Urin, aber zumindest war der Druck weg. Doch diese Atempause war nur von kurzer Dauer, denn schon bald begannen ihre Ohren zu pfeifen. Ihr Blick verschleierte sich und es war, als würden im ganzen Raum kleine Lichter funkeln. Sie glaubte, ersticken zu müssen und war dem Delirium nahe. Sie kämpfte gegen die Ohnmacht an, glitt aber dennoch in einen halb komatösen Zustand ab. Da ist er, rief Jonathan und deutete auf den Ferrari, der auf die Williamsburg Bridge fuhr. Die vierspurige Hängebrücke, eine zwei Kilometer lange Konstruktion aus Kabeln und Eisengerüsten, die sich über den East River spannte und die Lower Eastside mit Brooklyn verbannt, wurde täglich von zigtausenden Autos benutzt. Es ist viel Verkehr, also muss sie den Fuß vom Gas nehmen, meinte Medeline und tat tatsächlich verlor der Ferrari an Geschwindigkeit. Medeline war wieder optimistisch. Um den Spider einzuholen, schlängelte sie sich von einer Spur auf die andere. Nach der Brücke bog das italienische Cabriolet mit quietschenden Reifen in die erste Ausfahrt. »Wohin will sie?« fragte Medeline, die sich in New York nicht gut auskannte. »Nach Williamsburg.« Sie erreichten die Bedford Avenue, das Herz des Viertels. Dieser Stadtteil stand im Kontrast zur aseptischen Seite von Manhattan. Wegen der ländlichen Atmosphäre, die hier herrschte, musste der Ferrari sein Tempo verlangsamen. Medeline und Jonathan folgten ihm jetzt in weniger als zehn Metern Entfernung. Da sie den Smart hinter sich wusste, bog die Fahrerin des Spider vor dem McCarran Park links ab. Ehe sie den Fluss erreichten, fuhren sie durch ein Industriegebiet mit Brachland, Lagerhallen rief Jonathan als sie in eine schmale Straße bogen. Da kommt sie nicht wieder raus. Der Ferrari hielt auf einen Gebrauchtwagen Handel zu. Das Gebäude führte auf die Kais hinaus, die einen unerwarteten Blick auf die Skyline von Manhattan boten. Der Spider rollte langsam über den Pier und fuhr dann plötzlich durch das große Eisentor einer der Lagerhallen. Zwanzig Meter vor der Werkstatt, die den Namen Mokondo Motor Club trug, brachte Madeleine den Wagen mit einer Vollbremsung zum Stehen. Und jetzt? Sie hat uns reingelegt, meinte Jonathan. Nicht wir haben sie gejagt, sondern sie uns. Meinst du, wir sollten... Er konnte seinen Satz nicht beenden. Das Knirschen von Reifen veranlasste sie, umzuwenden. Der riesige Kühler eines Abschleppwagens traf sie mit voller Wucht und schob den Smart in das Maul der offenen Werkstatt. Durch den Aufprall wurden sie nach vorn geschleudert. Madeleine hatte ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt, doch Jonathan's Arm schnellte rechtzeitig vor, um zu verhindern, dass ihr Kopf auf das Lenkrad schlug. Der Abschleppwagen buxierte das kleine Autobus tief in die Halle, deren Tore sich hinter ihnen schlossen. Der Lagerraum war über 200 Quadratmeter groß. Etwa 50 Wagen waren hier, einer dicht neben dem anderen geparkt. Jonathan erkannte einen Peugeot 403, doch offenbar war man eher auf große Autos spezialisiert. Ford Gran Torino, Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda. Nichts passiert, fragte er Madeleine und sah sie besorgt an. Sie halfen sich gegenseitig aus dem Smart, der jetzt eher einer Skulptur eines Bildhauers als einem Auto glich. Neben ihrem Ferrari stand die Frau mit der Narbe und hob eine Waffe in ihre Richtung. Agentin Blythe Blake vom United States Martial Service, rief sie. Hände hoch! United States Martial Service? Eine Vollzugsbeamtin des Justizministeriums der Vereinigten Staaten. Jonathan und Madeleine wechselten verblüfft einen Blick. Die Frau war eine Polizistin. Dann sahen sie sich nach dem Abschleppwagen um, aus dem ein Mann sprang. In Drillighosen und Militärjacke kam Danny Doyle auf sie zu. Hallo Hallo Maddy Weißt du eigentlich, dass du noch immer den knackigsten Hintern von allen Floristinnen in ganz Paris hast? Du bist ein richtiger Dreckskerl. Wie hast du mir vormachen können, Alice sei tot? Maddy beruhige dich. Das verzeih ich dir nie, Daniel. Gib mir wenigstens die Möglichkeit, mich zu verteidigen. Maddy 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 und Danny liefen über den Pier von Williamsburg. Hier am Wasser war es kühl und Maddy zog ihren Bluson fester um sich. Zehn Meter vor und hinter ihnen liefen Bodyguards, die den Sektor sicherten. Was sind denn das für Typen? FBI-Agenten, die für den Marshalls Service arbeiten. Maddy 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 Erinnerungen herauf. Er hatte abgenommen. Sein Haar war länger und umrahmte ein zerfurchtes Gesicht mit angespannten Zügen. Er zog an seinem Zigarille und fuhr fort. Jeden Tag, wenn ich die Klinik verließ, war ich deprimierter. Ich hatte mir angewöhnt, meine Ängste im Soul-Café zu ertränken, das nur rund hundert Meter vom Krankenhaus entfernt liegt. Dort habe ich Alice zum ersten Mal gesehen. Sie half den Bedienungen und räumte die Tische ab. Damals war sie noch keine vierzehn Jahre alt, aber man hätte sie für fünfzehn oder sechzehn halten können. Es war eindeutig, dass sie eigentlich noch nicht arbeiten durfte, aber darum kümmerte sich niemand. Ist sie dir gleich aufgefallen? Ja. Ihr Verhalten hat mich aufmerksam gemacht. In jeder Pause setzte sie sich an einen Tisch und machte ihre Hausaufgaben oder las. Und außerdem sah sie mich so merkwürdig an, als würde sie mich kennen. Hast du mit ihr geredet? Zunächst hat sie mich nur beobachtet, aber eines Abends hat sie mich dann angesprochen. Sie sagte, sie wisse, wer ich sei. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mich an ihre Mutter Erin Dixon erinnern würde. Ich wusste gar nicht, dass du ein Verhältnis mit dieser Frau hattest. Ich hatte es selbst vergessen, und übrigens hat es eine Weile gedauert, bis ich ein Gesicht zu dem Namen gefunden hatte. Das stimmt. Um die fünfzehn Jahre zuvor hatte ich zwei- oder dreimal mit ihr geschlafen. Sie war leicht zu haben und machte keine großen Zicken. Und bevor sie mit dem Crack angefangen hat, war sie ein hübsches Mädchen, wenn auch nicht besonders clever. Hast du ihrer Tochter das gesagt? Natürlich nicht. Ich war verlegen, aber sie war sehr direkt. Sie hat mir gesagt, sie hätte ihre Mutter gefragt und sich erkundigt. Und ihrer Meinung nach wäre ich ihr Vater. Hast du ihr geglaubt? Noch bevor sie es mir gesagt hat. Es schien mir ganz offensichtlich. Warum? Fandest du, dass sie dir ähnlich sah? Nein, dir. Madeleine wurde wütend. Bitte keine dumme Witze, Daniel. Jetzt behaupte nicht das Gegenteil. Du hast dich diesem Mädchen auch von Anfang an verbunden gefühlt. Warum solltest du dich so in diese Ermittlungen verbeißen, wenn du dich nicht in ihr wiedererkannt hättest? Weil es meine Arbeit war. Aber Doyle widersprach. Diese Kleine war das Kind, das wir zusammen hätten haben können. Sie war intelligent, zurückhaltend, kultiviert und so anders als all die Idioten, die mich umgaben. Sie stellte sich mutig dem Leben, nahm alles in Angriff. Für mich war sie wie ein Geschenk des Himmels. Ihr habt euch also regelmäßig getroffen? Ja, fast jeden Tag, aber heimlich, ohne dass jemand etwas davon gemerkt hätte. Ich habe sie besser kennengelernt und ihr hinsichtlich meiner Aktivitäten nichts vorgemacht. Sie war für mich der Grund, morgens wieder aufstehen zu wollen. Zum ersten Mal hatte mein Leben einen Sinn. Hast du ihr Geld gegeben? Ich habe ihr ein bisschen geholfen, wollte jedoch keinen Verdacht erregen. Aber ich war entschlossen, ihr ein Studium an einer ordentlichen Universität zu finanzieren. Ich habe sogar überlegt, sie als mein Kind anzuerkennen. Aber angesichts all der Leute, die hinter mir her waren, hätte sie das nur gefährdet. Und dann war da dieses Gesundheitsproblem, das mir Sorgen machte. Ihr Herz, nicht wahr? Dem Blick auf das graue Wasser des East River gerichtet, sagte er traurig. Ich bemerkte, dass sie bei der geringsten Anstrengung außer Atem geriet. Sie beklagte sich nie. Doch zwei- oder dreimal ist sie in meiner Gegenwart ohnmächtig geworden. Ich habe sie zum Primary Care Trust geschickt. Der Arzt hat ein Herzrauschen festgestellt, aber keine weitere Anomalie. Um ganz sicher zu sein, bat ich einen Kardiologen, sie zu untersuchen. Er hat eine dilatative Kardiomyopathie diagnostiziert. Alice litt an einer Herzinsuffizienz. Die Krankheit war bereits im fortgeschrittenen Stadium und konnte jederzeit tödlich ausgehen. Und der Arzt war einverstanden, sie unter falschem Namen zu behandeln? Jeder Mensch ist käuflich, Madeleine. Und hatte der Eingriff Erfolg? In den ersten Monaten hat Alice gut auf die Medikamente angesprochen. Allmählich konnte Madeleine die Chronologie der Ereignisse nachvollziehen, doch es gab noch viele offene Fragen. Wusste Alice wirklich über deine Geschäfte Bescheid? Ja, ich habe ihr nie etwas vorgemacht. Und sie hatte kein Problem damit? Sagen wir, sie war intelligent genug, um kein vorschnelles Urteil zu fällen. Madeleine fasste diese Bemerkung als Vorwurf gegen ihre eigene Haltung auf, enthielt sich aber jeglichen Kommentars. Hast du nie daran gedacht, aufzuhören? Natürlich. Aber glaubst du, das wäre so einfach gewesen? Meinst du, ein Fingerschnippen hätte ausgereicht? Ich steckte in einer Sackgasse. Die Polizei war hinter mir her, rivalisierende Gangs wollten meinen Kopf und selbst meine eigenen Leute hätten mich bei der erstbesten Gelegenheit verraten. War Alice das klar? Mehr als ich dachte, denn letztlich hat sie die Lösung gefunden. Wie meinst du das? Eines Abends kam sie mit Dutzenden von Artikeln an, die sie aus dem Internet heruntergeladen hatte. Juristische Texte und Fallstudien. Eine richtige Anwaltsarbeit. Sie behauptete, die magische Formel gefunden zu haben, die uns beiden die Möglichkeit geben würde, ein neues Leben anzufangen. Und was war die magische Formel? WITZEC, das Zeugenschutzprogramm der amerikanischen Regierung. Der Generalstaatsanwalt kann eine Umsiedlung oder eine andere Schutzmaßnahme für einen Zeugen oder potenziellen Zeugen in einem Prozess hinsichtlich eines organisierten Verbrechens erwirken, wenn zu befürchten ist, dass der Zeuge Opfer einer Gewalttat oder von Einschüchterungsmethoden werden könnte. Nachdem sie eine Weile auf der Bank gesessen hatten, froren Madeleine und Danny und setzten ihren Spaziergang fort. Zu Anfang habe ich Alice gesagt, ihre Idee mit dem Zeugenschutzprogramm sei naiv und nicht realisierbar. Ich hatte nichts anzubieten, keine Trümpfe in der Hand. Aber sie hat darauf beharrt, ich bin sicher, dass du dich derer bedienen kannst, die dir das Leben schwer machen. Und diese Worte haben mich zum Nachdenken gebracht. In den USA standen die Präsidentschaftswahlen vor der Tür und der Kampf gegen Drogen war eines der Hauptthemen der Kampagne. Die Wahl von Obama brachte eine Wende, nachdem er die Verantwortung seines Landes als einen der größten Rauschgiftkonsumenten beim Drogenschmuggel anerkannte. Washington wollte keinen Drogenstaat auf der anderen Seite der Grenze. Was hat das mit dir zu tun, fragte Madeleine, mit deinem Sinneswandel? Als ich vor 15 Jahren in Kalifornien studiert habe, war Jezebel Cortez meine Kommilitonin. Die Tochter des Kartellchefs? Ihr Name ist wegen des Prozesses in allen Zeitungen zu lesen. Wir sind immer in Kontakt geblieben. Wir hatten beide eine schwierige Familienvergangenheit. Als Kinder krimineller verstanden wir einander. So gut, dass jeder von euch beiden die Geschäfte seines Vaters fortgeführt hat. Jezebel hat nicht direkt Blut an den Händen. Sie war die Buchhalterin des Clans. Eine diskrete und intelligente Geschäftsfrau, die jahrelang die Millionen aus dem Drogenhandel gewaschen und in legale Geschäfte investiert hat. Du hast eine beeindruckende Art, die Dinge darzustellen. Nachdem sich im Laufe der Jahre der Kampf gegen schmutziges Geld verstärkt hatte, wurde es immer schwieriger, ihre Dollar in Banken oder Steuerparadiesen zu waschen. Jezebel war gezwungen, sich anderen Aktivitäten und Partnern zuzuwenden. Und da hat sie an dich gedacht. Ja. Fünf Jahre lang habe ich für sie in Immobilien und Hotelanlagen investiert. Als Alice von dem Zeugenschutzprogramm erzählt hat, habe ich meinen Anwalt angewiesen, Kontakt mit dem Ermittlungsbüro der Steuerbehörde aufzunehmen. Und du hast ihnen einen Deal vorgeschlagen? Meine Straffreiheit und eine neue Identität für Alice und mich gegen eine Aussage, die Jezebel Cortez belasten würde. Sie wollten sie unbedingt in den USA festnehmen, um ihr Vermögen beschlagnahmen zu können. Das heißt, ihre Bankkonten, hunderte von Wohnungen und Hotelkomplexen, Wechselstuben und Immobilienfirmen in ganz Kalifornien. Sie sind sofort darauf eingegangen? Nein. Aber der Kongress war im Begriff, einem Paket von einer Milliarde Dollar zur Unterstützung für Mexiko zuzustimmen. Das FBI brauchte eine symbolträchtige Festnahme, um diese Entscheidung vor der öffentlichen Meinung zu rechtfertigen. Die Sache ging bis zum Generalstaatsanwalt, der schließlich ein Abkommen mit der MI6 arrangiert hat. Mit dem britischen Geheimdienst? Sie haben Alice außer Landes gebracht und eine Entführung vorgetäuscht. Es war abgemacht, dass ich später zu ihr kommen würde. Madeline fühlte sich plötzlich vollkommen hilflos. Monatelang hatte sie sich abgemüht, um in einem Fall zu ermitteln, den der Geheimdienst zu vertuschen versuchte. Jetzt wurde ja alles klar. Die nicht funktionierenden Überwachungskameras, der Mangel an Indizien, die falschen und widersprüchlichen Zeugenaussagen. Ohnmächtige Wut überkam Madeline. Sie versuchte vergebens, ihren Zorn zu unterdrücken. Warum hast du mir das angetan, Danny? Warum hast du vorgegeben, sie zu suchen? Warum hast du mir ihr Herz geschickt? Kaum war Alice in Manhattan angekommen, reagierte sie nicht mehr auf die Medikamente. Ihre Herzinsuffizienz wurde schlimmer. Ich war sehr beunruhigt, denn sie war allein und immer öfter erschöpft. Immer häufiger bekam sie Grippe und Bronchitis. Nur eine Transplantation konnte sie retten. Ich habe Druck beim FBI gemacht. Ich würde nicht aussagen, wenn meine Tochter sterben würde. Also ist es ihnen gelungen, sie auf die Liste der vorrangigen Organempfänger zu setzen und schon bald wurde die Operation in einem New Yorker Krankenhaus durchgeführt. Es war keine leichte Zeit für sie. Aber warum hast du mir ihr Herz geschickt? beharrte Madeline. Nicht ich habe das getan, sondern die, die uns beschützen. Denn du warst ein erheblicher Störfaktor, Madeline. Du hast Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um Alice zu finden. Die Engländer gerieten in Panik und hatten die Idee mit dem Herzen. Welche Rolle hat Bishop gespielt? Das war reiner Zufall. Der Geheimdienst wusste genau, dass ich früher oder später ein Verrückter des Verbrechens bezichtigen würde. Es kam nur schneller als gedacht. Einige Monate nach Alice verschwinden, habe ich dann wie abgemacht meinen eigenen Tod inszeniert. Du hast deinen Bruder getötet? Nein. Johnny hat sich selbst getötet. Du kennst ihn. Er war ein von Drogen und Alkohol zerstörter Zombie. Ein Geisteskranker und ein Mörder. Ich musste mich entscheiden und Alice hatte Vorrang. Diejenigen, die handeln, müssen immer einen Preis bezahlen. Er spar mir diese Phrasen, die kenne ich schon. Und Jonathan? Wie ist er an euch geraten? Während der darauf folgenden Weihnachtsferien haben Alice und ich ein paar Tage Urlaub an der Côte d'Azur gemacht. Nach ihrer Operation hatte Alice es sich nicht verkneifen können, ihren Namen in verschiedene Suchmaschinen einzugeben, um zu sehen, wie es mit den Ermittlungen zu ihrer Entführung stand. Sie hat Artikel über dich und deinen Selbstmordversuch gefunden. Sie wollte, dass wir dich ins Vertrauen ziehen, aber Blythe Blake, die für unsere Überwachung zuständige Agentin, hat es ihr verboten. Das hat Alice sehr schlecht aufgenommen. Sobald wir in Frankreich waren, ist sie ausgerissen, um dich in Paris aufzusuchen. Doch einmal dort angekommen, hat sie von ihrem Vorhaben Abstand genommen, um uns nicht zu gefährden. Und dann ist sie Jonathan Lampereur begegnet. Madelines Herz krampfte sich zusammen. Alice wusste nicht nur von ihrer Existenz, sie hatte auch versucht, mit ihr in Kontakt zu treten. Von diesem Zeitpunkt an hatten FBI und Zollbehörden eure beiden Namen gespeichert. Und sobald ihr euch auf amerikanischem Boden bewegt habt, wurde ein automatischer Alarm ausgelöst. Gestern Abend wurde Blythe Blake informiert, dass ihr beide zusammen in New York seid. Das konnte kein Zufall sein. Ich habe sie gebeten, eine Strategie zu entwickeln, um dich hierher zu locken. Um mich zum Schweigen zu bringen? Nein, Madeleine, damit du uns hilfst. Wobei? Alice zu finden. Die Wohnung, die oberhalb der Garagen lag, und Blick auf die Kais bot, war eingerichtet wie ein Loft. Blythe Blake hatte die Stirn an die Glasfront gedrückt und beobachtete Danny und Madeleine. Die Agentin hatte flüchtig auf Jonathans Fragen geantwortet, blieb aber ganz auf ihrer Arbeit, ihren Zeugen zu überwachen und zu schützen, konzentriert. Der ehemalige Sternekoch musterte diese eigenartige Frau von anmutiger und aristokratischer Schönheit. Sie war blond und kühl, wie Hitchcocks Heldinnen. Selbst die Narbe, die sich über ihr Gesicht zog, hatte etwas Faszinierendes. Sie entstellte sie keineswegs, sondern gab ihr etwas von einer femme fatale. »Man stellt Ihnen bestimmt oft die Frage«, begann er. Ohne das Fernglas, durch das sie Danny beobachtete, von den Augen zu nehmen, antwortete sie mit monotoner Stimme. »Ein Granatsplitter im Irak, im Todesdreieck. Drei Millimeter daneben und ich hätte das Auge verloren.« Wann war das? »Vor acht Jahren. Ich hatte mich freiwillig verpflichtet. Und wenn ich noch einmal vor der Entscheidung stünde, würde ich es wieder tun.« »Waren Sie lange in der Armee?« »Ich bin Regierungsagentin, meine Akte ist geheim.« Doch da Jonathan beharrte, erklärte sie schließlich. »Nach meiner Verwundung habe ich die Marines verlassen. Dann war ich zwei Jahre in der FBI Academy in Quantico und habe anschließend Undercover-Mission für die DEA, die Drogenbekämpfungsbehörde, durchgeführt, ehe ich schließlich zu den U.S. Marshals kam.« »Wo haben diese Missionen stattgefunden?« »Hören Sie zu. Hier stelle ich die Fragen, okay?« »Sagen Sie das auch auf Partys, wenn sich ein Mann für Sie interessiert?« »Wir sind nicht auf einer Party. Und zu Ihrer Information, Sie sind auch nicht mein Typ.« »Wer ist denn Ihr Typ?« »Männer wie Doyle?« »Darum sagen Sie das.« »Haben Sie Angst um Ihre Freundin?« »Und Sie?« »Türnt ein Mörder Sie an?« »Mehr als Familienväter auf alle Fälle. Aber wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, mein Job ist es, Doyle zu überwachen, nicht mit ihm zu schlafen.« Den Kopfhörer am Ohr gab sie den Leibwächtern die Anweisung, Dichte zu den beiden aufzurücken. »Gehen Sie davon aus, dass die Mexikaner Danny umbringen könnten?« »Das ist nicht unmöglich, aber ich glaube es nicht.« »Warum?« »Weil er in gewisser Hinsicht seine Aussage schon gemacht hat.« »Diesmal verstand Jonathan nicht.« »Vor fünf Minuten haben Sie gesagt, der Prozess fände nächste Woche statt.« Blythe klärte ihn auf. »Wie es das Gesetz in solchen Situationen erlaubt, hat Danny seine Aussage vor Prozessbeginn gemacht. Ein Video, das in Anwesenheit eines Richters und eines Anwalts aufgenommen wurde und das Jezebel Cortis belastet.« Langsam begriff Jonathan. »Wenn Danny also heute getötet würde, wäre dieses Video ausreichend, um die Chefin des Drogenkartells zu verurteilen. Ihre einzige Hoffnung ist, dass Danny seine Aussage am Tag des Prozesses widerruft.« »Aber warum sollte er so etwas tun?« »Deshalb«, antwortete sie. Mit der Fernbedienung schaltete sie einen großen Flachbildschirm ein, der an der Wand hing und startete eine DVD. Der Videofilm dauerte knapp 30 Sekunden. Er zeigte das erschöpfte Gesicht eines jungen Mädchens in Großaufnahme. Sichtlich am Ende ihrer Kräfte und in Panik sah Alice aus dunkel umschatteten Augen in die Kamera. Ihr Blick war intensiv und durchdringend. Das fahle Licht ließ vermuten, dass sie sich in einem Keller oder einem Verlies befand. Ihre Sätze waren von Schluchzen unterbrochen. Immer wieder in Tränen ausbrechend, gelang es ihr dennoch, sich direkt an ihren Vater zu wenden und die Forderung ihrer Entführer zu übermitteln. »Safe me, Dad. Change your testimony, please. And we'll be together again, right, Dad?« »Rette mich, Papa. Ändere deine Aussage, bitte. Dann werden wir wieder zusammen sein, okay, Papa?« Dann entfernte sich die Kamera, sodass man Alice' zierlichen Körper sah, der an ein Rohr gekettet war. »Kettet war.« »Das hat heute Morgen ein Bote abgegeben«, erklärte Blythe Blake und drückte auf Pause, um das Bild anzuhalten. Danny, der inzwischen mit Madeleine wieder zurückgekommen war, ballte die Hände zu Pfosten. »Die Entführung liegt jetzt schon zwölf Stunden zurück. Wenn wir sie nicht sehr schnell finden, werden sie sie töten, egal was ich tue. Denn ohne ihre Medikamente können die Nieren jederzeit versagen.« Blythe nahm an einem schmiedeeisernen Tisch Platz, auf dem drei Laptops standen. »Wir haben erfolglos versucht, Alice' Handy zu orten,« erklärte sie und lud den Videofilm auf eine der Festplatten. Sie sah sich die Aufnahme mehrmals an, isolierte die Tonspur, machte ein Dutzend Screenshots und zoomte jedes Detail heran. Beeindruckt von dem technischen Know-how trat Madeleine näher, während Blythe ihre Vorgehensweise erklärte. Unten auf dem Bild sind Aufnahmedatum und Uhrzeit angescannt. Durch eine Auswertung der Tonspur hören wir vielleicht Geräusche, die sonst nicht wahrnehmbar sind. Eine U-Bahn, Verkehrslärm, irgendetwas, was uns auf eine Spur bringen kann. »Und der Camcorder?« fragte Jonathan. »Er scheint von guter Qualität, denn trotz des Halbdunkels sind die Bilder ordentlich. Es handelt sich um ein neueres Modell,« erklärte Blythe. »Eine Canon Memory Flash, die vor weniger als einem Jahr auf den Markt gekommen ist. Ich fordere im Büro eine Liste der letzten Verkäufe in Geschäften und via Internet an, aber das erfordert Zeit.« Dann ging sie auf einen Bildausschnitt und zoomte ihn heran. »Was mich interessiert, ist dieses Rohr,« meinte sie und zeigte die Vergrößerung der Leitung, an die Alice gekettet war. »Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass die Anlage über ein Jahrhundert alt ist, aber ich werde Experten einschalten, um uns das bestätigen zu lassen. Mit etwas Glück können wir durch die Zusammenführung aller Gegebenheiten das Versteck lokalisieren.« Dann wandte sie sich an den Agenten, der den USB-Stick entgegengenommen hatte. »Hast du die Aussage des Boten, Chris?« Der Mann in schwarz schickte von seinem Handy aus ein Dokument an den Computer, das auf dem Bischel erschien. »Er arbeitet für Bike Messenger, ein Kurierdienst in der Nähe der Wall Street, aber heute hat er auf eigene Rechnung gejobbt. Er hat den Umschlag-Ecke Dutch und John Street entgegengenommen. Der Absender hat ihn selbst gebracht. Groß, kräftig, kaukasischer Typ um die vierzig. Er hat bar bezahlt und seinen Namen nicht angegeben. »Haben wir ein Phantombild?« »Ähm.« Terence verhört den Boten gerade dazu. »Dann sag ihm, er soll sich beeilen. Ich will die Personenbeschreibung in zehn Minuten herausgeben. Ab jetzt zählt jede Sekunde.« Eine halbe Stunde später. Das Matchbox verdankte seinen Namen sicherlich den beengten Räumlichkeiten. Gott weiß, wie der Eigentümer es geschafft hatte, den gemütlichen kleinen Raum, an den sich ein Garten anschloss, so einzurichten, dass zwanzig Personen darin Platz fanden. Jonathan saß vor einem Bagel und hatte Madeleine gerade von seinem Treffen mit Francesca erzählt. »Was hältst du davon?« Er hatte ihr die genauen Umstände berichtet, unter denen seine Ex-Frau Lloyd Warner getötet, und wie sie sich der Leiche entledigt und dann ihr Alibi mit George konstruiert hatte. Eine Meisterleistung, durch die sie einer Mordklage entgangen war, aber ihre Ehe ruiniert hatte. »Ich denke, wenn dieser Kerl tot ist, gibt es einen Schuft weniger auf der Welt«, meinte Madeleine. »Ich finde, deine Frau ist ganz schön kaltblütig und noch dazu unglaublich intelligent.« Sie aß den letzten Bissen ihres Toasts mit frischem Ziegenkäse und trank einen Schluck Wein. »Ich denke, du solltest dich wieder mit ihr versöhnen.« Jonathan fiel aus allen Wolken. Innerhalb einer Sekunde hatte Madeleine ihre ganze Geschichte zerstört. »Und wir?« Sie sah ihm in die Augen. »Machen wir uns nichts vor. Unsere Beziehung ist noch nicht gefestigt. Wie sollte unsere Zukunft aussehen? Wir wohnen zehntausend Kilometer voneinander entfernt, und irgendwann wirst du es bereuen, nicht zu deiner Frau und deinem Sohn zurückgekehrt zu sein.« Jonathan versuchte, ruhig zu bleiben. »Woher willst du das wissen? Wir werden uns doch wohl nicht wegen einer lächerlichen Hypothese trennen.« »Du hast hier nichts mehr zu tun. Alice Dixon bedeutet dir nichts. Es ist nicht dein Kampf. Sie gehört ebenso zu meinem Leben wie zu deinem.« »Hör zu, Jonathan. Diese Geschichte hat blutig begonnen, und sie wird blutig enden. Es gibt kein Happy End. Du bist nicht in der Lage, dich dieser Gewalt zu stellen. Ich bin Polizistin. Blythe arbeitet für das FBI. Danny ist ein Mörder. Aber du? Ich bin nur ein netter Restaurantbesitzer. Meinst du das? Du hast eine Familie.« »Ich dachte, du könntest dazugehören,« erwiderte er und erhob sich. Er legte zwei Geldscheine auf den Tisch und verließ das Lokal. Es war das erste Mal, dass Madeleine wirklich verliebt war. Trotzdem versuchte sie nicht, ihn zurückzuhalten. »Pass auf dich auf«, murmelte sie. Aber er war schon gegangen. Jonathan war zu sehr in seinem Stolz gekränkt, um zu begreifen, dass Madeleine ihn nicht in dieses gefährliche Abenteuer mit hineinziehen wollte. Die U-Bahn-Station Bedford Avenue war nur wenige Häuserblocks entfernt. Jonathan fuhr von dort zurück nach Greenwich. In Claires Wohnung angelangt, blieb er zehn Minuten reglos unter der Dusche stehen. Er war erschöpft durch die Zeitverschiebung, den Schlafmangel und die widersprüchlichen Emotionen. Um 15 Uhr rief er in San Francisco an und telefonierte lange mit seinem Sohn. Charlie verstand nicht, warum sein Papa am Tag vor Weihnachten nicht bei ihm war. Aber Markus erwies sich als fähig und ersetzte ihn, so gut er konnte. Nach dem Gespräch mit seinem Sohn war er noch deprimierter. Um der Einsamkeit zu entkommen, zog er seinen Mantel an, um in der nächstbesten Bar einen Kaffee zu trinken. Er hoffte, das Koffein würde ihn wach machen. Für einen Moment tauchten Bilder von einer wiedervereinten Familie vor seinem geistigen Auge auf, wie eine beruhigende Diashow. Er erinnerte sich an die glücklichen Zeiten mit seiner Frau und mit Charlie. Francescas Geständnis hatte ihn von seinem Leidensdruck befreit, der ihn seit zwei Jahren gelähmt und ihm sein Selbstvertrauen genommen hatte. Jetzt hatte er die Möglichkeit, sein früheres Leben wieder aufzunehmen. War es nicht das, was er immer gewollt hatte? In zwei Stunden konnte er in einem Flugzeug nach Kalifornien sitzen, Charlie abholen und nach New York zurückkehren, um Weihnachten mit Francesca zu feiern. Diese Perspektive war tröstlich. Er erinnerte sich an einen Satz, den einer seiner Kollegen gesagt hatte. Ein Baum ohne Wurzeln ist nur ein totes Stück Holz. Er brauchte eine Grundlage, um nicht den Halt zu verlieren. Doch Francescas Bild verblich hinter dem von Madeleine. Sie hatte sicher recht. Ihre Geschichte besaß noch kein solides Fundament. Und dennoch, dennoch war er unfähig, der Stimme der Vernunft zu folgen. Ohne zu überlegen, zog er seinen Stift aus der Tasche und begann, etwas auf das Papiers herzukritzeln. Nach einigen Minuten wurde ihm bewusst, dass er ein Dessert kreiert hatte, das der jungen Engländerin entsprach. Blätterteig mit leichter Rosenfallchencreme, karamellisiert mit tunesischen Orangen. Er war selbst ganz erstaunt. Vor zwei Jahren war seine Kreativität erlöschen, und er hatte seitdem kein einziges Gericht erfunden. Heute war die Blockade gebrochen, und die Liebe inspirierte ihn wieder. Diese Aussicht machte ihm Mut und gab ihm Vertrauen in die Zukunft. Warum sollte er nicht in New York ein Restaurant mit einer kleinen Kochschule eröffnen? Endlich ein Projekt, das Sinn hatte. Jonathan hatte aus seinen Fehlern gelernt und würde sie nicht ein zweites Mal wiederholen. Er dachte an ein Restaurant mit Atmosphäre, mit einer originellen und ehrgeizigen Küche, aber ohne luxuriöses Dekor. Ab jetzt würde er seinen Beruf wie ein Handwerk ausüben, mit dem einzigen Ziel, sich selbst und dem Gast Freude zu bereiten. Als er das Lokal verließ, keimte neue Hoffnung in ihm auf. Aber er wusste, dass diese Zukunft von Alice Dixons Überleben abhing. Wo wäre er heute, wenn er nicht diesem Mädchen begegnet wäre? Ohne Zweifel sechs Fuß unter der Erde. Ihr verdankte er sein Leben. Das war die größte Schuldenlast, die er jemals würde begleichen müssen. Und dazu war er fest entschlossen. Entschlossen. Die Bilder von Alice' Gefangenschaft ließen ihn nicht mehr los. Alles war wirr. Er versuchte, sich an ihre letzten Worte zu erinnern, doch es wollte ihm nicht gelingen. Er ging die zwanzigste Straße hinauf. Es begann zu dämmern. Trotz der beißenden Kälte lief er weiter durch die Straßen und dachte über Alice' unglaubliches Schicksal nach. Über ihr Leben, das sie geführt hatte, wie einen Kampf. Über die Charakterstärke, die sie gebraucht hatte, um sich von ihren Ketten zu befreien und ihr Dasein selbst in die Hand zu nehmen. Von frühester Jugend an hatte sie sich allein durchgeschlagen. Ohne Familie, ohne Freunde und hatte jedes Mal den härtesten Weg gewählt. Den, der aus der Mittelmäßigkeit hinausführte und sie davor bewahrte, sich von ihrem Umfeld nach unten ziehen zu lassen. Eine Art zu leben, die schon für einen Erwachsenen schwierig war. Aber mit dreizehn Jahren? Er erreichte den Osten von Scherzi. Es war inzwischen dunkel und im Schein der Straßenlaternen wirbelte der Wind silbrige Schneeflocken auf. Angesichts der Kälte beschloss er, kurz in der berühmten Cocktailbar Life & Death vorbeizuschauen. Aus den Lautsprechern in den vier Ecken des Raumes erklang Loungemusik. Die hüllte ihn in eine Art Blase, die ihm half, Ordnung in seine Gedanken zu bringen. Alice. Er musste sich auf Alice konzentrieren. Seine Intuition sagte ihm, dass Blythe Blakes und Madeleines Vorgehensweise zu nichts führen würde. Er selbst verfügte natürlich über keinerlei Möglichkeit zu ermitteln. Er hatte seinen gesunden Menschenverstand und sein psychologisches Einfühlungsvermögen. Der Alkohol brannte in seiner Kehle, verstärkte aber seine Sensibilität. Er bestellte ein zweites Glas. Nach und nach wich die Barriere in seinem Gedächtnis und der Inhalt des Videofilms fiel ihm wieder ein. Die fiebrig glänzenden Augen des Mädchens, ihre Verzweiflung, der trostlose Kerker, die Handschellen, ihre abgehackte Stimme und die Worte »Save me, Dad. Change your testimony, please. And we'll be together again. Right, Dad?« Er versuchte, sich zu entspannen und in Kontakt mit Alice zu treten. Das Grauen auf ihrem Gesicht war nicht gespielt, aber es lag eine ungeheure Intensität in ihrem Blick. Angst hatte nicht die Oberhand über ihre Reaktionsfähigkeit und Intelligenz gewonnen. Es war, als versuche sie nicht nur Mitleid zu erregen, sondern auch eine Botschaft zu übermitteln. Nein, das war unmöglich. Man hatte sie vermutlich einen Text lesen lassen oder ihr genaue Anweisungen gegeben. Wie sollte sie mit wenigen Worten etwas improvisieren? Er nahm den Papieruntersetzer, der unter seinem Cocktailglas lag, und schrieb die vier Sätze auf. »Save me, Dad. Change your testimony, please. And we'll be together again. Right, Dad?« So. Und nun? Nach Dennis' Aussage war sich das Mädchen der Risiken durchaus bewusst. Ihr war klar, dass das mexikanische Kartell vermutlich Auftraggeber der Entführung war. Es war also nicht die Identität der Kidnapper, sondern eher eine Information über den Ort ihrer Gefangenschaft, die sie zu übermitteln versuchte. Außer plötzlich hatte er einen Geistesblitz. Er griff zu seinem Stift und kreiste die Anfangsbuchstaben jedes Satzes ein. »Safe, change and write.« Aneinandergereiht ergaben sie ein Wort. »Scar«, der englische Begriff für Narbe. Williamsburg. Mokondo Motor Club, 23 Uhr. In dem Loft über der Halle herrschte trügerische Ruhe. Blythe Blake und Madeleine saßen vor den Bildschirmen und konzentrierten sich auf ihre Datenanalyse. Danny stand besorgt an der Fensterfront und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Zwei Agenten hielten Wache. Der erste war vor der Wohnungstür postiert, der zweite patrouillierte im nächtlichen Schneetreiben um die Halle. Ein kaum vernehmbarer metallischer Klingelton zeigte Madeleine an, dass sie eine SMS bekommen hatte. Sie warf einen Blick auf das Display. »Ich weiß, wer Alice entführt hat. Komm ins Life and Death, Ecke 10th Avenue, 20. Straße. Komm allein. Sprich mit niemandem darüber. Jonathan.« Ungläubig dachte sie zunächst an einen Trick von Jonathan, um sie wiederzusehen. Aber niemals würde er dafür ein solches Drama inszenieren. Vielleicht hatte er wirklich etwas herausgefunden. Warum hatte er sie dann nicht angerufen, sondern bestellte sie in eine Bar? »Leist du mir dein Auto, Danny?« »Gehst du noch aus?« »Ich muss etwas einkaufen«, log sie und schlüpfte in ihre Lederjacke. Sie nahm ihren Rucksack mit Jonathans Laptop und folgte Danny die Eisentreppe hinunter zur Garage. Unter dem wachsamen Blick des Bodyguards liefen sie durch die Halle, die voller Sammlerstücke war. »Nimm den hier«, sagte er und deutete auf einen leuchtend roten Pontiac aus dem Jahre 1964. »Hast du nichts weniger Auffälliges?« Sie sah sich suchend nach einem diskreteren Modell um. »Warum nicht den hier?«, fragte sie und deutete auf einen Peugeot 403 Cabriolet. »Nimm den Pontiac«, beharrte er. Sie begriff, dass Diskutieren zwecklos war und stieg in den amerikanischen Luxusschlitten. »Die Papiere sind hier«, erklärte er und klappte die Sonnenblende herunter. »Dann deutete er auf das Handschuhfach.« »Und solltest du ein Problem haben?« Madeleine öffnete es einen Spalt breit und sah den Kolben eines Anacondacols. Jetzt verstand sie, warum Danny unbedingt wollte, dass sie seinen Wagen nahm. »Fährst du zu deinem Freund?«, knurrte er. Sie ignorierte die Frage und schloss das Fenster. »Bis später.« Erleichtert entdeckte sie am Anfang der 20. Straße mehrere freie Plätze, denn mit dem Pontiac einzuparken war keine einfache Sache. Sie betrat die Bar und sah Jonathan vor einem leeren Glas. »Bist du allein gekommen?«, fragte er beunruhigt. »Ja, wie du gesagt hast.« »Gibt es etwas Neues von Alice?« »Nicht wirklich.« Sie nahm ihm gegenüber Platz und knotete ihren Schal auf. »Was ist das für eine Geschichte? Warum behauptest du zu wissen, wer sie entführt hat?« »Sie ist dir selbst an«, meinte er und reicht ihr den Gläseruntersetzer. Sie sah eine Weile auf das Papprund. »Und?« »Scar«, rief er, das englische Wort für Narbe. »Danke, das ist meine Muttersprache, falls du es vergessen hast.« »Blythe. Blythe hat Alice entführt. Das zumindest versucht sie uns zu vermitteln. Blythe ist die Komplizin der Mexikaner.« Madeleines Gesichtsausdruck wirkte auf ihn wie eine kalte Dusche. »Glaubst du, du bist im Da Vinci-Code?«, meinte sie spöttisch. »Ist das für dich etwa ein Zufall? Vier Buchstaben, das will nichts heißen.« Aber Jonathan gab nicht auf. »Denk doch mal eine Minute nach.« »Ich glaube, das schaffe ich gerade noch. Versetz dich an die Stelle der Mexikaner. Wen würdest du als ersten in dieser Geschichte zu bestechen versuchen?« »Sag es mir.« »Den Marshall, der für Dennis Sicherheit zuständig ist, natürlich.« Sie schien noch immer skeptisch, aber er fuhr unbeirrt fort. »Die mexikanischen Kartelle versuchen, alle Arten von Ordnungsinstanzen in den USA zu infiltrieren. Grenzbeamte, die Einwanderungsbehörde, den Zoll. Immer mehr amerikanische Beamte lassen sich bestechen. Und die Krise verstärkt diese Bereitschaft.« »Blythe ist eine Patriotin«, hielt Madeleine dagegen. Ihr Profil entspricht aber genau dem Gegenteil. Sie hat als Undercover-Agentin bei den Drogenhändlern gearbeitet. Nach einer Weile verliert man seine Orientierungspunkte. Und wenn es um Millionen von Dollar geht, setzt man sich leicht über den Patriotismus hinweg.« »Jeder Mensch ist käuflich«, dachte Madeleine und erinnerte sich an Dannys Worte. Zweifel überkam sie und sie betrachtete die Großbuchstaben, die das Wort Scar bildeten mit anderen Augen. War es möglich, dass Alice die Geistesgegenwart besessen hatte, eine verschlüsselte Nachricht zu übermitteln? »Wir müssen Danny warnen«, riet Jonathan. »Er ist in Gefahr.« Madeleine zog ihr Smartphone heraus, in dem Dannys Nummer gespeichert war, und entschloss sich nach kurzem Zögern, ihm eine SMS zu schreiben. »Nimm dich vor, bleib in Acht. Vielleicht in Verbindung mit den Drogenhändlern. Informier das FBI. Sei vorsichtig. Du bist in Gefahr. Madeleine. Und wir fahren jetzt zur Polizei, in der Hoffnung, dass du dich nicht getäuscht hast.« Als sie die warme Bar verließen und ihnen der eisige Nachtwind entgegenschlug, erwartete sie auf der anderen Straßenseite der Ferrari. »Da ist sie«, sie schreckten zurück. Madeleines Aufbruch war Blythe anscheinend verdächtig vorgekommen, und sie hatte geahnt, dass sich hinter ihrem Rücken etwas zusammenbraute. »Ich sehe nach«, beschloss Jonathan und rannte über die Straße. »Nein, du bist wahnsinnig!« »Verdammt nochmal«, dachte Madeleine. Dann erinnerte sie sich an die Waffe im Handschuhfach und lief zu dem Pontiac. Es war sehr dunkel. Jonathan erreichte den Spider. Er war leer. Scheinwerfer und Motor waren ausgeschaltet. »Wo ist sie?« Er nahm eine Bewegung hinter sich wahr. Das Cabriolet stand vor einem mehrstöckigen Parkhaus. »Ist da jemand«, rief Jonathan und wagte sich unvorsichtigerweise in das Parkhaus vor. »So ein Idiot«, fluchte Madeleine, die ihn aus der Ferne beobachtete. Der Schuss krachte, und eine Kugel zischte wenige Millimeter an Jonathans Kopf vorbei, bevor sie an einem Stahlpfeiler abprallte. Er warf sich auf den Boden und entging so dem nächsten Projektil. Blythe stand zwanzig Meter hinter ihm und nahm ihn unter Beschuss. Er sprang auf und rannte instinktiv zur Außentreppe am Eingang des Parkhauses. Hinter sich hörte er die Schritte der Agentin. Sie war ihm auf den Fersen, konnte aber auf der Wendeltreppe nicht richtig auf ihn zielen. Das Ende der Treppe war mit einem zwei Meter hohen Zaun abgeriegelt. Madeleine hoffte, dass Jonathan nicht getroffen würde, bevor sie bei ihm wäre. Blythe war jetzt weniger als zehn Meter hinter ihm. »Halt! Werfen Sie die Waffe weg!« schrie Madeleine. Die katzenhafte Blythe Blake wandte sich um und erfasste die Situation innerhalb einer Sekunde. Madeleine hatte Dannys Anaconda-Cold auf sie gerichtet. Ohne das geringste Zögern ignorierte sie den Befehl, rannte zu Jonathan, legte den Arm um seine Kehle und hielt ihm den Lauf der Waffe an die Schläfe. »Keine Bewegung oder ich knall ihn ab!« rief die Amerikanerin. »Zurück!« Die beiden Frauen standen sich drohend gegenüber. Der Wind trieb dichten Schnee vor sich her. Blythe näherte sich rückwärts dem Fluss und verstärkte den Druck auf Jonathans Schläfe. Madeleine trat einen Schritt vor. »Wenn Sie ihn umbringen, sind Sie geliefert!« brüllte sie. »Ihre Freunde vom FBI sind in zwei Minuten hier!« »Zum letzten Mal zurück oder ich knall ihn ab!« »Die FBI-Agenten sind mir völlig egal. Ich habe hundert Möglichkeiten, sie abzuhängen!« Hatte Madeleine wirklich die Wahl? Würde sie die Waffe wegwerfen, würde Blythe sie trotzdem nicht am Leben lassen, sondern sie beide umlegen. Madeleine blinzelte. Ihr Blick war verschwommen. Die Müdigkeit und der Stress. Sie spürte, dass ihre Hand zitterte. Der Lauf des Revolvers schien tonnenzuwiegen. Es war eine Männerwaffe, entwickelt für Jagd oder Sportschützen. Damit konnte sie ebenso den Kopf von Blythe treffen wie den von Jonathans. Sie brauchte den Revolver beim Abdrücken nur einen Millimeter zu bewegen. Bei diesem Spiel gab es keine zweite Chance. Jetzt! Aus Angst vor einem heftigen Rückstoß wandte Madeleine ihre ganze Kraft auf, um den Arm ruhig zu halten. Der Schuss traf Blythe Blake in den Schädel, und sie machte einen Satz nach hinten. Sie versuchte, sich an Jonathan festzuklammern, doch gleich darauf stürzte sie rücklings über das Geländer in den Hudson River. Der Wind trug das Heulen der Sirenen der Polizeiwagen zu ihnen heran. Madeleine zitterte in dem eisigen Schneetreiben. Sie hatte die einzige Person getötet, die wusste, wo Alice eingesperrt war. Sie hatte Alice getötet. Jonathan, noch unter Schock, stand reglos in seinem blutbespritzten Hemd da. Doch plötzlich schien er aus seinem Trance-Zustand zu erwachen. Ihm gegenüber schwankte Madeleine, niedergedrückt von Angst und Panik. Da er fürchtete, sie könnte ohnmächtig werden, führte er sie zu dem Pond-Helk. Er fuhr mit einem Satz an und beobachtete im Rückspiegel die Blaulichter, die über den finsteren Himmel zuckten. Lower East Side. Ein Gebäude nahe dem Tompkins Square Park. Ein Uhr nachts. Jonathan öffnete die Tür zum Badezimmer. Madeleine war in der Wanne eingeschlafen. Sie nahm den Morgenmantel vom Haken an der Tür und trat näher, um sie sanft zu wecken. Sie war blass, der Blick leer. Fügsam ließ sie sich einwickeln und trocken reiben. Es wäre zu gefährlich gewesen, in Claires Wohnung zurückzukehren oder in einem Standardhotel abzusteigen. Nachdem sie den Wagen mehrerer Häuser blocks entfernt abgestellt hatten, waren sie in diesem Bed and Breakfast. Um sicher zu sein, dass sie nicht geortet werden konnten, hatten sie ihre Smartphones ausgeschaltet und im Hangschuhfach des Pontiac zurückgelassen. Das Einzige, was sie bei sich behalten hatten, waren der Computer und Dennys Pistole. Während Madeleine unter der Bettdecke verschwand, ging er ans Fenster und blickte hinaus. Draußen schneite es noch immer. Ein zehn Zentimeter dicker weißer Teppich bedeckte Bürgersteige und Straßen. Wo mochte Alice jetzt bei dieser Kälte sein? War sie überhaupt noch am Leben? Würde es ihnen gelingen, sie aus ihrer Hölle zu befreien? Man mußte realistisch sein. Die Dinge waren schlecht gelaufen. Nach dem Tod von Blythe war es äußerst fraglich, ob sie Alice' Aufenthaltsort finden würden. Madeleines Worte kamen ihm wieder in den Sinn wie ein warnendes Vorzeichen. Diese Geschichte hat blutig begonnen und sie wird blutig enden. Er konnte noch nicht wissen, wie recht sie damit hatte. Aufstehen! Jonathan öffnete ein Auge und hatte Mühe, richtig wach zu werden. Aufstehen, wiederholte Madeleine. Es ist acht Uhr, wir müssen los. Ein milchiges Licht drang durch das Fenster. Es dämmerte. Jonathan unterdrückte ein Gähnen und verließ nur widerwillig das warme Bett. Madeleine war bereits angezogen. Obwohl diese Nacht kurz gewesen war, war sie entschlossener denn je. Sie warf ihm seine Sachen zu. Duschen kannst du ein andermal, wir haben es eilig. Sie verließen das Haus, nachdem sie der Wirtin ein paar Scheine hingelegt hatten. An diesem Morgen war die Schneedecke mindestens 20 Zentimeter dick. Sie fanden den Pontiac, nahmen ihre Handys wieder an sich und setzten ihren Weg zum Pils, ihrem neuen Hauptquartier fort. Wegen des Schnees und der frühen Morgenstunde war das Café nur spärlich besucht. Sie nahmen am selben Tisch wie am Vortag Platz und bestellten jeder Kaffee und Müsli mit Joghurt. Da es nirgendwo einen Fernseher gab, zog Madeleine den Laptop aus der Tasche und ging ins Internet. Welches ist hier der seriöseste Infokanal? Versuche es mit NY1 News. Madeleine klickte die Seite an. Während drei Viertel der Zeit den unerwarteten Schneefällen gewidmet waren, handelte der letzte Teil von dem mysteriösen Mord an einem Marshal der Vereinigten Staaten, Blythe Blake, getötet durch einen Kopfschuss. Ihre Leiche wurde im Hudson River gefunden. Diese Agentin war verantwortlich für den Schutz eines Mannes, der kommenden Montag als Zeuge im Prozess gegen die Drogenbaronin Jezebel Cortez aussagen sollte. Der Kronzeuge steht derzeit unter dem Schutz des FBI. Madeleine holte tief Luft. Man konnte nicht wissen, ob die Polizei bereits vom Verrat von Blythe wusste, aber wenigstens war Danny außer Gefahr. Doch sie mussten Alice finden. Blythe hatte sicher einen Komplizen, meinte Madeleine. Jonathan schenkte ihr Kaffee ein, bevor er sich selbst bediente. Wir müssen ganz von vorn anfangen, denn offensichtlich hat Blythe in den Stunden nach Alice in Führung alles daran gesetzt, Beweise zu vernichten und die Untersuchung zu sabotieren. Woran denkst du? Wir müssen versuchen, Alice' Handy zu lokalisieren. Uns fehlt die Technik dafür. Das ist Polizeiarbeit. Jonathan schüttelte den Kopf. Mit dem Ansteigen der Handydiebstähle empfehlen viele Firmen ihren Kunden, die Funktion Ortung auf Distanz zu aktivieren. Wenn das Smartphone von Alice relativ neu ist, müsste es über diese Option verfügen. Das Ganze funktioniert nicht über die Nummer, sondern über die Mailadresse. Jonathan drehte den Laptop zu sich her und verband sich mit der Seite Mein Smartphone Orten. Um das Gerät zu lokalisieren, musste er tatsächlich die Adresse der elektronischen Post wie auch das damit verbundene Passwort eingeben. Sie beugte sich näher zum Bildschirm vor. Geben Sie bitte Ihren Benutzernamen ein. Also gut, Sherlock. Hast du eine Idee? Wir könnten es mit einem Hotmail-Konto oder einem Gmail-Konto versuchen, schlug Jonathan vor. Oder warum nicht das Konto Ihrer Schule? Von der Idee mit der Schule begeistert öffnete Madeleine ein neues Fenster, um sich mit der Seite der Julliard-School zu verbinden. Allem Anschein nach hatten Lehrer, Personal und Studenten ein E-Mail-Konto unter der Grundform vorname.name.julliard.edu. Geben Sie jetzt bitte Ihr Passwort ein. Da muss ich passen gestand, Jonathan. Moment mal, und wenn sie ihr Altes behalten hat? Wie lautete nochmal das von Alice? Heathcliff, der Protagonist in Sturmhöhe. Ein Roman von Emily Bronte. Jonathan gab das Passwort ein. Drück die Daumen, sagte er und betätigte die Enter-Taste. Der Computer arbeitete mehrere Sekunden, in denen sie sich mit einer Mischung aus Angst und Ungläubigkeit ansahen. So einfach konnte das doch nicht sein. Und trotzdem war es das. Eine Karte von Manhattan erschien auf dem Bildschirm und ein blauer Punkt, umgeben von einem Kreis, begann zu blinken. Das bedeutete, Alice Handy befand sich nicht nur in New York, sondern keine drei Kilometer von hier entfernt. Sie sprang mit einem Freudenschrei auf, sodass die wenigen anderen Gäste sie überrascht ansahen. Innerhalb von zwei Minuten hatten sie neue Hoffnung geschöpft. Jonathan beugte sich über den Computer, um den Punkt genau zu lokalisieren. Ein großes Gebäude, Ecke Fifth Avenue, 23. Straße. Weißt du, was das ist? fragte Madeleine ganz außer Atem vor Erregung. Der italienische Markt, gegenüber dem Flatiron Building, das wegen seiner Form Bügeleisengebäude genannt wird. Sie übertrugen die Daten auf ihre Smartphones, bezahlten und traten auf die Straße. Es schneite so heftig, dass sie auf ihren Wagen verzichteten. Lass uns zu Fuß gehen, schlug sie vor. Nein, bei diesem Wetter würden wir eine halbe Stunde brauchen. Nehmen wir lieber ein Taxi. Als sie auf der Rückbank Platz genommen hatten, überprüften sie auf ihrem Display die Position von Alice' Mobiltelefon. Ganz offensichtlich hatte sich der Punkt nicht bewegt. Das Taxi hielt vor dem Markt. Gegen einen 20-Dollar-Schein erklärte sich der Chauffeur bereit, auf sie zu warten, vorausgesetzt allerdings, es würde nicht länger als zehn Minuten dauern. Der Markt hatte eben erst geöffnet, doch an diesem Vorweihnachtstag war es hier bereits brechend voll. Komm mit. Die Augen auf ihr Display gerichtet, durchquerten sie einen Teil des Areals mit seinen Ständen voll erlesener Produkte und seinen Restaurants. Alice' Mobiltelefon strahlte alle 30 Sekunden ein Signal aus und ermöglichte somit eine Ortung in Echtzeit und eine Lokalisierung bis auf zehn Meter. Da entlang. Vorbei an Brotpyramiden, Dosen mit Pasta und Risotto, Parmesan-Laiben, Parmaschinken, die von der Decke hingen, vegetarischen Restaurants und Pizzerias, suchten sie sich ihren Weg. Dort ist es. Sie befanden sich jetzt in einem Gang mit Eiscreme und Kaffeeständen. Es herrschte großes Gedränge und viel Lärm. Das wird nicht einfach sein, meinte Madeleine seufzend. Hast du nicht vielleicht noch so eine geniale Idee? Jonathan sah auf sein Smartphone. Die Zeit bietet die Möglichkeit, eine Nachricht auf das Handy zu schicken oder es zwei Minuten lang ununterbrochen klingeln zu lassen, selbst wenn es auf stumm geschaltet ist. Versuch es. Er aktivierte die Funktion und sie lauschten gebannt. Inmitten des Lärms und des Stimmgewirrs aber war es unmöglich, irgendeinen Klingelton zu hören, nicht einmal im Umkreis von wenigen Metern. Halt dich bereit, um es zu wiederholen, sagte Madeleine und zog ihre Waffe. Was machst? Ohne zu zögern gab sie einen Schuss an die Decke ab. Jetzt! Die enorme Detonation ließ alle Anwesenden zusammenzucken. Bevor sie in Panik zu schreien begannen, gab es eine Schrecksekunde, in der totale Stille herrschte. Eine Sekunde, die ausreichte, um einen Klingelton zu vernehmen. Die ist es, rief Madeleine und deutete mit dem Lauf ihrer Waffe auf eine junge Verkäuferin an einem Espressostand. Sie war bildhübsch, zwischen 18 und 20 Jahre alt. Ihre Haut war Milchkaffee braun, ihr langes, schwarzes Haar geglättet. Das Handy ragte aus ihrer Schürzentasche heraus. Madeleine stürzte sich auf sie und zerrte sie hinter ihrer Theke hervor. Mitkommen, befahl sie. Madeleine und Jonathan hakten das Mädchen rechts und links unter. Ja, trugen sie fast und konnten den Markt vor Eintreffen des Sicherheitsdienstes verlassen. Zum Glück wartete das Taxi noch auf sie. Hey, was soll denn das? fragte der Chauffeur entgeistert, als er die Pistole sah. Losfahren, oder die nächste Kugel ist für dich, brüllte Madeleine. Dann wandte sie sich an das schluchzende Mädchen. Wer bist du? Ich heiße Maya. Seit wann hast du das Handy? Seit, seit gestern Morgen, antwortete sie zwischen zwei Schluchzern. Hör auf zu Flennen, wer hat es dir gegeben? Mein Freund, Anthony. Ein Geschenk? Er hat es bei seiner Arbeit geklaut. Er hat mir gesagt, ich soll es nicht ausschalten, weil er den PIN-Code nicht kennt. Und wo ist er beschäftigt? Auf dem Abschleppplatz von Brooklyn, an der Columbia Street. Ein Abschleppplatz. Ein möglicher Ort, wo man sie gefangen halten konnte. Die Spur wurde interessant. Ist er heute im Dienst? Nein, er ist bei seinen Eltern in Steuvesant Town. Madeleine warnte sich an Jonathan, den Spezialisten in Fragen der Stadttopografie. Das ist nicht sehr weit, ganz im Osten, zwischen 14. und 23. Straße. Sie klopfte zweimal an die Scheibe, die sie vom Fahrrad trennte. Hast du verstanden, Fangio? Steuvesant Town war eine große verzweigte Wohnsiedlung aus Apartmenthäusern. Da die Mieten staatlich kontrolliert waren, konnten hier trotz der stark angestiegenen Immobilienpreise Generationen von Polizisten, Feuerwehrleuten, Lehrern, Krankenschwestern weiter im Herzen von Manhattan leben. Unter Anleitung von Maya bahnte sich das Taxi seinen Weg zwischen den Wohnblocks hindurch. Hier ist es. Im neunten Stock, zweite Tür rechts vom Aufzug. Du begleitest uns. Und du? Zieh Leine, befahl sie dem Taxifahrer, der los fuhr, ohne das ihm zustehende Restgeld zu verlangen. Madeleine trat gegen die Tür der Sozialwohnung, bis sie nachgab. Die Ex-Polizistin hatte nicht nur ihre alten Reflexe wiedergefunden, sondern auch ihre Entschlossenheit. In der Wohnung war niemand bis auf besagten Anthony, der noch tief und fest schlief. Bevor er richtig wach war, fand er sich im Adamskostüm auf seinem Bett sitzend wieder, der Lauf einer Pistole auf seine Hoden gerichtet. Er war groß und schlank, mit Waschbrettbauch und Rappertätowierung auf Brust und Armen. Sein erster Reflex war, seinen Penis unter den Händen zu verbergen, doch Madeleine zwang ihn, sie hochzuhalten. Wenn du nicht willst, dass ich deine Black Mamba in die Luft sprenge, dann beantwortest du meine Fragen, verstanden? Verstanden. Jonathan hielt ihm Alice Handy vor die Nase. Das habe ich gefunden. Wo gefunden? In einer Kiste, die ich vorgestern Abend abgeschleppt habe. Und was war das für ein Wagen? Ein riesiger, nagelneuer Dodge, erklärte Anthony. Es lag unter einem der Rücksitze. Und wo hast du den Dodge abgeschleppt? Auf Coney Island? Etwas genauer, bitte, drängte Jonathan ihn. Den Namen der Straße. Das weiß ich nicht mehr. In der Nähe vom Strand, neben der alten Geisterbahn. Nicht sehr weit vom Hotdog-Stand entfernt. Da waren Hunde auf dem Grundstück gegenüber, die bellten die ganze Zeit wie verrückt. Jonathan konsultierte die Karte auf seinem Smartphone. Hier? fragte er und deutete auf einen Punkt. Noch etwas näher am Meer. Da, auf der rechten Seite. Madeleine speicherte die Koordinaten. Auf geht's, sagte sie und stürmte aus dem Schlafzimmer. Coney Island, 10 Uhr morgens. Alice war von Kopf bis Fuß schweißgebadet. Sie senkte den Blick und entdeckte einen rötlichen Fleck an ihrer Trainingshose. Ihre Nieren bluteten. Obwohl sie noch immer von Fieber geschüttelt wurde und benommen war, vermochte sie plötzlich, einen klaren Gedanken zu fassen. Nicht sterben, bevor du nicht alles versucht hast. Sie spürte, dass sich die Fesseln an ihren Fußgelenken ein wenig gelockert hatten. Nicht genug jedoch, um sich ganz von ihnen befreien zu können. Ihre Beine waren schwer. Am Boden liegend versuchte sie, ihre Unterschenkel zu heben und auf das gemauerte Podest der Toilette zu legen. In dieser Position begann sie, die Nylonschnüre an der Mauerkante zu reiben. Total verschwitzt und mit Krämpfen in den Beinen setzte sie die Bewegung etwa eine Viertelstunde fort, bis die Fußfessel nachgab. Sie war wie elektrisiert durch diesen kleinen Sieg und die wiedergewonnene Bewegungsfreiheit. Ihre Hände waren zwar immer noch an das Wasserroh gekettet, aber nichts schien jetzt mehr unmöglich. Trotz des schwachen Lichts nahm sie die Leitungen näher in Augenschein. Sie entdeckte eine Verbindungsstelle zwischen zwei Rohrteilen, an der das Eisenstark verrostet war. Sie trat immer wieder gegen das Verbindungsstück. Das Rohr würde nicht halten, dessen war sich Alice sicher. Dummerweise machte ihre Attacke gegen die Leitungen großen Lärm. Sie konnte nur hoffen, dass der Russe nicht in der Nähe war. Doch was hatte sie schon zu verlieren? Fest entschlossen sammelte sie ihre letzten Kräfte, um die Schweißnaht zu bearbeiten, und schließlich brach die Wasserleitung an ihrer Schwachstelle. Alice stieß einen triumphierenden Schrei aus, ihrer Fesseln entledigt, drehte sie sich um und... Die bedrohliche Gestalt von Juri stand im Türrahmen. Der Mund in seinem aufgedunsenen Gesicht verzog sich zu einem gemeinen Grinsen. »Meine kleine Matryoshka«, sagte er und trat auf sie zu. Alice heulte auf wie ein Tier und brach ohnmächtig zusammen. Madeline und Jonathan traten aus dem Wohnblock. Der Himmel war tiefgrau. Seit fast zwölf Stunden schneit es jetzt ununterbrochen. »Wie kommen wir nach Corny Island«, wollte Madeline wissen. »Lass uns die U-Bahn nehmen. Auf der anderen Straßenseite ist eine Station.« Für Jonathan, der lange in New York gelebt hatte, war Schnee nichts Außergewöhnliches. Das Ausmaß aber hatte die Stadtverwaltung wohl überrumpelt. Wegen der vielen Verspätungen herrschte auf dem Bahnsteig großes Gedränge. Nur mit Mühe konnten sie sich in einen der Wagen zwängen. »Ist es weit von hier?« fragte Madeline mit einem Blick auf ihre Uhr. »Wir müssen am Union Square umsteigen. Von dort aus ist es noch knapp eine Stunde.« »Und mit dem Auto?« »Normalerweise um die zwanzig Minuten, aber nicht an einem Tag wie heute.« Der Zug fuhr sehr langsam und blieb mehrmals stehen. Und so brauchten sie eine halbe Ewigkeit, um die Entfernung zwischen drei Stationen zurückzulegen. Erneut auf dem Bahnsteig packte Madeline Jonathan am Arm. »Küss mich«, sagte sie und nutzte die Umarmung, um ihre Pistole, ohne von den Überwachungskameras erfasst zu werden, in Jonathans Hosentasche zu stecken. »Was soll ich damit?« »Du fährst mit der U-Bahn weiter und ich versuche mein Glück auf der Straße.« »Das ist Wahnsinn, Madeline. Außerhalb von Manhattan wird der Verkehr völlig blockiert sein.« »Ich hab da so eine Idee«, sagte sie. »Der Erste, der vor Ort ist, weiß, was er zu tun hat. Take care.« Er protestierte, doch es war zwecklos. Der Union Square war fast menschenleer, die wenigen Autos hatten ihr Warnblinklicht eingeschaltet und fuhren im Schritttempo. Auf den Dächern der Taxis leuchtete das Signal »Off-Duty«. Nur Geländewagen konnten noch problemlos fahren. Am Anfang der Park Avenue entdeckte Madeline eine Limousine, die im Schnee stecken geblieben war. Sie wartete ganz in der Nähe, dass einer der Ford Explorer der Polizei anhielt, um sie abzuschleppen. Sobald die beiden Beamten ausgestiegen waren, kletterte Madeline auf den Fahrersitz. »Hey«, schrie einer der Polizisten. Sie drehte den Zündschlüssel um und gab Gas. Der Wagen musste Tonnen wiegen und war fast fünf Meter lang. Auf alle Fälle war er sehr stabil. Madeline legte den Sicherheitsgurt an und stellte Sitz und Spiegel ein. Inzwischen kannte sie das Viertel gut genug, um zu wissen, dass sie in Richtung Südost fahren musste. Auf dem Navigationsgerät gab sie die Koordinaten ein. Natürlich würden die Bullen versuchen, sie abzufangen. Alle Wagen der Polizei ließen sich per Satellit orten, aber darauf hoffte sie. Für den Fall, dass etwas schief ginge, sollten viele Sicherheitskräfte nach Coney Island gelockt werden. Madeline schaltete Blaulicht und Sirene ein. Die Wirkung war verblüffend. Die Wagen fuhren brav zur Seite, um ihr Platz zu machen, sodass sie die Brücke rasch überqueren konnte. Plötzlich kündigte eine Leuchttafel einen Stau an. Zwei Kilometer weiter auf einer Strecke mit einer Baustelle ging es nur noch im Schritttempo voran. Sie versuchte, sich die Durchfahrt zu erzwingen, wich aus, fuhr über den Seitenstreifen und brach den Außenspiegel ab, als sie im hohen Tempo eine Betonmauer streifte. Mist! Diesmal saß sie wirklich fest. Ein Lastwagen hatte sich quergestellt. Ohne die Fassung zu verlieren, durchwühlte sie das Innere des Wagens. Einer der beiden Beamten war so unvorsichtig gewesen, seine Waffe im Handschuhfach zu lassen. Die berühmte Glock 17, die Standardwaffe der New Yorker Polizei. Sie nahm die halbautomatische Pistole an sich und ließ den Wagen am Straßenrand zurück. Zu Fuß lief sie etwa 50 Meter weiter, bis sie die Unfallstelle passiert hatte. Dank gefährlicher Manöver gelang es einigen Wagen aus diesem Chaos herauszukommen. Madeline stürzte sich auf einen Kombi, gefahren von einem Glatzkopf, auf der Heckscheibe ein Aufkleber zu Ehren der Tea-Party. Aussteigen brüllte sie und richtete den Lauf der Pistole auf sein Gesicht. Der Mann hob die Faust und bedachte sie mit einem Schwall von Flüchen, als die Diebeln mit seinem Wagen davonbrauste. Madeline drückte das Gaspedal durch. Jetzt hatte sie weder Blaulicht noch Sirene, hupte aber ununterbrochen. Niemals war sie ihrem Ziel so nahe gewesen. Das Bild von Alice Dixon, das sie in dem Videofilm gesehen hatte, ließ sie nicht mehr los. Selbst wenn Alice dieser Hölle lebend entkäme, in welchem physischen und mentalen Zustand würde dieser erneute Albtraum sie zurücklassen? Alice hatte zwar Stärke bewiesen, aber unter welchen Spätfolgen würde sie als Erwachsene nach einer solchen Serie von Traumata leiden. Sie schob diese Fragen beiseite, als sie die Neptune Avenue erreicht hatte und in die Sackgasse einbog, die Anthony ihr genannt hatte. Die Sackgasse war durch den Schnee fast unpassierbar. Sie nahm die Pistole an sich, vergewisserte sich, dass das Magazin voll war und ließ den Kombi einfach stehen. Sie lief über den Weg und betrachtete die surrealistische Kulisse. Inmitten des Schneesturms wirkten die leeren Straßen fast bedrohlich. Man vernahm nur das Tosen der Wellen und den Lärm des Windes, der an den Metallgerippen zerrte. Dann plötzlich lautes Gebell. Madeleine erinnerte sich, dass der Junge gesagt hatte, da waren Hunde auf dem Grundstück gegenüber, die bellten die ganze Zeit wie verrückt. Sie hatte den Ort gefunden. Madeleine schob zwei morsche Bretter eines Lattenzauns auseinander und sah eine deutsche Dogge mit gelbem Fell und irren Augen. Der Hund fletschte die Zähne und knurrte. Er war total abgemagert und bestand nur aus Haut und Knochen. Ob er krank war? Vielleicht hatte ein Verrückter den Hund absichtlich hungern lassen. Es gab auch ein Gittertor in dem Zaun. Sie zog die Glock aus ihrem Holster und zielte auf das Vorhängeschloss, um es zu sprengen. Wie sie gehofft hatte, erschrak die Dogge bei der Detonation und lief verunsichert davon. Madeleine betrat das Grundstück, auf dem ein großes, baufälliges Lagerhaus stand. Bevor sie das Gebäude erreichte, hatte sich die Dogge mit ihren Artgenossen zusammengerottet. Fünf Zerberrusse umgaben sie und bellten. Ein erster Hund sprang auf sie zu und schnappte nach ihrem linken Arm. Madeleine schrie auf, als sich die Zähne in ihr Fleisch gruben. Ein anderer schnappte nach ihren Beinen, sodass sie rücklings in den Schnee fiel, während ihr ein Dritter in den Hals beißen wollte. Und dieser Hund war der erste, den sie tötete. Eine Kugel aus nächster Nähe in den Kopf. Dann die beiden anderen Hunde, die sich auf sie gestürzt hatten. In ihrer Panik tötete sie auch noch die beiden letzten Tiere, die sich ihr näherten. Umgeben von fünf Kadavern rang sie nach Luft, blieb aber auf der Hut und bereit zu schießen für den Fall, dass weitere Monster aufkreuzten. Sie blutete, wollte sich aber die Wunden nicht ansehen. Sie rappelte sich auf und gab einen weiteren Schuss ab, diesmal auf das Vorhängeschloss der Lagerhalle. »Alice«, rief sie. Es war stockdunkel. Sie entnahm ihrem Waffenetui eine kleine Taschenlampe und befestigte sie auf dem Lauf ihrer Pistole. »Alice«, wiederholte sie und trat langsam vor, den Finger am Abzug, den Strahl der Lampe vor sich gerichtet. Auf dem harten Lehmboden entdeckte sie feuchte Fußspuren, die zu einer Metalltreppe führten. »Alice«. Sie trat auf die Metallstufen der Treppe, die in eine Art Tunnel führte. Sie hob die Glock etwas höher und ließ den Lichtkegel über die Wände des engen Ganges gleiten, in dem ein eisiger Luftzug herrschte. Sie spürte, wie das Blut aus der Wunde an ihrem Arm sickerte. Im Augenblick aber war die Angst das beste Schmerzmittel. Am Ende des Tunnels stieß sie auf eine Wendeltreppe, die noch tiefer hinabführte. »Alice«, rief sie noch einmal, mehr um sich Mut zu machen als um sich anzukündigen. Sie gelangte zu einem Dutzend Eisentüren, zielte auf das Schloss der ersten Tür und leuchtete dann den Raum aus, in dem es nach Moda stank. Er war leer. Nacheinander öffnete sie alle Türen. Dasselbe Ergebnis. Bis zur letzten. Dieser Raum war schwach erleuchtet. Auf einer Seite war ein Feldbett aufgestellt, vor allem aber waren hier überall Rohre wie die, an die Alice im Video gekettet worden war. Sie suchte das ganze Verlies ab und fand eine durchtrennte Nylonfessel, ein Stück Klebeband und das rosa-graue Kapuzen-Sweatshirt, das dem jungen Mädchen gehörte. Sie kniete sich hin, um es aufzuheben und daran zu riechen. Es war schweißfeucht und noch nicht eiskalt. Bei den Temperaturen, die in diesem Gefängnis herrschten, musste Alice vor einer Viertelstunde noch hier gewesen sein. Zu spät. Sie war zu spät gekommen. Ihre Enttäuschung dauerte nur knapp zwei Sekunden. Dann stand Mädelein auf, fest entschlossen die Jagd fortzusetzen. Man sah kaum weiter als zehn Meter, zwecklos, das Auto zu nehmen. Sie war durchnässt. Bald wurde ihr bewusst, dass das, was sie für Schweiß gehalten hatte, in Wirklichkeit Blut war. Bei jedem Schritt hinterließ sie eine dünne, rote Spur. Ihre Wade war ebenfalls verletzt, doch am meisten blutete ihr linker Arm. Mit ihrem Schal fertigte sie sich notdürftig eine Aderpresse an. Dann setzte sie ihren Weg fort. Der weiße Kastenwagen kämpfte sich durch die Schneemassen auf der Surf Avenue. Juri saß am Steuern, war äußerst nervös. Vor einer Stunde hatte er überraschend in den Nachrichten von Blythe Blakes Tod erfahren. Zunächst hatte er befürchtet, die Polizei wäre ihm auf der Spur. Dann aber hatte er beschlossen, Nutzen aus der neuen Situation zu ziehen. Fortan würde Alice ihm gehören. Angesichts ihres Zustands durfte er keine Zeit verlieren, wenn er sie zu einem guten Preis weiterverkaufen wollte. Juri atmete auf, als er die Brighton Avenue erreicht hatte, die unter der Hochbahn verlief und deshalb gegen den Schneesturm geschützt war. Er stellte seinen Wagen vor einem Lebensmittelgeschäft ab. Auf der Rückbank ausgestreckt war Alice erneut im Fieberwahn. Mehrmals schon hatte sie um Wasser gefläht. »Sonst noch was?«, fragte er. »Irgendwas zu essen?« Sie nickte. »Ich möchte«, begann sie. Die U-Bahn fuhr nicht weiter als bis zur vorletzten Station. Die Kälte lähmte alles. Der Schnee bedeckte die Stadt mit seinem schweren Umhang. Erst als Jonathan die Station verließ, hatte er mit seinem Smartphone wieder ein Netz. Er rief Madeleine dreimal an, doch sie antwortete nicht. Er war noch weit von ihrem Treffpunkt entfernt und wusste nicht, wo sie sich aufhielt. Er beschloss, Madeleines Handy zu orten, so wie sie es mit dem von Alice gemacht hatten. Er aktivierte den Navigator seines Smartphones. »Geben Sie bitte Ihren Benutzernamen ein.« Das war einfach. Madeleines Mailadresse kannte er ja auswendig. »Geben Sie jetzt bitte Ihr Passwort ein.« Zwei Stunden vorher hatte sie sich noch geziert. Er tippte Violet 1978 und wartete, bis er einen Punkt auf seinem Display blinken sah. Madeleine war nur einen Kilometer von ihm entfernt, etwas weiter südlich, direkt am Meer. Er wartete erneut ein paar Sekunden, bis er feststellte, dass sich der Punkt bewegte. Madeleine rannte so schnell sie konnte gegen das Schneetreiben an. Lieber krepieren als aufgeben. Nicht jetzt. Nicht so nahe am Ziel. Sie verließ das Ufer, um eine Abkürzung über einen Parkplatz zu nehmen, und bog dann in eine der Straßen, die zur Hauptverkehrsader von Little Odessa führten. Das Viertel, das eigentlich Brighton Beach heißt, verdankt seinen Spitznamen der Tatsache, dass die ersten jüdischen Einwanderer aus der Nachkriegs-Sowjetunion eine Ähnlichkeit in der Bucht von New York und der des Seebads Odessa am Schwarzen Meer feststellten. Madeleine sah sich um. Sie befand sich auf der Brighton Avenue, im Herzen der russischen Enklave. Unter der Hochbahn gab es Dutzende von kleinen Läden mit Schildern in kyrillischer Schrift. Trotz der Witterungsverhältnisse war der Ort sehr belebt. Sie schaute sich um, damit sie keine mögliche Spur, keinen verdächtigen Wagen übersehen würde. Nichts. Sobald sie langsamer ging, nahmen ihre Schmerzen wieder zu. Überall hörte sie Stimmen, man schien über sie zu reden. Als sie ihr Spiegelbild in einer Schaufensterscheibe sah, verstand sie warum. An ihrer Jacke fehlte der linke Ärmel, der Notverband hatte sich gelöst und sie blutete stark. Sie konnte ihren Weg nicht orientierungslos und blutüberströmt fortsetzen. Sie betrat einen Delikatessenladen an der Ecke zur dritten Straße. Während im vorderen Teil des großen Lebensmittelgeschäfts Vitrien voller Pasteten in Teigkruste, Fleischbällchen, Störfilets und anderer vor allem russischer Spezialitäten standen, wurden im hinteren Teil Toilettenartikel verkauft. Madeleine nahm ein Fläschchen mit 70-prozentigem Alkohol zum Desinfizieren und mehrere Päckchen Wundkompressen und Mullbinden. Sie wartete an der Kasse hinter einem Mann, der Mineralwasser und Kekse bezahlte. Er fragte etwas und deutete auf den Kühlschrank hinter der Theke. Die Verkäuferin holte eine kleine Flasche mit Erdbeermilch heraus. Und plötzlich wurde ihr alles klar. Madeleine warf einen Blick auf die Keksschachtel. Es waren Schokoplätzchen mit Vanillefüllung, Marke Oreo. Ihr Herz überschlug sich. Sie ließ ihre Einkäufer an der Kasse zurück, um dem Mann auf die Straße zu folgen. Es war ein großer, kräftiger Bursche, eine Art Rugby-Spieler mit Bauch und rundem Gesicht, durchzogen von geplatzten Äderchen. Mit schweren Schritten lief er zu einem weißen Kastenwagen, der ganz in der Nähe geparkt war. Langsam zog Madeleine die Pistole aus ihrer Tasche. Wie zum Gebet legte sie die Hände um den Griff und wartete, bis sie den Mann genau in der Schusslinie hatte, bevor sie brüllte »Freeze! Put your hands overhead!« In diesem Moment wusste sie, dass sie ihn töten würde, weil er die Hände natürlich nicht heben würde, um sich zu ergeben. Er würde versuchen zu fliehen. Das war seine einzige Chance. Und genau das tat Juri. Er öffnete die Wagentür und Madeleine betätigte den Abzug, doch es passierte nichts. Sie drückte immer wieder ab, bis ihr klar wurde, dass ihr Magazin leer war. Jonathan lief die Straße hinunter, die von der Hochbahn geschützt war, als sein Handy vibrierte. Madeleine meldete sich und schrie »Der weiße Kastenwagen!« Er hob den Kopf und entdeckte Madeleine etwa 20 Meter vor sich. Die Waffe vorgestreckt machte sie ihm hektische Zeichen, deren Bedeutung er nicht verstand. Nur, dass er sich beeilen sollte. Dass ein Revolver in seiner Jeans-Tasche steckte. Er griff nach Danny's Colt, lud ihn durch und rannte auf den Kastenwagen zu, der soeben mit quietschenden Reifen anfuhr. Obwohl er noch nie in seinem Leben einen Schuss abgegeben hatte, reagierte er automatisch. Er hob die Waffe, zielte so genau wie er konnte und drückte ab. Die Kugel schlug in die Windschutzscheibe. Der Kastenwagen geriet ins Schleudern, prallte gegen die Mittelplanke, überschlug sich und beendete seine kurze Fahrt an einem Pfeiler der Hochbahn. Madeleines Blut pochte in ihren Schläfen. Die Zeit schien stillzustehen. Sie verspürte nicht den geringsten Schmerz. Die Geräusche von außen erreichten sie nicht mehr. Wie in Zeitlupe lief sie auf den Kastenwagen zu. Ein Feuerwehrauto näherte sich von der anderen Straßenseite. Bald würde das Blaulicht von Polizei und Krankenwagen aufblinken. Ein Blick nach rechts, ein Blick nach links. Sie war von einer argwöhnischen Menge umgeben. Der Metzger hatte sein Messer gezückt, der Fischverkäufer seinen Baseballschläger vom Haken genommen, der Gemüsehändler seine Eisenstange. Die riss Madeleine ihm aus den Händen und bediente sich ihrer als Brechstange, um die Hintertüren aufzustemmen. Wie oft hatte sie diese Szene im Traum durchlebt. Wie oft den Film in ihrem Kopf ablaufen lassen. Das war ihre Obsession. Der tiefe Sinn ihres Daseins. Alice retten. Sie wieder zum Leben erwecken. Nach mehreren energischen Versuchen gaben die Türen schließlich nach. Madeleine kroch in den Wagen. Alice lag gefesselt da, leblos, die Kleider voller Blut. Nein, sie durfte jetzt nicht sterben. Madeleine beugte sich über sie und drückte ihr Ohr auf Alice' Brust, um zu hören, ob ihr Herz noch schlug. Ihr Blut vermischte sich mit dem von Alice. Früh am nächsten Morgen brachte strahlender Sonnenschein die Schneedecke über der Stadt zum Glitzern. Sechzig Zentimeter war sie inzwischen dick, sodass New York von der Außenwelt so gut wie abgeschnitten war. Einen Becher in der einen Hand, eine Pappschachtel in der anderen, lief Jonathan vorsichtig über den Bürgersteig. Er hatte einen guten Teil der Nacht auf dem Kommissariat verbracht und sich von der örtlichen Polizei und Agenten des FBI, die sich um den Schutz von Danny kümmerten, befragen lassen. Erleichtert trat er in die Eingangshalle des St. Jude Hospital. Er nahm den Aufzug bis zu der Etage, wo Alice lag. Auf dem Flur wimmelte es von uniformierten Polizisten, die vor ihrem Zimmer Wache hielten. Jonathan zeigte seine Zugangsberechtigung, bevor er die Tür aufstieß. Alice lag auf dem Bett ausgestreckt und wurde gerade frisch verbunden. Doch etwas benommen blickte sie ihn an und ein Lächeln erhellte ihr hübsches Gesicht. Das Wunder der Rehydrierung. Alice hatte wieder ein wenig Farbe bekommen und war erstaunlich heiter, trotz allem, was sie durchgemacht hatte. Er erwiderte ihr Lächeln und bedeutete ihr mit einem kleinen Handzeichen, dass er nach der Behandlung wieder zurückkommen würde. Daraufhin ging Jonathan zur Medlines-Station. Als er an einem Metallwagen vorbeikam, griff er nach einem Plastiktablett, auf dem er seinen Becher mit heißer Schokolade abstellte. Er öffnete die Pappschachtel und nahm drei Cupcakes heraus, die er so dekorativ wie möglich außen herum platzierte. An der Flurwand entdeckte er einen Kranz mit weißen Anemmonen, stibitzte eine Blüte und ergänzte damit seine Dekoration. »Frühstück«, rief er beim Betreten des Zimmers. Er hatte geglaubt, Madeleine allein anzutreffen, lief aber Captain Degadillo, einem der Hauptverantwortlichen des NYPD, in die Arme, ein hochgewachsener Latino mit weißen Zähnen und strenger Miene. Wie aus dem Ei gepellt und recht überheblich, würdigte er ihn keines Blickes. »Ich erwarte Ihre Antwort bis zum Wochenende, Mrs. Green«, erklärte er und verließ den Raum. Madeleine lag auf ihrem Bett. Am Vorabend hatte sie eine Vollnarkose bekommen. Die Operation war gut verlaufen, aber die Hundezähne waren so tief in ihr Fleisch eingedrungen, dass sie für immer Narben von dieser Konfrontation zurückbehalten würde. »Ist das für mich?«, fragte sie und griff nach einem der kleinen Törtchen. »Vanille, Schokolade, Marshmallows, die besten Cupcakes von ganz New York«, versicherte er. »Machst du mir eines Tages auch mal welche?« »Weißt du, ich habe noch nie eines von deinen Gerichten probiert.« Er nickte und setzte sich neben sie auf die Bettkante. »Hast du Alice gesehen?« »Grade eben. Sie ist über den Berg.« »Und auf dem Revier? Ist da alles gut gelaufen?« »Ich glaube schon. Es hieß, sie hätten deine Aussage hier im Krankenhaus aufgenommen.« »Ja, der Typ, den du gerade gesehen hast, hat mich verhört. Und du wirst es nicht glauben, er hat mir ein Posten hier angeboten.« Jonathan dachte zunächst, das sollte ein Scherz sein. Doch sie fuhr begeistert fort. »Consulting Detective«, beratender Ermittler beim New Yorker Police Department. »Wirst du annehmen?« »Wahrscheinlich. Weißt du, ich liebe Blumen, aber die Polizeiarbeit liegt mir im Blut.« Jonathan nickte und erhob sich, um die Vorhänge aufzuziehen. Sie wickelte sich in ihre Decke und trat zu ihm ans Fenster. »Was hältst du davon?«, fragte er und hielt ihr sein Smartphone hin. Auf dem Bildschirm erschienen mehrere Fotos von einem alten Haus mit Terracotta-Fassade in einer kleinen Straße von Greenwich Village. »Das ist hübsch.« »Warum?« »Es steht zum Verkauf.« »Man könnte ein kleines Restaurant daraus machen. Ich glaube, ich werde es versuchen.« »Wirklich? Das ist eine gute Idee«, rief sie, außerstande ihre Freude zu verbergen. »Und wenn du in New York bleibst, kann ich dir bei deinen Ermittlungen helfen«, fügte er lächelnd hinzu. »Bei meinen Ermittlungen helfen?« »Genau.« »Wie ich feststellen konnte, hast du oft meine Geistesblitze benötigt, um ein Problem lösen zu können.« »Stimmt. Und ich könnte dir im Gegenzug in der Küche zur Hand gehen.« »Hm«, meinte er zweifelnd. »Was? Ich kenne ein paar Rezepte. Stell dir vor, habe ich dir schon gesagt, dass meine Großmutter schottischen Ursprungs ist? Sie hat mir das Geheimnis ihres berühmten gefüllten Schafpansens verraten.« »Pfui, Teufel! Und warum nicht Pudding mit dem Fett von Kalbsnieren?« Jonathan schob die Tür der Fensterfront auf. Vereint in ihrer wiedergefundenen Vertrautheit setzten sie ihr Wortgeplänkel auf dem winzigen Balkon mit Blick auf den East River und die Brooklyn Bridge fort. Die Luft war frisch, der Himmelkristall klar. Als sie den Schnee in der Sonne glitzern sahen, erinnerte sich Madeline an den Satz, den sie auf der ersten Seite von Alice Tagebuch gelesen hatte. Die schönsten Jahre eines Lebens sind die, die man noch nicht gelebt hat. An diesem Morgen hatte sie Lust, daran zu glauben.